Stieg Larsson, Verdammnis Gelesen von Dietmar Bär Prolog Er hatte sie mit Lederriemen auf einer schmalen, stählernen Pritsche gefesselt. Ein straff gespannter Riemen verlief über ihren Brustkorb. Sie lag auf dem Rücken. Die Hände hatte er zu beiden Seiten auf Hüfthöhe an das Stahlgestell gebunden. Den Versuch, sich loszumachen, hatte sie schon lange aufgegeben. Obwohl sie wach war, hielt sie die Augen geschlossen, denn um sie herum war es dunkel. Nur ein schmaler Streifen Licht drang durch den Spalt über der Tür. Sie hatte einen widerlichen Geschmack im Mund und sehnte sich danach, sich die Zähne putzen zu dürfen. Unbewusst horchte sie immer mit einem Ohr nach dem Geräusch von Schritten, mit dem er sich ankündigte. Sie hatte keine Ahnung, wie spät es schon war. Es kam ihr allerdings so vor, als ob es langsam schon zu spät für seinen Besuch wäre. Als ihre Liege plötzlich leicht vibrierte, öffnete sie die Augen. Es war, als hätte man irgendwo im Haus eine Maschine angeworfen. Doch nach ein paar Sekunden war sie schon nicht mehr sicher, ob sie sich das Ganze einbildete oder ob das Geräusch tatsächlich existierte. Im Geiste hakte sie einen weiteren Tag ab. Heute war der 43. Tag ihrer Gefangenschaft. Sie hasste die Hilflosigkeit, in die er sie gezwungen hatte. So sehr sie auch versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, um sich die Zeit zu vertreiben und ihre Situation zu verdrängen, so hing die Angst doch über ihr wie eine Gaswolke und drohte jeden Moment durch ihre Poren zu dringen und ihr Dasein völlig zu vergiften. Mittlerweile hatte sie jedoch eine Methode entdeckt, mit der sie ihre Angst in Schach halten konnte. Sie fantasierte sich ein Szenario zusammen, das ihr ein Gefühl von Kraft einflößte. Sie schloss die Augen und beschwor den Geruch von Benzin herauf. Er saß in seinem Auto, das Fenster war heruntergelassen. Sie rannte zum Auto, goss das Benzin durchs Fenster und riss einen Streichholz an. Das dauerte nur einen Augenblick. Im nächsten Moment loderten auch schon die Flammen auf. Er wandte sich in Todesqualen und sie hörte seine erschrockenen, schmerzerfüllten Schreie. Der Geruch von verbranntem Fleisch drang ihr in die Nase und dazwischen der stechende Gestank von verkultem Plastik und der versenkten Polsterung des Autositzes. Sie musste eingenickt sein, denn sie hatte gar keine Schritte gehört. Als die Tür aufging, war sie jedoch sofort hellwach. Das Licht, das durch die Türöffnung hereinfiel, blendete sie. Er war also gekommen. Er war groß. Er hatte rotbraunes, zotteliges Haar, trug eine Brille mit schwarzem Gestell und ein dünnes Kinnbärtchen. Und er roch nach Rasierwasser. Sie hasste seinen Geruch. Schweigend blieb er am Fußende ihrer Pritsche stehen und betrachtete sie eine geraume Weile. Sie hasste sein Schweigen. Im Gegenlicht sah sie nur seine Silhouette und konnte sein Gesicht nicht erkennen. Plötzlich sprach er mit ihr. Er hatte eine tiefe, klare Stimme, mit der er jedes Wort pedantisch betonte. Er sprach von gegenseitigem Vertrauen. Nach ein paar Minuten verstummte er endlich. Sie ignorierte seinen Blick. Nachdem er den Lederriemen über ihrer Brust ein wenig enger geschnallt hatte, beugte er sich über sie. In der nächsten Sekunde warf sie sich so schnell sie konnte nach links, so weit wie möglich von ihm weg, so weit wie es die Riemen zuließen. Sie zog die Knie und das Kinn und stieß ihm dann mit aller Kraft ihre Füße gegen den Kopf. Eigentlich hatte sie auf seinen Adamsapfel gezielt, aber sie traf ihn nur mit der Zehenspitze irgendwo unterm Kinn. Er hatte schnell reagiert und war ausgewichen, sodass sie ihn nur ganz leicht streifte. Als sie einen zweiten Tritt versuchte, war er bereits außer Reichweite. Sie ließ die Beine wieder auf die Liege sinken. Ihre Decke hing auf den Boden. Ihr Nachthemd war ihr bis weit über die Hüften hochgerutscht. Eine ganze Weile blieb er wortlos stehen. Dann ging er zum Fußende und nahm die Fesseln, die dort an der Pritsche hingen. Sie versuchte, die Beine anzuziehen, doch er packte sie beim Knöchel, drückte mit der anderen Hand ihre Knie auf die Matratze und fesselte ihren Fuß mit dem Lederriemen. Dasselbe wiederholte er auf der anderen Seite mit ihrem zweiten Fuß. Nun war sie völlig hilflos. Er hob die Decke auf und deckte sie zu. Schweigend betrachtete er sie zwei Minuten. Auch im Dunkeln konnte sie seine Erregung spüren, obwohl er sie nicht zeigte. Ganz bestimmt hatte er eine Erektion. Sie wusste, dass er eine Hand ausstrecken und sie berühren wollte. Doch dann drehte er sich um, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich. Sie hörte, wie er den Riegel vorlegte, was gänzlich sinnlos war, da sie ja sowieso keine Möglichkeit hatte, sich von ihrer Liege loszumachen. Sie starrte ins Nichts und wartete. Fantasierte von einem Benzinkanister und einem Streichholz. Sie sah die Flamme auflodern. Sie lächelte und machte sich innerlich hart. In dieser Nacht wurde sie 13 Jahre alt. Teil 1 Durch ihren Briefschlitz spähte, konnte er einen Stapel Werbesendungen sehen. Es war kurz nach 10 Uhr abends und schon zu dunkel, um zu erkennen, ob der Stapel seit seinem letzten Besuch angewachsen war. Seine Stimmung war düster, er war ein wenig besorgt. Er fragte sich zum tausendsten Mal, wo sich Lisbeth Zalander aufhalten mochte und was hier eigentlich passiert war. Letztes Jahr während der Weihnachtsferien hatte er Lisbeth Zalander in seine Hütte in St. Hammen eingeladen. Sie unternahmen lange Spaziergänge und diskutierten die Nachwirkungen der dramatischen Ereignisse, in die sie im Laufe des Jahres verwickelt worden waren. Michael hatte eine Phase durchgemacht, die er im Nachhinein als eine Lebenskrise betrachtete. Nach seiner Verurteilung zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe wegen Verleumdung hatte der ehemal so erfolgreiche Journalist beruflich bis zum Hals im Sumpf gesteckt. Seinen Posten als verantwortlicher Herausgeber bei Millennium hatte er mit eingezogenem Schwanz geräumt. Doch plötzlich änderte sich alles. Er erhielt den Auftrag, die Biografie des großindustriellen Henrik Wanger zu schreiben, was ihm zunächst wie eine gut bezahlte Schnapsidee vorkam, sich dann aber in die desperate Jagd nach einem unbekannten, gerissenen Serienmörder verwandelte. Während dieser Jagd hatte er Lisbeth Zalander kennengelernt. Michael tastete zerstreut nach der dünnen Narbe, die die Würgeschlinge unter seinem linken Ohr hinterlassen hatte. Lisbeth hatte ihm nicht nur bei der Jagd nach dem Mörder geholfen, sondern ihm auch im letzten Moment das Leben gerettet. Immer wieder hatte sie ihn mit ihren seltsamen Fähigkeiten in größtes Erstaunen versetzt. Ein fotografisches Gedächtnis und dazu phänomenale Computerkenntnisse. Michael Blomquist hätte jederzeit behauptet, sich ganz gut mit Computern auszukennen, aber Lisbeth Zalander bediente Computer, als stünde sie mit dem Teufel im Bunde. Allmählich war ihm aufgegangen, dass sie eine Weltklasse-Hackerin war. In dem exklusiven internationalen Kreis, der sich der Datenkriminalität auf höchstem Niveau widmete, war sie eine Legende. Man kannte sie dort nur unter dem Pseudonym WASP. Ihre Fähigkeit, völlig problemlos in die Computer anderer Menschen einzudringen, hatte Michael das Material verschafft, mit dem er seine journalistische Niederlage in der Wennerström-Affäre in einen Sieg verwandeln konnte. Eine Riesen-Story, die auch nach einem Jahr noch internationale Ermittlungen auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität in Gang hielt und Michael mit regelmäßigem Abstand einen Platz auf den Talkshow-Sofas verschaffte. Michaels Interesse an der Wennerström-Affäre verflüchtigte sich zum selben Zeitpunkt, als Lisbeth Zalander aus seinem Leben verschwand. Ihm war immer noch nicht klar, was eigentlich geschehen war. Sie waren am zweiten Weihnachtsfeiertag auseinandergegangen, und in der folgenden Woche hatte er sie nicht mehr gesehen. Einen Tag vor Silvester rief er sie spätabends an, aber sie gingen nicht ans Telefon. An Silvester ging er zweimal bei ihr vorbei und klingelte. Beim ersten Mal brannte Licht in ihrer Wohnung, aber sie machte nicht auf. Beim zweiten Mal waren ihre Fenster alle dunkel. Am Neujahrstag versuchte er erneut, sie anzurufen, aber niemand nahm ab. Bei späteren Versuchen wurde ihm nur noch mitgeteilt, dass der Teilnehmer nicht zu erreichen sei. In den zwei Tagen danach hatte er sie zweimal gesehen. Nachdem er sie telefonisch nicht erreicht hatte, war er Anfang Januar noch einmal zu ihr gegangen und hatte sich vor ihrer Wohnung auf die Treppe gesetzt. Er hatte ein Buch dabei und blieb hartnäckig vier Stunden lesend dort sitzen, bis sie kurz vor elf Uhr abends das Haus betrat. Sie trug einen braunen Karton und stutzte, als sie ihn sah. »Hallo, Lisbeth«, begrüßte er sie und schlug sein Buch zu. Sie musterte ihn mit ausdrucksloser Miene, weder Wärme noch Freundschaft im Blick. Dann ging sie an ihm vorbei und steckte den Schlüssel in ihr Türschloss. »Lädst du mich auf eine Tasse Kaffee ein?«, fragte Michael. Sie drehte sich zu ihm um und sagte leise, »Geh weg, ich will dich nie wiedersehen.« Dann schlug sie einem völlig verblüfften Michael Blomquist die Tür vor der Nase zu und er hörte, wie sie von innen abschloss. Nur drei Tage später sah er sie noch einmal. Er hatte die U-Bahn genommen und als der Zug gerade in Gamlastan hielt, sah er aus dem Fenster und entdeckte sie auf dem Bahnsteig, nicht einmal zwei Meter von ihm entfernt. Er erkannte sie im selben Augenblick, in dem die Türen zugingen. Fünf Sekunden lang blickte sie direkt durch ihn hindurch, als wäre er aus Luft. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verschwand aus seinem Blickfeld, während sein Zug wieder anfuhr. Die Botschaft war eindeutig. Lisbeth Salander wollte nichts mehr mit Michael Blomquist zu tun haben. Sie hatte ihn genauso effektiv aus ihrem Leben gelöscht, wie eine Datei von ihrem Computer, ohne weitere Erklärungen. Lisbeth Salander sah auf ihre Armbanduhr und stellte fest, dass sie völlig durchgeschwitzt war, obwohl sie die ganze Zeit nur im Schatten gesessen hatte. Es war halb elf Uhr morgens. Sie memorierte eine dreizeilige mathematische Formel und schlug wieder ihr Buch »Dimensions in Mathematics« auf. Dann nahm sie ihren Zimmerschlüssel und die Zigarettenschachtel vom Tisch. Ihr Zimmer war im zweiten Stock, mehr Etagen hatte das Hotel nicht. Sie zog sich aus und ging unter die Dusche. Eine zwanzig Zentimeter lange grüne Eidechse, die direkt unter der Decke an der Wand saß, glotzte auf sie herunter. Lisbeth glotzte zurück, machte aber keine Anstalten, das Tier zu verscheuchen. Diese Eidechsen waren überall auf der Insel. Sie schlüpften durch die Jalousien der offenen Fenster, krabbelten unter der Tür hindurch oder gelangten über den Lüftungsschacht vom Bad ins Zimmer. Sie fühlte sich ganz wohl mit dieser Gesellschaft, die sie im Großen und Ganzen nicht weiter belästigte. Das Wasser war kalt, aber nicht eisig, und sie blieb fünf Minuten unter der Dusche, um sich abzukühlen. Als sie wieder ins Zimmer kam, blieb sie nackt vor dem Garderobenspiegel stehen und musterte staunend ihren Körper. Sie wog immer noch gerade mal vierzig Kilo, bei einer Größe von knapp ein Meter fünfzig. Dagegen konnte sie nicht allzu viel ausrichten. Sie hatte puppenartig dünne Gliedmaßen, kleine Hände und schmale Hüften. Aber jetzt hatte sie Brüste. Sie war ihr Leben lang flachbrüstig gewesen, so wie vor ihrer Pubertät. Es sah einfach lächerlich aus, und sie war immer ein wenig befangen gewesen, wenn sie sich nackt zeigen sollte. Aber dann hatte sie ganz plötzlich Brüste bekommen. Keine Riesenballons, sondern zwei feste, runde Brüste mittlerer Größe. Die Vergrößerung war vorsichtig durchgeführt worden, und die Proportionen stimmten. Aber der Unterschied war dramatisch, sowohl für ihr Aussehen, als auch für ihr ganz persönliches Wohlbefinden. Während ihrer Zeit in der Klinik in Genua hatte sie sich auch eine ihrer Tätowierungen entfernen lassen. Eine zwei Zentimeter lange Wespe auf der rechten Halsseite. Sie mochte ihre Tattoos immer noch, vor allem den großen Drachen, der ihr vom Schulterblatt bis über den Po reichte, hatte aber trotzdem beschlossen, sich die Wespe entfernen zu lassen. Aus dem einfachen Grund, weil sie so gut sichtbar und auffällig war, dass man sich leicht an Lisbeth erinnern und sie identifizieren konnte. Und Lisbeth wollte nicht, dass man sich leicht an sie erinnern und sie identifizieren konnte. Insgesamt hatte ihr Besuch in Genua sie umgerechnet 190.000 Kronen gekostet. Was sie sich durchaus leisten konnte. Sie riss sich aus ihren Träumen vor dem Spiegel los und zog Slip und BH an. Zwei Tage, nachdem sie die Klinik in Genua verlassen hatte, besuchte sie zum ersten Mal in ihrem 25-jährigen Leben eine Boutique für Damenunterwäsche und kaufte sich Kleidung, die sie bis dahin nie gebraucht hatte. Inzwischen war sie 26 und trug ihren BH mit einer gewissen Befriedigung. Darüber zog sie eine Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift »Consider this a fair warning«. Nachdem sie ihre Sandalen und den Sonnenhut gefunden hatte, hängte sie sich noch eine schwarze Nylontasche über die Schulter. Grenadas Lokalverkehr bestand vor allem aus fantasievoll dekorierten Minibussen, die sich nicht um Fahrpläne oder andere Formalitäten scherten. Tagsüber verkehrten sie regelmäßig, aber nach Einbruch der Dunkelheit war es unmöglich, sich ohne eigenes Auto vorzubewegen. Lisbeth Zalanda brauchte nur ein paar Minuten an der Straße nach St. George zu warten, als schon ein Bus neben ihr bremste. Der Fahrer war ein Rasterman mit Redlocks und aus den Lautsprechern im Bus dröhnte in voller Lautstärke »No woman no cry«. Sie bezahlte ihren Dollar und zwängte sich in den Bus zwischen eine stattliche, grauhaarige Dame und zwei Jungen in Schuluniform. St. George lag an einer u-förmigen Bucht, die The Caronage bildete, den Hafen. Rundherum ragten steile Hügel auf, auf denen Wohnhäuser, alte Kolonialbauten und eine Festung standen, vor Rupert, weit draußen auf einer steilen Klippe am Ende der Landzunge. Sie stieg am Hafen aus und spazierte zu McIntyre's Electronics, die ihren Laden auf dem Gipfel eines kleinen, steilen Hügels hatten. So gut wie alle Produkte, die in Grenada verkauft wurden, waren aus den USA oder England importiert und kosteten daher doppelt so viel wie anderswo. Die Ersatzbatterien, die sie für Apple Powerbook bestellt hatte, waren endlich eingetroffen. In Miami hatte sie sich einen Palm mit faltbarer Tastatur zugelegt, aber das war freilich nur ein jämmerlicher Ersatz für einen 17-Zoll-Bildschirm. Lisbeth zahlte mit einer Kreditkarte, die auf den Namen Wasp Enterprises ausgestellt war, stopfte die Batterien in ihre Nylontasche und ging wieder hinaus in die Mittagshitze. Dann stattete sie Barclays Bank einen Besuch ab und hob 300 Dollar ab. Sie ging auf den Markt, kaufte sich einen Bund Karotten, ein halbes Dutzend Mangos und eine 1,5 Liter Flasche Mineralwasser. Als sie wieder zum Hafen kam, hatte sie Hunger und Durst. Sie überlegte erst, ob sie ins Nut Mac gehen sollte, aber dort belagerten bereits andere Gäste den Eingang. Also ging sie weiter zum stilleren Turtle Bag, setzte sich auf die Veranda und bestellte sich einen Teller Calamares mit rohgebratenen Kartoffeln und eine Flasche Carib, die örtliche Biermarke. Dann blätterte sie ein herrenloses Exemplar der Lokalzeitung Grenadian Voice durch. Nach einer Weile öffnete Lisbeth ihre Tasche und holte Dimensions in Mathematics heraus. Lisbeth war ihr Leben lang von Puzzles und Rätseln fasziniert gewesen. Als sie neun war, kaufte ihre Mutter ihr einen Zauberwürfel. Daran hatte sie fast 40 frustrierende Minuten lang ihre logischen Fähigkeiten erprobt, bis sie schließlich verstand, wie das Ganze funktionierte. Danach hatte sie keine Probleme mehr, sechs gleiche Seiten zu erzeugen. In den Intelligenztests der Zeitungen kreuzte sie niemals eine falsche Antwort an. Fünf seltsam geformte Figuren mit der Frage, wie die Sechste aussehen müsse, die Antwort lag für sie jedes Mal auf der Hand. Dimensions in Mathematics war ein 1200 Seiten dicker Wälzer über die Geschichte der Mathematik, von den alten Griechen bis zum gegenwärtigen Versuch, die sphärische Astronomie zu beherrschen. Als sie auf der Terrasse des Hotels am Grand Ansey Beach zum ersten Mal die Dimensions aufschlug, war sie auf einmal in einer verhexten Welt aus Zahlen gelandet, im Buch eines Verfassers, der ebenso pädagogisch wie unterhaltsam war. Mit dem größten Vergnügen arbeitete sie sich durch Alchimedes, Newton, Martin Gardner und ein Dutzend andere klassische Mathematiker hindurch. Danach kam sie zu dem Kapitel über Pierre de Fermat, dessen mathematisches Rätsel Fermats Satz sie sieben Wochen lang verblüfft hatte. Immerhin ein relativ bescheidener Zeitraum, verglichen mit den fast 400 Jahren, in denen Fermat die Mathematiker zum Wahnsinn getrieben hatte, bis es 1993 endlich einem Engländer namens Andrew Wiles gelungen war, sein Rätsel zu lösen. Pierre de Fermat wurde 1601 in Beaumont de Lomagne im Südwesten Frankreichs geboren. Er war nicht einmal Mathematiker, sondern stand in Staatsdiensten und widmete sich nur in seiner Freizeit der Mathematik, als wäre sie eine Art bizarres Hobby. Dennoch galt er unter den Mathematikern als einer der begabtesten Autodidakten aller Zeiten. Wie Lisbeth Salander war auch er von kniffligen Fragen und Rätseln begeistert. Ungefähr 1630 erschien eine französische Übersetzung von Diophantos Werk »Arithmetica«, das eine komplette Aufstellung der Zahlentheorien von Pythagoras, Euclid und anderen Mathematikern der Antike enthielt. Während Fermat den Satz des Pythagoras studierte, kam ihm in einem genialen Moment die Idee zu seinem unsterblichen mathematischen Problem. Er formulierte einfach eine Variante zu Pythagoras, indem er die Quadrate in Würfel verwandelte. Aus a² plus b² gleich c² wurde a³ plus b³ gleich c³. Das Problem war nur, dass es für die neue Gleichung keine ganzzahlige Lösung gab. Fermat behauptete, dass es im unendlichen Universum der Zahlen nirgendwo eine ganze Zahl gab, deren dritte Potenz durch die Summe zweier anderer dritter Potenzen ausgedrückt werden konnte, und dies gelte darüber hinaus für alle Zahlen, die eine höhere Potenz als 2 haben. Die anderen Mathematiker waren sich schnell einig, dass diese Behauptung ganz richtig war. Mit der Trial-and-Error-Methode fanden sie heraus, dass sich keine Zahl finden ließ, die Fermats Satz widerlegt hätte. Aber selbst wenn sie bis in alle Ewigkeit weitergerechnet hätten, so hätten sie niemals alle existierenden Zahlen durchprobieren können, ihre Menge ist unendlich groß, und so konnten die Mathematiker nie hundertprozentig sicher sein, dass nicht doch die nächste Zahl Fermats Satz über den Haufen werfen würde. Wie üblich führte Fermat seine Kollegen an der Nase herum. An den Rand seines Exemplars, der Arithmetiker, kritzelte das Genie seine Problemstellung und schloss mit den folgenden Zeilen. Ich habe einen wahrhaft wunderbaren Beweis für diese Behauptung, aber der Rand ist allzu schmal, um ihn zu fassen. Seit 1637 hat im Großen und Ganzen jeder Mathematiker mit einiger Selbstachtung eine gewisse Zeit, zuweilen sogar beträchtlich viel Zeit, darauf verwendet, Fermats Beweis zu finden. Generationen von Denkern scheiterten, bis Andrew Wildes 1993 endlich mit dem erlösenden Beweis kam. Bis dahin hatte er 25 Jahre über das Rätsel nachgedacht, die letzten zehn Jahre mehr oder weniger von morgens bis abends. Lisbeth Zalanda war völlig perplex. Wenn ihr jemand ein Rätsel vorsetzte, dann löste sie es. Nachdem sie von Fermats Theorien gelesen hatte, nahm sie sich also ein Blatt Papier und fing an, Zahlen hinzukritzeln. Aber es gelang ihr nicht, Fermats Satz zu beweisen. Sie weigerte sich hartnäckig, im Schlüssel nachzusehen und übersprang daher den Abschnitt, in dem Andrew Wildes Lösung vorgestellt wurde. Stattdessen las sie die Dimensions zu Ende und stellte fest, dass ihr keine der anderen Problemstellungen, die in diesem Buch präsentiert wurden, mathematische Schwierigkeiten bereitete. Danach kehrte sie wieder zu Fermats Rätsel zurück und grübelte mit täglich wachsender Gereiztheit nach, welchen wunderbaren Beweis Fermat gemeint haben könnte. Sie stolperte von einer Sackgasse in die nächste. Lisbeth stug das Buch zu, sah auf die Uhr und stellte fest, dass es kurz nach halb acht Uhr abends war. Sie ging 400 Meter den Strand hinunter, überquerte die Straße nach St. George's und klopfte an die Tür eines Schuppens hinter dem Kokonat. George Bland war 16 Jahre alt und ging noch zur Schule. Er wollte Arzt oder Rechtsanwalt werden, vielleicht auch Astronaut, war ebenso schmächtig wie Lisbeth Salander und fast genauso klein. Lisbeth hatte ihn in der ersten Woche auf Grenada am Strand kennengelernt, einen Tag, nachdem sie an den Grand Ancy gezogen war. Sie ging am Strand spazieren, setzte sich unter ein paar Palmen in den Schatten und sah den Kindern am Meeressaum beim Fußballspielen zu. Dann schlug sie die Dimensions auf und versank völlig darin, bis er kam und sich nur wenige Meter vor sie hinsetzte, ohne ihre Gegenwart zu bemerken. Sie beobachtete ihn schweigend. Ein dünner, schwarzer Junge mit Sandalen, schwarzer Hose und weißem Hemd. Genau wie sie hatte auch er ein Buch aufgeschlagen, in das er sich vertiefte. Genau wie sie studierte auch er ein Mathematikbuch, Basics IV. Er las konzentriert und begann in seinem Rechenheft herumzuschmieren. Erst als Lisbeth sich nach fünf Minuten räusperte, bemerkte er sie und sprang panisch auf. Er entschuldigte sich für die Störung und wollte gerade gehen, als sie ihn fragte, ob es um komplexe Zahlen ginge. Algebra Nach zwei Minuten hatte sie einen grundlegenden Fehler in seinen Berechnungen gefunden. Nach dreißig Minuten hatte sie seine Hausaufgaben gelöst. Nach einer Stunde hatte sie das nächste Kapitel in seinem Buch durchgearbeitet und ihm pädagogisch geschickt den Trick bei diesen Rechenoperationen erklärt. Er betrachtete sie mit ehrfürchtigem Respekt. Nach zwei Stunden hatte er erzählt, dass seine Mutter in Toronto wohnte, sein Vater in Grenada auf der anderen Seite der Insel und er selbst in einer Hütte am Strand. Er war der Jüngste in einer Geschwisterschar mit drei älteren Schwestern. Lisbeth Zalander empfand seine Gesellschaft als außerordentlich entspannend. Normalerweise fing sie mit anderen Menschen selten oder nie ein Gespräch nur um des Gesprächs willen an. Das hatte nichts mit Schüchternheit zu tun. Für sie hatte Konversation vorrangig praktische Aspekte. Wie komme ich hier zur Apotheke und was kostet das Hotelzimmer? Daneben gab es noch einen beruflichen Aspekt. Als sie noch als Researcherin für Dragan Amansky bei Milton Security arbeitete, hatte sie kein Problem damit gehabt, ihre Fakten auch mit Hilfe langer Gespräche zusammenzutragen. Sie verabscheute jedoch persönliche Gespräche, die nur dazu führten, dass die Leute in Belangen herumstocherten, die sie als privat betrachtete. George Bland war zwar etwas linkisch, jedoch selbstbewusst und höflich und versuchte, eine intelligente Unterhaltung zu führen, ohne mit ihr zu konkurrieren oder in ihrem Privatleben zu wühlen. Er wirkte genauso einsam wie sie. Seltsamerweise schien er einfach zu akzeptieren, dass eine Mathematikgöttin am Grand Ancy Beach herabgestiegen war und schien zufrieden damit, dass sie bei ihm sitzen und ihm Gesellschaft leisten wollte. Nach ein paar Stunden am Strand brachen sie schließlich auf, als die Sonne sich langsam dem Horizont näherte. Als sie zusammen zu ihrem Hotel zurückgingen, zeigte er ihr seine Studentenbude, eine Strandhütte, und fragte sie verlegen, ob er sie noch zu einem Tee einladen dürfe. Sie nahm die Einladung an, was ihn offensichtlich überraschte. Lisbeth erkannte sofort, dass ihre Gegenwart ihn nervös machte und er nicht recht wusste, wie er sich verhalten sollte. Spontan beschloss sie, sich von ihm verführen zu lassen. Das stellte sich allerdings als recht anstrengendes und umständliches Unterfangen heraus, denn er verstand zweifellos ihre Signale, hatte aber gar keine Ahnung, wie er es anstellen sollte. Er schlich so lange wie die Katze um den heißen Brei, dass sie zu guter Letzt die Geduld verlor, ihn resolut aufs Bett drückte und sich auszog. George Bland war das perfekte Debüt für ihr neues Ich. Als es ihm endlich gelungen war, ihren BH zu öffnen, löschte er sofort das Licht, bevor er anfing, sich selbst auszuziehen. Lisbeth begriff, dass er schüchtern war, und schaltete die Lampe einfach wieder an. Dann beobachtete sie seine Reaktionen, während er begann, sie ungeschickt zu berühren. Erst spätabends entspannte sie sich, nachdem sie gesehen hatte, dass er ihre Brüste anscheinend als ganz natürlich ansah. Während ihrer sieben Wochen auf Grenada war George Bland ein fester Punkt in ihrem Leben. Freitag, 17. Dezember Nils-Erik Bührmann, Rechtsanwalt, 55 Jahre alt, stellte seine Kaffeetasse ab und betrachtete den Menschenstrom vor dem Fenster des Café Hedon am Stureplan. Er sah die Menschen, die dort vorbeiströmten, ohne jemand Bestimmten anzuschauen. Er dachte an Lisbeth Salander. Er dachte oft an Lisbeth Salander. Und diese Gedanken ließen ihn innerlich kochen. Lisbeth Salander hatte ihn zerstört. Sie hatte das Kommando übernommen und ihn erniedrigt. Sie hatte ihn auf eine Art misshandelt, die buchstäblich unauslöschliche Spuren auf seinem Körper hinterlassen hatte. Genauer gesagt auf einer mehr als 20 Quadratzentimeter großen Fläche auf seinem Bauch, direkt über seinem Geschlecht. Sie hatte ihn an sein eigenes Bett gekettet, ihn misshandelt und ihm eine unmissverständliche Botschaft auftätowiert, die sich nicht so einfach entfernen ließ. Ich bin ein sadistisches Schwein, ein Widerling und ein Vergewaltiger. Lisbeth Salander war vom Gericht in Stockholm für geschäftsunfähig erklärt worden. Bührmann war mit ihrer Betreuung beauftragt worden, was sie in höchstem Grade von ihm abhängig machte. Schon bei seinem ersten Treffen mit ihr hatte er angefangen, von ihr zu fantasieren. Er konnte es nicht erklären, aber sie forderte es geradezu heraus. Sie war ein seltsames Mädchen, zwar erwachsen, aber mit einem Aussehen, dass man sie jederzeit mit einer Minderjährigen verwechseln konnte. Er hatte die Kontrolle über ihr Leben, er konnte über sie verfügen. Die Konstellation war einfach unwiderstehlich. Sie war für geschäftsunfähig erklärt worden, und ihre Biografie war der Gestalt, dass niemand ihr glauben würde, sollte es ihr in den Sinn kommen, sich zu beschweren. Er beging ja auch keine Gewalttat an irgendeinem unschuldigen Kind. Aus ihrer Akte ging hervor, dass sie jede Menge sexuelle Erfahrung hatte und gut und gern als promiskuitiv bezeichnet werden konnte. Ein Sozialarbeiter hatte einen Bericht geschrieben, der die Möglichkeit erwähnte, dass Lisbeth Salander im Alter von 17 Jahren sexuelle Dienste gegen Bezahlung angeboten hatte. Für Anwalt Björmann lag die Schlussfolgerung auf der Hand. Lisbeth Salander war eine Nutte auf der untersten Stufe der sozialen Leiter und in seiner Gewalt. Die Sache war völlig risikofrei. Selbst wenn sie sich beim Vormundschaftsgericht beschweren sollte, würde er sie Kraft seiner Glaubwürdigkeit und seiner Verdienste spielend leicht als Lügnerin hinstellen können. Es war das erste Mal, dass er eine Mandantin ausnutzte. Früher wäre ihm nicht mal in den Sinn gekommen, einen Vorstoß bei jemandem zu wagen, zu dem er in beruflichem Kontakt stand. Um seine ganz speziellen Bedürfnisse an Sexspielchen ausleben zu können, hatte er die Dienste von Prostituierten in Anspruch genommen. Er war diskret und vorsichtig und bezahlte gut. Der einzige Haken war jedoch, dass die Prostituierten ja nur Schauspieler hatten. Für sie war sein Spiel kein Ernst. Lisbeth Salander war einfach perfekt gewesen. Sie war wehrlos. Sie hatte weder Verwandte noch Freunde. Sie war ein echtes Opfer gewesen, völlig schutzlos. Gelegenheit macht Diebe. Und plötzlich hatte sie ihn zerschmettert. Sie hatte mit einer Kraft und einer Entschlossenheit zurückgeschlagen, die er ihr niemals zugetraut hätte. Sie hatte ihn erniedrigt. Sie hatte ihn gequält. Sie hatte ihn beinahe vernichtet. Während der knapp zwei Jahre, die seitdem vergangen waren, hatte sich Nils Bührmanns Leben dramatisch verändert. In der ersten Zeit nach Lisbeth Salanders nächtlicher Visite in seiner Wohnung war er wie gelähmt gewesen, unfähig zu denken und zu handeln. Er schloss sich zu Hause ein, ging nicht ans Telefon und konnte keinen Kontakt zu seinen Mandanten halten. Erst nach zwei Wochen hatte er sich überhaupt krankschreiben lassen. Seine Sekretärin musste die laufende Korrespondenz im Büro erledigen, seine Treffen absagen und versuchen, die vielen Fragen seiner verärgerten Klienten zu beantworten. Tag für Tag war er gezwungen, seinen Körper im Spiegel an der Badezimmertür zu sehen. Schließlich hatte er den Spiegel abgeschraubt. Erst als der Sommer kam, kehrte er wieder in sein Büro zurück. Er hatte seine Kartei sortiert und den Großteil seiner Mandanten an Kollegen abgegeben. Die einzigen, die er behielt, waren ein paar Unternehmen, deren Geschäftskorrespondenz er betreute, ohne sich aber weiter engagieren zu müssen. Als einzige aktive Mandantin blieb Lisbeth Salander. Jeden Monat schrieb er eine Aufstellung ihrer Finanzen und einen Bericht fürs Vormundschaftsgericht. Er tat, was sie ihm befohlen hatte, und verfasste frei erfundene Berichte, die dokumentierten, dass sie eigentlich überhaupt keinen Betreuer brauchte. Jeder dieser Berichte tat ihm weh und erinnerte ihn an ihre Existenz, aber er hatte keine andere Wahl. Biermann verbrachte den Sommer und Herbst mit Grübeleien. Im Dezember riss er sich endlich zusammen und buchte eine Urlaubsreise nach Frankreich. Er besorgte sich einen Termin in einer Klinik für kosmetische Chirurgie in der Nähe von Marseille, wo er sich von einem Arzt beraten ließ, wie er seine Tätowierung am besten loswerden konnte. Der Arzt hatte seinen entstellten Bauch mit einiger Verwunderung untersucht und schließlich einen Behandlungsvorschlag gemacht. Die einfachste Methode bestand in wiederholten Laserbehandlungen, aber das Tattoo war so groß und die Nadel so tief eingedrungen, dass er befürchtete, eine Reihe von Hauttransplantationen vornehmen zu müssen. Das war teuer und langwierig. In den vergangenen zwei Jahren war Biermann Lisbeth Salander nur ein einziges Mal begegnet. In der Nacht, als sie ihn überfallen und das Kommando über sein Leben an sich gerissen hatte, nahm sie auch seine Zweitschlüssel für Büro und Wohnung mit. Sie kündigte ihm an, ihn zu überwachen und ihn zu besuchen, wenn er am wenigsten damit rechnete. Im Laufe der vergangenen zehn Monate hatte er fast schon angefangen zu glauben, dass es nur eine leere Drohung gewesen war, aber er hatte es nicht gewagt, die Schlösser auszutauschen. Ihre Drohung war unmissverständlich gewesen. Falls sie ihn jemals mit einer Frau im Bett antreffen sollte, würde sie den 90 Minuten langen Film veröffentlichen, auf dem festgehalten war, wie er sie vergewaltigte. Eines Nachts im Januar vor fast einem Jahr war er plötzlich um drei Uhr aufgewacht, ohne recht zu wissen, was ihn geweckt hatte. Er schaltete die Nachttischlampe ein und schrie vor Schreck beinahe auf, als er sie am Fußende seines Bettes stehen sah. Wie ein Geist, der sich in seinem Schlafzimmer materialisiert hatte. Ihr Gesicht war bleich und ausdruckslos. Ihre verdammte Elektroschockpistole hielt sie in der Hand. »Guten Morgen, Anwalt Björmann«, sagte sie schließlich. »Tut mir leid, dass ich dich diesmal geweckt habe.« »Lieber Gott, ist sie etwa schon öfter hier gewesen, während ich schlief.« Er konnte nicht erkennen, ob sie nur blaffte. Nils Björmann räusperte sich und machte den Mund auf, doch sie brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Ich habe dich nur aus einem einzigen Grund geweckt. Demnächst verreise ich für eine Weile. Du schreibst weiterhin jeden Monat schön deine Berichte über mein Wohlergehen, aber statt die Kopie zu mir nach Hause zu schicken, schickst du sie einfach an eine Hotmail-Adresse. Wenn das Vormundschaftsgericht Kontakt mit mir aufnehmen will oder sonst irgendetwas vorfällt, was meine Gegenwart erfordert, schreibst du ebenfalls eine Mail an diese Adresse. Wenn du dich benimmst, dann lasse ich dich an dem Tag laufen, an dem meine Entmündigung aufgehoben wird. Was ich damals gesagt habe, gilt weiterhin. Wenn du dich nicht an meine Vorschriften hältst, werde ich mit dem Film an die Öffentlichkeit gehen. Wenn du irgendwie mit mir Kontakt aufnimmst, ohne dass ich es will, werde ich den Film an die Öffentlichkeit geben. Wenn ich durch einen Unfall umkommen sollte, wird der Film an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn du mich jemals wieder anfasst, werde ich dich umbringen. Und noch was. Ab dem Tag, an dem ich dich laufen lasse, kannst du tun und lassen, was du willst. Aber bis dahin wirst du keinen Fuß in diese Klinik in Marseille mehr setzen. Solltest du trotzdem hinfahren und eine Behandlung anfangen, werde ich dich einfach noch mal tätowieren. Aber das nächste Mal bekommst du dein Tattoo auf die Stirn. Verdammt! Wie hat sie herausgefunden? In der nächsten Sekunde war sie verschwunden. Er hörte ein schwaches Klicken von der Wohnungstür, als sie den Schlüssel drehte. Als hätte ihn ein Gespenst heimgesucht. An jenem Tag hörte er auf, von ihrem Tod zu fantasieren und begann, ihn stattdessen zu planen. Lisbeth Zalander verfügte über einen 90 Minuten langen Film, den sie mit einer versteckten Kamera aufgezeichnet hatte und auf dem detailliert zu sehen war, wie er sich an ihr vergriff. Wenn die Behörden oder schlimmstenfalls die Massenmedien jemals Kenntnis von diesem Film bekämen, dann war es vorbei mit seinem Leben, seiner Karriere und seiner Freiheit. Er erkannte die Strafen, die auf Vergewaltigung, Missbrauch von Schutzbefohlenen und schwere Körperverletzungen standen und schätzte, dass ihm dieser Film sechs Jahre Gefängnis einbringen würde. Ein übereifriger Staatsanwalt könnte ihn sogar des versuchten Mordes bezichtigen. Wie auch immer er vorgehen wollte, als erstes musste er in den Besitz dieses Films kommen und sich vergewissern, dass keine Kopien existierten. Das war der Kern seines Problems. Ganz zweifellos musste sich eine Hexe wie Lisbeth Zalander im Laufe der Jahre eine gewisse Anzahl an Feinden geschaffen haben. Rechtsanwalt Björmann hatte ihn jedoch etwas voraus. Im Gegensatz zu allen anderen, die aus dem einen oder anderen Grund wütend auf sie waren, besaß er uneingeschränkten Zugang zu all ihren Krankenakten, Sozialarbeiterberichten und psychiatrischen Gutachten. Trotzdem hatte es Monate gedauert, bis er ihr Leben Detail für Detail zusammengesetzt hatte, von den frühesten Aufzeichnungen aus der Grundschule über Berichte von Sozialarbeitern bis hin zu polizeilichen Ermittlungen und Gerichtsprotokollen. Er hatte Dr. Jesper H. Lödermann, den Psychiater, der zu ihrem 18. Geburtstag ihre Einweisung in eine psychiatrische Klinik empfohlen hatte, persönlich aufgesucht und mit ihm über Lisbeth geredet. Jedermann war ihm behilflich. Als echte Goldgrube erwiesen sich zwei gebundene Notizbücher in einem Karton, der bei einem Sachbearbeiter im Vormundschaftsgericht Staub ansetzte. Diese Notizbücher stammten von Mjörmanns Vorgänger, dem Rechtsanwalt Holger Palmgren, der Lisbeth Zalander anscheinend besser kennengelernt hatte als irgendjemand sonst. Palmgren zeichnete ein völlig anderes Bild von Lisbeth Zalander als das, welches man den Berichten der Sozialarbeiter entnehmen konnte. Er beschrieb ihren mühseligen Weg vom schwierigen Teenager bis zur jungen Frau und Angestellten des Sicherheitsberatungsunternehmens Milton Security, ein Job, den sie durch Palmgrens Kontakte bekommen hatte. Mit steigender Verwunderung war Björmann klar geworden, dass Lisbeth Zalander keineswegs eine zurückgebliebene Mitarbeiterin der Poststelle gewesen war, die man mit Kopierarbeiten und Kaffeekochen betraute, sondern eine qualifizierte Tätigkeit ausgeübt hatte, in deren Rahmen sie für Miltons Geschäftsführer Dragan Amansky Informationen zum Hintergrund bestimmter Personen einholte. Die Ordner hatten vieles erklärt. Plötzlich begriff Björmann, wie es möglich war, dass Lisbeth Zalander so viel über ihn wusste. Es war ihr Beruf, im Privatleben anderer Menschen herumzuschnüffeln. Gleichzeitig wurde er mit seinen eigenen Nachforschungen sehr vorsichtig, denn angesichts der Tatsache, dass Lisbeth Zugang zu seiner Wohnung hatte, war es ungünstig, dort Papiere über ihre Person zu verwarren. Also sammelte er sämtliche Unterlagen zusammen und brachte einen Karton in seine Sommerhütte bei Stallerholmen, wo er viel Zeit mit einsamen Grübeleien zubrachte. Je mehr er über Lisbeth Zalander las, umso mehr war er davon überzeugt, dass sie ein völlig kranker Mensch war. Sie kannte überhaupt keine sozialen Hemmungen. Sie war eine kranke, lebensgefährliche Spinnerin. Eine entsicherte Handgranate. Eine Nutte. Holger Palmgrens Akte hatte ihm geholfen, den letzten Schlüssel zu finden. Bei mehreren Gelegenheiten hatte Palmgren ganz persönliche Tagebuchaufzeichnungen notiert, in denen er Gespräche mit Lisbeth Zalander wiedergab. Ein verrückter Alter. In zwei in dieser Gespräche hatte er den Ausdruck »als all das Böse geschah« verwendet. Offensichtlich war das ein direktes Zitat von Lisbeth, aber was damit gemeint war, ging aus den Aufzeichnungen nicht hervor. Bürmann vermerkte verblüfft die Worte »all das Böse«. Die Jahre im Erziehungsheim? Irgendein besonderer Übergriff? Eigentlich sollte doch alles in der umfassenden Akte dokumentiert sein, zu der er bereits Zugang hatte. Er schlug die Aufzeichnungen der psychiatrischen Untersuchung auf, der Mann Lisbeth mit 18 Jahren unterzogen hatte, und las sie zum fünften oder sechsten Mal genau durch. Da wurde ihm klar, dass es in seinem Wissen über Lisbeth Zalander eine Lücke gab. Er besaß Aufzeichnungen der Grundschule, eine Bescheinigung, die bestätigte, dass Lisbeths Mutter unfähig war, sich um sie zu kümmern, daneben Berichte von diversen Erziehungsheimen während ihrer Teenagerzeit und die Untersuchung ihres geistigen Zustands als 18-Jährige. Irgendetwas musste ihre Verrücktheit ausgelöst haben, als sie zwölf Jahre alt war. Aber es gab noch weitere Lücken in ihrer Biografie. Zuerst entdeckte er zu seiner großen Überraschung, dass Lisbeth Zalander eine Zwillingsschwester hatte, die in den anderen Dokumenten, die ihm zur Verfügung standen, nirgends erwähnt worden war. Aber er konnte keine Hinweise darauf finden, was mit ihrer Schwester geschehen war. Ihr Vater war unbekannt und es fand sich auch keine Erklärung, warum ihre Mutter sie nicht länger hatte versorgen können. Bührmann war früher davon ausgegangen, dass sie krank geworden war und dass im Zusammenhang mit diesen Geschehnissen der ganze Prozess mitsamt Lisbeths Besuchen in der Kinderpsychiatrie seinen Lauf genommen hatte. Jetzt war er jedoch überzeugt davon, dass ihr irgendetwas passiert war, als sie zwölf oder dreizehn Jahre alt war. All das Böse, irgendein Trauma, aber nirgendwo war zu erfahren, worin all das Böse bestand. Im psychiatrischen Untersuchungsbericht fand er schließlich einen Hinweis auf ein beigefügtes Schriftstück, das ihm fehlte. Das Aktenzeichen einer polizeilichen Ermittlung vom 12. 3. 1991. Das Aktenzeichen war handschriftlich am Rand der Kopie vermerkt worden, die er aus den Kisten und Kästen der Sozialbehörde geholt hatte. Aber als er versuchte, dieses Schriftstück zu bestellen, stieß er auf Widerstand. Die Ermittlungen trugen einen Geheimstempel seiner königlichen Majestät höchstpersönlich. Er konnte also nur an höchster Stelle Einsicht in die Akten fordern. Nils Bührmann war völlig verblüfft. Dass polizeiliche Ermittlungen, die sich mit einer Zwölfjährigen befassten, der Geheimhaltung unterlagen, war an und für sich nicht überraschend. Die Integrität des Kindes wurde eben geschützt. Doch er war Lisbeth Salanders gesetzlich bestellter Betreuer und hatte das Recht, Einsicht in jedes Dokument zu fordern, das sie betraf. Es ging ihm nicht in den Kopf, warum er sich an die Regierung wenden musste, um die Unterlagen einsehen zu können. Nach zwei Monaten wurde es bearbeitet. Zu seiner aufrichtigen Verblüffung wurde es abgelehnt. Es war ihm unbegreiflich, was an bald fünfzehn Jahre zurückliegenden Ermittlungen zu einer Zwölfjährigen so prekär sein konnte, dass man sie nach wie vor unter Verschluss hielt. Er wandte sich wieder Holger Palmgrens Tagebuch zu, las es abermals Zeile für Zeile und versuchte herauszufinden, was es mit all dem Bösen auf sich hatte. Doch im Text fanden sich keine Hinweise. Björmann suchte noch einmal im Archiv des Vormundschaftsgerichts. Diesmal bat er aber nicht um Lisbeths Akten, sondern verlangte Palmgrens Auftragsbeschreibung, einen Beschluss des Sozialgerichts. Als er sie in Händen hielt, war sie auf den ersten Blick nichts als eine Enttäuschung. Zwei Seiten knapp gehaltener Informationen. Lisbeth Salonders Mutter war nicht mehr in der Lage, sich um ihre Töchter zu kümmern. Aufgrund besonderer Umstände mussten die Schwestern getrennt werden. Camilla Salander wurde vom Sozialdienst in einer Pflegefamilie untergebracht, Lisbeth Salander hingegen in die Kinderpsychiatrie St. Stephans eingewiesen. Alternativen waren gar nicht erst erwogen worden. Warum? Nur eine kryptische Formulierung. Aufgrund der Vorfälle Aktenzeichen 910312 hat die Sozialbehörde beschlossen, danach abermals einen Verweis auf das Aktenzeichen der mysteriösen Ermittlungen mit dem Geheimhaltungsstempel. Aber diesmal gab es noch ein Detail, den Namen des Polizisten, der die Ermittlungen durchgeführt hatte. Verblüfft starrte Anwalt Nils Bührmann den Namen an. Einen Namen, den er kannte. Nur zu gut. Er brauchte zwei weitere Monate, um sich die Ermittlungsunterlagen auf völlig anderen Wegen zu beschaffen. Einen kurzen, präzisen Ermittlungsbericht, der 47 Seiten in einer DIN-A4-Mappe umfasste, zuzüglich knapp 60 Seiten, die im Laufe von sechs Jahren hinzugefügt worden waren. Zunächst ging ihm der Zusammenhang gar nicht auf. Aber dann stieß er auf die Bilder der Gerichtsmedizin und kontrollierte erneut den Namen. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Auf einmal begriff er, warum die Angelegenheit solch strenger Geheimhaltung unterlag. Nils Bührmann hatte den Jackpot geknackt. Nachdem er den Ermittlungsbericht sorgfältig durchgelesen hatte, war ihm klar, dass es noch einen zweiten Menschen in dieser Welt gab, der Grund hatte, Lisbeth Salander mit derselben Leidenschaft zu hassen wie er selbst. Er hatte einen Verbündeten, den absurdesten Verbündeten, den er sich nur vorstellen konnte. Langsam, aber sicher schmiedete er einen Plan. Teil 2 From Russia with Love Montag, 10. Januar bis Dienstag, 11. Januar Lisbeth Salander landete morgens um halb sieben auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda. Sie war 26 Stunden ununterbrochen unterwegs gewesen. Ganze neun Stunden davon hatte sie auf dem Grantley Adams Airport auf Barbados verbracht. British Airways hatte sich geweigert, die Starterlaubnis zu erteilen, bevor eine mögliche terroristische Bedrohung abgewendet und ein arabisch aussehender Passagier zum Verhör abgeführt worden war. Als Lisbeth in London Gatwick ankam, hatte sie den letzten Anschlussflug nach Schweden verpasst und musste stundenlang warten, bis sie endlich eine Umbuchung für den nächsten Tag erhielt. Lisbeth fühlte sich wie eine Tüte voll Bananen, die zu lange in der Sonne gelegen hat. Sie hatte nur Handgepäck bei sich, eine Tasche mit ihrem Powerbook, den Dimensions und einer Garnitur Kleider zum Wechseln. Als sie den Zoll passiert hatte und zu den Shuttle-Bussen hinausging, wurde sie gezwungen gewesen, sich immer für die billigste Alternative zu entscheiden und sie konnte sich immer noch nicht recht an den Gedanken gewöhnen, dass sie mittlerweile über drei Milliarden Kronen verfügte, die sie teils durch einen Internet-Coup, teils durch guten konventionellen Betrug erlangt hatte. Doch dann pfiff sie auf alte Gewohnheiten und winkte sich ein Taxi heran. Als sie ausstieg, setzte sie den Fuß mitten in eine Pfütze und fluchte. Nur mit Jeans, T-Shirt, einer dünnen Stoffjacke und Sandalen bekleidet, stolperte Lisbeth zum Seven-Eleven Shop hinüber und besorgte Shampoo, Zahnpasta, Seife, Sauermilch, Milch, Käse, Eier, Brot, tiefgekühlte Zimtschnecken, Kaffee, Lipton-Tee, saure Gurken, saure Gurken, Äpfel, eine Großpackung Billis-Pan-Pizza sowie eine Stange Marlboro-Light. Sie bezahlte mit Visa-Card. Als sie wieder auf die Straße trat, zögerte sie kurz und überlegte, welchen Weg sie einschlagen sollte. Sie konnte die Swartensgarter hinaufgehen oder die Höckensgarter in Richtung Slussen hinunterlaufen. Der Nachteil der Höckensgarter war, dass Lisbeth direkt am Eingang der Millennium-Redaktion vorbei musste und damit riskierte, Michael Blomquist zu begegnen. Schließlich beschloss sie, keine Umwege in Kauf zu nehmen, nur um ihm aus dem Weg zu gehen. Also ging sie Richtung Slussen und bog dann nach rechts in Richtung Mosebacke-Torje ab. Sie überquerte die Straße, vorbei an der Statue der Schwestern vor dem Söderer Theatern und ging die Treppen zur Fiskagarten hinauf. Dort hielt sie inne und betrachtete nachdenklich das Haus, vor dem sie stand. Irgendwie fühlte es sich noch nicht so richtig wie ihr Zuhause an. Lisbeth stellte die Tüte im Schneematsch ab, um nach ihrem Schlüssel zu kramen. Dann fuhr sie mit dem Fahrstuhl ins oberste Stockwerk und schloss die Tür mit dem Namensschild V. Kula auf. Als Lisbeth plötzlich über eine riesige Geldsumme verfügte und damit für den Rest ihres Lebens finanziell unabhängig geworden war, oder jedenfalls so lange wie knapp drei Milliarden Kronen reichen mochten, sah sie sich zunächst nach einer neuen Wohnung um. Nie zuvor hatte sie Geld in größere Anschaffungen investiert als in einfache Gebrauchsgegenstände, die man in Bar oder in Raten bezahlen konnte. Die kostspieligsten privaten Käufe bestanden in verschiedenen Computern und in ihrer leichten Kawasaki. Letztere hatte sie für siebentausend Kronen erworben, der reinste Schleuderpreis. Jahrelang hatte Lisbeth in beengten Verhältnissen gewohnt. Ihre Küche maß knapp zehn Quadratmeter, auf denen sie einen kleinen Küchentisch und zwei Stühle unterbringen konnte. Das Wohnzimmer hatte zwanzig Quadratmeter, das Schlafzimmer zwölf. Sie wollte ein richtiges Arbeitszimmer und ein großes Schlafzimmer, in dem sie sich ausbreiten konnte. Ihr Badezimmer war eine fensterlose Kammer mit quadratischen grauen Zementplatten am Boden, einer unförmigen Sitzbadewanne und einer Kunststofftapete, die nie richtig sauber wurde, egal wie lange man daran herumschrubbte. Lisbeth wünschte sich Fliesen und eine große Badewanne und eine Waschmaschine direkt in der Wohnung, nicht in irgendeinem muffigen Keller. In ihrem Bad sollte es frisch riechen und sie wollte eine Möglichkeit zum Durchlüften haben. Sie sah im Internet die Angebote Morgen war sie früh auf den Beinen und suchte die Nobelmakler auf, ein Unternehmen, das manche für das Angesehenste in ganz Stockholm hielten. Sie trug eine abgetragene schwarze Jeans, Stiefel und ihre schwarze Lederjacke. Als sie am Empfangstresen stand, betrachtete sie zerstreut die blonde Frau Mitte dreißig, die sich gerade auf der Homepage der Firma einloggte, um Bilder von Wohnungen einzustellen. Schließlich kam ein rundlicher Mann um die Vierzig mit dünnem rotem Haar auf Lisbeth zu. Sie fragte ihn, was für Wohnungen er im Sortiment habe. Ein Moment lang sah er sie verblüfft an, um dann sogleich einen amüsierten, onkelhaften Ton anzuschlagen. »Aha, junge Dame, wissen denn die Eltern, dass sie zu Hause ausziehen möchten?« Lisbeth Zalanda musterte ihn mürrisch, bis er sich ausgekichert hatte. »Ich brauche eine Wohnung?« erklärte sie deutlich. Er räusperte sich und warf seinen Kollegen einen verstohlenen Blick zu. »Darf ich fragen, wie Sie heißen?« Lisbeth Zalanda stellte sich vor. Dann fragte sie ihn auch nach seinem Namen und er stellte sich als Joachim Persson vor. »Nun, eine Wohnung in Stockholm ist natürlich nicht ganz billig. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen, Frau Zalanda?« Lisbeth überlegte kurz. Offiziell war sie selbstständig. Praktisch gesehen arbeitete sie nur für Dragan Amansky und Milton Security, aber diese Tätigkeit hatte sie im vorigen Jahr nur sehr unregelmäßig ausgeübt und nun hatte sie schon seit drei Monaten keinen Job mehr für ihn übernommen. »Ich arbeite gerade nichts Besonderes,« erklärte sie wahrheitsgemäß. »Ach so, nein, Sie gehen wohl nicht zur Schule.« Joachim Persson kam zu Lisbeth vor den Tresen und legte ihr freundlich den Arm um die Schultern, während er sie behutsam zur Tür dirigierte. »Also, junge Dame, Sie sind uns in ein paar Jahren jederzeit herzlich willkommen, aber dann müssen Sie ein bisschen mehr Geld mitbringen als Ihre paar Kronen aus dem Sparschwein. Verstehen Sie, hier kommen Sie mit Ihrem Taschengeld nicht besonders weit.« Er kniff sie jovial in die Wange. »Kommen Sie gerne wieder, dann finden wir sicher auch für Sie eine kleine Wohnung.« Lisbeth Zalander blieb ein paar Minuten vor der Tür der Nobelmakler auf der Straße stehen. Sie überlegte, was Joachim Persson wohl davon halten würde, wenn ein Molotow-Cocktail durch sein Schaufenster flog. Dann ging sie nach Hause und fuhr ihr Powerbook hoch. Sie brauchte zehn Minuten, um sich ins interne Netzwerk der Nobelmakler zu hacken. Dabei half ihr das Passwort, das die Frau am Empfang eingetippt hatte, bevor sie die Bilder ins Netz stellte. Drei Minuten später stellte Lisbeth fest, dass der Computer, an dem die Dame gearbeitet hatte, gleichzeitig der Netzwerkserver der Firma war, und nach weiteren drei Minuten hatte sie sich bereits Zugang zu allen vierzehn Computern verschafft, die zum Netzwerk gehörten. Nach knapp zwei Stunden hatte sie Joachim Persons Buchführung komplett durchforstet und festgestellt, dass er dem Finanzamt in den letzten zwei Jahren nahezu 750.000 Kronen Schwarzgeld unterschlagen hatte. Sie lud alle notwendigen Dateien herunter und mailte sie über einen anonymen Mail-Account auf einem Server in den USA ans Finanzamt weiter. Danach verbannte sie Joachim Persson aus ihren Gedanken. Den Rest des Tages durchsuchte sie das Angebot der Maklerfirma nach preiswerten Objekten. Das teuerste war ein kleineres Schloss kurz vor Marie Fred, wo sie nicht im geringsten wohnen wollte. Aus reinem Trotz wählte sie dann das zweiteuerste Objekt aus, eine repräsentative Wohnung am Mosebacke Torje. Eine ganze Weile betrachtete sie die Bilder und sah sich den Grundriss an. Schließlich kam sie zu dem Schluss, dass die Wohnung in Mosebacke den Anforderungen auf ihrer Liste mehr als genügte. Am Abend griff sie zum Telefonhörer und rief Jeremy Macmillan an, Teilhaber der Rechtsanwaltskanzlei Macmillan & Marx in Gibraltar. Mit Macmillan hatte sie schon früher Geschäfte gemacht. Gegen eine großzügige Aufwandsentschädigung hatte er eine Reihe von Briefkastenfirmen für sie gegründet, auf deren Konten das Vermögen lag, das sie im Jahr zuvor dem großindustriellen Hans-Erik Wennerström gestohlen hatte. Nun nahm sie Macmillans Dienste abermals in Anspruch. Diesmal instruierte sie ihn für ihre Firma Wasp Enterprises in Verhandlungen mit den Nobelmaklern zu treten und die betreffende Wohnung in der Fisker Gartan in Moosebacke zu kaufen. Die Verkaufsgespräche zogen sich über vier Tage hin und die Rechnung belief sich schließlich auf eine Summe, die Lisbeths Augenbrauen in die Höhe schnellen ließ. Plus fünf Prozent Honorar für Macmill. Die Redakteurin Erika Berger warf einen verstohlenen Blick auf die Uhr. Als Michael Blomquist fast fünfzehn Minuten zu spät zu ihrer heiligen Planungssitzung kam, die immer am zweiten Dienstag des Monats um zehn Uhr abgehalten wurde. Michael Blomquist entschuldigte sich für seine Verspätung und murmelte eine Erklärung, die allen gleichgültig war. Anwesend waren außer Erika die Redaktionssekretärin Maulyn Eriksson, der Teilhaber und Layout-Chef Christa Malm, die Reporterin Monika Nilsson und die Teilzeitmitarbeiter Lotti Karim und Henry Cortez. Schar Zuwachs bekommen hatte. Am kleinen Konferenztisch in Erika Bergers Zimmer entdeckte er ein Gesicht, das ihm völlig fremd war. Es war außergewöhnlich, dass Erika einen Außenstehenden an einer Planungssitzung von Millennium teilnehmen ließ. »Das ist Doc Svensson,« stellte Erika Berger vor, »Freelancer. Wir werden einen Text von ihm einkaufen.« Michael Blomquist nickte und schüttelte dem Mann die Hand. Doc Svensson war blond, blauäugig, hatte kurze Haare und einen Dreitagebart. Er musste knapp über dreißig sein und wirkte geradezu unverschämt durchtrainiert. »Normalerweise machen wir ein oder zwei Themenhefte pro Jahr,« fuhr Erika fort. »Dieses Thema hätte ich gern in der Mai-Ausgabe. Wir haben die Druckerei für den 27. April gebucht, was uns knapp drei Monate Zeit für die Artikel lässt.« »Themenheft über welches Thema?« fragte Michael, während er sich Kaffee aus einer Thermoskanne einschenkte. »Doc Svensson ist letzte Woche mit einem Konzept zu mir gekommen. Daraufhin habe ich ihn gebeten, an dieser Redaktionssitzung teilzunehmen. Vielleicht wollen Sie den anderen erzählen, worum es geht?« wandte sich Erika an Doc Svensson. »Mädchenhandel«, erklärte Doc Svensson. »In diesem Fall hauptsächlich aus dem Baltikum und Osteuropa. Ich Thema bin ich durch meine Freundin gekommen. Sie heißt Mia Bergmann, ist Kriminologin und spezialisiert auf Geschlechterforschung. Mia hat fünf, sechs Jahre zum Thema Mädchenhandel recherchiert. Sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Ich mache daraus eine populär wissenschaftliche Version, in die meine eigenen Recherchen mit einfließen. Die Kurzfassung hat Erika bereits bekommen. »Okay, worum geht es im Kern?« »Unsere Regierung hat strenge Gesetze gegen die Prostitution erlassen. Die Polizei soll die Einhaltung dieser Gesetze überwachen und die Gerichte sollen Sexualverbrecher verurteilen. Derzeit ist Schweden aber das Land, das pro Kopf die meisten Huren aus Russland und dem Baltikum kauft. Und das können Sie belegen? Das ist kein Geheimnis. Es ist nicht einmal eine Neuigkeit. Neu ist nur, dass wir uns mit einem Dutzend Mädchen getroffen und unterhalten haben. Die meisten von ihnen sind zwischen 15 und 20 Jahre alt, kommen aus dem sozialen Elend der ehemaligen Ostblockstaaten und werden mit irgendwelchen Jobangeboten nach Schweden gelockt. Stattdessen landen sie natürlich in den Klauen einer völlig skrupellosen Sexmafia. Ich kann zum Beispiel belegen, dass ein Beamter des Justizministeriums, der auch mit den Entwürfen für unsere Prostitutionsgesetze befasst war, mindestens zwei Mädchen missbraucht hat, die durch die Vermittlung der Sexmafia nach Schweden gekommen sind. Eines der Mädchen war erst 15 Jahre alt. Hoppla! Das Buch wird exemplarische Studien von Freiern enthalten. Da sind drei Polizisten, von denen einer bei der Sicherheitspolizei arbeitet und zwei bei der Sitte. Da sind fünf Rechtsanwälte, ein Staatsanwalt und ein Richter. Da sind Seine Vergewaltigungsfantasien lebt er mit einer minderjährigen Prostituierten aus Tallinn aus. Ich habe vor, die Namen zu nennen. Und meine Belege sind wasserdicht. Mikael Blomquist pfiff anerkennend. Dann verschwand das Lächeln von seinem Gesicht. Da ich verantwortlicher Herausgeber bin, möchte ich aber sämtliche Quellennachweise mit der Lupe durchgehen, erklärte er. Das letzte Mal, als ich mit der Kontrolle geschlampt habe, saß ich hinterher drei Monate sämtliche Quellennachweise zur Verfügung. Aber ich verkaufe die Story nur unter einer Bedingung an Millennium. Dog will, dass wir dann auch das Buch herausbringen, erklärte Erika Berger. Genau, ich will, dass es einschlägt wie eine Bombe, und momentan ist Millennium eben das glaubwürdigste und mutigste Magazin hierzulande. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass irgendein anderer Verlag es wagen würde, ein Buch dieser Art herauszugeben. Ich finde, das Ganze klingt richtig gut, meinte Morlin Eriksson. Auch von Henry Cortez kam zustimmendes Gemurmel. In dem Moment, in dem das Buch veröffentlicht wird, erstattet Mia Anzeige gegen alle Personen, die ich namentlich nenne. Dann wird hier der Teufel los sein, stellte Henry Cortez fest. Das ist aber erst die halbe Story, fuhr Dog Svensson fort. Ich habe außerdem ein paar Netzwerke ausgekundschaftet, die Geld mit herausgefunden. Was ich gefunden habe, ist eine Gruppe aus brutalen und sadistischen Versagern, die kaum lesen und schreiben können und in puncto Organisation und strategischem Denken absolute Nieten sind. Es gibt zwar Verbindungen zu etwas besser organisierten Kreisen, aber im Großen und Ganzen wird dieser Mädchen Handel von ein paar Vollidioten betrieben. Meine These lautet, dass die derzeitige Praxis keinen einzigen Tag länger bestehen könnte, wenn unser Rechtswesen wirklich Interesse daran hätte, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen. Missbrauch von Teenagern aus Tallinn und Riga ist einfach keine Frage, der man besondere Aufmerksamkeit widmet. Punkt um. Nutte ist Nutte. Das gehört zum System. Und jeder weiß es, ergänzte Monika Nielson. Also, wie entscheiden wir uns? fragte Erika Berger. Mir gehen wir uns zwar ganz schön weit aus dem Fenster, aber genau das war ja unser Ziel, als wir Millennium gegründet haben. Ist das Buch schon fertig? Nein, der Entwurf steht schon, geschrieben ist aber erst knapp die Hälfte. Wenn Sie einverstanden wären, mir für das Buch einen Vorschuss zu zahlen, könnte ich mich ausschließlich diesem Projekt widmen. Die Recherchen sind so gut wie abgeschlossen. Ich will nur noch ein paar Dinge verifizieren und mit jedem Freier, den ich namentlich nenne, ein persönliches Gespräch führen. Sehr gut, meinte Erika Berger. Das Thema unseres Maihefts heißt also Mädchenhandel. Wir müssen herausstellen, dass Mädchenhandel ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und dass die Menschen, die sich dieser Verbrechen schuldig machen, wie Kriegsverbrecher oder Folterer behandelt werden Entwoch, 12. Januar bis Freitag, 14. Januar Eppelwiken kam Lisbeth wie ein fremder, unbekannter Ort vor, als sie nach 18 Monaten zum ersten Mal mit einem gemieteten Nissan Micra in die Auffahrt einbog. Seit ihrem 15. Lebensjahr hatte sie das Pflegeheim, in dem ihre Mutter nach all dem Bösen untergebracht worden war, regelmäßig ein paar Mal im Jahr besucht. Hier hatte ihre Mutter die letzten zehn Jahre ihres Lebens verbracht und war schließlich im Alter von knapp 43 Jahren an einer Gehirnblutung gestorben. Der Name ihrer Mutter war Agneta Sophia Salander gewesen. Ihre letzten 14 Lebensjahre waren von wiederholten kleineren Gehirnblutungen geprägt. Schließlich konnte sie sich nicht mehr selbst versorgen oder ihren Alltag bewältigen. Die Gedanken an ihre Mutter riefen in Lisbeth immer ein Gefühl der Hilflosigkeit hervor. Als Teenager hatte sie sich lange der Fantasie hingegeben, dass ihre Mutter wieder gesund werden könnte und sie irgendeine Beziehung zueinander finden würden. Ihre Mutter war klein und zierlich, sah aber bei weitem nicht so anorektisch aus wie Lisbeth. Offen gesagt war Agneta Salander schön und wohl proportioniert gewesen, genau wie Lisbeths Schwester, Camilla. Lisbeth dachte nur ungern an ihre Schwester. Sie waren Zwillinge, innerhalb von zwanzig Minuten zur Welt gekommen. Lisbeth war die ältere, Camilla die schönere. Sie waren so verschieden, dass es völlig unwahrscheinlich schien, sie könnten in derselben Gebärmutter herangewachsen sein. Hätte es in Lisbeths genetischem Code keinen Fehler gegeben, dann wäre sie genauso wunderschön geworden wie ihre Schwester und wahrscheinlich genauso dämlich. Von Kindesbeinen an war Camilla kontaktfreudig, beliebt und gut in der Schule gewesen. Lisbeth war still und verschlossen und antwortete nur selten auf die Fragen der Lehrer. Bereits in der Grundschule distanzierte sich Camilla so von Lisbeth, dass sie nicht einmal gemeinsam den Schulweg zurücklegten. Lehrer und Klassenkameraden stellten fest, dass die beiden Mädchen sich mieden und nie zusammengesehen wurden. Ab der dritten Klasse besuchten sie Parallelklassen. Als sie zwölf waren und all das Böse geschah, kamen sie in getrennte Pflegefamilien. Seit sie siebzehn geworden waren, hatten sie sich nicht mehr gesehen. Lisbeth wusste nicht, wo sich ihre Schwester derzeit aufhielt und hatte auch nie versucht, es in Erfahrung zu bringen. In Lisbeths Augen war Camilla falsch, verdorben und manipulativ. Andererseits war es Lisbeth, der ein Gericht schriftlich bestätigt hatte, dass sie nicht ganz klar im Kopf war. Sie stellte das Auto auf dem Besucherparkplatz ab und knöpfte ihre abgeschabte Lederjacke zu, bevor sie durch den Regen zum Haupteingang ging. Die Heimleiterin von Apple Wiken, Agnes Mikaelson, schien sich zu freuen, Lisbeth zu sehen. Sie begrüßte sie freundlich und begleitete sie zu einer Abstellkammer, wo sie den Umzugskarton hervorholten. Lisbeth hob ihn hoch. Er wog nur ein paar Kilo. Keine große Hinterlassenschaft nach einem ganzen Menschenleben. Ich wusste nicht, was ich mit den Sachen ihrer Mutter machen sollte, sagte Agnes Mikaelson, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass sie sie eines Tages abholen würden. Ich war verreist, erklärte Lisbeth. Sie bedankte sich, dass man den Karton so lange aufbewahrt hatte, schleppte ihn zum Auto und verließ Apple Wiken zum letzten Mal. Eigentlich hätte es nur ein einfaches Arbeitsessen werden sollen, um die beschlossene Zusammenarbeit zu bestätigen und die Auflage des Themenheftes zu diskutieren. Doc Svensson hatte sie zu einem kleinen Imbiss zu sich nach Hause eingeladen und dann servierte Mia Bergmann das beste Hühnchen in süß-saurer Soße, das Mikael jemals gekostet hatte. Dazu hatten sie einen unkomplizierten spanischen Rotwein getrunken und nach dem Dessert erkundigte sich Doc Svensson, ob nicht noch jemand Lust auf ein Glas Tullamod You hätte. Nur Erika Berger war so dumm, dieses Angebot abzulehnen. Für die anderen holte Svensson die Gläser. Mikael spürte, dass eben Doc Svensson und Mia Bergmann sympathisch waren und er sich in ihrer Gesellschaft wohlfühlte. Schließlich lenkte Erika Berger das Gespräch auf das eigentliche Thema des Abends. Daraufhin holte Mia einen Ausdruck ihrer Dissertation und legte sie vor Erika auf den Tisch. Der Titel war überraschend ironisch »From Siebenklassiker. Der Untertitel lautete »Mädchenhandel, organisiertes Verbrechen und die Gegenmaßnahmen der Gesellschaft.« »Sie müssen unterscheiden zwischen meiner Dissertation und dem Buch, das Doc schreibt,« erklärte sie. Docs Buch ist äußerst provokant und zielt auf die Leute ab, die von diesem Handel profitieren. Meine Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Erhebungen und analysiert, wie Gesellschaft und Gerichte die Opfer behandeln. Junge Mädchen, meistens zwischen 15 und 20, Arbeiterklasse, schlechter Ausbildung. Sie kommen oftmals aus ziemlich schwierigen Verhältnissen, und nicht selten waren sie schon in der Kindheit sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Abgesehen von ein paar wenigen Frauen, die auch von diesem Handel profitieren, gibt es kaum eine andere Form von Kriminalität, in der die Geschlechterrollen an sich Voraussetzung für das Verbrechen sind. Es gibt auch keine andere Form von Kriminalität, bei der die soziale Akzeptanz so groß ist und die Gesellschaft so wenig unternimmt, um dem Verbrechen Einhalt zu gebieten. Wenn ich das Recht verstanden habe, hat Schweden doch eine ziemlich strenge Gesetzgebung in Sachen Mädchenhandel, meinte Erika. Dass ich nicht lache, jedes Jahr werden ein paar hundert Mädchen, exakte Statistiken gibt es nicht, nach Schweden gebracht, um als Prostituierte zu arbeiten. Was in diesem Fall nichts anderes bedeutet, als dass sie ihren Körper für systematische Vergewaltigungen zur Verfügung stellen müssen. Die Gesetze sind reine Kosmetik. Angewendet werden sie nicht. Das Problem ist, dass es sich bei den Verbrechen um Vergewaltigung der schlimmsten Sorte handelt, oft in Verbindung mit schwerer Misshandlung und Todesdrohungen. In manchen Fällen kommt noch Freiheitsberaubung dazu, warf Doc Svensum ein. Für viele dieser Mädchen, die aufgetakelt in die Einfamilienhäuser der Vororte gekarrt werden, bedeuten diese Misshandlungen ihr täglich Brot. Aber sie haben ja gar keine Wahl. Entweder sie werden von hässlichen Alten gefickt oder von ihrem Zuhälter misshandelt. An Flucht ist nicht zu denken, denn sie sprechen die Sprache nicht, kennen die hiesigen Gesetze und Regeln nicht und wissen nicht, Wie funktioniert das Ganze eigentlich in der Praxis? Es muss doch ziemlich schwierig sein, eine sechzehnjährige unbemerkt aus Tallinn herauszuschleusen. Wie kommen sie hierher? wollte Michael wissen. Als ich mit meinen Nachforschungen anfing, glaubte ich, es müsse sich um einen perfekt durchorganisierten Bereich handeln, mit einer professionellen Mafia im Hintergrund. Aber dem ist nicht so, fragte Morlin Eriksson. Zumindest gibt es auch viele kleine und völlig unorganisierte Banden. Vergessen Sie die Armani Anzüge und den Porsche. Eine durchschnittliche Bande hat zwei, drei Mitglieder, meistens Russen, Balten oder Schweden. Stellen Sie sich so einen Banden Anführer vor. Er ist vierzig Jahre alt, sitzt im Unterhemd vor dem Fernseher und macht sich ein Bier nach dem anderen auf. Er hat keine Ausbildung und kann in gewisser Hinsicht als sozial zurückgeblieben bezeichnet werden. Wahrscheinlich hat er schon sein ganzes Leben lang Probleme gehabt. Sein Frauenbild stammt noch aus der Steinzeit. Er ist notorisch gewalttätig, oft betrunken und verprügelt jeden, der gegen ihn aufmuckt. In der Bande gibt es eine klare Hackordnung. Sonntag 23. Januar bis Samstag 29. Januar Lisbeth Zalander fuhr mit dem Aufzug von der Garage in den fünften Stock. ins oberste der drei Geschosse im Bürogebäude am Slussen, wo Milton Security seine Räumlichkeiten hatte. Sie öffnete die Fahrstuhltür mit einem heimlich nachgemachten Schlüssel. Den Hauptschlüssel hatte sie sich vor ein paar Jahren einmal beschafft. Automatisch warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr, als sie ausstieg und auf den dunklen Korridor trat. 3. 10. am Sonntag Morgen. Der Nachtwächter saß in der Zentrale im dritten Stock und sie wußte, dass sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit allein sein würde. Wie immer wunderte sie sich nur ein wenig, dass ein professionelles Sicherheitsberatungsunternehmen so offensichtliche Mängel bei den eigenen Sicherheitsvorkehrungen aufwies. Im Flur des fünften Stocks hatte sich im Laufe des letzten Jahres nicht viel verändert. Sie begann damit, dass sie ihrem eigenen Büro einen Besuch abstattete, einem kleinen Würfel hinter einer Glaswand im Flur, den Dragan Amansky ihr damals zugewiesen hatte. Die Tür stand offen. Lisbeth brauchte nur wenige Sekunden, um festzustellen, dass in ihrem Büro absolut nichts verändert worden war. Sie wertete das als positives Zeichen, wusste aber auch, dass es nicht viel zu bedeuten hatte. Amanskys Büro war wie immer irritierend aufgeräumt. Sie machte eine kleine Runde durchs Zimmer und warf einen Blick in sein Bücherregal, bevor sie sich an seinen Schreibtisch setzte und den Computer anwarf. Sie zog eine CD aus der Innentasche ihrer neuen Wildlederjacke und legte sie ein. Dann startete sie ein Programm namens Asphyxia 1.3. Das hatte sie selbst geschrieben, und es hatte einzig und allein die Funktion, die neueste Version des Internet Explorers auf Amanskys Festplatte zu laden. Der Vorgang dauerte ungefähr fünf Minuten. Als sie fertig war, entnahm sie die CD wieder, startete den Computer neu und damit auch die neue Version des Internet Explorers. Das Programm sah so aus und verhielt sich auch genauso wie die ursprüngliche Version, war aber einen Tick größer und eine Mikrosekunde langsamer. Alle Einstellungen waren identisch mit dem Original, inklusive Installationsdatum. Von einer neuen Datei war nirgendwo eine Spur zu sehen. Sie gab die FTP-Adresse eines Servers in Holland ein, woraufhin sich auf dem Bildschirm ein Fenster öffnete. Sie klickte auf Kopieren, tippte den Namen Amansky Schrägstrich Milczak ein und ging dann auf OK. Der Computer begann im nächsten Moment, Dragan Amanskys Festplatte auf den Server in Holland zu kopieren. Eine Uhr gab an, dass der Vorgang 43 Minuten dauern würde. Sie verließ Milton Security auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen war. Es war vier Uhr zwölf, als sie in den Fahrstuhl stieg. Zu Hause in Moosebacke setzte sie sich vor ihr Powerbook und lockte sich auf dem Server in Holland ein, wo sie eine Kopie von Asphyxia 1.3 startete. Ein Fenster bot ihr um die vierzig Festplatten an, aus denen sie wählen konnte, und sie scrollte nach unten. Vorbei an der Festplatte von Nils E. Björmann, als sie bei den Festplatten McBlom Schrägstrich Laptop und McBlom Schrägstrich Office vorbeikam. Diese Icons hatte sie seit über einem Jahr nicht mehr angeklickt, und sie überlegte kurz, ob sie sie sogar löschen sollte. Aus Prinzip entschied sie sich jedoch dagegen. Wenn sie die Computer schon einmal gehackt hatte, wäre es dumm, Informationen wieder zu löschen und das ganze Spiel eines Tages vielleicht wiederholen zu müssen. Das Icon Amansky Schrägstrich Miltzack hatte sie als Letztes angelegt, deshalb erschien es auch als Letztes in der Liste. Sie hätte seine Festplatte schon früher klonen können, hatte sich aber nie die Mühe gemacht, da sie bei Milton arbeitete und sich sowieso Einblick in die Informationen beschaffen konnte, die Amansky vor seiner Umwelt geheim halten wollte. Doch hinter ihrem Eindringen in seinen Computer steckten keine bösen Absichten. Sie wollte ganz einfach wissen, mit was für Projekten das Unternehmen arbeitete und wie die Dinge allgemein so standen. Am letzten Freitag im Januar hielt Millennium seine Führungskreissitzung ab. Das Treffen begann um 16 Uhr und war eine knappe Stunde später zu Ende. Einen Großteil der Zeit hatte der Revisionsbericht eingenommen. Die Versammlungsteilnehmer konnten feststellen, dass Millennium wirtschaftlich auf soliden Krise, die Unternehmenssituation vor zwei Jahren geprägt hatte. Der Revisionsbericht zeigte, dass das Unternehmen tatsächlich einen Reingewinn von 2,1 Millionen Kronen vorweisen konnte, wovon eine Million aus dem Verkauf von Michael Blomquist Buch über die Wennerström Affäre stammte. Auf Erika Bergers Vorschlag hin beschloss man, eine Million als sowie den Kauf neuer Computer und anderer technischer Ausrüstung zu investieren. 300.000 Kronen sollten für eine generelle Lohnerhöhung verwendet werden. Außerdem wollte man dem Mitarbeiter Henry Cortez einen Vollzeitjob anbieten. Vom Rest der Summe sollten jeweils 50.000 Kronen an die Teilhabe ausgeschüttet und einen Bonus von insgesamt 100.000 Kronen zu gleichen Teilen an die vier Festangestellten ausgezahlt werden, egal ob Sonny Magnusson bekam keinen Bonus. Sein Vertrag gewährte ihm prozentuale Anteile an seinen Anzeigen Verkäufen, was ihn phasenweise zum höchst bezahlten aller Mitarbeiter machte. Der Vorschlag wurde einhellig angenommen. Michael Blomquists Vorschlag, das Honorar der freien Mitarbeiter zugunsten eines weiteren Teilzeit beschäftigten Journalisten zu kürzen, führte zu einer kleinen Diskussion. Michael hatte Doc Svensson im Sinn gehabt. Sie fand, dass die Zeitschrift nicht ohne eine relativ große Zahl freier Mitarbeiter zurecht kam. Man beschloss, das Honorar für Externe unangetastet zu lassen, wollte jedoch prüfen, ob es andere Einsparungsmöglichkeiten gäbe. Alle sprachen sich dafür aus, Doc Svensson zumindest als Teilzeit Mitarbeiter zu beschäftigen. Nach einer kurzen Diskussion über zukünftige Zielsetzungen und Entwicklungen wurde Erika Berger für das Sitzung für beendet erklärt. Lisbeth Zalander blieb vor der Tür mit dem Namensschild Wu stehen. Von der Straße aus hatte sie Licht im Fenster gesehen und jetzt hörte sie auch Musik von drinnen. Der Name war korrekt. Also konnte Lisbeth die Schlussfolgerung ziehen, dass Miriam Wu immer noch in der Tomtebo-Gatan am St. Eriksplan im ersten Stock wohnte. Es war Freitag Abend und Lisbeth hatte halbwegs gehofft, dass Mimi unterwegs war und sich irgendwo amüsierte, sodass sie ihre Wohnung dunkel vorfinden würde. Das Einzige, was jetzt noch geklärt werden musste, war die Frage, ob Mimi immer noch etwas von ihr wissen wollte und ob sie gerade allein war. Lisbeth drückte auf die Klingel. Als Mimi die Tür öffnete, hob sie verblüfft die Augenbrauen. Dann lehnte sie sich gegen den Türrahmen und stützte die Hand auf die Hüfte. Salander, ich dachte, du wärst tot oder sowas. Oder sowas, erwiderte Lisbeth. Was willst du? Tja, ich wollte sehen, ob du immer noch Single bist und heute Nacht vielleicht Gesellschaft haben möchtest. Mimi blickte ein paar Sekunden völlig verdattert rein, dann musste sie lauthals loslachen. Ich kenne nur einen Menschen auf der Welt, der auf den Gedanken kommt, nach anderthalb Jahren kompletter Funkstille bei mir in der Tür zu klingeln und zu fragen, ob ich ficken will. Komm rein, ich kann dich ja zumindest auf eine Tasse Kaffee einladen. Miriam Wuhs Mutter war aus Hongkong und ihr Vater aus Boden. Mimi studierte Soziologie in Stockholm. Die genäherer Mutter schlugen sich in Form orientalischer Gesichtszüge und glatter, rabenschwarzer Haare nieder, die sie kurzgeschnitten trug. Der Vater hatte die hellblauen Augen beigesteuert, die ihr ein ganz eigenes Aussehen verliehen. Dazu hatte sie einen breiten Mund und Grübchen, die weder von ihrer Mutter noch von ihrem Vater stammten. Mimi war 31 Jahre alt. Sie donnerte sich gern mit Lackklamotten auf und ging in Clubs mit Live Performances. Manchmal trat sie in diesen Shows auch selbst auf. Neben ihrem Studium arbeitete Mimi einen Tag pro Woche als Verkäuferin im Domino-Fashion, in einer Seitengasse des Svea-Wägen. Kunden, die unbedingt Krankenschwester-Uniformen aus Gummi oder Hexen-Outfits aus schwarzem Leder brauchten, kamen ins Domino, wo man solche Kleidung designte und herstellte. Mimi gehörte der Laden zusammen mit ein paar Freundinnen, was monatlich einen bescheidenen Zuschuss von ein paar Tausend Kronen zu ihrem Studiendarlehen bedeutete. Lisbeth hatte Mimi vor ein paar Jahren einmal in einer seltsamen Show auf dem Gay Pride Festival auftreten sehen und sie ein paar Stunden später in einem Bierzelt kennengelernt. Mimi trug ein befremdliches zitronengelbes Kleid aus Plastik, das mehr zeigte, als es verhüllte. Lisbeth hatte sich zwar ein bisschen schwer getan, den erotischen Unterton dieses Outfits zu erfassen, aber sie war so betrunken, dass sie plötzlich Lust verspürte, ein als Zitrusfrucht verkleidetes Mädchen aufzureisen. Zu Lisbeths große Überraschung warf ihr die Zitrusfrucht einen Blick zu, lachte lauthals, küßte sie ungeniert und sagte, »Dich will ich!« Danach gingen sie nach Hause zu Lisbeth und hatten die ganze Nacht Sex. Samstag, 29. Januar bis Sonntag, 13. Februar Am Samstagvormittag gegen elf brug ein blonder Riese zwischen Järna und Wein herat nach Schwafelschö bi ein. Die Gemeinde bestand aus ungefähr fünfzehn Häusern. Er hielt vor dem letzten Gebäude, das ungefähr hundertfünfzig Meter außerhalb lag, ein heruntergekommenes ehemaliges Industriegebäude, in dem früher eine Druckerei untergebracht war. Schwafelschö ÖMC stand auf einem Schild. Obwohl der Verkehr kaum der Rede wert war, sah der Mann sich sorgfältig um, bevor er die Tür des Wagens öffnete und aus dem Wagen stieg. Die Luft war kalt. Er zog sich braune Lederhandschuhe an und nahm eine schwarze Sporttasche aus dem Kofferraum. Es machte ihm nichts aus, dass ihn jeder beobachten konnte. Die alte Druckerei lag so frei, dass kaum jemand ein Auto parken konnte, ohne bemerkt zu werden. Wenn irgendeine staatliche Behörde das Gebäude überwachen wollte, müsste sie ihre Mitarbeiter mit militärischer Tarnkleidung ausrüsten und sie mit Teleskopen auf der anderen Seite des angrenzenden Feldes in einem Graben platzieren. Was man aber ebenso schnell entdecken würde, da drei der Häuser in der benachbarten Siedlung Mitgliedern des Swafelschö MC gehörten. Er wollte jedoch nicht ins Gebäude hineingehen. Die Polizei hatte schon mehrfach Hausdurchsuchungen im Clubhaus durchgeführt, und niemand konnte sicher sein, ob dabei nicht doch eine diskrete Abhöranlage installiert worden war. Der blonde Riese wartete also geduldig, bis Karl Magnus Lundin auf den Hof trat. Marge Lundin, 36 Jahre alt, war der Präsident des Clubs. Er war eigentlich ziemlich schmächtig gebaut, aber im Laufe der Jahre hatte er so viele Kilos zugelegt, dass er mittlerweile einen ganz schönen Bierbauch vor sich herschob. Sein hellblondes Haar band er zu einem Pferdeschwanz zusammen. Er trug Stiefel, schwarze Jeans und eine dicke Winterjacke. Sein Strafregister hatte fünf Einträge, zwei davon für kleinere Rauschgiftdelikte, einen wegen Hehlerei, einen wegen Autodiebstahls und leichter Betrunkenheit am Steuer. Die fünfte Verurteilung, die schwerwiegendste, hatte ihm ein Jahr Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung eingebracht, als er vor ein paar Jahren betrunken in einer Stockholmer Kneipe randaliert hatte. Magel Lundin und der Riese schüttelten sich die Hand und spazierten dann langsam am Zaun des Geländes entlang. »Habt dich schon ein paar Monate nicht mehr gesehen, meinte Magel. Der blonde Riese nickte. »Wir haben dein Geschäft laufen. 3060 Gramm Methamphetamin. Gleicher Deal wie letztes Mal. Fifty Fifty. Im Laufe der Jahre hatten die beiden eine Menge Geschäfte miteinander gemacht, immer nach dem selben System. Magel Lundin wusste, dass der blonde Riese seine Einnahmen verdoppeln könnte, wenn er sich selbst um die Verteilung kümmern würde. Er wusste auch, warum der blonde Riese sich mit einem geringeren Profit zufrieden gab. Er konnte im Hintergrund bleiben, während der Svavilschö MC alle Risiken trug. So hatte der blonde Riese zwar geringere, aber relativ sichere Einnahmen. Und im Unterschied zu allen anderen Lieferanten, von denen Lundin jemals gehört hatte, baute dieser sein Geschäftsverhältnis auf Prinzipien, Kredit und Wohlwollen auf. Keine bösen Worte, kein Generve, keine Drohungen. Solange ehrlich abgerechnet wurde, akzeptierten der blonde Riese und seine Kompagnons einen geringeren Gewinn. Wenn er den Riesen hinters Licht führte, würden die anderen ihm einen Besuch abstatten, und Magelundin war überzeugt, dass er diesen Besuch schwerlich überleben würde. Also kam ein Betrugsversuch gar nicht in Frage. Wann kannst du liefern? Der blonde Riese stellte die Sporttasche auf den Boden. Schon geliefert. Lundin machte sich nicht die Mühe, die Tasche zu öffnen und den Inhalt zu kontrollieren. Stattdessen streckte er seinem Gegenüber einfach die Hand hin und signalisierte damit, dass sie hiermit eine Absprache hatten, die er ohne große Diskussionen erfüllen würde. Da wäre noch etwas, fügte der Riese hinzu. Und zwar Wir würden dich gerne für einen Spezialauftrag anwerben. Schieß los. Der blonde Riese zog ein Kuvert aus der Innentasche seiner Jacke. Magge Lundin machte es auf und zog ein Passbild sowie ein Blatt mit persönlichen Daten heraus. Fragend hob er die Augenbrauen. Sie heißt Lisbeth Salander und wohnt in der Lundergarte an den Södermalm Stockholm. Okay. Vermutlich hält sie sich gerade im Ausland auf, wird aber früher oder später wieder hier auftauchen. Okay. Mein Auftraggeber wünscht ein persönliches und ungestörtes Gespräch mit ihr. Sie muss also lebend abgeliefert werden. Ich würde den Lagerraum bei Ingern vorschlagen. Dann brauchen wir noch jemand, der das weitere regelt. Sie muss spurlos verschwinden. Das müsste sich machen lassen. Wie erfahren wir, ob sie wieder zu Hause ist? Ich werde mich melden, sobald es aktuell wird. Bei ihrem zweiten Besuch in der Lundagartan setzte sich Lisbeth auf das fuselige Sofa und überlegte. Sie hatte einige strategische Entscheidungen zu treffen. Eine davon war, ob sie die Wohnung behalten sollte oder nicht. Sie steckte sich eine Zigarette an, blies den Rauch zur Decke und aschte in eine leere Cola-Dose. Eigentlich hatte sie keinen Grund, diese Wohnung zu lieben. Im Alter von ihre Mutter hatte das Wohnzimmer bewohnt, während Camilla und sie sich das kleine Schlafzimmer geteilt hatten. Als sie zwölf war und all das Böse geschah, hatte man sie zunächst in einer Kinderklinik untergebracht und später, als sie fünfzehn geworden war, bei diversen Pflegefamilien. Die Wohnung wurde in der Zwischenzeit von ihrem Betreuer Holger Palngren weitervermietet. Der sorgte aber auch dafür, dass die Wohnung an sie zurückfiel, als sie achtzehn wurde und ein Dach über dem Kopf brauchte. Ihre gesamte offizielle Post, wenn sie denn einmal Post bekam, ging an die Adresse in der Lundergatern. Wenn sie die Wohnung kündigte, brauchte sie im selben Moment eine neue Adresse. Lisbeth Zalander hatte aber keine Lust, ein öffentlicher Mensch zu werden, der in diversen Archiven geführt wurde. Sie wollte um alles in der Welt vermeiden, dass jemand von ihrer neuen Adresse in Mosebacke erfuhr. Ihr Instinkt riet ihr, so anonym wie möglich zu bleiben. Sie überlegte noch eine Weile, dann griff sie zum Handy und rief Mimi an. Ich bin in der Lundergatern. Okay. Ich frage mich gerade, ob du wohl Lust hättest, diese Wohnung zu übernehmen. Mimmi zögerte. Ich kann mir deine Wohnung doch gar nicht leisten, Lisbeth. Das Wohnrecht ist komplett bezahlt. Die Abgaben an die Verwaltung belaufen sich auf 1480 Kronen pro Monat. Das ist wahrscheinlich weniger als das, was du für deinen ganzen Schuh karton bezahlst. Und die Abgaben sind auch schon ein Jahr im Voraus bezahlt. Du kannst noch heute Abend hier einziehen. Du kannst hier wohnen, solange du willst und brauchst ein Jahr lang keine Miete zu bezahlen. Ich darf nicht untervermieten, aber ich kann dich als meine Partnerin in den Vertrag eintragen lassen. Dann kriegst du keinen Ärger mit der Hausverwaltung. Sag mal, Lisbeth, willst du mich heiraten oder was? lachte Mimi. Lisbeth war todernst. Mir nützt die Wohnung nichts und ich will sie nicht verkaufen. Du meinst, ich kann quasi kostenlos da wohnen? Ist das dein Ernst? Ja. Und wie lange? Solange du willst. Bist du interessiert? Natürlich! Ich kriege nicht jeden Tag eine kostenlose Wohnung mitten in Söder angeboten. Es gibt allerdings einen Haken. Das dachte ich mir fast. Du kannst hier wohnen, solange du willst, aber ich bleibe hier gemeldet und bekomme auch meine Post weiterhin an diese Adresse. Du musst dich nur um die Post kümmern und dich melden, wenn etwas Interessantes dabei ist. Lisbeth, du bist das durchgeknallteste Mädchen, das ich kenne. Was machst du eigentlich? Wo wirst du in Zukunft wohnen? Darüber können wir später reden, wehrte Lisbeth ab. Der blonde Riese runzelte irritiert die Augenbrauen, als er sein Auto vorsichtig über einen knapp fünfzehn Kilometer langen miserablen Waldweg lenkte. Zwischendurch glaubte er kurz, die Wegbeschreibung falsch verstanden zu haben. Es fing gerade zu dämmern an, da wurde der Weg breiter und er sah endlich die Hütte vor sich auftauchen. Er parkte, stellte den Motor ab und sah sich um. Noch fünfzig Meter. Er befand sich in der Nähe von Stallerholmen, nicht weit von Marifried. Die schlichte Hütte war in den fünfziger Jahren erbaut worden und stand mitten im Wald. Durch ein paar Bäume konnte er einen hellen Streifen Eis auf der Mählaren See erkennen. Plötzlich war ihm sehr unwohl, als er die Autotür hinter sich zuwarf. Der Wald wirkte bedrohlich und zudringlich. Er fühlte sich beobachtet. Während er auf die Hütte zuging, hörte er auf einmal ein Rascheln, das ihn zusammenzucken ließ. Zwei Minuten blieb er mit zum Zerreißen gespannten Nerven stehen, bevor er aus dem Augenwinkel einen Schatten erkannte, der sich vorsichtig zwischen den Bäumen bewegte. Als er die Gestalt fixierte, blieb sie in dreißig Meter Entfernung vom Waldrand stehen und starrte zurück. Der blonde Riese verspürte einen Anflug von Wesen sah aus wie ein Zwerg, ungefähr einen Meter groß und trug Tarnkleidung, die aussah, als wäre sie aus Moos und Tannenzweigen. Der blonde Riese hielt den Atem an. Er spürte, wie sich seine Nackenherrchen aufstellten. Dann blinzelte er kräftig und schüttelte den Kopf. Als er wieder hinsah, hatte sich das Wesen ungefähr zehn Meter weiter nach rechts bewegt. Bildete er sich das alles nur ein? Nein, er konnte das seltsame Wesen ganz deutlich zwischen den Bäumen ausmachen. Plötzlich bewegte es sich und kam näher. Es lief mit ruckartigen Schritten in einem Halbkreis auf ihn zu, um den besten Angriffswinkel zu haben. Der blonde Riese rannte das letzte Stück bis zur Hütte. Er klopfte ein wenig zu laut und ein wenig zu eindringlich an die Tür. Sobald er das Geräusch menschlicher Schritte aus der Hütte hörte, legte sich seine Panik wieder. Er warf einen verstohlenen Blick zurück. Da war doch gar nichts. Aber er atmete erst auf, als die Tür aufging. Rechtsanwalt Nietz Bührmann begrüßte ihn höflich und bat ihn einzutreten. Montag 14. Februar bis Samstag 19. Februar Dragan Amanski sah auf, als jemand leicht an den Türrahmen klopfte, und erblickte Lisbeth Zalander. Sie hielt zwei Becher aus dem Kaffeeautomaten in den Händen. Langsam senkte er seinen Stift und schob den Bericht beiseite, mit dem er gerade beschäftigt war. Das hier soll ein Besuch unter Freunden sein, erklärte sie. Darf ich reinkommen? Dragan Amanski schloss kurz die Augen. Dann wies er auf seinen Besucherstuhl und warf einen Blick auf die Uhr. Es war halb sieben Uhr abends. Lisbeth Zalander gab ihm einen Becher und setzte sich. Sie musterten sich eine Weile. Über ein Jahr, begann Dragan. Lisbeth nickte. Sind Sie sauer? Sollte ich sauer sein? Ich habe mich nicht verabschiedet. Dragan schürzte die Lippen. Er war schockiert, doch gleichzeitig erleichtert über die Erkenntnis, dass Lisbeth Zalander zumindest nicht tot war. Plötzlich fühlte er sich aber auch sehr gereizt und müde. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, gab er zurück. Sie haben keine Verpflichtung mir zu berichten, womit Sie sich beschäftigen. Was wollen Sie? Seine Stimme klang kühler, als er selbst beabsichtigt hatte. Ich wollte wohl vor allem Hallo sagen. Brauchen Sie einen Job? Ich habe nicht vor, Sie hier noch weiter zu beschäftigen. Sie schüttelte den Kopf. Arbeiten Sie irgendwo anders? Sie schüttelte abermals den Kopf. Anscheinend suchte sie gerade nach den richtigen Worten. Dragan wartete. Ich war verreist, verkündete sie schließlich. Ich bin erst vor kurzem nach Schweden zurück gekommen. Armanski nickte nachdenklich und musterte sie. Lisbeth Zalander hatte sich verändert. Es lag eine neue Art von Reife in der Wahl ihrer Kleider und in ihrem Auftreten und sie hatte sich den BH mit irgendetwas ausgepolstert. Ich bin nach Italien gereist, dann weiter in den Nahen Osten und über Bangkok nach Hongkong. Ich war eine Weile in Australien und Neuseeland und bin dann im stillen Ozean von Insel zu Insel gehüpft. »Ein Monat war ich auf Tahiti, dann bin ich durch die USA gefahren und die letzten Monate habe ich in der Karibik verbracht.« Er nickte. »Ich weiß nicht, warum ich mich nicht verabschiedet habe.« »Weil sie sich ehrlich gesagt einen Scheiß um andere Menschen scheren,« stellte Dragan Amansky sachlich fest. Lisbeth Zalander biss sich auf die Unterlippe. Sie überlegte kurz. Was er sagte, stimmte vielleicht, doch sie fand seinen Ton trotzdem unpassend. »Normalerweise ist es so, dass sich die Menschen keinen Deut um mich scheren. Blödsinn,« schnaubte Amansky, »Sie behandeln Leute, die ihre Freunde sein wollen wie Dreck. So einfach ist das. Schweigen. Vor zwei Jahren hatte Holger Palmgren einen Schlaganfall. Sie haben ihn nicht ein einziges Mal besucht,« fuhr Amansky ungerührt fort. Lisbeth starrte ihn schockiert an. »Ist Palmgren noch am Leben?« »Sie wissen also noch nicht mal, ob er tot oder am Leben ist. Die Ärzte haben gesagt es, die Ärzte haben so einiges über ihn gesagt, unterbrach Amansky. Es hatte ihn böse erwischt. Er konnte überhaupt nicht mehr mit seiner Umwelt kommunizieren. Letztes Jahr Schwierigkeiten sprechen, man muss gut hinhören, um ihn zu verstehen. Bei vielen Dingen braucht er Hilfe, aber er kann allein auf die Toilette gehen. Die Leute, denen etwas an ihm liegt, besuchen ihn. Lisbeth verschlug es die Sprache. Sie selbst hatte Palmgren vor zwei Jahren gefunden, als er seinen Schlaganfall gehabt hatte. Sie hatte den Krankenwagen gerufen und die Ärzte stellten fest, dass die ein Arzt erklärte, Palmgren liege im Koma und es sei äußerst unwahrscheinlich, dass er je wieder aufwachen würde. In dem Augenblick hatte sie aufgehört, sich um ihn zu sorgen und hatte ihn aus ihrem Leben gestrichen. Sie war aufgestanden und hatte das Krankenhaus wortlos verlassen. Sie runzelte die Stirn. Zur gleichen Zeit hatte sie Nils Bührmann in den Hals gekriegt, der einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hatte. Doch niemand, nicht einmal Amansky hatte ihr erzählt, dass Palmgren noch lebte, geschweige denn, dass er sich vielleicht auf dem Weg der Besserung befand. Sie selbst hatte diese Möglichkeit nicht einmal in Betracht gezogen. Michael Blomquist hat sie verzweifelt gesucht. Er hat sich mindestens einmal pro Monat bei mir gemeldet und nachgefragt, ob ich Lisbeth blieb stumm, doch Amansky bemerkte, dass ihr Mund sich jetzt in einen schmalen Strich verwandelt hatte. Lisbeth hatte keine Lust, über Michael Blomquist zu diskutieren. Ich bin nur vorbeigekommen, um Hallo zu sagen und ihnen mitzuteilen, dass ich wieder in der Stadt bin. Ich weiß nicht, ob ich hier bleiben werde. Hier sind meine Handynummer und meine neue Mailadresse, für den Fall, dass sie mich brauchen. Sie reichte Amansky einen Zettel und stand auf. Er nahm ihn entgegen. Erst als sie schon an der Tür war, rief er ihr hinterher. Warten Sie mal kurz. Was haben Sie vor? Ich gehe jetzt Holger Palmgren besuchen. Okay, aber ich meinte eigentlich, was wollen Sie jetzt arbeiten? Sie betrachtete ihn nachdenklich. Ich weiß nicht. Sie müssen doch ihren Lebensunterhalt verdienen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich habe genug Geld, um auch so klar zu kommen. Sie drehte sich auf dem Absatz um und verschwand durch die Tür. Lisbeth Salander ging auf direktem Weg nach Hause. Sie hatte das Gefühl, dass Eile geboten war und beschleunigte ihre Schritte. Zu Hause rief sie das Söder Krankenhaus an, wurde diverse Male verbunden, bis sie zu guter Letzt Holger Palmgren ausfindig gemacht hatte. Dieser befand sich seit vierzehn Monaten in der Reha-Klinik Erster Wiken in Elta. Plötzlich sah sie wieder Apple Wiken vor sich. Als sie anrief, teilte man ihr mit, dass der Patient schliefe, sie ihn aber am nächsten Tag gern besuchen könne. Lisbeth wanderte den ganzen Abend in ihrer Wohnung auf und ab. Ihr war sehr unbehaglich zumute. Schließlich ging sie früh zu Bett und schlief fast sofort ein. Um sieben Uhr wachte sie auf, duschte und frühstückte im 7-11-Shop. Gegen acht ging sie zur Mietwagenfirma am Ringwägen. Sie mietete denselben Nissan Micra, mit dem sie vor ein paar Wochen nach Apple Wiken gefahren war. Auf einmal wurde sie ganz nervös, als sie vor der Klinik parkte, aber dann fasste sie Mut und erklärte an der Rezeption, sie wolle Holger Palmgreen besuchen. Eine Frau mit dem Namensschild Margit schaute in ihre Unterlagen und erklärte, dass er gerade bei der Krankengymnastik sei und nicht vor elf fertig sein würde. Lisbeth könne im Wartezimmer Platz nehmen oder später wiederkommen. Sie ging also wieder auf den Parkplatz und rauchte im Auto drei Zigaretten, während sie wartete. Speisesaal. Sie blieb auf der Schwelle stehen und sah Holger Palmgreen in einem halbleeren Raum sitzen. Er saß mit dem Gesicht zu ihr, konzentrierte sich aber ausschließlich auf den Teller, der vor ihm stand. Er war völlig in sich zusammengefallen und sah aus, als wäre er hundert Jahre alt. Sein Gesicht war seltsam starr. Er saß im Rollstuhl. Erst in diesem Moment begriff Lisbeth, dass er wirklich lebte und Amanski sie nicht angelogen hatte. Holger Palmgreen fluchte im Stehen, als er zum dritten Mal versuchte, sich eine Portion Nudelauflauf auf die Gabel zu laden. Er akzeptierte ja, dass er nicht richtig laufen und viele Dinge nicht selbst tun konnte, aber dass er nicht ordentlich essen konnte und zeitweilig sabberte wie ein Baby, das machte ihn wütend. Als er erneut die Gabel auf den Teller senkte, kam eine Hand schräg Steck aus der Hand. Er sah, wie sie eine Portion Nudelauflauf aufspieste und ihm das Essen zum Mund führte. Die schmale, puppenartige Hand erkannte er sofort wieder. Palmgreen wandte den Kopf und blickte in Lisbeth Salanders Augen, nur knapp zehn Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Ihr Blick war abwartend, sie wirkte ängstlich. Eine ganze Weile blieb Palmgreen unbeweglich sitzen und starrte ihr ins Gesicht. Plötzlich klopfte sein Herz wie verrückt. Dann machte er den Mund auf. Sie fütterte ihn Bissen für Bissen. Normalerweise hasste Palmgreen es, wenn man ihm beim Essen half, aber er verstand Lisbeths Bedürfnis, das für ihn zu tun. Sie fütterte ihn in eine Art Demutsgeste, eine Regung, die sie ansonsten äußerst selten überfiel. Als er den letzten Bissen hinunter geschluckt hatte, legte sie die Gabel beiseite und sah ihn fragend an. Er schüttelte den Kopf. Nein, ich möchte keinen Nachschlag. Holger Palmgreen lehnte sich in seinem Rollstuhl zurück und atmete tief durch. Lisbeth nahm die Serviette und trocknete ihm den Mund ab. Auf einmal fühlte er sich wie der Mafia-Boss in einem amerikanischen Film, dem ein Untergebener seine Ehrerbetung erweist. Er sah es förmlich vor sich, wie sie ihm die Hand küsste und musste über seine dumme Fantasie grinsen. Sie räumte das Tablett weg und kam nach ein paar Minuten mit zwei Kaffeetassen wieder. Er bemerkte, dass sie ungewohnterweise schwarzen Kaffee trank. Als er sah, dass sie den Strohhalm aus seinem Milchglas für seinen Kaffee aufbewahrt hatte, lächelte er. Schweigend saßen sie beisammen. die Augen. Lisbeth Salander, die schrecklich schuldbewusst wirkte, brach schließlich das Schweigen. Ich dachte, sie wären tot, sagte sie. Ich wusste nicht, dass sie noch leben. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich niemals ... Ich hätte sie schon längst besucht. Er nickte. Verzeihen sie mir. Er nickte nochmals und lächelte. Sein Lächeln war schief, er konnte nur seine Lippen meinten, dass sie innerhalb weniger Tage sterben würden. Da bin ich einfach gegangen. Es tut mir leid, verzeihen sie mir. Er hob die Hand und legte sie auf ihre. Sie drückte seine Hand ganz fest und atmete aus. Er musterte sie, verglich das Mädchen, das vor ihm saß, mit dem Bild in seiner Erinnerung. Sie hatte sich verändert. Sie war sauber und gut gekleidet. Sie hatte sich den Ring aus der Lippe genommen und ihre Wespentätowierung am Hals war auch verschwunden. Sie wirkte erwachsen. Er musste richtig lachen zum ersten Mal seit Wochen. Es klang freilich eher wie ein Hustenanfall. Lisbeth grinste noch schiefer und merkte, wie sich in ihrem Herzen plötzlich eine Wärme ausbreitete, die sie schon lange nicht mehr verspürt hatte. Was nur Betreuer. Wie ist der neue Betreuer? Holger Palmgren sah, wie sich Lisbeths Gesicht verfinsterte und sie die Lippen zusammenkniff. Gleichzeitig sah sie ihn aber ganz treuherzig an. Der ist okay. Ich komme mit ihm zurecht. Palmgrens Augenbrauen zogen sich zu einem Fragezeichen zusammen. Er hatte zwar einen Schlaganfall gehabt, aber sein Geist war völlig intakt und sein Radar erspürte sofort einen falschen Ton in Lisbeths Stimme. In den Jahren ihrer Bekanntschaft hatte er gelernt, dass sie ihn nie direkt anlog, aber auch nicht ganz offen mit ihm sprach. Offensichtlich gab es da ein Problem mit ihrem neuen Betreuer, was Holger Palmgren nicht weiter verwunderte. Plötzlich überkam ihn tiefe Reue. Wie viele Male hatte er mit seinem Kollegen Nils Bührmann Kontakt aufnehmen wollen, um sich nach Lisbeth zu erkundigen, hatte es dann aber doch nie getan. Und warum hatte er sich dann nicht darum gekümmert, dass sie ihre Mündigkeit wieder erlangte, als sie noch die Kraft dazu hatte? Er wusste warum. Aus egoistischen Gründen. Er liebte dieses verdammte schwierige Mädchen, als wäre sie die Tochter, die er nie gehabt hatte, und er suchte einen Grund, ihr Verhältnis zu bewahren. Er fühlte sich, als hätte er Lisbeth Zalander verraten. Aber sie überlebt immer. Sie ist der tüchtigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Lisbeth legte ihm meine Hand auf den Arm und drückte ihn behutsam. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich habe vorher nächster Zeit, die verbrechen, aber höchstwahrscheinlich werde ich ihre Hilfe brauchen. Ich werde sie ab jetzt ganz oft besuchen. Ich werde ihnen alles erzählen, aber wir wollen uns doch keinen Stress machen. Im Moment habe ich auf etwas anderes Lust. Sie bückte sich, hob eine Tasche auf den Tisch und zog ein Schachbrett heraus. Ich habe sie seit zwei Jahren nicht mehr in Grund und Boden gespielt. Als sie die Schachfiguren vor ihm aufstellte, stellte er erschrocken fest, dass es sich um sein eigenes Brett handelte. Sie muss es aus meiner Wohnung gestohlen haben, als ich krank war. Als Erinnerung? Sie gab ihm Weiß. Mit einem Mal war er glücklich wie ein kleines Kind. Lisbeth Zalander blieb zwei Stunden bei Holger Palmgren. Sie hatte ihn dreimal vernichtend geschlagen, als eine Krankenschwester ihr verkündete es seit Zeit für die nachmittägliche Krankengymnastik. Lisbeth sammelte die Schachfiguren ein und klappte das Brett zusammen. Können Sie mir sagen, wie die Krankengymnastik funktioniert? bat sie die Krankenschwester. Sie besteht aus Krafttraining und Konditionstraining und wir machen Fortschritte, nicht wahr? Die letzte Frage war an Holger Palmgren gerichtet. Er nickte. Lisbeth beugte sich vor und küßte Palmgren auf die Wange. Er hiefte sich mühsam aus einem Rollstuhl und begleitete sie noch bis zum Fahrstuhl. Lisbeth begab sich sofort zur Rezeption und bat den verantwortlichen Arzt sprechen zu dürfen. Man verwies sie an Dr. A. Sivanandan, den sie in einem Büro am Ende des Korridors fand. Sie stellte sich als Holger Palmgrens Pflegetochter vor. Ich hätte gern gewusst, wie es ihm geht und was weiter mit ihm passieren wird. Dr. A. Sivanandan schlug Palmgrens Krankenakte auf und überflog die ersten Seiten. Er hatte ein pockennarbiges Gesicht und einen dünnen Schnurrbart, den Lisbeth irritierend fand. Schließlich blickte er auf. Zu ihrer Überraschung sprach er mit stark finnischem Akzent. Hier ist nichts darüber verzeichnet, dass Herr Palmgren eine Tochter oder eine Pflegetochter hätte. Vielmehr scheint seine einzige Verwandte eine 86-jährige Cousine in Jemtland zu sein. Er hat sich von meinem 13. Lebensjahr an um mich gekümmert, bis er den Schlaganfall bekam. Da war ich 24. Sie fummelte in der Innentasche ihrer Jacke herum und warf dann einen Kugelschreiber vor Dr. A. Sivanandan auf den Tisch. Ich heiße Lisbeth Salander. Tragen Sie meinen Namen bitte in seine Das ist schon möglich, erwiderte A. Sie war Nandern gelassen. Aber wenn Sie seine nächste Angehörige sind, dann haben Sie sich ganz schön lange Zeit gelassen, bis Sie sich gemeldet haben. Ich habe Holger Palmgren zwei Jahre lang für tot gehalten. Erst gestern habe ich erfahren, dass er noch am Leben ist. Wenn ich gewusst hätte, dass er... Das ist alles ziemlich schwierig zu erklären, aber ich würde gerne wissen, wie seine Prognose aussieht und ob er sich wieder ganz erholen wird. Dr. A. Sivanandan nahm den Stift und vermerkte Lisbeth Zalanders Namen in Palmgrens Krankenakte. Er fragte sie nach ihrer persönlichen Kennnummer und ihrer Telefonnummer. In Ordnung, ich habe sie als seine Pflegetochter vermerkt. Das ist hier vielleicht nicht ganz nach den Regeln, doch angesichts der Tatsache, dass sie die Erste sind, die ihn besucht, seit Herr Amansky letzte Weihnachten hier war. Sie haben ihn heute selbst gesehen und konnten feststellen, dass ihm das Sprechen und die Koordination seiner Bewegungen Probleme bereitet. Er hatte einen Schlaganfall. Ich weiß, ich habe ihn damals gefunden und den Notarzt verständigt. Aha, dann müssen Sie wissen, dass er los. Die meisten Patienten wachen aus so einem Koma nicht wieder auf, aber manche eben doch. Er war anscheinend noch nicht bereit zu sterben. Zuerst wurde er in die Abteilung für chronisch Demenzkranke verlegt, die sich überhaupt nicht selbst versorgen können. Obwohl eigentlich alles dagegen sprach, zeigte er Anzeichen der Besserung und wurde vor neun Monaten in die Reha-Klinik überwiesen. Die Reha war sehr anstrengend für ihn, und erst in den letzten sechs Monaten konnten wir deutliche Fortschritte verzeichnen. Vor einem halben Jahr konnte er noch nicht mal ohne Hilfe essen. Erst seit einem Monat gelingt es ihm so gerade vom Stuhl aufzustehen, weil seine Muskeln durch die lange Bettlägerigkeit verkümmert waren. Jetzt kann er zumindest schon kurze Strecken zurückliegen. Allmählich gewinnt er die Kontrolle über seinen Körper und seine Sprache zurück. Geben Sie ihm noch ein paar Monate Zeit, dann werden Sie sehen, dass sich sein Sprechvermögen im Gegensatz zu heute deutlich verbessert hat. Dasselbe gilt für sein Orientierungsvermögen. Vor neun Monaten konnte er nur sehr schwer rechts und links auseinander halten oder sagen, ob der Fahrstuhl nach oben oder nach dieser Doktor Asivanandan mit dem indischen Aussehen und dem finnischen Akzent sympathisch war. Was kann ich tun, um ihm zu helfen? Besuchen Sie ihn? Verschaffen Sie ihm geistige Anregungen? Ich kann jeden Tag kommen. Ich möchte nicht, dass Sie jeden Tag hier sind. Schließlich soll er sich auf Ihre Besuche freuen. Könnte eine spezielle Therapie seine Chancen verbessern? Ich übernehme die Kosten. Er musste plötzlich lächeln, aber Lisbeth Salander war auf einmal sehr ernst. Für einen Patienten wie Holger Palmgren wäre natürlich ein persönlicher Ganztagstrainer ideal, aber es ist schon lange her, dass wir uns in Schweden so etwas leisten konnten. Stellen Sie einen ein. Bitte? Stellen Sie einen persönlichen Trainer für Holger Palmgren ein. Suchen Sie den besten, den Sie kriegen können, und zwar gleich morgen, und sorgen Sie dafür, dass jegliche technische Ausrüstung, die er braucht, bereitsteht. Ich werde mich darum kümmern, dass bis Ende dieser Woche das Geld da ist, damit Sie das Gehalt und die Geräte bezahlen können. Machen Sie Witze? Lisbeth warf ihm einen entschlossenen, unnachgiebigen Blick zu. Mia Bergmann bremste mit ihrem Fiat an der Bordsteinkante neben der U-Bahn-Station Gammlastan. Doc Svensson machte die Tür auf und glitt auf den Beifahrersitz. Dann beugte er sich zu ihr hinüber und gab ihr einen Kuss, während sie sich hinter einem Bus wieder in den Verkehr einordnete. Hallo, sagte sie, ohne den Blick von der Straße zu wenden. Du siehst so ernst aus, ist irgendwas? Doc Svensson schnallte sich seufzend an. Nein, nichts Ernstes, nur ein bisschen Ärger mit meinem Artikel. Und? Noch einen Monat bis zur Deadline und ich habe erst neun von den 22 Personen sprechen können, die wir uns vorgenommen hatten. Außerdem habe ich ein Problem mit Björk von der Sicherheitspolizei. Der Mistgerl ist seit Ewigkeiten krank geschrieben und geht nicht ans Telefon. Liegt er vielleicht im Krankenhaus? Weiß ich nicht. Er ist unverheiratet, hat einen Bruder, der in Spanien lebt. Ich weiß einfach nicht, wie ich an ihn rankommen soll. Mia Bergmann warf ihrem Freund einen Blick zu, während sie in Richtung Nünäs Wägen fuhr. Schlimmstenfalls müssen wir den Abschnitt mit Björk eben rausnehmen. Blomquist verlangt, dass alle, die wir anklagen, sich verteidigen können, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen. Und es wäre natürlich sehr schade, um einen Vertreter der Geheimpolizei, der Prostituierte besucht. Was willst du unternehmen? Na, ihn suchen natürlich. Übrigens, du hast vor ein paar Jahren ein Mädchen namens Irina P. interviewt? Irina P. 22 aus St. Petersburg. Sie ist 1999 zum ersten Mal hierher gekommen. Warum fragst du? Hast du letzte Woche gelesen, dass sie ein totes Mädchen aus dem Söder-Telje-Kanal gefischt haben? Das war Irina P. Oh Gott, wie schrecklich! Sie kommt auch in meiner Doktorarbeit vor, unter dem Pseudonym Tamara. Doc Svensson nahm die Doktorarbeit vom Rücksitz, schlug den Interviewteil auf und Lars konzentriert, während Mia am Gulmarsplan und Globen vorbeifuhr. Sie wurde von einem Mann her gebracht, den du Anton nennst. Wahrscheinlich heißt er Salah. Ich habe ihn nie ganz identifizieren können, aber ich glaube, er ist Pole oder Jugoslave. Ich habe vier, fünf Mal mit Irina P. gesprochen, und erst im letzten Gespräch hat sie seinen Namen genannt. Sie wollte in ihrem Leben endgültig aufräumen und aussteigen, aber sie hatte wahnsinnige Angst vor ihm. Ich bin vor ein paar Wochen auch auf den Namen Salah gestoßen. Wo? Als ich mit Sandström geredet habe, diesem Ekelpaket. Er macht Reklamezeitungen für Unternehmen und hat völlig gestörte Vergewaltigungsfantasien, die er mit diesem Mädchen auslebt. Ich weiß, ich habe sie ja selbst interviewt. Aber wusstest du auch, dass er das Layout für einen Folder über sexuell übertragbare Krankheiten für das Gesundheitsamt gemacht hat? Nein, das wußte ich nicht. Ich habe letzte Woche mit ihm geredet. Er war total fertig, als ich ihm die ganze Dokumentation vorlegte und ihn fragte, warum er ausgerechnet zu Babynutten aus dem Ostblock rennt, um seine Vergewaltigungsfantasien auszuleben. Nach einer Weile kriegte ich sogar eine Art Erklärung aus ihm heraus. Tatsächlich? Sandström war irgendwie in eine Situation geraten, in der er nicht mehr nur Kunde der Sexmafia war, sondern anfing, kleine Aufträge für sie zu erledigen. Er hat mir die Namen genannt, die er kannte, darunter auch Salah. Er hat nichts Genaueres über ihn erzählt, aber das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Mia Bergmann warf ihm einen vielsagenden Blick zu. Du weißt nicht zufällig, wer das ist? Nein, ich konnte ihn wie gesagt nie identifizieren. Es ist nur ein Name, der immer wieder auftaucht. Die Mädchen scheinen schreckliche Angst vor ihm zu haben. Keine wollte mir irgendwas über ihn erzählen. Sonntag, 6. März bis Freitag, 11. März Anwalt Nils Bührmann kam spätabends nach Hause. Er hatte vier Wochen am Stück in seiner Sommerhütte in der Nähe von Stallerholmen verbracht. Er war niedergeschlagen, denn an seiner miserablen Lebenssituation hatte sich im Grunde nichts verändert. Der blonde Riese hat ihm nur ausgerichtet, dass man Interesse an seinem Vorschlag habe. Es sollte ihn 100.000 Kronen kosten. Ein Stapel Postsendungen hatte sich auf dem Boden unter seinem Briefschlitz angesammelt. Er hob sie auf und legte sie auf den Küchentisch. Alles, was mit seiner Arbeit oder seiner sonstigen Umwelt zu tun hatte, interessierte ihn kaum noch, und so fiel sein Blick erst später wieder auf den Poststapel. Zerstreut sah er ihn durch. Ein Brief war von der Handelsbank. Er riss das Kuvert auf und er litt fast einen Schock, als er die Kopie eines Kontoauszugs sah, auf dem eine Auszahlung von 9.312 Kronen von Lisbeth Salanders Konto verzeichnet war. Sie war zurück. Er ging in sein Arbeitszimmer und legte das Dokument auf seinen Schreibtisch. Mit hasserfülltem Blick betrachtete er das Papier, während er seine Gedanken zu sammeln versuchte. Er musste die Telefonnummer heraussuchen. Dann tippte er die Nummer auf einem Handy mit Prepaid Karte ein. Der blonde Riese antwortete mit seinem leichten Akzent. Ja? Hier ist Nitz Bührmann. Was wollen Sie? Sie ist wieder in Schweden. Am anderen Ende blieb es einen Moment lang still. Gut, rufen Sie diese Nummer nicht mehr an. Aber Nachricht von uns. Miriam Wu massierte Lisbeth Salander den Rücken und den Nacken. Sie knetete sie zwanzig Minuten intensiv durch, während Lisbeth sich mit dem einen oder anderen zufriedenen Seufzer begnügte. Die beiden lagen nackt auf Mimis Bett in der Lunder Gartan, tranken Rotwein und waren in ziemlich alberner Stimmung. Seit Lisbeth das Verhältnis mit Mimi wieder aufgenommen hatte, hatte sie die Unsitte angenommen, Mimi jeden oder jeden zweiten Tag anzurufen, viel zu oft also. Sie betrachtete Mimi und dachte daran, dass sie sich eigentlich nicht noch einmal so sehr an jemanden binden wollte. Das konnte damit enden, dass jemand verletzt wurde. Plötzlich lehnte sich Miriam rückwärts über die Bettkante und zog die Schublade ihres Nachttischchens auf. Sie holte ein kleines flaches Paket mit geblümtem Geschenkpapier und einer goldenen Schleife heraus. Sie warf es Lisbeth in den Schoß. Was ist denn das? Dein Geburtstagsgeschenk. Ich habe aber erst in über einem Monat Geburtstag. Dein Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr. Da konnte ich dich nirgends erreichen. Ich habe es wieder gefunden, als ich meine Umzugskartons gepackt habe. Lisbeth Zalander stellte ihr Weinglas ab, schüttelte das Paket und machte es vorsichtig auf. Sie zog ein schönes Zigarettenetui aus schwarzer und blauer Emaille heraus, das mit ein paar kleinen chinesischen Schriftzeichen dekoriert war. Eigentlich solltest du ja aufhören zu rauchen, meinte Miriam Wu, aber wenn du weiter rauchst, kannst du deine Zigaretten zumindest ästhetisch verpacken. Danke, sagte Lisbeth, du bist die Einzige, die mir jemals Geburtstagsgeschenke gemacht hat. Was bedeuten denn die Schriftzeichen? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich kann kein Chinesisch. Das ist bloß so ein Teil vom Flohmarkt. Wir haben übrigens keinen Wein mehr. Wollen wir nicht irgendwo ein Bier trinken gehen? Bedeutet das, dass wir uns aus dem Bett quälen und uns was anziehen müssen? Sieht ganz so aus. Wozu wohnt man in schlüssigen Söder, wenn man nicht ab und zu auch mal in die Kneipe geht? Er warf einen Blick auf die Uhr und entdeckte, dass es bereits neun Uhr abends war. Auch Michael Blomquist schien überrascht, dass noch jemand in der Redaktion war. Ich bin heute extra fleißig. Ich habe in meinem Buch weiter gebastelt und die Zeit vergessen. Was machst du denn hier? Heute nur ein Buch holen, das ich im Büro vergessen habe. Und? Wie läuft's bei dir? Geht so. Ich versuche seit drei Wochen diesen verdammten Björk von der Sicherheitspolizei aufzuspüren. Sieht so aus, als hätte ihn irgendein ausländischer Geheimdienst gekidnappt, er ist wie vom Erdboden verschwunden. Dork erzählte ihm von seiner mühseligen Suche. Michael überlegte ein Weilchen. Hast du es schon mit dem Lotterietrick versucht? Bitte? Leg dir irgendeinen erfundenen Namen zu und schreib einen Brief, in dem du ihm mitteilst, dass er ein Handy mit GPS-Navigationssystem oder sonst was gewonnen hat. Schicke einen sauberen Ausdruck an seine Adresse, in diesem Fall eben diese Postfachadresse. Er hat also schon ein Handy gewonnen. Außerdem ist er eine von 20 Personen, die in die nächste Runde aufrücken und 100.000 Kronen gewinnen können. Alles, was er dafür tun muss, ist, sich für eine Marktforschungsumfrage zu verschiedenen Produkten zur Verfügung zu stellen. Die Umfrage, die eine Stunde dauert, wird von einem professionellen Interviewer durchgeführt und dann Tja, Doc Svensson starrte Michael mit offenem Mund an. Meinst du das im Ernst? Warum denn nicht? Alles andere hast du doch schon probiert und sogar ein kleiner Mitarbeiter der Sicherheitspolizei sollte sich ausrechnen können, dass seine Chancen auf einen Gewinn von 100.000 Kronen ziemlich gut stehen, wenn er einer von 20 ausgewählten Teilnehmern ist. Doc Svensson brach in lautes Lachen aus. Du bist ja verrückt. Ist das denn legal? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es illegal sein könnte, ein Handy zu verschenken. Wahnsinn, du bist echt verrückt. Doc Svensson lachte immer noch. Michael zögerte kurz. Er war eigentlich schon auf dem Heimweg und ging selten in die Kneipe, aber er schätzte Svensons Gesellschaft. Hättest du Lust, ein Bier trinken zu gehen? fragte er spontan. Klar, lass mich nur eben noch Mia anrufen. Sie ist mit ein paar Mädels unterwegs und soll mich auf dem Heimweg mitnehmen. Sie gingen in die Mühle, vor allem, weil es so bequem und nah war. Die beiden hatten Glück und bekamen einen Tisch direkt am Eingang. Sie bestellten sich ein großes Bier, steckten die Köpfe zusammen und redeten weiter über das Thema, das Doc Svensson derzeit komplett in Anspruch nahm. Mikael sah nicht, dass Lisbeth Salander mit Miriam Wu in der Bar stand. Lisbeth trat sofort einen Schritt zurück, sodass sie von Mimi verdeckt wurde. Dann betrachtete sie Mikael über Mimis Schulter hinweg. Kaum ging sie das erste Mal nach ihrer Rücke in die Kneipe, schon stolperte sie über ihn. Kalle fucking Blomquist. Sie sah ihn zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder. Was ist denn los? wollte Mimi wissen. Nichts, erwiderte Lisbeth Salander. Sie redeten weiter. Besser gesagt, Mimi erzählte weiter ihre Geschichte über eine Lesbe, die sie vor ein paar Jahren in London auf einer Kunst Ausstellung getroffen hatte. Als Mimi versucht hatte, sie aufzureißen, hatte sich eine urkomische Situation ergeben. Lisbeth nickte ab und zu und verpasste wie immer die Pointe. Michael Blomquist hatte sich nicht wesentlich verändert, stellte sie fest. Er sah unverschämt gut aus, locker und entspannt, aber mit einem seriösen Gesichtsausdruck. Er hörte dem Mann zu, der mit ihm am Tisch saß und nickte in regelmäßigen Abständen. Es schien ein ernstes Gespräch zu sein. Lisbeth wandte ihre Aufmerksamkeit Mikaels Bekanntem zu. Ein Typ sprach und irgendetwas zu erklären schien. Sie hatte ihn noch nie gesehen. Du hörst mir ja gar nicht zu, beschwerte sich Mimi. Tu ich doch. Mit dir kann man einfach nicht in die Kneipe gehen. Ich gebe es auf. Sollen wir lieber heimgehen und ficken? Gleich wehrte Lisbeth ab. Sie stellte sich ein klein wenig näher an Mimi und legte ihr eine Hand auf die Hüfte. Mimi blickte zu ihr hinunter. Ich würde dich gerne auf den Mund küssen. Tu das nicht. Hast du Angst, dass die Leute dich für eine Lesbe halten? Ich will jetzt nur im Moment die Aufmerksamkeit nicht auf uns lenken. Dann gehen wir nach Hause. Lisbeth Salander war nicht vor sieben Uhr morgens zu Hause. Sie zog am Halsausschnitt ihres T-Shirts und schnupperte. Zuerst überlegte sie kurz, ob sie noch duschen sollte, aber dann pfiff sie drauf, ließ ihre Kleider auf den Boden fallen und legte sich ins Bett. Sie schlief bis vier Uhr nachmittags und ging dann zum Frühstück in die Söderhallen. Sie dachte an Michael Blomquist und ihre Reaktion, als sie plötzlich mit ihm in einem Raum war. Seine Anwesenheit hatte sie aus dem Tritt mitgebracht, aber sie stellte auch fest, dass es ihr nicht mehr wehtat, ihn zu sehen. Nachdem sie am Nachmittag ein paar Erledigungen gemacht hatte, kam sie gegen sieben nach Hause, fuhr ihr Powerbook hoch und startete Asphyxia 1.3. Das Icon Mick Blom Strich Laptop war immer noch auf dem Server in Holland. Sie doppelklickte drauf und öffnete eine identische Kopie von Michael Blomquists Festplatte. Sie besuchte seinen Computer zum ersten Schweden vor mehr als einem Jahr verlassen hatte. Die Datenmenge auf der Festplatte war seit ihrem letzten Besuch um fast 6,9 Gigabyte angewachsen. Ein Teil der neuen Dateien bestand aus PDF-Dateien und Quark-Dokumenten. Seit Michael wieder verantwortlicher Herausgeber war, hatte er anscheinend angefangen, eine Kopie von jedem Millennium-Heft zu archivieren. Sie sortierte die Dateien auf der Festplatte aufsteigend nach Datum und stellte fest, dass Michael in den letzten Monaten vor allem an einem Ordner mit dem Titel Doc Swenson gearbeitet hatte, allem Anschein nach ein Buchprojekt. Dann öffnete sie Michael's Mail-Programm und lud sich den Inhalt von Michael Blomquist's Mailbox herunter, sowie Doc Swensons Manuskript mit dem Arbeitstitel Die Igel und dem Untertitel Die Stützen der Hurenindustrie. Sie fand sogar die Kopie einer Dissertation mit dem Titel From Mia Bergmann. Lisbeth lockte sich aus, ging in die Küche und machte sich Kaffee. Dann setzte sie sich mit ihrem Powerbook auf ihr neues Wohnzimmersofa. Sie klappte das Zigarettenetui auf, das sie von Mimi bekommen hatte, und steckte sich eine Marlboro Light an. Den Rest des Abends verbrachte sie mit Lesen. Gegen neun war sie mit Mia Bergmanns Doktorarbeit fertig. Nachdenklich nagte sie an ihrer Unterlippe. Gegen halb elf war sie auch mit Doc Svensons Buch durch. Ihr war klar, dass Millennium schon bald wieder für Schlagzeilen sorgen würde. Gegen halb zwölf hatte sie Mikael Blomquist gesamte Mailbox durchgearbeitet. Plötzlich setzte sie sich jedoch auf, und ihre Augen weiteten sich. Ein eiskalter Schauer lief ihr den Rücken hinunter. Nur eine Mail von Doc Svensson an Mikael Blomquist In einem Nebensatz erwähnte Svensson, dass er Überlegungen zu einem osteuropäischen Gangster namens Sala anstellte, die vielleicht in ein eigenes Kapitel münden könnten, wenn gleich die Deadline näher rückte. Mikael hatte die Mail nicht beantwortet. Sala Lisbeth Salander saß regungslos vor ihrem Computer und überlegte, bis der Bildschirmschoner aktiviert wurde. Doc Svensson legte seinen Notizblock beiseite und kratzte sich am Kopf. Nachdenklich betrachtete er das einzelne Wort, das ganz oben auf der aufgeschlagenen Seite stand. Vier Buchstaben. Sala. Drei Minuten lang malte er zerstreut ein paar verschlungene Kringel rund um den Namen. Dann stand er auf und holte sich eine Tasse Kaffee. Mit einem Blick auf die Armbanduhr stellte er fest, dass er besser nach Hause gehen und sich schlafen Redaktion Pudel wohlfühlte und gern spät abends arbeitete, wenn es ganz still im Büro war. Die Deadline rückte unerbittlich näher. Er hatte das Manuskript schon im Griff, aber zum ersten Mal, seit er dieses Projekt begonnen hatte, verspürte er vage Zweifel. Er fragte sich, ob er nicht doch ein wesentliches Detail übersehen hatte. Sala. Bisher hatte er es kaum abwarten können, jetzt wünschte er sich auf einmal, er hätte noch mehr Zeit. Der Name Sala tauchte in dem Material, das Mia Bergmann in den letzten Jahren zusammengetragen hatte, viermal auf, aber immer nur am Rande. Niemand wusste, wer er war oder ob er überhaupt existierte. Ein paar Mädchen hatten ihn wie eine undefinierbare Bedrohung geschildert, eine Gefahr für die Ungehorsamen. Doc Svensson hatte eine Woche lang versucht, mehr über Sala herauszubekommen und hatte Polizisten, Journalisten und mehrere andere Quellen befragt. Er hatte auch noch einmal mit dem Journalisten Per Orke Sandström Kontakt aufgenommen, den er in seinem Buch gnadenlos an den Pranger stellen wollte. Sandström hatte mittlerweile den Ernst der Situation erfasst und Svensson auf Knien und Erbarmen angefläht. Doc Svensson erkannte, dass Per Orke Sandström Angst hatte. Eine Angst, die stärker war als die Drohung, ihn in der Presse als Kinderschänder bloßzustellen. Er hatte geradezu Todesangst. Warum? Montag, 14. März bis Sonntag, 20. März Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln waren die Fahrten zu Holger Palmgrens Reha-Klinik eine zeitraubende Angelegenheit, doch ebenso umständlich war es, sich für jeden Besuch ein Auto zu mieten. Mitte März beschloss Lisbeth daher, sich ein eigenes Auto zu kaufen, einen vier Jahre alten weinroten Honda mit Automatik. Eine geschlagene Stunde lang ging sie mit dem Verkäufer sehr zu dessen Leidwesen jedes Detail des Motors durch. Rein aus Prinzip handelte sie schließlich den Preis noch um ein paar Tausender herunter und zahlte in bar. Dann ging sie zu On-Off am Svea-Wägen und schlüpfte gerade noch zwei Minuten vor Ladenschluss durch die Türen. Sie kaufte Toner für ihren Laserdrucker und bat den Verkäufer ihr die Patrone ohne Verpackung zu geben, damit sie sie in ihrem Rucksack unterbringen konnte. Als sie aus dem Geschäft trat, hatte sie Hunger und Durst. Sie ging zum Stureplan, wo sie sich rein zufällig für das Café Hedon entschied, ein Lokal, das sie noch nie zuvor besucht hatte. Obwohl sie ihn nur schräg von hinten sah, erkannte sie Nils Bührmann sofort. Sie stellte sich sichtgeschützt hinter eine Theke in der Nähe des Panoramafensters und reckte den Hals, um ihren Betreuer beobachten zu können. Sie musterte den Mann, der Bührmann gegenüber saß. Ihre Augen weiteten sich, als er aufstand. Er hatte kurzes blondes Haar, war bemerkenswert großgewachsen, mindestens zwei Meter und gut gebaut, sogar außergewöhnlich gut gebaut. Zwar hatte sein Gesicht eher weiche Züge, aber insgesamt machte er einen sehr kraftvollen Eindruck. Was bist du für ein Typ und was hast du mit Bührmann zu schaffen? Lisbeth Zalander ging ein Stück die Straße hinunter und stellte sich vor den Eingang eines Tabakladens. Sie betrachtete einen Aushang, während der Blonde aus dem Hedon trat und sogleich nach links abbog. Er ging in einem Abstand von weniger als dreißig Zentimetern an Lisbeth Rücken vorbei. Sie gab ihm einen Vorsprung von fünfzehn Metern, bevor sie ihm folgte. Es wurde kein langer Spaziergang. Der blonde Riese ging an der Birga Jarlsgatan direkt zur U-Bahn hinunter und kaufte sich ein Ticket. Dann stellte er sich auf den Bahnsteig in Richtung Süden, die Richtung, in die Lisbeth fahren musste, und bestieg den Zug nach Norsborg. Am Schluss stieg er um in die grüne Linie nach Farster. Bei Skanstull stieg er aus und ging zu Blombergs Café in der Goethe Garten. Lisbeth Zalander blieb vor dem Café stehen. Nachdenklich musterte sie den Mann, zu dem sich der blonde Riese einen Tisch gesetzt hatte. Klick. Der Mann war übergewichtig, hatte ein hageres Gesicht und einen ansehnlichen Bierbauch. Er trug und Stiefeln mit hohen Absätzen. Auf dem rechten Handrücken trug er ein Tattoo, dessen Motiv Lisbeth nicht erkennen konnte. Ums Handgelenk baumelte ein goldenes Kettchen. Er rauchte Lucky Strike. Seinem starren Blick nach zu urteilen, war er wohl regelmäßig high. Lisbeth bemerkte auch, dass er eine Lederweste unter seiner Jeansjacke trug. Ohne die Weste ganz erkennen zu können, auf und verließ Blombergs Kaffee. Er ging vierzig Meter weiter, stieg in einen weißen Volvo, startete und fuhr langsam davon. Lisbeth konnte sich gerade noch die Autonummer merken, bevor er an der nächsten Kreuzung um die Ecke buch. Sie drehte sich um und hastete zum Kaffee zurück. Obwohl sie weniger als drei Minuten fort gewesen war, war der Tisch schon leer. Sie drehte sich um und suchte den Bürgersteig in beide Richtungen ab, ohne den Mann mit dem Pferdeschwanz ausmachen zu können. Dann blickte sie über die Straße und entdeckte ihn, als er gerade die Tür zu McDonalds aufdrückte. Sie musste hineingehen, um ihn weiter beobachten zu können. Er saß am hintersten Rand in Gesellschaft eines anderen Mannes, der ganz ähnlich gekleidet war. Er trug eine Weste über der Jeansjacke. Lisbeth las die Aufschrift »Swaveltschö M.C., darunter das stilisierte Rad eines Motorrads, wie ein keltisches Kreuz mit einer Axt. Lisbeth verließ das Restaurant und blieb einen Moment unentschlossen auf der Goethe Garten stehen, bevor sie sich in Richtung Norden aufmachte. Sie hatte das Gefühl, ihr gesamtes inneres Alarmsystem sei plötzlich in allerhöchste Bereitschaft versetzt worden. Zuhause warf sie die Kaffeemaschine an, setzte sich vor ihren Computer, wo sie auf Asphyxia 1.3 klickte und sich in die Kopie von Bührmanns Festplatte einloggte. Die nächste halbe Stunde verbrachte sie damit, sehr sorgfältig den Inhalt seines Computers durchzugehen. Sie fand absolut nichts, was für sie von Interesse gewesen wäre. Bührmann schien nur selten E-Mails zu schreiben, sie fand bloß ein Dutzend kurze persönliche Nachrichten an oder von Bekannten. Keine der Mails stand irgendwie mit Lisbeth Zalander in Verbindung. Sie öffnete den Ordner mit den Dokumenten, die Bührmanns Betreueraufgaben für Lisbeth Zalander betrafen und las sorgfältig alle Monatsberichte durch. Sie entsprachen bis aufs i-Tüpfelchen den Als sie sich die Eigenschaften dieser Word-Dateien ansah, konnte sie feststellen, dass er die Briefe immer zu Anfang des Monats verfasste, jedem von ihnen durchschnittlich vier Stunden widmete und sie pünktlich am zwanzigsten jeden Monats an das Vormundschaftsgericht sandte. Jetzt war schon Mitte März und er hatte die Arbeit am nächsten Bericht noch nicht begonnen. Schlamperei? Spät dran? Mit anderen Dingen beschäftigt? Dummheiten Um halb drei Uhr nachts stand Lisbeth Salander vor der Tür zu Nils Bührmanns Wohnung in der Uplans Gartan, in der Nähe des Oden Plan. Lautlos schob sie den Schlüssel ins Schloss und drückte die Tür einen Spalt weit auf. Bevor sie sie ganz öffnete, zog sie eine Elektroschockpistole aus der Tasche. Sie hatte keine andere Waffe mitgenommen. Um mit Bührmann fertig zu werden, musste sie kein größeres Geschütz auffahren, fand sie. Sobald sie im Flur stand, schloss sie die Tür hinter sich und schlich auf zehn Spitzen zu seinem Schlafzimmer. Sie stellte sich neben sein Bett und betrachtete ihn ein paar Minuten. Er war sichtlich gealtert und wirkte ungepflegt. Nach dem Geruch im Zimmer zu urteilen, schien er auch seine persönliche Hygiene zu vernachlässigen. Schließlich verließ sie das Schlafzimmer, drehte eine kleine Runde durch die Küche, wo ihr nichts bemerkenswertes auffiel, ging dann durchs Wohnzimmer und blieb an der Tür zum Arbeitszimmer stehen. Sie steckte die Hand in die Jackentasche und holte ein paar Brösel Knäckebrot heraus, die sie im Dunkeln vorsichtig auf dem Parkett auslegte. Sollte sich jemand durchs Wohnzimmer anschleichen, würde sie durch das Knirschen gewarnt werden. Sie setzte sich an Biermanns Schreibtisch und legte die Elektroschockpistole griffbereit vor sich hin. Dann begann sie systematisch seine Schubladen zu durchsuchen. Sie ging die Korrespondenz durch, die seine privaten Finanzen betraf. Obwohl er sichtlich schlampiger und sporadischer arbeitete als früher, stieß sie auf nichts wirklich Interessantes. Sie wandte sich dem Schrank hinter dem Schreibtisch zu, aus dem sie zwei Ordner zog, die seine Aufgaben als ihr Betreuer betrafen. Fünfzehn Minuten lang ging sie Seite für Seite sorgfältig durch. Biermann schien sich genauestens an ihre Anweisungen zu halten. Sie biss sich auf die Unterlippe. Trotzdem hatte sie das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmte. Gerade war sie vom Stuhl aufgestanden und wollte die Schreibtischlampe ausknipsen, da hielt sie plötzlich inne. Sie zog die Ordner noch einmal hervor und blätterte sie abermals durch. Verblüfft. In diesen Ordnern fehlte etwas. Vor einem Jahr war eine Zusammenfassung des Vormundschaftsgerichts über ihre Entwicklung seit der Kindheit dabei gewesen. Die fehlte. Warum sollte Biermann Papiere aus einem aktuellen Vorgang entfernen? Sie runzelte die Stirn. Lisbeth Salander verbrachte den Großteil des nächsten Tages damit, an ihrem Powerbook Recherchen anzustellen. Die Suche ging in verschiedenste Richtungen und sie wusste nicht mal so recht, was sie eigentlich suchte. Ein Teil der Fakten war leicht zu beschaffen. Aus einem Medienarchiv holte sie sich eine Übersicht über die Geschichte des Swafelt Schö MC. Den Angaben einer Abendzeitung zufolge hatte der Swafelt Schö MC sechs oder sieben Mitglieder und ungefähr ein Dutzend Hangarounds. Alle vollwertigen Mitglieder waren vorbestraft, hauptsächlich für Vergehen ziemlich amateurhafter, zuweilen aber gewalttätiger Natur. Zwei Persönlichkeiten stachen besonders hervor. Der Anführer des Swafelt Schö MC war ein gewisser Karl Magnus Magge Lundin, der in der Internetausgabe des Aftonbladet porträtiert worden war, als die Polizei 2001 gegen das Clublokal vorging. Lundin war Ende der 80er und Anfang der 90er fünfmal verurteilt worden. Bei drei dieser Prozesse war es um Diebstahl, Hehlerei und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegangen. In einem Fall ging es um schwerwiegendere Verbrechen, darunter schwere Körperverletzung, was ihm 18 Monate Gefängnis eingebracht hatte. Lundin war 1995 entlassen worden und kurz danach zum Vorsitzenden aufgestiegen. Die Nummer zwei im Club war ein gewisser Sonny Nieminen, 37 Jahre alt, der nach den Angaben der Abteilung für organisiertes Verbrechen nicht weniger als 32 Einträge im Strafregister vorweisen konnte. Man hatte ihn immer wieder unter Bewährungsaufsicht gestellt, ihm Geldbußen auferlegt oder im Ein- oder Zwei-Monate Gefängnis aufgebrummt, bis er 1989 plötzlich wegen schwerer Körperverletzung und Raub zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Ein paar Monate später war er wieder auf freiem Fuß und riss sich bis zum Oktober 1990 zusammen, als er bei einem Kneipenbesuch in Södertälje in eine Schlägerei geriet, die mit Totschlag und einer sechsjährigen Gefängnisstrafe endete. Niminen wurde 1995 entlassen, zu diesem Zeitpunkt bereits Mage Lundins engster Freund. Lisbeth bestellte sich Passfotos von Niminen und Lundin. Niminen hatte ein bildschönes Gesicht mit dunklen, lockigen Haaren und gefährlichen Augen. Mage Lundin hingegen sah aus wie ein Vollidiot. In Lundin konnte Lisbeth problemlos den Mann erkennen, der sich in Blombergs Café mit dem Blonden Riesen getroffen hatte und in Niminen den Mann, der bei McDonalds gewartet hatte. Über das Kfz-Register spürte sie den Halter des weißen Volvo auf, mit dem der blonde Riese weggefahren war. Es handelte sich um die Mietwagenfirma Autoexpert in Eschgildstuna. Lisbeth griff zum Hörer und bekam den Mitarbeiter Refik Alba an den Apparat. Mein Name ist Gunilla Hansson. Gestern ist mein Hund von einer Person überfahren worden, die danach Fahrerflucht begangen hat. Der Mistkerl fuhr ein Auto, das laut Nummernschild auf sie zugelassen ist. Es handelte sich um einen weißen Volvo. Sie gab das Kennzeichen an. Ich will den Namen von diesem Mistkerl, der soll mir Schadenersatz zahlen. Haben Sie Anzeige erstattet? Nein, ich will das lieber im aber ich kann die Namen unserer Kunden nicht herausgeben, wenn keine Anzeige vorliegt. Lisbeth Salanders Stimme verdunkelte sich. Sie fragte, ob er sie allen Ernstes zu einer Anzeige gegen einen Kunden zwingen wolle, statt ihr die Möglichkeit zu geben, die Sache im Guten zu regeln. Refik Alba drückte nochmals sein Bedauern aus und meinte, er könne in dieser Angelegenheit leider nichts machen. Der Name Salah war noch so eine Sackgasse. Zwar fand sie Hunderte von Menschen namens Salah, von einem italienischen Spitzensportler bis zu einem argentinischen Komponisten. Was sie suchte, fand sie jedoch nicht. Die Namen Doc Svensson und Mia Bergmann führten zu besseren Resultaten. Über Google konnte sie sich rasch ein Bild davon machen, was die beiden in den letzten Jahren getan hatten. Sie lud sich Kopien von Docs Artikeln herunter und fand auch ein Bild von ihm. Sie war nicht sonderlich überrascht, festzustellen, dass es sich um den Mann handelte, den sie vor ein paar Tagen mit Michael Blomquist in der Mühle gesehen hatte. Der Name hatte ein Gesicht bekommen und umgekehrt. Über und von Mia Bergmann fand sie auch mehrere Beiträge. Vor ein paar Jahren hatte sie mit einem ihre Arbeit zog sowohl eine ganze Reihe von Leitartikeln als auch rege Diskussionen in den Internetforen von Frauenrechtsorganisationen nach sich. Gegen zwei Uhr nachmittags öffnete sie Asphyxia 1.3, klickte diesmal jedoch nicht Mick Blom Strich Laptop, sondern Mick Blom Office an, Michael Blomquists Computer in der Millennium Redaktion. Um auf die anderen Computer in der Redaktion zugreifen zu können, reichte die kopierte Festplatte auf dem Server in Holland nicht aus. Michael Blomquists Computer musste dafür angeschaltet und an das interne Netzwerk angeschlossen sein. Sie hatte Glück. Michael befand sich offensichtlich an seinem Arbeitsplatz und hatte seinen Bürocomputer in Betrieb. Während der nächsten Stunde hackte sich Lisbeth Salander vorsichtig von Computer zu Computer und speicherte E-Mails von Erika Berger, Christa Malm und einer ihr unbekannten Mitarbeiterin namens Morlin Eriksson. Schließlich fand sie auch Doc Svensons Bürocomputer. Er war eingeloggt, was bedeutete, dass Doc Svensson in diesem Augenblick in der Millennium Redaktion saß. Sie speicherte sich seine E-Mails und durchsuchte die Festplatte. Dabei stieß sie auf einen Ordner, der schlicht und einfach Salah hieß. Dem blonden Riesen war unbehaglich zumute. Er hatte genau 203.000 Kronen in Bar bekommen, unerwartet viel für die drei Kilo Methamphetamin, die er Magelundin Ende Januar geliefert hatte. Ein ziemlich guter Verdienst für die paar Stunden Arbeit. Trotzdem war ihm unwohl, als er am Straßenrand parkte und den Motor abstellte. Seit fast dreißig Stunden hatte er keinen Schlaf mehr gekriegt und fühlte sich benommen. Er machte die Tür auf, streckte seine Beine und urinierte in den Straßengraben. Es war eine kühle und sternklare Nacht. Er stand an einem Feld unweit von Järna. Die Nachfrage auf dem schwedischen Markt war unglaublich groß. Es war alles eine Frage der Logistik. Wie transportierte man das gewünschte Produkt von A nach B oder genauer gesagt von einem Laborkeller in Tallinn zum Freihafen von Stockholm? Der blonde Riese war eigentlich stolz auf sein Organisationstalent. Im Laufe weniger Jahre hatte er eine gut geölte Maschinerie von Kontakten geschaffen, die er mit wohldosiertem Einsatz von Zuckerbrot und Peitsche pflegte. Er hatte die Fußarbeit geleistet, die Partner gefunden, Abmachungen ausgehandelt und dafür gesorgt, dass die Lieferungen am richtigen Ort ankamen. Methamphetamin war eine erstklassige, diskrete und praktisch zu handhabende Einkommensquelle. Großer Gewinn bei kleinen Risiken. Auch die Waffengeschäfte warfen einiges ab, sofern man nicht auf gefährliche Nebengleise geriet. Doch wenn man das Risiko mit einkalkulierte, war es wirtschaftlich kaum zu verantworten, einigen verrückten Rotzlöffeln, die den Kiosk an der Ecke überfallen wollten, für ein paar Tausender zwei Handfeuerwaffen zu besorgen. Nutten aus dem Baltikum waren vom wirtschaftlichen Standpunkt her gänzlich unverantwortlich. Nutten brachten Kleingeld und ansonsten nur Komplikationen, die jederzeit heuchlerische Artikel in den Massenmedien nach sich ziehen konnten. Der Vorteil an Nutten war, dass sie zumindest in juristischer Hinsicht keine Risiken mit sich brachten. Alle mochten Nutten, Staatsanwälte, Richter, Bullenschweine und auch das ein oder andere Mitglied des Reichstags. Niemand würde allzu hartnäckig graben, um diesen Geschäften Einheit zu gebieten. Nicht einmal eine tote Nutte stellte eine sonderlich große Gefahr dar. Wenn die Polizei innerhalb weniger Stunden einen dringenden Tatverdächtigen ergriff und dieser noch Blutflecken auf seiner Kleidung hatte, kam es rasch zu einer Verurteilung. Ein paar Jahre Gefängnis oder Verwahrung in irgendeiner obskuren Anstalt. Doch wenn ein Verdächtiger nicht innerhalb von 48 Stunden ergriffen wurde, das wusste der Blonde aus Erfahrung, dann wandte sich die Polizei schnell wieder anderen Dingen zu. Aber der blonde Riese mochte das Geschäft mit den Huren nicht. Ihm missfielen die Nutten mit ihren verspachtelten Gesichtern und ihrer grellen, besoffenen Lache. Sie waren unrein. Sie waren Humankapital, aber von der Sorte, die ebenso viel kostete, wie sie einbrachte. Und da es sich um Humankapital handelte, bestand immer das Risiko, dass eine von ihnen durchdrehte und sich einbildete, sie könnte abspringen oder mit der Polizei, Journalisten oder anderen außenstehenden quatschen. Nein, das Geschäft mit den Nutten bedeutete nichts als Ärger. Die Brüder Ato und Harry Ranta waren das Paradebeispiel für solchen Ärger. Sie waren nutzlose Parasiten, die ein bisschen zu viel vom Geschäft wussten. Am liebsten hätte er sie gleich mit einer Kette verschnürt und sie im Hafen versenkt. Stattdessen hatte er sie zur Estland-Fähre begleitet und geduldig gewartet, bis das Schiff ablegte. Sie verdanken ihre Ferien der Tatsache, dass irgendwo ein verdammter Journalist angefangen hatte, in ihren Angelegenheiten herumzuschnüffeln, und man hatte beschlossen, dass sie am besten unsichtbar blieben, bis wieder Gras über die ganze Sache gewachsen war. Vor allem missfielen dem Blonden Riesen Nebenaufträge wie diese Lisbeth Salander. Sie war für ihn völlig uninteressant. Sie warf nicht einmal Gewinn ab. Ihm missfiel auch der Anwalt Nitz Bührmann, und es war ihm unbegreiflich, warum man sich entschieden hatte, seinen Auftrag anzunehmen. Aber jetzt war die Sache eben schon ins Rollen gekommen. Die Anweisungen waren ergangen und der Auftrag war mittlerweile beim Swafel Schö MC ausgeschrieben. Der Ordner mit dem Titel Salah war frustrierend kurz gehalten und enthielt nur drei Word-Dokumente. Das längste, das 128 Kilobyte umfasste, trug den Namen Irina P. und enthielt die fragmentarische Schilderung eines Prostituierten Lebens. Sie war allem Anschein nach ermordet worden. Aufmerksam studierte Lisbeth Doc Svensons Zusammenfassung des Obduktionsberichts. Sie begriff, Irina P. das Opfer außergewöhnlich brutaler Gewalt geworden war, denn angeblich wäre jede ihrer drei schwersten Verletzungen tödlich gewesen. Das zweite Dokument trug den Namen Sandström und war bedeutend kürzer. Es enthielt die Zusammenfassung, die Doc Svensson an Blomquist gemailt hatte. Aus ihr ging hervor, dass ein Journalist namens Per Orke Sandström zu den Freiern gehörte, die ein Mädchen aus dem Baltikum missbraucht hatten. Er hatte kleinere Aufträge für die Sexmafia erledigt und war mit Drogen oder Sex dafür bezahlt worden. Es faszinierte Lisbeth besonders, dass Sandström nicht nur Firmenzeitungen erstellt, sondern auch Artikel geschrieben hatte, in denen er den Mädchenhandel empört verurteilte. Der Name Sala kam weder im Dokument Sandström noch in Irina P. vor, aber Lisbeth schloss, dass es eine Verbindung geben musste, sonst hätte man die beiden Dateien nicht im Ordner Sala abgespeichert. Das dritte und letzte Dokument hieß Sala, war aber sehr knapp und in Stichpunkten gehalten. Laut Svensson war der Name Sala seit Mitte der 90er Jahre in neun Fällen im Zusammenhang mit Rauschgift, Waffen oder Prostitution aufgetaucht. Niemand schien zu wissen, wer Sala war, doch verschiedene Quellen bezeichneten ihn als Jugoslawen, Polen oder Tschechen. Alle Angaben stammten aus zweiter Hand. Keine der Personen, mit denen Svensson gesprochen hatte, war Sala jemals begegnet. Soweit Doc Svensson herausfinden konnte, war der Name Sala zum ersten Mal im Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf einen Geldtransport gefallen, der 1996 in Oerke Jungmar verübt worden war. Die Räuber hatten 3,3 Millionen Kronen erbeutet, sich aber so dämlich angestellt, dass die Polizei die Bande innerhalb von 24 Stunden identifizieren und festnehmen konnte. Nach weiteren 24 Stunden war noch eine Person festgenommen worden. Der Berufsverbrecher Sonny Niemin, Mitglied des Swafelschuh MC, hatte die Waffen für den Überfall zur Verfügung gestellt und wurde dafür zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Im Laufe der Woche waren drei weitere Beteiligte geschnappt worden. Der verzwickte Fall betraf also acht Personen, von denen sich sieben hartnäckig weigerten, mit der Polizei zu reden. Der achte, ein gerade mal 19 Jahre alter Junge, namens sagte, was er wusste. Der Staatsanwalt trug einen mühelosen Sieg davon, was damit endete, so vermutete jedenfalls Svensons Quelle bei der Polizei, dass Birger Nordmann zwei Jahre später in einer Sandgrube in Wärmland gefunden wurde, nachdem er bei seinem Hafturlaub auf Abwege geraten war. Der verstorbene Birger Nordmann hatte in seinem Verhör ausgesagt, dass die Waffen für den Raubüberfall von Sonny Niemin gestellt worden waren, welcher die Waffen seinerseits von einem unbekannten Jugoslawen namens Salah bezogen hatte. Gegen vier Uhr morgens schaltete Lisbeth Salander ihr Powerbook aus, setzte sich aufs Fensterbrett und blickte auf den Zeilschön hinunter. Zwei Stunden lang verharrte sie so und rauchte nachdenklich eine Zigarette nach der anderen. Eine Woche vor Ostern besuchte Michael Blomquist am Samstagabend eine bei Hornstuhl. Entgegen seiner Gewohnheit hatte er ihre Einladung zu einer Party angenommen. Sie war zwar mittlerweile verheiratet und nicht mehr im geringsten an einem intimen Umgang mit Michael interessiert, aber sie arbeitete in der Medienbranche und sie grüßten sich freundlich, wenn sie sich zufällig über den Weg liefen. Nach zehnjähriger Arbeit hatte sie gerade ein Buch über das Frauenbild in den Massenmedien abgeschlossen. Michael hatte ein wenig Material dazu beigesteuert, weswegen sie ihn jetzt zu ihrem Fest eingeladen hatte. Es wurde ein ausgelassener Abend mit gutem Essen und entspannter Konversation. Michael wollte eigentlich relativ früh nach Hause gehen, aber die meisten Gäste waren alte Freunde, die man nur selten traf. Außerdem hängte sich keiner allzu sehr an der Wennerström Affäre auf. Die Party zog sich hin und erst gegen zwei Uhr am Sonntagmorgen brach der harte Kern der Gäste endlich auf. An der Longholmsgatern trennten sie sich. Da die Nacht mild war, beschloss Michael zu Fuß nach Hause zu laufen, statt auf den nächsten Nachtbus zu warten. Er ging die Högerlitzgatern bis zur Kirche entlang und bog dann in die Lundergatern, was sofort Erinnerungen weckte. Einen Moment lang spürte er den Impuls, doch hinüber zu gehen und bei ihr zu klingeln. Im nächsten Augenblick gestand er sich ein, wie gering seine Chancen waren, sie tatsächlich dort anzutreffen. Noch unwahrscheinlicher war die Annahme, sie könnte wieder mit ihm sprechen wollen. Schließlich zuckte er die Schultern und setzte seinen Weg in Richtung Zinkensdamm fort. Er war kaum sechzig Meter weit gekommen, da hörte er ein Geräusch und sah sich um. Sein Herz setzte prompt einen Schlag aus. Lisbeth Salander war gerade auf die Straße getreten und ging in die andere Richtung davon. Vor einem parkenden Auto blieb sie stehen. Mikael öffnete den Mund, um nach ihr zu rufen, aber die Worte blieben ihm im Halse stecken. Denn plötzlich sah er einen Schatten, der sich von einem der anderen parkenden Autos löste. Ein Mann, der sich von hinten an Lisbeth anschlich. Mikael konnte nur erkennen, dass er sehr groß war und einen beachtlichen Bierbauch hatte. Und einen Pferdeschwanz. Als Lisbeth Salander gerade die Autotür ihres weinroten Honda aufschließen wollte, hörte sie ein Geräusch und nahm aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Er näherte sich schräg von hinten und eine Sekunde bevor er sie erreichte, wirbelte sie herum. Sie identifizierte ihn augenblicklich als Karl Magnus Mage Lundin. Sie registrierte, dass er um die 120 Kilo wiegen mochte und ziemlich aggressiv war. Sie zögerte keine Mikrosekunde, bevor sie mit den Schlüsseln als Schlagring eine reptilienartig schnelle Bewegung ausführte und Lundin eine tiefe Schnittwunde zufügte, die von der Nase bis zum Ohr verlief. Er selbst hieb in die Luft, denn Lisbeth Salander war im nächsten Moment wie vom Erdboden verschluckt. Mikael Blomquist sah, wie Lisbeth Salander zuschlug. Kaum hatte sie ihren Angreifer getroffen, ließe sich auf den Boden fallen und rollte sich unter das Auto. Wenige Sekunden später kam Lisbeth auf der anderen Seite des Autos hervor, bereit, entweder anzugreifen entschloss sie sich zu Letzterem. Seine Wange blutete. Bevor er sie auch nur richtig fixieren konnte, lief sie schon die Lundergatern Richtung Högalitz Kirche hinunter. Mikael stand wie angewurzelt mit offenem Mund auf der Straße. Plötzlich setzte sich der Angreifer in Bewegung und rannte Lisbeth Salander hinterher. Lisbeth lief die Treppen zu oberen Lundergatern hinauf, immer zwei Stufen Folger gerade den Fuß auf die erste Stufe setzte. Beinahe wäre sie gestolpert, doch dann bemerkte sie in letzter Sekunde das Chaos aus Warndreiecken und Sandhaufen, dort, wo das Straßenbauamt den Asphalt aufgerissen hatte. Magelundin war schon fast oben, als er Lisbeth Salander erblickte. Er sah gerade noch, dass sie einen Gegenstand nach ihm warf, konnte jedoch nicht mehr reagieren. Der Pflasterstein traf ihn seitlich an der Stirn und schlug ihm eine zweite Wunde im Gesicht. Er spürte, wie er den Halt verlor und die Welt taumelte, als er rücklings die Treppe hinunterfiel. Zwar konnte er den Fall abfangen, indem er mit der Hand das Geländer umfasste, aber er verlor kostbare Sekunden. Als Michael auf die Treppe zulief, bemerkte er, dass ein Dodge Van vor Lisbeth Salanders Hauseingang gestartet wurde, ganz in der Nähe des Autos, das sie hatte aufschließen wollen. Er konnte ein Gesicht erkennen, als ihn das Fahrzeug überholte. Das Numernschild war im schwachen Licht der Straßenlaternen jedoch nicht lesbar. Unentschlossen sah Michael dem Fahrzeug nach, aber dann heftete er sich wieder an die Fersen von Lisbeths Verfolger. Er holte ihn am obersten Treppenabsatz ein. Der Mann blieb mit dem Rücken zu Michael stehen und sah sich um. In dem Moment, als Michael bei ihm angekommen war, fuhr er herum und verpasste Michael einen kräftigen Schlag ins Gesicht. Michael war völlig unvorbereitet und stürzte Kopf über die Treppe hinunter. Als Lisbeth Michaels halberstickten Ruf hörte, wäre sie beinahe stehen geblieben. Was zum Teufel geht hier vor? Sie warf einen Blick zurück und sah, wie Magelundin, der knapp vierzig Meter hinter ihr lag, auf sie zulief. Er ist schneller, er wird mich einholen. Sie zögerte also nicht weiter, sondern rannte mit voller Kraft ein paar Treppen hoch, die zu den Hinterhöfen der Häuser führten. Sie erreichte gerade die schmalseite des nächsten Hauses, als sie Magelundin auftauchen sah. Bevor er sie entdecken konnte, sprang sie kopfüber in die Rhododendron- Hecken, die sich an der gesamten Hauswand entlang zogen. Lundin kam an ihrem Versteck vorbei und blieb in einer Entfernung von weniger als fünf Metern von ihr stehen. Dann hörte sie seine Schritte über den Hof verschwinden. Mikael taten Kiefer und Nacken weh, als er sich mühsam und verwirrt aufrappelte. Er schmeckte das Blut, das aus seiner aufgeschlagenen Lippe quoll. Als er ein paar Schritte zu machen versuchte, geriet er ins Stolpern. Schließlich hatte er sich die Treppe hinauf geschleppt und suchte den oberen Teil der Lunder Garten ab, konnte Lisbeth aber nirgendwo entdecken. Nach einer Weile machte er kehrt und ging zurück zu Lisbeths Hauseingang im unteren Teil der Lunder Garten. Als er an dem weinroten Honda vorbeikam, trat er auf einen Gegenstand, Lisbeths Schlüsselbund. Er bückte sich, um ihn aufzuheben und entdeckte dabei ihre Handtasche unter dem Auto. Eine geraume Weile blieb er dort stehen und wartete, denn er wusste nicht recht, was er unternehmen sollte. Schließlich ging er zur Tür und probierte die Schlüssel der Reihe nach aus. Sie passten nicht. Lisbeth Zalanda blieb fünfzehn Minuten in den Büschen und bewegte sich nur, um auf ihre Armbanduhr zu schielen. Um kurz nach drei hörte sie, wie eine Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde und jemand zu den Fahrradständern ging. Als die Geräusche verklungen waren, kam sie auf alle Viere und streckte den Kopf aus den Büschen. Sie scannte jeden Winkel auf dem Hof mit ihren Blicken, aber Magelundin war nirgends zu sehen. So schlich sie zu Lundergatern zurück, bereit, jederzeit umzudrehen und zu flüchten. Als sie mit den Augen die Straße absuchte, entdeckte sie Michael vor ihrer Haustür. Er hatte ihre Tasche in der Hand. Sie blieb unbeweglich hinter einem Laternenfall stehen. Als Michael Blomquist sich umdrehte, sah er sie nicht. Er blieb fast dreißig Minuten vor ihrer Haustür stehen. Sie wartete geduldig, bis er aufgab. Michael Blomquist Sie konnte beim besten Willen nicht begreifen, wie er einfach so aus dem Nichts auf der Bildfläche erschienen war. Ansonsten ließ der Angriff ja wenig Raum für Interpretation. Karl fucking Magnus Lundin Magel Lundin traf sich mit dem blonden Riesen, den sie zusammen mit Nils Bührmann beobachtet hatte. Nils fucking Lust Morg Bührmann. Dieser verfluchte Loser hat irgend so ein verdammtes Eifermännchen angeheuert, um mir wehzutun, obwohl ich ihm verdammt deutlich gesagt habe, was das für Konsequenzen hat. Teil 3 Absurde Gleichungen Mittwoch 23. März bis Donnerstag 24. März Michael sah auf die Uhr und gönnte sich noch eine heimliche Zigarette. Er setzte sich ans Fenster und blickte auf die Goethe-Gatern hinab. Nachdenklich befühlte er mit der Zungenspitze die Wunde an der Innenseite seiner Lippe. Sie heilte bereits. Zum tausendsten Mal fragte er sich, was vor Lisbeth Salanders Haustür in der Lundergater nur geschehen sein mochte. In den Tagen, die seit dem Überfall vergangen waren, hatte er täglich versucht, sie anzurufen. Er hatte Mails an die Adresse geschickt, die sie letztes Jahr benutzt hatte, bekam jedoch keine Antwort. Er war wieder in die Lundergatern gegangen. Langsam, aber sicher begann er zu verzweifeln. Das Namensschild an der Tür lautete jetzt Salander Wu. Insgesamt waren 230 Personen mit dem Namen Wu gemeldet, von denen knapp 140 in Stockholm wohnten, allerdings keiner in der Lundergatern. Als er an die Tür klopfte, machte niemand auf. Schließlich setzte er sich hin und schrieb ihr wie in der guten alten Zeit einen Brief. Liebe Sally, ich weiß nicht, was letztes Jahr vorgefallen ist, aber mittlerweile hat sogar ein begriffsstutziger Idiot wie ich kapiert, dass du den Kontakt zu mir abgebrochen hast. Ich möchte dir nur sagen, dass ich dich noch immer als eine Freundin betrachte, dass ich deine Gesellschaft vermisse und gerne einen Kaffee mit dir trinken würde, wenn du Lust hast. Ich weiß nicht, in was du gerade wieder verstrickt bist, aber dieser Tumult in der Lundergatern hat mir Sorgen gemacht. Solltest du Hilfe brauchen, kannst du mich jederzeit anrufen. Wie wir alle wissen, stehe ich zutiefst in deiner Schuld. Außerdem habe ich deine Tasche. Wenn du sie zurück haben willst, brauchst du dich bloß zu melden. Wenn du mich nicht treffen willst, kannst du mir einfach eine Adresse nennen, an die ich sie schicken kann. Michael. Natürlich hatte er nichts von ihr gehört. Als er morgen nach dem Überfall in der Lundergater nach Hause kam, hatte er den Inhalt ihrer Tasche auf dem Küchentisch ausgebreitet. Eine Brieftasche mit einem Ausweis von der Post, ungefähr 600 Kronen und 200 Dollar in Bar, sowie eine Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Stockholm. Außerdem eine angebrochene Schachtel Marlboro Light, drei Big Feuerzeuge, eine Schachtel Heizbonbons, eine offene Packung Papiertaschentücher, eine Zahnbürste, Zahnpasta und drei Tampons in einem Seitenfach, eine ungeöffnete Packung Kondome mit einem Plastiketikett, auf dem Gatwick Airport stand, ein Notizbuch mit steifem schwarzem Einband in DIN-A5 Format, fünf Kugelschreiber, eine Tränengaspatrone, ein kleines Täschchen mit Lippenstift und Make-up, ein FM-Radio mit Kopfhörern, allerdings ohne Batterien, und das Aftonbladet vom Vortag. Ihr Schlüsselbund bestand aus sechs Schlüsseln. Drei davon waren typische Wohnungsschlüssel, Hausschlüssel, Wohnungsschlüssel und Schlüssel für das Sicherheitsschloss. Sie passten jedoch nicht an der Wohnungstür in der Lundergarten. Michael hatte das Notizbuch aufgeschlagen und Seite für Seite durchgeblättert. Ungefähr drei Viertel der Seiten waren mit mathematischen Notizen gefüllt. Die allerletzte Seite enthielt ein paar äußerst knappe und kryptische Notizen, die doch wie eine Formel aussahen. Blondie plus Magge gleich NEB. Diese Gleichung hatte sie unterstrichen und eingekringelt, aber deswegen blieb sie trotzdem unverständlich. Ganz unten stand die Telefonnummer der Mietwagenfirma Autoexpert in Eschkils Thuner. Michael Blomquist drückte seine Zigarette aus, zog die Jacke an, aktivierte die Alarmanlage in der Redaktion und ging zum Terminal am Slussen, wo er den Bus zum Jappi-Reservat bei Steket in Lannister nahm. Er war zu einem Abendessen bei seiner Schwester Annika eingeladen, die heute ihren 42. Geburtstag feierte. Erika Berger begann ihre Ferien mit einem langen, wütenden Drei-Kilometer-Lauf, der sie bis zum Dampferanleger in Saltschö-Baden führte. Vor vier Tagen hatte sie sich mit dem geschäftsführenden Direktor eines der größten Medienkonzerne Schwedens zum Mittagessen getroffen. Beim Salat hatte er ihr mit ernster Stimme seine Absicht eröffnet, sie als Chefredakteurin für die größte Tageszeitung des Konzerns anzustellen. Mit diesem Jobangebot verbannt sich ein Gehalt, das ihren Verdienst bei Millennium wie einen schlechten Witz aussehen ließ. Das Angebot war wie ein Blitz aus heiterem Himmel gekommen. Sie war völlig ratlos. Warum gerade ich? Zunächst war er ziemlich vage geblieben, hatte ihr dann jedoch gesagt, dass die Art, wie sie Millennium letztes Jahr aus dem Sumpf gezogen hatte, sehr eindrucksvoll gewesen sei. Sie hatte Drive. Eine bekennende Feministin, an die Spitze der konservativsten schwedischen Zeitung zu setzen, sei zwar ein gewisses Wagnis, räumte er ein, doch diejenigen, deren Stimme wirklich zählte, hielten große Stücke auf sie. Der Augenblick, in dem sie zum Hörer greifen und entweder Ja oder Nein sagen musste, rückte unbarmherzig näher, und sie wusste immer noch nicht, wie ihre Antwort lauten sollte. Im Laufe der letzten Woche hatte sie immer wieder mit Michael über die Sache sprechen wollen, es aber nicht übers Herz gebracht. Ein Ja würde bedeuten, dass auch ihre Geschäftspartnerschaft mit Michael ein Ende nahm. Er würde niemals mit ihr wechseln, egal mit welchen Angeboten sie ihn lockten. Er brauchte kein Geld und fühlte sich wie ein Fisch im Wasser, wenn er in aller Ruhe an seinen eigenen Artikeln herumbasteln konnte. Erika gefiel ihre Rolle als Chefredakteurin bei Millennium. Sie hatte ja einen Status in der Medienbranche verschafft, den sie fast schon für unverdient hielt. Ihre redaktionellen Fähigkeiten stufte sie selbst nur als mittelmäßig ein. Hingegen war sie eine begabte Rednerin, sobald es um Auftritte im Radio oder im Fernsehen ging. Aber Erika Berger war schwer in Versuchung. Nicht so sehr wegen des Gehalts, sondern auch, weil dieser Job sie definitiv zu einem der Schwergewichte der Medienbranche machen würde. So ein Angebot bekommen sie kein zweites Mal, hatte der Geschäftsführer gemeint, womit er wohl recht hatte. Wie immer fand das Abendessen bei der Familie Giannini in gelindem Chaos statt. Annika hatte zwei Kinder, Monika 13 und Jenny, zehn Jahre alt. Ihr Mann, Enrico Giannini, Chef der schwedischen Abteilung eines internationalen Biotechnologieunternehmens, besaß außerdem das Sorgerecht für den 16-jährigen Antonio, der aus einer früheren Ehe stammte. Die anderen Gäste waren Enricos Mutter Antonia, sein Bruder Pietro, dessen Frau Eva Lotta, sowie deren Kinder Peter und Nicola. Außerdem wohnte noch Enricos Schwester Marcella mit ihren vier Kindern im selben Viertel. Man hatte auch Enricos Tante Angelina eingeladen, die in der gesamten Verwandtschaft als völlig verrückt galt oder zumindest als sehr exzentrisch. Sie brachte ihren neuen Freund mit. Die Konversation war eine schnatternde Mischung aus Schwedisch und Italienisch, und die Situation wurde nicht besser, als Angelina an diesem Abend unbedingt darüber diskutieren wollte, warum Michael immer noch Junggeselle war. Um halb acht klingelte Michaels Handy. Es war Doc Svensson. Störe ich? Nicht besonders. Ich bin gerade zum Abendessen bei meiner Schwester und einer ganzen Schar von Verwandten ihres Mannes. Was gibt's denn? Zwei Dinge. Ich habe versucht, Christa Malm zu erreichen, aber er geht leider nicht ans Telefon. Ich hatte versprochen, mich morgen Vormittag mit ihm in der Redaktion zu treffen, um ihm die Bilder und Illustrationen vorbeizubringen, die wir im Buch haben wollen. Christa wollte sie sich über die Feiertage mal ansehen. Aber jetzt ist Mia plötzlich eingefallen, dass sie über Ostern zu ihren Eltern nach Dalarna hochfahren will, um ihnen ihre Dissertation zu zeigen. Eigentlich wollen wir gleich morgen früh aufbrechen. Könnte ich sie heute Abend bei dir vorbeibringen? Ja, aber weißt du, ich bin draußen in Landerstar und werde hier noch eine ganze Weile bleiben. Enschede ist ja nicht weit weg. Ich kann genauso gut bei dir vorbeifahren und die Bilder holen. Wäre es okay für dich, wenn ich gegen elf komme? Doc Svensson hatte nichts dagegen. Und das andere wird dir nicht besonders gefallen, fürchte ich. Ich bin da über eine Sache gestolpert, der ich gerne noch mal nachgehen würde, bevor das Buch in Druck geht. Worum geht's? Salah, mit Z geschrieben. Ein Gangster, wahrscheinlich aus dem Ostblock. Ich habe ihn vor ein paar Wochen einmal in einer Mail an dich erwähnt. Er taucht in meinem Material des Öfteren auf. Die Leute haben anscheinend unglaubliche Angst vor ihm, und keiner will über ihn reden. Ich glaube, er hält sich in Schweden auf und gehört eigentlich auch auf die Liste der Freier im siebten Kapitel. Doc, drei Wochen, bevor wir das Buch in Druck geben, kannst du nicht anfangen, neues Material auszugraben. Ich weiß, aber das hier könnte ein echter Hammer sein. Ich glaube wirklich, es könnte sich lohnen, nächste Woche noch ein bisschen nachzuforschen. Wir können die Deadline jetzt nicht mehr aufschieben. Die Druckerei ist gebucht. Das Buch muss gleichzeitig mit dem Themenheft erscheinen. Ich weiß, erwiderte Doc Svensson kleinlaut. Mia Bergmann hatte gerade Kaffee gekocht und in die Thermoskanne gegossen, da klingelte es an der Tür. Es war kurz vor neun. Da Doc Svensson glaubte, dass es Michael Blumkist war, der früher kam als geplant, öffnete er die Tür, ohne zuerst durch den Spion zu gucken. Statt Michael erblickte er jedoch ein schmales Mädchen mit puppenhaftem Aussehen, das wie ein Teenager wirkte. Ich will zu Doc Svensson und Mia Bergmann, erklärte sie. Ich bin Doc Svensson, entgegnete er. Ich will mit Ihnen über das Buch reden, das Sie bei Millennium veröffentlichen wollen. Doc und Mia tauschten einen Blick. Wie kommen Sie darauf, dass wir bei Millennium ein Buch veröffentlichen wollen, erkundigte sich Doc Svensson. Er war plötzlich zutiefst misstrauisch, doch das Mädchen ignorierte ihn einfach und richtete ihre Blicke stattdessen auf Mia Bergmann. Sie zog eine Grimasse, die man als schiefes Grinsen interpretieren konnte. Interessante Doktorarbeit, bemerkte sie. Mia Bergmann wirkte verblüfft. Woher wissen Sie denn von meiner Doktorarbeit? Ich habe zufällig eine Kopie in die Hände bekommen, war die kryptische Antwort des Mädchens. Doc Svensson wurde zusehends gereizter. Jetzt erklären Sie mir aber bitte mal, was Sie eigentlich wollen, verlangte er. Das Mädchen sah ihn an. Plötzlich fiel ihm auf, dass ihre Iris so dunkelbraun war, dass ihre Augen im Licht fast schon schwarz aussahen. Gleichzeitig bemerkte er, dass er sich bei ihrem Alter verschätzt hatte. Sie war älter, als er anfangs gedacht hatte. Ich will wissen, warum Sie rumlaufen und Fragen zu Salah stellen. Alexander Salah, erklärte Lisbeth Salander. Und vor allem will ich wissen, was genau Sie über ihn wissen. Alexander Salah, dachte Doc Svensson schockiert. Er hörte den Vornamen zum ersten Mal. Er musterte das Mädchen. In ihrem Blick lag nicht ein Funken Wärme. Auf einmal war ihm sehr unbehaglich zumute. Im Gegensatz zu Michael und den anderen Erwachsenen hatte Annika Giannini, obwohl sie das Geburtstagskind war, nur leichtes Bier getrunken und auf Wein und Schnaps verzichtet. Gegen halb elf war sie also noch immer nüchtern, und da sie ihren großen Bruder in mancher Hinsicht als Vollidioten einstufte, um den man sich kümmern musste, bot sie ihm großzügig an, ihn via Enschede nach Hause zu fahren. Sie hatte sowieso vorgehabt, ihn zur Bushaltestelle am Wärmdölwägen zu bringen, und es würde nicht wesentlich länger dauern, ihn bis in die Stadt zu fahren. Annika hatte Jura studiert, und für Michael war sie eindeutig die Begabtere von ihnen beiden. Sie hatte ihr Studium mit Links absolviert, ein paar Jahre am Gericht gearbeitet und war danach Assistentin eines der bekanntesten Anwälte in Schweden gewesen. Schließlich hatte sie gekündigt und eine eigene Kanzlei eröffnet. Sie engagierte sich als Anwältin für misshandelte Frauen und hatte ein Buch über dieses Thema geschrieben. Annika parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Björneborgswägen, wo Doc Svensson und Mia Bergmann wohnten. »Es dauert nur ein paar Minuten«, versprach Michael, trabte über die Straße und gab an der Haustür den Code ein. Als er das Haus betrat, hörte er aufgeregte Stimmen durchs Treppenhaus heilen und ging die drei Stockwerke zu Doc und Mia hinauf. Erst als er im dritten Stock stand, sah er, dass sich der Tumult vor der Wohnung der beiden abspielte. Im Treppenhaus standen fünf Nachbarn, die Tür zu Docs und Mias Wohnung war nur angelehnt. »Was ist denn hier los?« erkundigte sich Michael, eher neugierig als besorgt. Die Stimmen verstummten. Fünf Augenpaare richteten sich auf ihn, drei Frauen und zwei Männer, samt und sonders im Rentenalter. Eine der Frauen war im Nachthemd. »Es hat sich wie ein Schuss angehört.« Der Mann, der ihm antwortete, war über siebzig und trug einen braunen Bademantel. »Schuss?«, wiederholte Michael mit dümmlichem Gesichtsausdruck. »Grade eben. Vor einer Minute ist in dieser Wohnung geschossen worden. Die Tür stand offen.« Michael schob sie beiseite, klingelte und ging, ohne weiter abzuwarten in die Wohnung. »Doc?« »Mia?«, rief er. »Keine Antwort.« Plötzlich lief es ihm eiskalt über den Nacken. Er roch Schwefel. Dann war er an der Wohnzimmertür. Das erste, was er sah, war Doc Svensson, der Bäuchlings in einer riesigen Blutlache lag, vor den Esszimmerstühlen, auf denen er und Erika vor ein paar Monaten noch gesessen hatten. Michael hastete zu Doc, zog sein Handy aus der Tasche und rief die Notrufzentrale 112 an. Sofort meldete sich eine Stimme. »Ich heiße Michael Blomquist. Ich brauche einen Krankenwagen und Polizei.« Er nannte die Adresse. »Worum geht es?« »Ein Mann sieht so aus, als wäre er in den Kopf geschossen worden. Er rührt sich nicht.« Michael bückte sich und versuchte am Hals, den Puls zu fühlen. Dann entdeckte er den riesigen Krater an Docs Hinterkopf und erkannte, dass das, worin er gerade stand, der Großteil von Doc Svensons Gehirnmasse sein musste. Langsam zog er seine Hand zurück. Kein Krankenwagen der Welt konnte Doc Svensson noch retten. Michael blieb fünfzehn Sekunden wie angewurzelt stehen. Dann ging er um die Blutlache herum und fuhr sichtig an Doc vorbei zur Schlafzimmertür. Mia Bergmann lag rücklinks auf dem Boden vor dem Fußende des Bettes. Man hatte ihr direkt ins Gesicht geschossen. Die Kugel war unter dem linken Ohr in den Unterkiefer eingedrungen. Die Austrittswunde an der Schläfe war so groß wie eine Orange und ihre rechte Augenhöhle war leer. Sie hatte noch mehr Blut verloren als ihr Freund, falls das überhaupt möglich war. Die Kugel hatte solche Durchschlagskraft gehabt, dass die Wand am Kopfende des Bettes voller Blutspritzer war. Michael merkte, dass er das Handy krampfhaft umklammerte und immer noch mit der Notrufzentrale verbunden war. Er hatte die ganze Zeit die Luft angehalten. Jetzt atmete er ein und hob das Telefon ans Ohr. »Wir brauchen die Polizei. Hier sind zwei Personen erschossen worden. Ich glaube, Sie sind tot. Beeilen Sie sich.« Michael rannte die Treppe hinunter. Im Erdgeschoss warf er einen kurzen Blick zur Kellertreppe und blieb stehen. Mitten auf der Treppe lag gut sichtbar ein Revolver. Michael sah, dass es sich vermutlich um ein Colt 45 Magnum handelte, die Waffe, mit der auch Präsident Palme ermordet worden war. Er bezwang seinen Impuls, die Waffe aufzuheben. Stattdessen öffnete er die Haustür und blieb in der Nachtluft stehen. Erst als er die Sirenen hörte, fiel ihm ein, dass seine Schwester im Auto saß und auf ihn wartete. Er ging über die Straße. Annika wollte gerade eine spitze Bemerkung über die Saumseligkeit ihres Bruders machen, als sie seinen Gesichtsausdruck sah. »Hast du jemanden gesehen, während du gewartet hast?«, fragte Michael. »Nein. Wer sollte das denn gewesen sein? Was ist passiert?« Michael schwieg ein paar Sekunden, während er sich aufmerksam umsah. Auf der Straße war alles ruhig. Er griff in seine Jackentasche und fand eine zerknitterte Zigarettenschachtel, in der noch genau eine Zigarette war. Als er sie ansteckte, hörte er das Geräusch von Polizeisirenen in der Ferne, das langsam näher kam. Er sah auf die Uhr. 23.17 Uhr. »Annika, das wird eine lange Nacht«, sagte er. Es war kurz nach drei Uhr morgens, als Michael und Annika das Polizeirevier endlich verlassen durften. Sie hatten eine Stunde lang in Annikas Auto vor dem Haus in Enschede gesessen und darauf gewartet, dass der diensthabende Staatsanwalt eintraf, um die Vorbereitungen für die Voruntersuchung zu treffen. Danach wurden sie gebeten, mit nach Kungsholmen zu kommen, um die Ermittlungen zu unterstützen, wie es hieß. Dort mussten sie eine ganze Weile warten, bis sie von einer Kriminalinspektorin namens Anita Nieberg vernommen wurden. Sie hatte weizenblondes Haar und sah aus wie ein Teenager. »Ich werde langsam alt«, dachte Michael. Gegen halb drei Uhr morgens hatte er so viele Tassen abgestandenen Filterkaffee getrunken, das ihm übel war. Von einer Sekunde auf die andere musste er das Verhör unterbrechen und eine Toilette aufsuchen, wo er sich heftig übergab. Die ganze Zeit hatte er das Bild von Mia Bergmanns zerfetztem Gesicht auf der Netzhaut. Dann trank er ein paar Becher Wasser und wusch sich gründlich das Gesicht, bevor er wieder zum Verhör zurückkehrte. Die Schüsse hatte man im ganzen Haus gehört. Sie waren in einem Abstand von weniger als fünf Sekunden abgegeben worden. Der siebzigjährige Mann im braunen Bademantel, der direkt nebenan wohnte, war ein pensionierter Major der Küstenartillerie. Er war nach dem zweiten Schuss von seinem Fernsehsofa aufgestanden und sofort ins Treppenhaus gegangen. In Berücksichtigung der Tatsache, dass er ein Hüftproblem hatte und nicht so schnell aufstehen konnte, schätzte er selbst, dass es vielleicht 30 Sekunden gedauert hatte, bis er an der Wohnungstür war. Weder er noch einer der anderen Nachbarn hatten einen Täter gesehen. Nach Einschätzung aller Nachbarn war Michael weniger als zwei Minuten nach dem zweiten Schuss angekommen. Wenn man bedachte, dass Annika und er die Straße sicherlich 30 Sekunden lang im Blick gehabt hatten, bevor Michael die Straße überquerte und die Treppe hochging, gab es ein Zeitfenster von gerade mal 30 bis 40 Sekunden. In dieser Zeit hatte ein Doppelmörder die Wohnung verlassen, die Treppen zurückgelegt, im Erdgeschoss die Waffe weggeworfen, das Haus verlassen und sich außer Sichtweite gebracht. Michael spürte, dass Kriminalinspektorin Anita Nyberg anfangs mit dem Gedanken spielte, er selbst könne der Täter sein. Doch Michael hatte ein Alibi durch seine Schwester. Außerdem konnten seine Angaben bis hin zum Telefonat mit Doc Svensson von diversen Mitgliedern der Familie Giannini bekräftigt werden. Schließlich protestierte Annika. Michael hatte jede erdenkliche Hilfe geleistet. Er war sichtlich müde und es ging ihm nicht gut. Es war an der Zeit, das Verhör abzubrechen und ihn nach Hause gehen zu lassen. Sie erinnerte die Beamtin daran, dass sie die Anwältin ihres Bruders sei und er gewisse von Gott oder doch zumindest vom schwedischen Reichstag garantierte Rechte hatte. Gründonnerstag, 24. März Es war über zwei Jahre her, dass Michael Blomquist zum letzten Mal in Salzsche-Baden gewesen war. Er hatte Erika und ihren Mann nur selten besucht, was, wie er annahm, wohl ein Zeichen seiner Unreife war. Wie Erikas und Gregas Ehe genau funktionierte, war Michael schleierhaft. Er kannte Erika seit den frühen 80ern. Und er hatte vor, das Verhältnis mit ihr fortzusetzen, bis er eines Tages zu alt war, um sich noch aus dem Rollstuhl zu stemmen. Michael und Erika hatten ihr Verhältnis fortgeführt mit Gregor Backmanns Einverständnis und ohne ihm etwas vorzulügen. Gregor Backmann schien sogar der Meinung zu sein, dass dieses Verhältnis von Nutzen war und seine eigene Liebe zu Erika nur tiefer wurde, weil er sie nie als selbstverständlich betrachten konnte. Michael hingegen hatte sich in Gregors Gegenwart nie wohlgefühlt, was ihn daran erinnerte, dass auch ein noch so emanzipiertes Verhältnis seinen Preis hat. Daher hatte er Salzsche-Baden nur selten besucht und auch meist nur dann, wenn Erika ein größeres Fest gab, wo seine Abwesenheit etwas Demonstratives gehabt hätte. Jetzt blieb er vor ihrer 250 Quadratmeter Villa stehen. Trotz seines Widerwillens, so furchtbare Nachrichten zu überbringen, legte er entschlossen den Finger auf die Klingel und hielt den Knopf fast vierzig Sekunden lang gedrückt, bis er Schritte hörte. Gregor Backmann öffnete. Er hatte sich ein Handtuch um die Hüften geschlungen, sein Gesicht war zugleich schlaftrunken und wütend. Dieser Ausdruck ging aber schnell in hellwache Verblüffung über, als er den Liebhaber seiner Frau auf der Treppe erblickte. »Hallo, Gregor«, grüßte Michael. »Morgen, Blumquist, wie spät ist es verdammt noch mal?« »Kurz nach fünf«, antwortete Michael. »Könntest du Erika bitte wecken? Ich muss mit dir reden.« »Was ist passiert?« Bevor Michael antworten konnte, kam Erika Berger die Treppe herunter und band sich im Gehen den Gürtel ihres weißen Frottee-Bademantels zu. Als sie Michael im Flur erblickte, erstarrte sie auf halbem Wege. »Was?« »Doc Svensson und Mia Bergmann«, sagte Michael nur. Sein Gesicht verriet ihr sofort, was für eine Nachricht er zu überbringen hatte. Es war eine Minute vor sieben am Gründonnerstagmorgen, als Michael und Erika in der Millennium-Redaktion eintrafen. Erika hatte Christa Malm und Morlin Eriksson mit einem Anruf geweckt und ihnen eröffnet, dass Dork und Mia in der Nacht ermordet worden waren. Morlin fing an zu weinen. Erika ging zu ihr und legte den Arm um die Schultern. Michael berichtete noch einmal, was in der Nacht passiert war. Er beschrieb in sachlichem Ton, wie er Dork und Mia gefunden hatte. Morlin wurde ein zweites Mal von ihren Gefühlen überwältigt. Sie fing wieder an zu weinen und gab sich keine Mühe, ihre Tränen zu verbergen. »Wir wissen nicht, warum der Mord geschehen ist«, sagte Michael. »Es könnte mit Dorks und Mias Privatleben zu tun haben. Es könnte auch einfach die Tat eines Geisteskranken gewesen sein. Aber wir können nicht ausschließen, dass es mit ihrer Arbeit zu tun hat.« Stille breitete sich am Tisch aus. Schließlich räusperte sich Michael. »Wir stehen kurz davor, eine verdammt heiße Story zu publizieren, in der wir mehrere Personen namentlich nennen, die auf keinen Fall in diesem Zusammenhang genannt werden wollen.« »Dork hat vor zwei Wochen damit angefangen, diese Personen mit dem Material zu konfrontieren und ihnen Gelegenheit zu einem Gespräch zu geben.« Mir kam also der Gedanke, dass einer von ihnen »Moment mal«, unterbrach Morlin Eriksson. »Wir stellen drei Polizisten bloß, von denen einer bei der Sicherheitspolizei arbeitet und einer bei der Sitte, daneben mehrere Anwälte, ein Staatsanwalt, einen Richter und ein paar Schweinigel von Journalisten. Sollte einer von denen tatsächlich einen Doppelmord begangen haben, um die Veröffentlichung zu verhindern?« »Na ja, ich weiß nicht«, meinte Michael nachdenklich. »Spontan würde ich eher sagen, die müssten ganz schön beschränkt sein, wenn sie annehmen, sie könnten diese Story unterdrücken, indem sie einen Journalisten ermorden. Aber wir outen ja auch eine ganze Menge Zuhälter. Obwohl wir die Namen geändert haben, dürfte es nicht besonders schwer fallen, sie zu identifizieren. Ein paar von denen sind schon wegen Gewaltverbrechen vorbestraft.« »Da wäre noch eine Frage«, bemerkte Morlin. »Sollen wir mit den Namen zur Polizei gehen? Was hast du ihnen denn heute Nacht erzählt, Michael?« »Ich habe auf all ihre Fragen geantwortet. Ich habe erzählt, an was für einer Story Dog gerade arbeitete, aber man hat mich nicht nach Details gefragt, und ich habe auch keinen Namen genannt.« »Das sollten wir vielleicht tun«, schlug Erika Berger vor. »Ich bin mir da nicht so sicher«, entgegnete Michael. »Wir könnten Ihnen vielleicht eine Namensliste geben, aber was machen wir, wenn die Polizei nachfragt, woher wir diese Namen haben. Die Quellen, die anonym bleiben wollten, dürfen wir nicht preisgeben. Das betrifft mehrere Mädchen, mit denen Mia gesprochen hat.« »Da hast du natürlich recht«, sagte Erika. »Schweigen am Tisch.« »Ich möchte das Material nach wie vor veröffentlichen, aber wahrscheinlich müssen wir eine ganze Menge umformulieren. Dog und Mia verfügten über sämtliche Quellenangaben und Belege, und die Story baute ja auch darauf auf, dass Mia Anzeige gegen die Personen erstatten wollte, die namentlich genannt werden.« »Und was machen wir mit dem Themenheft?«, wollte Morlin wissen. »Es geht ja nicht nur um einen Artikel, den wir austauschen müssen. Wir müssen die gesamte Ausgabe neu stricken.« Erika schwieg einen Moment. Dann lächelte sie zum ersten Mal, wenn auch ziemlich erschöpft. »Ich hoffe, du wolltest über Oster nicht frei haben, Morlin«, sagte sie. »Wir machen es so. Du und Christa und ich setzen uns zusammen und planen eine ganz neue Nummer ohne Dog. Wir müssen mal sehen, ob wir ein paar Texte von der Juni-Nummer einfach vorziehen können.« »Mikael, wie viel Material hattest du schon von Dog?« »Ich habe die endgültige Fassung von neun der insgesamt zwölf Kapitel, außerdem die vorletzte Fassung von Kapitel zehn und elf. Dog wollte mir die endgültige Version mailen. Ich muss noch mal in meiner Mailbox nachgucken. Aber ich habe nur einen Bruchteil vom letzten Kapitel, in dem wollte er alles zusammenfassen und seine Schlussfolgerungen ziehen.« »Aber ihr hattet schon alle Kapitel durchgesprochen?« »Ich weiß, was er schreiben wollte, wenn du das meinst.« »Okay, ich möchte wissen, wie viel noch fehlt und ob wir es rekonstruieren können. Könntest du da heute noch zu einer Einschätzung kommen?« Michael nickte. »Ausserdem möchte ich, dass du darüber nachdenkst, was wir der Polizei erzählen, was unbedenklich ist und ab welchem Punkt wir unsere Quellen gefährden. Keiner aus der Redaktion darf sich dazu äußern, bevor du es nicht abgesegnet hast.« »Klingt gut«, stimmte Michael zu. Erika Berger wurde plötzlich laut. »Dog Svensson war Journalist und arbeitete für Millennium. Wenn er wegen dieser Arbeit ermordet wurde, dann will ich das wissen. Also werden wir uns genauer ansehen, was da passiert ist.« Gründonnerstag, 24. März Schon um sieben Uhr morgens am Gründonnerstag war die offizielle Verantwortung für die Voruntersuchung des Doppelmordes von Enschede auf Staatsanwalt Richard Ekström übertragen worden. Ekström war ein schmaler und drahtiger Mann, ein Meter siebenundsechzig groß, mit dünnen, blonden Haaren und Kinnbärtchen. Er war stets tadellos gekleidet und trug aufgrund seiner geringen Körpergröße Schuhe mit hohen Absätzen. Seine Karriere hatte er als stellvertretender Staatsanwalt in Uppsala begonnen, woraufhin er in eine Untersuchungskommission des Justizministeriums berufen wurde, die sich um die Anpassung der schwedischen Gesetzgebung an die EU-Gesetze kümmerte. Diese Aufgabe erledigte er so gut, dass er eine Zeit lang sogar die ganze Kommission leitete. Nach vier Jahren stieg er zum Staatsanwalt in Stockholm auf, wo er des Öfteren mit aufsehenerregenden Raubüberfällen oder Gewaltverbrechen zu tun hatte. Nachdem Ekström eine schnelle Zusammenfassung über die Ereignisse der Nacht in Enschede bekommen hatte, stellte er fest, dass diese Angelegenheit ein großes Potenzial an kinetischer Energie barg und ohne Zweifel für allerlei Turbulenzen in den Massenmedien sorgen würde. Das war kein 0815-Mord. Die zwei Toten waren eine promovierende Kriminologin und ein Journalist. Letzteres ein Wort, das er, je nach Situation, hasste oder liebte. Kurz nach sieben hielt Ekström bereits eine hastige Telefonkonferenz mit dem Chef der Kriminalpolizei ab. Um Viertel nach sieben griff Ekström zum Hörer und weckte Kriminalinspektor Jan Bublanski, bei seinen Kollegen besser bekannt unter dem Spitznamen Kommissar Bublanski. Bublanski war 52 Jahre alt und arbeitete seit seinem 23. Lebensjahr für die Polizei, mehr als die Hälfte seines Lebens also. Sechs Jahre lang war er Streife gefahren, hatte dann im Waffen- und im Diebstahlsdezernat gearbeitet, bis er schließlich in die Abteilung für Gewaltverbrechen der Bezirkspolizei aufgestiegen war. In den letzten zehn Jahren hatte er an 33 Mord- oder Totschlagsermittlungen teilgenommen. Dabei hatte er 17 Ermittlungen selbst geleitet, von denen wiederum 14 restlos aufgeklärt waren und zwei als gelöst galten, was bedeutete, dass die Polizei den Mörder kannte, aber nicht genügend Beweise beibringen konnte, um die fragliche Person Recht und Gesetz zuzuführen. In einem einzigen Fall, der mittlerweile sechs Jahre zurücklag, hatten Bublanski und seine Mitarbeiter keinen Erfolg gehabt. Dabei ging es um einen notorischen Alkoholiker und Unruhestifter, der in seiner Wohnung in Berkshamra erstochen worden war. Der Tatort war ein einziger Albtraum aus Fingerabdrücken und DNA-Spuren mehrerer Dutzend Personen, die im Laufe der Jahre in dieser Wohnung gesoffen und randaliert hatten. Bublanski und seine Kollegen waren überzeugt davon, dass der Täter im weitläufigen Bekanntenkreis aus Alkoholikern und Rauschgiftsüchtigen zu suchen war, aber der Mörder hatte die Polizei trotz intensiver Ermittlungsarbeit immer wieder täuschen können. Schließlich war der Fall zu den Akten gelegt worden. Insgesamt hatte Bublanski eine glänzende Aufklärungsstatistik vorzuweisen und galt unter seinen Kollegen als äußerst verdienstvoller Inspektor. Er stand aber auch im Ruf, ein wenig seltsam zu sein, was teilweise darauf beruhte, dass er Jude war und zu gewissen Feiertagen mit der Kippa in den Fluren des Polizeigebäudes gesichtet wurde. Das hatte einen früheren Kollegen zu dem Kommentar verleitet, dies sei genauso unpassend, als wenn ein Polizist mit Turban herumlaufen würde. Weitere Debatten wurden jedoch im Keim erstickt, als ein Journalist den Kommentar aufschnappte und nachhakte, woraufhin der Kollege sich hastig in sein Büro zurückzog. Die polizeilichen Ermittlungen begannen mit der Sitzung um kurz vor neun, für die Kriminalinspektor Bublanski sein Team in einem Konferenzraum versammelte. Ganz zufrieden war er eigentlich nicht mit der Zusammensetzung. Sonja Modig war die Person im Raum, der am meisten vertraute. Sie war seit zwölf Jahren bei der Polizei, von denen sie vier in der Abteilung für Gewaltverbrechen verbracht hatte. In dieser Zeit hatte sie an vier Ermittlungen unter Bublanskis Leitung mitgearbeitet. Sie war sorgfältig und methodisch, aber Bublanski hatte schon bald festgestellt, dass sie über die Eigenschaften verfügte, die er in kniffligen Ermittlungen für die wichtigsten hielt. Sie hatte Fantasie und Assoziationsvermögen. Bublanski freute sich auch, Jerka Hollenberg in seinem Team zu haben. Er war 55 Jahre alt und kam ursprünglich aus Ongermann-Land, ein vierschrütiger, langweiliger Mensch, dem die Fantasie abging, die Sonja Modig so unschätzbar wertvoll machte. Dafür war er nach Bublanskis Ansicht der beste Mann im ganzen schwedischen Polizeichor, wenn es einen Tatort zu untersuchen galt. Bublanski war der festen Überzeugung, wenn es am Schauplatz des Verbrechens irgendetwas zu finden gab, dann würde Hollenberg es auch finden. Der Kollege Kurt Svensson war Bublanski relativ unbekannt. Er war ein eckiger und kräftig gebauter Mann, der sein blondes Haar so kurz geschnitten trug, dass er auf die Entfernung kahl aussah. Svensson war 38 Jahre alt und erst vor kurzem zu ihnen gestoßen. Zuvor war er bei der Polizei in Huddinge gewesen, wo er jahrelang gegen Bandenkriminalität ermittelt hatte. Ihm ging der Ruf voraus, einen etwas groben Humor und eine harte Hand zu haben, womit man zu umschreiben versuchte, dass er bei einer gewissen Klientel mitunter Methoden anwandte, die nicht ganz mit dem Gesetz vereinbar waren. Kurt Svensons Ruf ging aber auf einen ganz anderen Vorfall zurück. Im Oktober 1999 war er zusammen mit einem Kollegen nach Albi gefahren, um einem stadtbekannten Randalierer auf den Zahn zu fühlen. Nun hatte die Polizei einen Tipp bekommen, dass er eine Videothek in Norsborg überfallen haben könnte. Der Routine-Einsatz lief jedoch völlig aus dem Ruder, als der Mann sein Messer zog. Der Kollege wurde an den Händen verletzt, als er versuchte, den Angriff abzuwehren, und verlor dabei schließlich den linken Daumen. Dann ging der Gewalttäter auf Kurt Svensson los, der zum ersten Mal in seiner Laufbahn seine Dienstwaffe benutzen musste. Er gab drei Schüsse ab. Der erste war ein Warnschuss. Der zweite war ein gezielter Schuss, der den Mann aber nicht traf, was an und für sich eine echte Leistung war, denn der Abstand betrug weniger als drei Meter. Der dritte Schuss traf ihn jedoch so unglücklich in den Bauch, dass er die Aorta verletzte, was dazu führte, dass der Mann innerhalb weniger Minuten verblutete. Die folgende Untersuchung hatte Kurt Svensson schließlich von jeder Verantwortung freigesprochen, was in den Medien eine Debatte über das staatliche Gewaltmonopol nach sich zog. Bublanski hatte anfangs gewisse Zweifel an Svensson gehegt, die nach einem halben Jahr aber vollkommen verflogen waren. Im Gegenteil, Bublanski hatte mittlerweile sogar einen gewissen Respekt vor Kurt Svensons schweigsamer Kompetenz. Das letzte Mitglied in Bublanskis Team war Hans Faste, 47 Jahre alt und mit seinen 15 Dienstjahren ein Veteran in der Abteilung für Gewaltverbrechen. Faste war der eigentliche Grund für Bublanskis Unzufriedenheit. Soll und Haben hielten sich bei ihm die Waage. Auf der Haben-Seite stand zweifellos eine große Erfahrung, die er sich in vielen komplizierten Ermittlungen erworben hatte. Andererseits war Faste ein Egozentriker, der mit seinem anstrengenden Humor jeden normalen Menschen auf die Palme bringen konnte. Auch Kriminalinspektorin Anita Nüberg war zum Treffen bestellt worden, um über das Verhör zu berichten, das sie in der Nacht mit Michael Blomquist geführt hatte. Des Weiteren Kommissar Oswald Mortenson, der von dem Notrufeinsatz berichten sollte. Nach 30 Minuten war der Ablauf der Tat klar. Bublanskis fasste zusammen. Unter dem Vorbehalt, dass die technische Untersuchung des Tatorts noch nicht abgeschlossen ist, scheint sich die Tat folgendermaßen abgespielt zu haben. Eine unbekannte Person, die von keinem der Nachbarn oder anderen Zeugen gesehen wurde, hat sich Zugang zu einer Wohnung in Enschede verschafft und das dort lebende Paar Doc Svensson und Mia Bergmann getötet. »Wir wissen noch nicht, ob die gefundene Waffe mit der Mordwaffe identisch ist. Sie wird zurzeit im kriminaltechnischen Labor untersucht«, ergänzte Anita Nüberg. »Wir haben auch ein relativ intaktes Stück einer Kugel gefunden, diejenige, die Doc Svensson getroffen hat, und zwar in der Wand zwischen Wohn- und Schlafzimmer. Die Kugel, die Mia Bergmann traf, ist in so viele Einzelteile zersplittert, dass ich bezweifle, dass man hier Verwendbares finden wird.« »Danke für den Hinweis.« »Ein Cold Magnum ist eine verdammte Cowboy-Pistole, die verboten gehört. Haben wir eine Seriennummer?« »Noch nicht«, sagte Oswald Mortenson. »Ich habe die Waffe und das Kugelfragment direkt vom Tatort per Kurier ins kriminaltechnische Labor geschickt.« Nach den Angaben der Zeugen fielen die Schüsse innerhalb weniger Sekunden. Mia Bergmann wurde vom Flur aus erschossen. Vermutlich stand sie in der Tür zum Schlafzimmer und versuchte noch, sich wegzudrehen. Die Kugel traf sie unter dem linken Ohr und trat direkt über dem rechten Auge wieder aus. Die Wucht des Schusses schleuderte sie ins Schlafzimmer, wo sie ja auch gefunden wurde. Sie fiel gegen das Fußende des Bettes und blieb dort liegen. Unmittelbar nach dem Schuss verließ der Mörder die Wohnung, ging die Treppen hinunter, warf seine Waffe weg und verschwand in der Nacht. Kurz darauf, es kann sich nur um Sekunden gehandelt haben, kamen Blomquist und seine Schwester mit dem Auto an. »Aber warum hat er die Waffe weggeworfen?« fragte Sonja modig. »Hätte er sie mitgenommen oder in einiger Entfernung von der Wohnung weggeworfen, dann hätten wir sie erst viel später gefunden.« Das war eine Frage, die niemand beantworten konnte. »Was ist von diesem Blomquist zu halten?« fragte Hans Faste. »Er war offensichtlich schockiert,« sagte Mortenson, »aber ansonsten hat er ganz korrekt und überlegt gehandelt und machte einen glaubwürdigen Eindruck. Seine Schwester bestätigte seine Angaben zu dem Telefongespräch und der Autofahrt. Ich glaube nicht, dass er etwas mit den Morden zu tun hat.« »Er ist ein sehr bekannter Journalist,« bemerkte Sonja modig. »Das wird einen riesen Medienrummel geben,« stimmte Bublanski zu. »Umso mehr Grund für uns, diese Geschichte so schnell wie möglich aufzuklären.« »Okay. Jerka, du musst dich natürlich um den Tatort und die Nachbarn kümmern. Faste, sie und Kurt beschäftigen sich mit den Opfern. Wer sind sie? Woran arbeiten sie? Wie sieht ihr Bekanntenkreis aus? Wer könnte ein Motiv haben, um sie zu töten?« »Sonja, du und ich, wir gehen die Zeugenaussagen der letzten Nacht durch. Danach müsstest du ein Zeitschema erstellen, was Doc Svensson und Mia Bergmann in den letzten 24 Stunden vor ihrer Ermordung gemacht haben. Um 14.30 Uhr setzen wir uns wieder zusammen.« Schon kurz nach zehn Uhr morgens gelang Bublanski ein unerwarteter Durchbruch bei den Ermittlungen, als Lennart Granlund vom SKL, dem staatlichen kriminaltechnischen Labor in Linköping, anrief. »Wir haben die Waffe heute Morgen bekommen, und ich bin mit der Analyse noch nicht ganz fertig, aber ich habe eine Information, die Sie vermutlich interessieren wird.« »Erzählen Sie,« bat Bublanski. »Die Waffe ist ein Colt 45 Magnum, hergestellt 1981 in den USA. Wir haben Fingerabdrücke und vielleicht auch DNA-Spuren sichern können, aber die Analyse wird noch ein bisschen dauern. Wir haben uns auch die Kugeln angesehen, mit denen das Paar erschossen wurde. Wie zu erwarten stammen die Kugeln aus dieser Waffe. Sie sind in viele kleine Einzelteile zersplittert, aber wir haben ein Stück zum Vergleich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um die Mordwaffe handelt.« »Eine illegale Waffe, schätze ich. Haben Sie eine Seriennummer?« »Die Waffe ist völlig legal. Sie gehört einem Rechtsanwalt namens Nils-Erik Bührmann und wurde 1983 gekauft. Er ist Mitglied dem Schützenverein der Polizei. Seine Anschrift ist die Oblansgatan am Odenplan.« »Wie war das bitte?« »Wir haben, wie gesagt, auch mehrere Fingerabdrücke auf der Waffe sichergestellt. Die Abdrücke stammen von mindestens zwei verschiedenen Personen.« »Aha.« »Wir können wohl davon ausgehen, dass die einen zu Bührmann gehören, falls die Waffe nicht gestohlen oder verkauft wurde, aber darüber liegen mir keine Informationen vor. Bei den anderen Fingerabdrücken haben wir einen Treffer im Register gelandet. Der Abdruck des rechten Daumens und Zeigefingers.« »Von wem?« »Eine Frau, geboren am 30.04.78. Sie wurde 1995 wegen Körperverletzung in Gammelastan festgenommen. Bei der Gelegenheit hat man die Fingerabdrücke genommen.« »Hat sie auch einen Namen?« »Ja, sie heißt Lisbeth Salander.« Jan Bublanski führte ein kurzes Gespräch mit dem Leiter der Voruntersuchung, Richard Ekström, um ihn über die Ergebnisse der Laboruntersuchung zu unterrichten. Man beschloss, dass Bublanski und seine Kollegin Sonja Modig ein Gespräch mit Anwalt Bührmann führen sollten, das unter Umständen in ein Verhör oder eine Festnahme münden konnte, während die Kollegen Hans Faste und Kurt Svensson sich von Lisbeth Salander erklären ließen, wie ihre Fingerabdrücke auf die Mordwaffe gekommen waren. Die Suche nach Bührmann bereitete keinerlei Probleme. Seine Adresse stand im Steuerregister, im Waffenregister und im Kfz-Register und noch dazu im öffentlichen Telefonbuch. Bublanski und Modig fuhren also zum Odenplan, doch der Anwalt schien nicht zu Hause zu sein. Also fuhren sie weiter zu Bührmanns Büro am St. Eriksplan, hatten aber auch dort kein Glück. Um zwei Uhr nachmittags berief Staatsanwalt Ekström ein Treffen in seinem Dienstzimmer ein. Bublanski und Modig nahmen nebeneinander am Konferenztisch Platz. Kurt Svensson kam zwei Minuten später und setzte sich ihnen gegenüber. Jerker Holmberg brachte ein Tablett mit Kaffee in Pappbechern mit. Er war schon kurz in Entschede gewesen und wollte am späteren Nachmittag wieder dorthin fahren, sobald die Techniker mit ihrer Arbeit fertig waren. »Wo ist Faste?« fragte Ekström. »Auf dem Sozialamt. Er hat vor fünf Minuten angerufen und gesagt, dass er sich ein bisschen verspäten wird,« antwortete Kurt Svensson. »Okay, dann fangen wir an. Was haben wir bis jetzt?« begann Ekström ohne umständliche Einleitungen. Er zeigte als erstes auf Bublanski. »Wir haben vergeblich Rechtsanwalt nichts Bührmann zu erreichen versucht. Er ist wieder zu Hause, noch in seiner Kanzlei anzutreffen.« Sonja Modig fuhr fort. »Bührmann ist 56 Jahre alt, keine Einträge im Strafregister. Er ist vor allem Firmenanwalt. Mehr habe ich über seinen Hintergrund noch nicht herausfinden können.« »Aber ihm gehört auf jeden Fall die Waffe, die in Entschede benutzt wurde?« »Das ist richtig. Er hat eine Waffenlizenz und ist Mitglied im Schützenverein der Polizei,« bestätigte Bublanski. »Ich habe mich mit Gunnarsson von der Waffenabteilung unterhalten. Er ist der Vorsitzende des Vereins und kennt Björmann sehr gut. Er ist dem Verein 1978 beigetreten und war von 1984 bis 1992 Schatzmeister. Gunnarsson beschreibt Björmann als exzellenten Schützen, ruhig und besonnen, keine Auffälligkeiten.« »Interesse für Waffen?« Gunnarsson kam es immer so vor, als wäre Björmann mehr am Vereinsleben interessiert als am Schießen selbst. Er nahm zwar gerne an Wettkämpfen teil, schien aber kein Waffenfetisches zu sein. 1983 hat er in den schwedischen Meisterschaften teilgenommen und den dreißigsten Platz belegt. In den letzten zehn Jahren ist er dann nur noch auf den jährlichen Versammlungen aufgetaucht. In diesem Augenblick kam Hans Faste durch die Tür. Er schien außer Atem. »Entschuldigen Sie die Verspätung, da will ich gleich erzählen.« Ekström machte eine einladende Handbewegung. »Lisbert Zalander ist ein richtig interessanter Name. Ich war bis gerade eben im Sozialamt und am Vormundschaftsgericht.« Er zog seine Lederjacke aus und hängte sie über die Rückenlehne seines Stuhls, bevor er sich setzte und einen Notizblock aufschlug. »Vormundschaftsgericht?«, wiederholte Ekström mit gerunzelter Stirn. »Sie scheint eine ziemlich gestörte Persönlichkeit zu sein«, erklärte Hans Faste. »Sie ist nicht geschäftsfähig und hat einen rechtlichen Betreuer.« Er legte eine Kunstpause ein. »Den Rechtsanwalt Nils Bührmann, dem die Waffe gehört, die in Enschede benutzt wurde.« Alle im Raum zogen die Brauen hoch. Hans Faste brauchte 15 Minuten, um zu berichten, was er über Lisbert Zalander in Erfahrung gebracht hatte. »Alles zusammengenommen«, sagte Ekström, als Faste fertig war, »befinden sich auf der Mordwaffe also die Fingerabdrücke einer Frau, die als Teenager regelmäßig in der Psychiatrie war, die ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich als Nutte verdient, vom Vormundschaftsgericht für geschäftsunfähig erklärt wurde und erwiesenermaßen eine gewalttätige Veranlagung hat.« »Warum zum Teufel läuft die überhaupt frei herum?« »Haben wir die Adresse von dieser Zalander?« »Sie ist in der Lundergartan in Södermain gemeldet. Das Finanzamt gibt an, dass sie in unregelmäßigen Abständen ein Honorar von der Sicherheitsfirma Milton Security bekommt.« »Wofür?« »Das weiß ich nicht. Aber ihr Jahreseinkommen ist ziemlich bescheiden. Vielleicht arbeitet sie als Putzfrau oder so was.« »Hm«, überlegte Ekström, »das wird sich ja wohl überprüfen lassen. Aber ich habe das Gefühl, wir sollten Frau Zalander schleunigst ausfindig machen.« Dragan Amansky hatte eigentlich früher gehen wollen. Es war Gründonnerstag, und seine Frau und er wollten über die Osterfeiertage in ihr Ferienhäuschen auf Blidö fahren. Als er gerade seine Aktentasche zumachte und seine Jacke anzog, rief der Empfang an und meldete, dass ihn ein Kriminalinspektor namens Jan Bublansky sprechen wolle. Seufzend hängte Amansky seine Jacke wieder über den Bügel. Er hatte keine Lust, den Besucher zu empfangen, aber Milton Security konnte es sich nicht leisten, die Polizei links liegen zu lassen. Er holte Bublansky am Fahrstuhl im Flur ab. »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben«, sagte Bublansky. »Ich soll schöne Grüße von Staatsanwalt Ekström ausrichten.« Sie gaben sich die Hand. »Extrem, ja, mit dem hatte ich ein paar Mal zu tun. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Möchten Sie einen Kaffee?« Amansky blieb am Kaffeeautomaten stehen und füllte zwei Becher, bevor er die Tür zu seinem Zimmer öffnete und Bublansky den bequemen Besuchersessel am Fenstertisch anbot. »Womit kann ich Ihnen behilflich sein?« Bublansky zückte einen Notizblock und schlug ihn auf. »Es geht um den Doppelmord von Enschede. Ich nehme an, Sie haben heute schon die Nachrichten gehört.« Amansky nickte kurz. »Extrem meinte, Sie könnten schweigen.« »In meiner Position ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich kann ein Geheimnis für mich behalten, falls Sie das meinten.« »Gut. Wir suchen gerade nach einer Person, die früher für Sie gearbeitet hat. Ihr Name ist Lisbeth Salander. Kennen Sie sie?« Amansky spürte, wie sich ein Zementklumpen in seinem Magen bildete. Äußerlich verzog er keine Mine. »Aus welchen Grund suchen Sie Frau Salander?« »Sagen wir mal, wir haben allen Grund, uns im Rahmen dieser Ermittlungen für Sie zu interessieren.« Der Zementklumpen in Amanskys Magen wuchs. »Sie verdächtigen Lisbeth Salander, also des Doppelmordes in Enschede? Habe ich das richtig verstanden?« Bublansky zögerte einen Augenblick, dann nickte er. »Was können Sie mir über Frau Salander erzählen?« »Was wollen Sie denn wissen?« »Zuerst einmal, wie können wir sie erreichen?« »Sie wohnt in der Lundergarten. Die genaue Adresse müsste ich selbst nachschlagen. Ich habe eine Handynummer.« »Die Adresse haben wir schon. Ihre Handynummer wäre interessant.« Amansky trat an seinen Schreibtisch und suchte die Nummer heraus. Er las sie laut vor, während Bublansky mitschrieb. »Sie arbeitet für Sie?« »Sie hat ein eigenes Unternehmen. Ich habe ihr ab und zu Aufträge gegeben, seit 1998 bis ungefähr vor anderthalb Jahren.« »Was für Aufträge waren das?« »Recherchen.« Bublansky blickte von seinem Notizblock auf und zog verblüfft die Augenbrauen hoch. »Recherchen?« »Untersuchungen zum persönlichen Hintergrund verschiedener Objekte, um es genauer auszudrücken.« »Die Lisbeth Salander, nach der wir fahnden, wird in ihrer Akte als extrem gestört und gewaltbereit geschildert. Außerdem liegt uns ein Bericht des Sozialamts vor, nachdem sie sich Ende der Neunzigerjahre auch prostituiert hat. In ihren Papieren gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie eine qualifizierte Arbeit ausüben könnte. Papier ist eine Sache, Menschen eine andere. Sie ist mit Abstand die beste Researcherin, die mir jemals begegnet ist.« Bublansky runzelte die Stirn. »Das hört sich fast so an, als hätten Sie Respekt vor ihr.« »Ich habe Respekt vor ihrer Kompetenz. Davon steht nichts in ihren Zeugnissen und ihrem Lebenslauf. Sie kennen also ihren Hintergrund, dass sie einen rechtlichen Betreuer hat und als Jugendliche schwere Zeiten hatte, ja? Und Sie haben sie trotzdem beschäftigt. Gerade deswegen habe ich sie beschäftigt. Könnten Sie das bitte erläutern? Ihr ehemaliger Betreuer Holger Palmgren hat sich ihre angenommen, als sie noch ein Teenager war, und er hat mich überredet, ihr einen Job zu geben. Ich habe sie also zuerst zum Postsortieren und Kopieren eingestellt.« Dann stellte sich aber heraus, dass sie ungeahnte Talente besaß. Und diesen Bericht, dem zufolge sie eventuell eine Prostituierte gewesen sein soll, können Sie schlicht und einfach vergessen. Lisbeth Salander hatte als Teenager eine schwierige Phase und war zweifellos ein wenig außer Rand und Band geraten. Aber Prostitution ist das Letzte, was ihr einfallen würde. Ihr neuer Betreuer heißt Nils Bührmann. Den habe ich nie kennengelernt. Palmgren hat vor ein paar Jahren einen Schlaganfall erlitten. Danach hat Lisbeth Salander immer weniger für mich gearbeitet. Im Oktober vor anderthalb Jahren hat sie zum letzten Mal einen Job für mich übernommen.« »Warum haben sie sie nicht weiter beschäftigt?« »Das war nicht meine Entscheidung.« »Sie hat die Verbindung abgebrochen und verschwand ohne ein Wort ins Ausland.« »Das kann nicht stimmen. Bührmann hat das ganze letzte Jahr über monatliche Berichte über sie geschickt. Wir haben Kopien davon in Kungsholm.« Amansky zuckte die Achseln und lächelte sanft. »Wann sind Sie ihr das letzte Mal begegnet?« »Vor ungefähr zwei Monaten, Anfang Februar. Sie tauchte wie aus dem Nichts auf und machte einen Anstandsbesuch bei mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich seit über einem Jahr nichts mehr von ihr gehört. Sie war das ganze letzte Jahr im Ausland und ist durch Asien und die Karibik gereist.« »Entschuldigen Sie, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kam hierher in der Meinung, dass Lisbeth Salander ein psychisch krankes Mädchen ist, das nicht mal die Hauptschule abgeschlossen und einen rechtlichen Betreuer hat. Dann erzählen Sie mir, sie als hochqualifizierte Researcherin beschäftigt zu haben, dass sie ein eigenes Unternehmen hat und genügend Geld verdient, um ein Jahr lang durch die Welt zu reisen, und all das, ohne dass ihr Betreuer Alarm schlägt. Da stimmt doch irgendwas nicht.« »Wenn es um Lisbeth Salander geht, stimmt vieles nicht. Darf ich fragen, aus welchen Gründen Sie sie verdächtigen, in die Morde von Angela verwickelt zu sein?« Bublanski zögerte kurz. Er sah Amanski an. »Die Mordwaffe gehört Ihrem Betreuer, und wir haben Ihre Fingerabdrücke darauf gefunden.« Amanski biss die Zähne zusammen. Das waren tatsächlich schwerwiegende Gründe. Bublanski stand auf. »Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein interessantes Gespräch. Wenn nötig, komme ich noch mal vorbei, und wenn Lisbeth Salander sich bei Ihnen melden sollte, dann...« »Selbstverständlich«, versicherte Dragan Amanski. »Sie gaben sich die Hand. Bublanski war schon an der Tür, als er sich noch einmal zu Amanski umdrehte.« »Sie wissen nicht zufällig, mit was für Leuten Lisbeth Salander Umgang pflegt? Freunde, Bekannte?« Amanski schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht das Geringste über Ihr Privatleben.« »Eine der wenigen Personen, die ihr etwas bedeuten, ist Holger Palmgren. Sie dürfte mit ihm Kontakt aufgenommen haben. Er befindet sich in der Reha-Klinik Erstaviken in Elta.« »Hat sie nie Besuch gehabt in der Zeit, als sie hier arbeitete?« »Nein, sie arbeitete von zu Hause aus und kam fast nur ins Büro, um über ihre Ergebnisse zu berichten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat sie niemals einen Kunden getroffen. Vielleicht...« »Plötzlich kam ein Journalist, mit dem sie vor zwei Jahren regelmäßig zu tun hatte und der auch nach ihr gesucht hat, als sie im Ausland war.« »Ein Journalist. Sein Name ist Mikael Blomquist. Erinnern Sie sich noch an die Wennerströmer-Fähre?« Bublanski ließ die Klinke los und ging langsam zurück zu Amanski. »Eben dieser Mikael Blomquist hat die Toten in Enschede gefunden. Sie haben soeben die Verbindung zwischen Zalander und den Mordopfern aufgedeckt.« Gründonnerstag, 24. März. Sonja Modig versuchte innerhalb einer halben Stunde dreimal Nils Bührmann anzurufen. Jedes Mal wurde ihr mitgeteilt, der Teilnehmer sei vorübergehend nicht erreichbar. Gegen halb vier setzte sie sich ins Auto, fuhr zum Odenplan und klingelte an seiner Tür. Das Resultat war genauso entmutigend wie bei den früheren Versuchen. Sie schlug ihren Notizblock auf und schrieb einen Zettel, auf dem sie ihn bat, sie zurückzurufen. Sie steckte ihre Visitenkarte dazu und warf beides durch den Briefschlitz. Dann ließ sie den Briefschlitz wieder zufallen und starrte die Tür an. Zu ihrer großen Überraschung entdeckte sie, dass die Tür unverschlossen war. Sie schob sie auf und warf einen Blick in den Korridor. »Hallo«, rief sie vorsichtig und lauschte. Nichts zu hören. Sie trat einen Schritt in den Flur und zögerte wieder. Was sie gerade tat, konnte man womöglich als Hausfriedensbruch bezeichnen. Sie hatte keinen Durchsuchungsbefehl und auch sonst keinerlei Recht, sich in Bührmanns Wohnung aufzuhalten, auch wenn die Tür unverschlossen war. Sie warf einen Blick nach links, wo sie einen Teil des Wohnzimmers sah. Als sie gerade beschlossen hatte, sich wieder aus der Wohnung zurückzuziehen, fiel ihr Blick auf ein Flurregal. Sie sah eine Schachtel für einen Revolver der Marke Colt Magnum. Plötzlich war ihr äußerst unbehaglich zumute. Sie machte ihre Jacke auf und zog ihre Dienstwaffe, was sie fast noch nie zuvor gemacht hatte. Sie entsicherte sie und hielt die Mündung auf den Boden gerichtet, während sie sich zum Wohnzimmer vorpirschte. Als sie hineinblickte, konnte sie nichts Bemerkenswertes entdecken, aber ihr ungutes Gefühl verstärkte sich. Sie ging zurück und blickte in die Küche. Leer. Schließlich öffnete sie die Schlafzimmertür. Nils Bührmann lag beuchlings auf dem Bett. Seine Knie ruhten auf dem Boden. Er sah aus, als hätte er sich vors Bett gekniet, um sein Abendgebet zu sprechen. Er war nackt. Sie sah ihn von der Seite an. Schon von der Tür aus hatte ihr seine Position verraten, dass er nicht mehr lebte. Außerdem war seine halbe Stirn von einem Schuss in den Hinterkopf weggerissen worden. Sonja Modig wich zurück und verließ die Wohnung. Sie hielt immer noch ihre Dienstwaffe in der Hand, als sie im Treppenhaus mit ihrem Handy bei Kriminalinspektor Bublanski anrief. Er war jedoch nicht zu erreichen. Dann rief sie Staatsanwalt Ekström an. Er notierte sich die Uhrzeit. Es war sechzehn Uhr achtzehn. Mikael Blomquist war todmüde, als er den Manuskriptstapel auf Erikats Schreibtisch legte und sich in ihren Besucherstuhl am Fenster zur Goethegatern sinken ließ. Er hatte den ganzen Nachmittag überlegt, was mit Doc Svensons unvollendetem Buch geschehen sollte. »Ich kann den Text rekonstruieren«, sagte Mikael. »Morlin und ich müssen das Buch Zeile für Zeile durchgehen und die Recherchen vervollständigen, sodass wir eventuelle Fragen beantworten können. Zum größten Teil müssen wir uns einfach nur an Docs Notizen halten. Aber wir haben Probleme mit dem vierten und fünften Kapitel, die vor allem auf Mias Interviews aufbauen, sodass wir manchmal ganz einfach nicht wissen, wer die Quellen sind. Doch abgesehen von wenigen Ausnahmen können wir vermutlich die Referenzen in ihrer Doktorarbeit als Primärquellen angeben.« »Das letzte Kapitel fehlt uns.« »Stimmt. Aber ich habe Docs Entwurf, und wir haben ihn so oft durchgesprochen, dass ich genau weiß, was er sagen wollte. Ich schlage vor, dass ich ihm Nachwort erkläre, wie er argumentiert hat.« »In Ordnung. Ich möchte das aber vorher noch mal sehen, damit ich es absegnen kann. Wir dürfen ihm nichts in den Mund legen.« »Keine Sorge. Ich werde ganz deutlich machen, dass ich das geschrieben habe, nicht er. Ich werde die Entstehungsgeschichte dieses Buches erzählen und Doc aus meiner Sicht charakterisieren. Am Schluss werde ich rekapitulieren, was er in den letzten Monaten in einem guten Dutzend Gesprächen mit mir gesagt hat. Aus seinem Entwurf kann ich einiges direkt zitieren. Ich glaube, das wird ihm auf jeden Fall gerecht.« »Verdammt! Ich will dieses Buch dringender veröffentlichen als je zuvor,« sagte Erika. Michael nickte. Er verstand genau, was sie meinte. In diesem Moment steckte Morlin Eriksson ihren Kopf zur Tür herein und verkündete, ein Kriminalinspektor Bublanski wolle mit Michael Blomquist sprechen. Bublanski schüttelte Erika Berger und Michael Blomquist die Hand und setzte sich auf den dritten Stuhl am Fenstertischchen. Er musterte Michael und sah einen hohläugigen, unrasierten Menschen vor sich. »Hat sich schon etwas Neues getan?«, wollte Michael wissen. »Vielleicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie es, der gestern Nacht das Paar in Entschede gefunden und auch die Polizei gerufen hat?« Michael nickte müde. »Ich weiß, dass Sie in der Nacht schon eine Aussage gemacht haben, aber könnten Sie mir noch ein paar Details genauer erläutern?« »Was wollen Sie wissen?« »Können Sie sich ein Motiv vorstellen, warum jemand das Paar Svensson und Bergmann ermordet hat?« Michael und Erika tauschten einen Blick. Beide schwiegen. »Was ist?«, hakte Bublanski nach. »Wir haben heute natürlich schon über diese Frage gesprochen und sind uns uneinig. Oder eigentlich nicht uneinig, nur unsicher. Wir wollen nicht spekulieren.« »Erzählen Sie es mir.« Michael setzte ihm den Inhalt von Doc Svensons Buch auseinander. Bublanski schwieg eine Weile. »Doc Svensson wollte in diesem Buch also Polizisten namentlich nennen?« Er sah bereits vor sich, wie sich die Medien auf eine mögliche Verwicklung der Polizei förmlich stürzen würden. »Nein«, berichtigte Michael. »Doc Svensson wollte Verbrecher namentlich nennen, von denen einige zufällig Polizisten sind. Es gibt da durchaus auch ein paar Personen, die meiner Berufsgruppe angehören, nämlich Journalisten.« »Und diese Informationen wollen sie jetzt veröffentlichen?« Michael warf Erika einen Blick zu. »Nein«, beschwichtigte sie. »Wir haben die laufenden Arbeiten für unser nächstes Heft heute komplett gestoppt. Wir werden höchstwahrscheinlich Doc Svensons Buch veröffentlichen, aber das wird erst geschehen, wenn wir genau wissen, was passiert ist. Wie die Dinge momentan liegen, muss das Buch teilweise umgearbeitet werden. Wir haben nicht vor, die polizeilichen Ermittlungen im Mord an zwei Freunden zu sabotieren, wenn es das ist, was ihnen Sorgen macht.« »Ich muss einen Blick auf Doc Svensons Schreibtisch werfen. Es könnte ein bisschen heikel werden mit einem Durchsuchungsbefehl, das ist ja hier immerhin eine Zeitungsredaktion.« »Sie finden das gesamte Material in Doc Svensons Laptop«, bemerkte Erika. »Verdammt noch mal«, dachte Boblanski, »warum habe ich nicht gleich heute Morgen jemand hier geschickt?« Aber dann nickte er nur. »In Ordnung. Wir haben da eine Person, die wir im Zusammenhang mit den Morgen verhören wollen. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie diese Person kennen. Ich würde gerne von Ihnen hören, was Sie über eine Frau namens Lisbeth Zalander wissen.« Michael Blomquist sah im ersten Moment aus wie ein personifiziertes Fragezeichen. Boblanski bemerkte, dass Erika Berger Michael einen scharfen Blick zuwarf. »Ich verstehe gerade überhaupt nichts.« »Sie kennen Lisbeth Zalander?« »Ja, ich kenne Lisbeth Zalander. Lisbeth Zalander hat überhaupt keine Verbindung zu Doc Svensson und Mia Bergmann.« »Das müssen wir in aller Ruhe klären«, antwortete Boblanski geduldig. »Aber zurück zu meiner Frage. Woher kennen Sie Lisbeth Zalander?« »Ich habe Lisbeth Zalander vor zwei Jahren einmal für eine Recherche in einer ganz anderen Angelegenheit eingestellt.« »Worum ging es da?« »Glauben Sie mir einfach, dass es nicht das allergeringste mit Doc Svensson und Mia Bergmann zu tun hatte. Das war eine ganz andere Geschichte, die heute abgeschlossen ist.« Oblanski mochte es überhaupt nicht, wenn jemand behauptete, es gebe Geheimnisse, die auch in Anbetracht von Mordermittlungen nicht gelüftet werden dürften. Aber er entschied sich, die Sache bis auf Weiteres auf sich beruhen zu lassen.« »Dann haben Sie Lisbeth Zalander zuletzt gesehen?« Michael überlegte. »Im Herbst vor zwei Jahren hatte ich mit Lisbeth Zalander regelmäßigen Umgang, und zwar bis Weihnachten desselben Jahres, dann verschwand sie aus der Stadt. Danach habe ich sie überhaupt nicht mehr gesehen, bis letzte Woche.« Erika Berger zog die Brauen hoch. Boblanski nahm an, dass ihr diese Tatsache neu war. »Erzählen Sie mir von dieser Begegnung.« Michael holte tief Luft und beschrieb danach in knappen Worten die Geschehnisse vor ihrer Haustür in der Lundergatern. Boblanski lauschte ihm mit wachsender Verwunderung. Er fragte sich, ob Michael fantasierte oder tatsächlich die Wahrheit sagte. »Sie haben also nicht mit ihr gesprochen.« »Nein, sie verschwand zwischen den Häusern im oberen Teil der Lundergatern. Ich habe ziemlich lange gewartet, aber sie ist nicht wieder aufgetaucht. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, und sie gebeten, sich bei mir zu melden.« »Und Ihnen ist keine wie auch immer geartete Verbindung zwischen ihr und dem Paar in Enschede bekannt?« »Nein.« »Können Sie die Person beschreiben, die sie überfallen hat?« Der Mann war blond und hatte einen Pferdeschwanz. Er trug eine dunkle, kurze Jacke und hatte einen ziemlichen Bierbauch. Als ich die Treppen in der Lundergatern hochlief, habe ich ihn nur von hinten gesehen. Aber als er mir den Schlag versetzte, glaube ich, gesehen zu haben, dass er ein hageres Gesicht und helle, dicht beieinander stehende Augen hatte. »Aber Sie haben keine Anzeige erstattet.« »Nein.« Michael zögerte kurz. »Lispet Zalanda legt großen Wert auf Ihre Privatsphäre. Ich hatte zwar überlegt, ob ich zur Polizei gehen soll, fand dann aber, dass es Ihre Sache war, den Überfall anzuzeigen. Ich wollte auf jeden Fall zuerst mit ihr reden.« »Was Sie gesagt? Ich hatte Sie schon lange nicht mehr gesprochen.« »Warum ist Ihr, wenn Verhältnis das richtige Wort ist, warum ist es zu Ende gegangen?« Michael wählte seine Worte mit Bedacht. »Sie ist ein sehr einsamer und eigenwilliger Mensch, sozial sehr zurückhaltend. Sie spricht äußerst ungern über sich selbst. Gleichzeitig ist sie aber auch ein Mensch mit einem starken Willen. Sie hat Moral.« »Moral?« »Ja, eine ganz eigene Moral. Sie könnten sie niemals dazu bringen, irgendetwas gegen Ihren Willen zu tun. In Ihrer Welt sind die Dinge sozusagen entweder richtig oder falsch.« »Und wie haben Sie Ihr soziales Handicap erlebt?« »Handicap«, wiederholte Michael ungläubig. »Ihre rechtliche Betreuung und ihre psychischen Probleme.« »Rechtliche Betreuung?« echolte Michael. »Lisbet Salander ist seit dem Teenager alter Dauergast in der Psychiatrie,« erklärte Bublanski. »Eine rechtspsychiatrische Untersuchung und ein Gerichtsbeschluss haben daraufhin festgestellt, dass sie nicht in der Lage ist, sich selbst um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Sie wurde unter rechtliche Betreuung gestellt. Sie hatte erwiesenermaßen eine gewalttätige Veranlagung und schon ihr ganzes Leben Ärger mit den Behörden. Jetzt ist sie in höchstem Maße verdächtig, in diesen Doppelmord verwickelt zu sein.« Michael Reblomquist starrte Bublanski schweigend an. »Ich will es so ausdrücken,« fuhr Bublanski fort. »Wir haben eine Verbindung zwischen Lisbet Salander und dem Paar in Enschede gesucht. Wie sich herausgestellt hat, sind Sie diese Verbindung, denn Sie haben die beiden ja gefunden. Wollen Sie das irgendwie kommentieren?« Michael schloss die Augen und versuchte, die Neuigkeiten zu ordnen. »Lisbet Salander verdächtig im Mordfall Dork und Mia. Das kann nicht sein. Das passt überhaupt nicht zusammen. War sie zu einem Mord fähig?« Bevor er etwas sagen konnte, klingelte das Telefon auf Erikas Schreibtisch. Sie meldete sich und reichte den Hörer dann an Bublanski weiter. »Irgendein Hans Faste will sie sprechen.« Bublanski griff nach dem Hörer und hörte aufmerksam zu. Michael und Erika konnten verfolgen, wie sich sein Gesichtsausdruck veränderte. »Wie ist die Adresse?« »Lundergarten. Okay, ich bin ganz in der Nähe, ich komme gleich hin.« Bublanski stand hastig auf. »Entschuldigen Sie, ich muss das Gespräch abbrechen.« Salanders derzeitiger Betreuer ist erschossen aufgefunden worden. Sie ist jetzt offiziell zur Fahndung ausgeschrieben und in Abwesenheit verhaftet wegen Mordverdachts in drei Fällen. Erika Berger bekam den Mund nicht mehr zu. Michael Blomquist sah aus, als hätte ihn gerade der Blitz getroffen. Man hatte beschlossen, dass es nicht nötig war, die Tür einzuschlagen. Bublanski stieß zum Einsatzkommando hinzu, als sie auf den Schloss erwarteten, der das Schloss aufbohren und die Truppe in die Wohnung lassen sollte. Es dauerte ungefähr acht Sekunden, die 45 Quadratmeter große Wohnung in Augenschein zu nehmen und festzustellen, dass Lisbeth Salander sich weder unter dem Bett noch im Badezimmer oder in irgendeinem Kleiderschrank versteckte. Die drei Polizisten sahen sich neugierig in der tadellos aufgeräumten und geschmackvoll eingerichteten Wohnung um. Kurt Svensson inspizierte die Küche, ohne jedoch etwas Bemerkenswertes zu finden. Er sah einen Zeitungsstapel durch und untersuchte die Spüle, den Küchenschrank und das Gefrierfach im Kühlschrank. Faßte, öffnete Kleiderschränke und schreibte Schubladen im Schlafzimmer. Er pfiff leise, als er Handschellen und Sexspielzeug fand. In einem Schrank stieß er auf eine Garnitur Latexkleider von der Sorte, die seiner Mutter beim bloßen Anblick die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. »Hier geht's ja lustig zu«, sagte er laut, und hielt ein Lackkleid hoch, das laut Etikett von Domino Fashion designt war, was auch immer das sein mochte. Bublanski überprüfte die Kommode im Flur und fand einen kleinen Stapel ungeöffneter Briefe, die an Lisbeth Salander adressiert waren. Er sah sie durch und stellte fest, dass es sich um Rechnungen und Kontoauszüge sowie einen einzigen persönlichen Brief handelte. Er stammte von Michael Blomquist. Dann stimmte Blomquists Geschichte also womöglich. Bublanski bückte sich und hob die Post auf, über die das Einsatzkommando vorher hinweggetrampelt war. Die Zeitschrift »Tai Pro Boxing«, das kostenlose Anzeigenblatt »Södermeym's Nüt« und drei Briefe, die samt und sonders an Miriam Wu adressiert waren. Bublanski kam ein unguter Verdacht. Er ging ins Bad und machte den Badezimmerschrank auf. Darin fand er eine Schachtel Alvedon und eine halbvolle Tube Zitodon. Zitodon war rezeptpflichtig. Auf dem Aufkleber der Apotheke war der Name Miriam Wu vermerkt und daneben noch eine einzelne Zahnbürste. »Faste, warum steht da eigentlich Salander Wu an der Tür?«, fragte er. »Keine Ahnung«, gab Faste zurück. »Okay, dann frage ich anders. Warum liegt im Flur Post, die an einem Miriam Wu adressiert ist? Und warum haben wir hier eine rezeptpflichtige Tube Zitodon im Badezimmerschrank, die einer Miriam Wu verschrieben worden ist? Und warum, wenn man bedenkt, dass Lisbeth Salander ausgesprochen klein ist, sehen diese Lederhosen, die sie da in der Hand halten, so aus, als könnten sie einer Person passen, die mindestens ein Meter fünfundsiebzig groß ist?« In der Wohnung machte sich kurzes, verlegenes Schweigen breit. Kurt Svensson brach es schließlich. »Mist«, sagte er. Gründonnerstag, 24. März Bublanski und Faste trafen Staatsanwalt Ekström gegen halb sieben in seinem Arbeitszimmer, kurz nachdem sie von der Lundergatan zurückgekommen waren. Kurt Svensson hatte man angerufen und ihm aufgetragen, Mia Bergmanns Doktorvater an der Universität Stockholm aufzusuchen. Jerka Hollenberg war in Enschede und Sonja Modig für die Untersuchung des Tatorts am Odenplan verantwortlich. Es waren knapp zehn Stunden vergangen, seit man Bublanski zum Fahndungsleiter ernannt hatte und sieben Stunden, seit die Jagd auf Lisbeth Salander eröffnet worden war. Bublanski fasste zusammen, was sich in der Lundergatan abgespielt hatte. »Und wer ist Miriam Wu?«, wollte Ekström wissen. »Wir wissen noch nicht viel von ihr. Im Strafregister taucht sie jedenfalls nicht auf. Hans Faste soll sie bis morgen früh ausfindig machen.« »Und Salander hält sich nicht in der Lundergatan auf?« »Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass sie dort wohnen würde. Jedenfalls hat alles, was dort im Kleiderschrank hängt, die falsche Größe.« »Und was für Klamotten?« fügte Hans Faste hinzu. »Was meinen Sie damit?« erkundigte sich Ekström. »Das sind nicht unbedingt die Kleider, die man zum Muttertag verschecken würde.« »Wir wissen momentan noch nichts über Miriam Wu,«, sagte Bublanski. »Zum Teufel noch mal, was müssen wir da schon groß wissen? Sie hat einen ganzen Schrank voller Nuttenuniformen.« »Nutenuniformen?« echote Ekström verblüfft. »Leder und Lack und Korsetts und Fetischklamotten und Sexspielzeug und so weiter. Das Zeug sah auch nicht gerade billig aus. Sie meinen also, dass Miriam Wu eine Prostituierte ist?« »Wir wissen momentan noch gar nichts über Miriam Wu,«, wiederholte Bublanski mit Nachdruck. »Der Bericht des Sozialamts vor ein paar Jahren deutete an, dass Lisbeth Zalander als Prostituierte tätig war,« entgegnete Ekström. »Und die Leute vom Sozialamt wissen normalerweise, wovon sie reden,« ergänzte Faste. »Dem Bericht des Sozialamts liegen weder Verhaftungen noch Ermittlungen zugrunde,« protestierte Bublanski. »Zalander wurde im Alter von 16, 17 Jahren in Tantolunden aufgegriffen, wo sie sich in Gesellschaft eines bedeutend älteren Mannes befand. Im selben Jahr wurde sie noch einmal wegen Trunkenheit verhaftet, auch da in Gesellschaft eines älteren Mannes.« »Sie meinen, wir sollten keine übereilten Schlüsse ziehen,« sagte Ekström. »Okay, aber es springt doch ins Auge, dass es in Mia Bergmanns Doktorarbeit um Mädchenhandel und Prostitution geht. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass sie durch ihre Arbeit Kontakt mit Lisbeth Zalander und dieser Miriam Wu bekommen hat. Vielleicht ging irgendeine Provokation dem Mord voraus.« »Bergmann hat vielleicht Kontakt zu ihrem Betreuer aufgenommen und dabei einiges in Bewegung gesetzt,« schlug Faste vor. »Schon möglich,« sagte Bublanski, »aber das müssen die Ermittlungen ans Tageslicht bringen. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir Lisbeth Zalander finden. Offensichtlich wohnt sie ja nicht mehr in der Lundergarten. Das bedeutet, dass wir auch Miriam Wu ausfindig machen und fragen müssen, wie sie in der Wohnung gelandet ist und was sie für eine Beziehung zu Lisbeth Zalander hat.« Um Viertel nach sieben betraten Fahndungsleiter Bublanski sowie der Leiter der Voruntersuchung Ekström das Podium des Pressezentrums. Die Pressekonferenz war für sieben Uhr angesetzt worden, begann aber mit viertelstündiger Verspätung. Im Gegensatz zu Ekström war Bublanski überhaupt nicht daran gelegen, vor einem Dutzend Fernsehkameras im Rampenlicht zu stehen. Ihm war fast panisch zumute, wenn er im Mittelpunkt dieser Art von Aufmerksamkeit stand. Ekström hingegen bewegte sich völlig nonchalant vor den Kameras, rückte sich die Brille zurecht und setzte eine ernste Mine auf, die ihm vorzüglich stand. Er ließ erst eine Weide das Blitzlichtgewitter der Pressefotografen über sich ergehen, bevor er die Hände hob und um Ruhe im Saal bat. Dann fing er an zu sprechen, als lese er von einem Manuskript ab. »Herzlich willkommen zu dieser kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Wir können Ihnen zu den Morden in Entschede von gestern Abend neue Informationen mitteilen. Mein Name ist Richard Ekström, ich bin der zuständige Staatsanwalt, und das ist Kriminalinspektor Jan Bublanski von der Bezirkspolizei, der die Ermittlungen leitet. Wie Sie wissen, wurden gestern Abend um kurz vor Mitternacht zwei ermordete Personen in Entschede aufgefunden. Bei der Untersuchung des Tatorts wurde eine Waffe sichergestellt, ein Colt 45 Magnum. Das staatliche kriminaltechnische Labor hat im Laufe des Tages bestätigt, dass es sich um die Mordwaffe handelt. Der Besitzer der Waffe ist bekannt und wurde heute von uns gesucht. Ekström legte eine Kunstpause ein. Gegen 17 Uhr wurde der Besitzer der Waffe tot in seiner Wohnung in der Nähe des Odenplan aufgefunden. Er ist erschossen worden und war zur Zeit des Doppelmordes in Entschede wahrscheinlich schon tot. Die Polizei, an dieser Stelle wandte sich Ekström an Bublanski, glaubt, dass es sich um einen und denselben Täter handelt, der damit also wegen dreifachen Mordes gesucht wird. Hektisches Gemurmel brach aus, als die meisten Reporter mit gedämpften Stimmen in ihre Handys sprachen. Ekström hob seine Stimme etwas. »Gibt es einen Verdächtigen?« rief ein Radioreporter. »Die Polizei sucht eine 26-jährige Frau, die mit dem Besitzer der Waffe in Verbindung gebracht werden kann, welche sich, wie wir wissen, am Tatort in Entschede befunden hat.« Bublanski runzelte die Stirn. Er wirkte verbissen. Jetzt kamen sie zu dem Punkt der Tagesordnung, über den Ekström und er sich nicht einig geworden waren, nämlich zu der Frage, ob die Fahndungsleitung, die Person, die sie des dreifachen Mordes verdächtigten, namentlich nennen sollte. Bublanski wollte noch abwarten, Ekström war jedoch der Meinung, dass man nicht länger warten durfte. Im Laufe des Tages war erst bezirksweit und danach landesweit eine Fahndung eingeleitet worden. Ekström behauptete, dass Lisbeth Zalander als gefährlich betrachtet werden müsse und es daher im allergrößten Interesse der Allgemeinheit war, sie so schnell wie möglich festzunehmen. Ekström hob eine Hand, um sich im Stimmengewirr der Reporter Gehör zu verschaffen. Die Neuigkeit, dass wegen dreifachen Mordes nach einer Frau gefahndet wurde, hatte eingeschlagen wie eine Bombe. Er gab Bublanski ein Zeichen zu übernehmen. Bublanski räusperte sich zweimal, rückte seine Brille zurecht und starrte auf das Papier mit der vereinbarten Formulierung. Die Polizei sucht eine 26-jährige Frau namens Lisbeth Zalander. Ein Bild aus dem Ausweisregister wird demnächst verteilt. Wir haben bis dato keine Kenntnis von ihrem Aufenthaltsort, aber wir glauben, dass sie sich im Bezirk Stockholm befinden könnte. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe, um diese Frau so schnell wie möglich zu finden. Lisbeth Zalander ist 1,50 Meter groß und schmächtig gebaut. Lisbeth Zalander wurde früher in einer psychiatrischen Klinik betreut und stellt unserer Meinung nach eine Gefahr für sich und die Allgemeinheit dar. Wir wollen unterstreichen, dass wir derzeit nicht mit Sicherheit sagen können, dass sie die Morde begangen hat. Dennoch besteht ein dringendes Interesse, sie so schnell wie möglich ausfindig zu machen. »Was soll das heißen?« rief der Reporter einer Abendzeitung. »Wird sie jetzt der Morde verdächtigt oder nicht?« Hilflos sah Bublanski Staatsanwalt Ekström an. »Die Polizei hat ihre Ermittlungen sehr breit angelegt und wir haben stets mehrere Möglichkeiten im Auge. Im Moment liegt ein gewisser Verdacht gegen die genannte Frau vor und der Polizei ist es ein äußerst dringendes Anliegen, sie festzunehmen.« Jetzt redeten alle durcheinander. Ekström hob erneut die Hand und zeigte dann auf einen Reporter vom Dagens Eko, den er für einen besonnenen Menschen hielt. Kriminalinspektor Bublanski sagte, sie sei in einer psychiatrischen Klinik gewesen. Warum? »Diese Frau hatte eine problematische Jugend und in späteren Jahren auch noch einige Probleme. Sie steht unter rechtlicher Betreuung und die Person, der die Waffe gehörte, war ihr Betreuer. Wie heißt er?« »Es handelt sich um die Person, die in der Wohnung am Odenplan erschossen wurde. Wir möchten den Namen zu diesem Zeitpunkt nicht nennen, aus Rücksicht auf die Angehörigen, die bis jetzt noch nicht benachrichtigt werden konnten.« Um neun Uhr abends war Kriminalinspektorin Sonja Modig immer noch in Bührmanns Wohnung. Sie setzte sich in Bührmanns Arbeitszimmer hinter den Schreibtisch und sortierte die Papiere, die sie in den Schubladen fand. Auf einmal hörte sie ein Klopfen am Türrahmen, blickte auf und sah Bublanski mit zwei Kaffeetassen und einer Tüte Zimtschnecken in der Hand. Sie winkte ihn müde herein. »Was darf ich nicht anfassen?« erkundigte sich Bublanski automatisch. »Die Techniker sind hier drin soweit fertig. Sie sind immer noch mit Schlafzimmer und Küche zugange. Die Leiche ist noch hier.« Bublanski zog einen Stuhl heran und setzte sich seiner Kollegin gegenüber. Modig machte die Tüte auf und nahm sich eine Schnecke. »Hast du was gefunden?« »Abgesehen von Bührmann im Schlafzimmer? Eine leere Schachtel für eine Magnum. Sie wird gerade auf Fingerabdrücke untersucht. Bührmann hat eine Mappe mit Kopien der monatlichen Berichte über Salander, die er an das Vormundschaftsgericht geschickt hat. Wenn man den Berichten Glauben schenken darf, ist Salander der absolute Engel.« »Der nicht auch noch?« platzte Bublanski heraus. »Der nicht auch noch was?« »Noch ein Bewunderer von Lisbeth Salander.« Bublanski fasste kurz zusammen, was er von Dragan Amanski und Michael Blomquist erfahren hatte. Als er fertig war, fuhr sie sich mit den Fingern durchs Haar und rieb sich die Augen. »Das klingt ja total verrückt«, meinte sie schließlich. Bublanski nickte nachdenklich und sog die Unterlippe nach innen. »Ich kann mir einfach kein richtiges Bild von Salander machen. Die Akte sagt dies und Amanski und Blomquist sagen das. Der Akte nach zu urteilen, ist sie eine verhaltensgestörte Psychopathin. Den Aussagen dieser Männer nach zu urteilen, ist sie kompetent und zuverlässig. Die beiden Versionen gehen meilenweit auseinander. Für Bührmann fehlt uns jedes Motiv und wir wissen auch noch nicht sicher, ob sie das Paar in Enschede wirklich kannte.« »Wie viele Motive braucht eine durchgeknallte Psychopathin?« »Ich war noch nicht im Schlafzimmer. Wie sieht es aus?« »Ich habe Bührmann Beuchlings auf dem Bett gefunden, die Knie auf dem Boden, als hätte er gerade sein Abendgebiet sprechen wollen. Er ist nackt und wurde ins Genick geschossen.« »Ein einziger Schuss, genau wie in Enschede.« »Soweit ich das erkennen konnte, war es nur ein Schuss.« Der Täter hat ihn womöglich gezwungen, sich vors Bett zu knien, bevor er den Schuss abgab. Die Kugel durchschlug den Hinterkopf und trat im Gesicht wieder aus. »Genickschuss, wie bei einer Hinrichtung.« »Genau.« In diesem Augenblick streckte Gunnar Samuelson von der technischen Abteilung den Kopf durch die Tür. »Hallo, Bubla!« grüßte er und wandte sich dann an seine Kollegin. »Wir wollten gerade die Leiche abtransportieren und haben sie umgedreht. Da ist etwas, das du dir anschauen solltest.« Sie folgten ihm ins Schlafzimmer. Nils Bührmanns Leiche war auf eine Rollbare gelegt worden, die erste Station auf dem Weg zum Pathologen. Die Todesursache bezweifelte niemand. Seine Stirn war eine riesige, zehn Zentimeter breite Fleischwunde, und ein großer Teil des vorderen Schädelknochens hing nur noch an einem Hautfetzen. Das Muster der Blutspritze auf dem Bett und an der Wand sprach eine deutliche Sprache. »Was sollen wir uns ansehen?« fragte Mudig. Gunnar Samuelson hob das Leichentuch und entblößte Bührmanns Unterleib. Bublanski setzte seine Brille auf, als Mudig und er näher herantraten und den eintätowierten Text auf Bührmanns Bauch lasen. Die Buchstaben waren ungeschickt und ungleichmäßig. Ganz offensichtlich war es kein geübter Tätowierer gewesen, der diese Worte geschrieben hatte. Aber die Botschaft ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. »Ich bin ein sadistisches Schwein, ein Widerling und ein Vergewaltiger.« Mudig und Bublanski tauschten einen verblüfften Blick. »Haben wir da eventuell ein Motiv?« fragte Mudig schließlich. Karfreitag, 25. März bis Ostersamstag, 26. März. Am Karfreitag hatte Michael alle Kopien von Doc Svensons journalistischer Hinterlassenschaft aus der Millennium-Redaktion in seine Wohnung verfrachtet. Dort hatte er das Material auf dem Wohnzimmerboden sortiert. Am Samstag sahen Morlin und er sich acht Stunden lang genauestens seine E-Mails durch, seine Notizen und vor allem die Texte für sein Buch. Am Morgen hatte Michael noch kurz Besuch von seiner Schwester Annika gehabt. Sie brachte Abendzeitungen mit, deren Titelseiten von fetten Schlagzeilen und Lisbeth Salanders Passfoto in Großformat geziert wurden. Nur eine einzige Zeitung blieb sachlich. Gesucht wegen dreifachen Mordes. Die zweite Zeitung hatte die Überschrift schon etwas reißerischer formuliert. Polizei jagt psychotische Massenmörderin. Am Ostersamstag hatte auch noch Kriminalinspektorin Sonja Modig angerufen und gebeten, sofort vorbeikommen und Lisbeth Salanders Handtasche abholen zu dürfen. Wie es aussah, hatte die Polizei Mikaels Brief an Lisbeth gelesen. 20 Minuten später war Sonja Modig bei ihm, und Michael bat sie, sich zu Morlin Eriksson an den Esstisch im Wohnzimmer zu setzen. Dann ging er in die Küche, um Lisbeths Tasche zu holen, die er auf ein Regal neben der Mikrowelle gestellt hatte. Er zögerte einen Moment, ehe er die Tasche öffnete und den Hammer sowie das Tränengas herausnahm. Unterschlagung von Beweismaterial. Das Tränengas galt als illegale Waffe und würde eine Strafe nach sich ziehen. Der Hammer würde zweifellos Anlass zu gewissen Spekulationen über Lisbeths gewalttätige Veranlagung geben. Das war völlig unnötig, befand Michael. Er bot Sonja Modig einen Kaffee an. »Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?« fragte die Kriminalinspektorin. »Bitte.« »In Ihrem Brief an Frau Salander, den wir in der Lundergarten gefunden haben, schreiben Sie, dass Sie ihr zutiefstem Dank verpflichtet sind. Was meinen Sie damit?« »Dass Lisbeth Salander mir einen großen Dienst erwiesen hat.« »Worum ging es da?« »Einen Gefallen rein privater Natur, über den ich nicht sprechen möchte.« Sonja Modig musterte ihn aufmerksam. »Es geht hier immerhin um die Ermittlungen in einem Mordfall.« »Und ich für meinen Teil hoffe, dass Sie so bald wie möglich dieses Schwein fassen, das Doc und Mia auf dem Gewissen hat.« »Sie glauben nicht, dass Frau Salander schuldig ist?« »Nein.« »Und was glauben Sie, wer Ihre Freunde dann erschossen hat?« »Ich weiß es nicht. Aber Doc Svensson wollte in seinem Buch eine Reihe von Leuten namentlich an den Pranger stellen, Leute, die eine ganze Menge zu verlieren haben. Einer von denen könnte der Schuldige sein.« »Wenn sich Frau Salander rühren sollte, hoffe ich, dass Sie uns davon Mitteilung machen.« »Ich rechne nicht damit, dass sie sich bei mir meldet und die Morde gesteht, aber wenn sie es doch tun sollte, werde ich versuchen, Sie zu überreden, dass sie aufgibt und zur Polizei geht. Und dann werde ich auch versuchen, ihr beizustehen. Sie wird einen Freund brauchen.« »Herr Blomküßt ganz unter uns und ohne das Ganze hier unnötig aufzublasen. Ich hoffe, wir müssen Sie nicht überwachen lassen. Sie sind sich doch der Tatsache bewusst, dass es gesetzwidrig ist, einer polizeilich gesuchten Person zu helfen. Wenn Sie eine Verbrecherin schützen, kommt eine Strafe wegen Beihilfe auf Sie zu.« »Und ich für meinen Teil hoffe sehr, dass Sie auch ein paar Minuten darauf verwenden, über alternative Täter nachzudenken.« »Das werden wir. Wissen Sie, mit was für einem Computer Doc Svensson gearbeitet hat?« »Er hatte ein gebrauchtes iBook 500 weiß mit 14 Zoll Bildschirm.« »Wissen Sie, wo er den Laptop aufbewahrt hat?« »Doc hatte ihn immer in seinem schwarzen Rucksack. Ich gehe davon aus, dass er bei ihm zu Hause ist.« »Ist er leider nicht. Könnte er noch an seinem Arbeitsplatz stehen?« »Nein, ich habe Docs Schreibtisch schon durchgesehen, da ist er nicht.« Sie schwiegen eine Weile. »Kann ich daraus schließen, dass Docs Svensons Laptop nicht auffindbar ist?« erkundigte sich Michael schließlich. Michael und Morlin arbeiteten eine beträchtliche Anzahl von Personen heraus, die theoretisch ein Mordmotiv gehabt haben könnten. Jeder Name wurde auf einem großen Zettel notiert, den Michael mit Klebeband an der Wohnzimmerwand befestigte. Auf dieser Liste standen nur Männer, entweder Freier oder Zuhälter, die im Buch vorkamen. Um acht Uhr abends hatten sie bereits eine Liste mit 37 Namen erstellt, von denen 29 identifiziert werden konnten und nur acht ein Pseudonym trugen. Zwanzig der Identifizierten waren Freier, die bei verschiedenen Gelegenheiten Mädchen missbraucht hatten. Morlin arbeitete seit 18 Monaten bei Millennium und hatte im wüstesten Chaos der Wennerström-Affäre angefangen. Sie hatte ein vertrautes Verhältnis zu Erika Berger und den anderen Mitarbeitern, doch in Michael Blomquists Gesellschaft war ihr immer ein wenig unbehaglich zumute. Es gab keinen konkreten Grund, aber sie empfand Michael einfach als den verschlossensten und unzugänglichsten ihrer Kollegen. Für ein geselliges Beisammensein war er definitiv der Falsche, und Morlin hatte den Kommentaren der Kollegen entnommen, dass Michael sich verändert hatte. Er war stiller und unzugänglicher geworden. »Wenn ich bei der Suche nach Dorx und Mias Mörder mitarbeiten soll, muss ich mehr über Lisbeth wissen. Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll, wenn ich nicht...« Sie ließ den Satz unvollendet in der Luft hängen. Michael warf ihr einen Blick zu. Schließlich setzte er sich auf einen Sessel, der in einem 90-Grad-Winkel zu ihr stand, und legte seine Füße neben ihre auf den Tisch. »Du fragst dich, was für eine Beziehung Lisbeth Zalander zu Millennium hat. Erika Berger und du, ihr rückt nicht gerade viel Information darüber heraus?« Michael nickte und sah Morlin an. Erika und er vertrauten Morlin vollkommen, aber es gab Dinge, die er nicht mit ihr besprechen konnte. »Vor zwei Jahren habe ich Lisbeth für einen extrem komplizierten Job als Researcherin engagiert.« »Und da beginnt auch schon das Problem. Ich kann dir nicht erzählen, was für einen Job Lisbeth für mich erledigt hat. Erika ist eingeweiht, aber auch sie ist an ihre Schweigepflicht gebunden. Und glaub mir eines, die Arbeit, die sie damals für mich gemacht hat, lässt sich nicht im Entferntesten mit den Geschehnissen von Enschel in Verbindung bringen. Es gibt ganz einfach keine Verbindung.« »Okay.« »Belass es einfach dabei, dass sie für mich gearbeitet hat und ich nicht darüber sprechen kann.« »Und du kannst ruhig wissen, dass sie noch etwas anderes für mich getan hat. Sie hat mir damals das Leben gerettet. »Buchstäblich. Ich bin ihr zu tiefstem Dank verpflichtet.« Morlin zog verblüfft die Augenbrauen hoch. Davon hatte sie bei Millennium noch nie ein Wort gehört. »Wenn ich das richtig verstanden habe, kennst du sie also ziemlich gut. So gut wie ein Mensch Lisbeth Salander eben kennen kann. Sie ist wahrscheinlich der verschlossenste Mensch, der mir jemals begegnet ist.« Nach einem Besuch in Michaels Badezimmer kam Morlin Eriksson zurück zum Sofa. »Also fassen wir das Ganze noch mal zusammen,« begann sie. »Wenn Lisbeth Salander die Mörderin ist, muss es eine Verbindung zwischen ihr und Dork und Mia geben. Und die einzige Verbindung bist du.« »Diese Verbindung besteht doch gar nicht. Ich habe Lisbeth seit über einem Jahr nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie sie von der Existenz der beiden erfahren haben sollte.« Plötzlich verstummte Michael. Im Unterschied zu allen anderen wusste er, dass Lisbeth Salander eine Weltklasse-Hackerin war. Schlagartig kam ihm zu Bewusstsein, dass sein ganzes iBook voll war mit der Korrespondenz mit Dork Svensson und mit mehreren Versionen von seinem Buch. Außerdem fand sich dort eine elektronische Kopie von Mias Doktorarbeit. Er wusste nicht, ob Lisbeth Salander seinen Computer gecheckt hatte oder nicht, aber auf diesem Wege hätte sie herausfinden können, dass er Dork Svensson kannte.« Das ganze Osterwochenende überdachte Dragan Amansky in seinem Häuschen auf Blidö über Lisbeth Salander nach. Seine Frau Ritwa, mit der er seit 25 Jahren verheiratet war, konnte unschwer erkennen, dass er in Gedanken immer wieder ganz woanders war. Er versank in schweigenden Grübeleien und gab nur zerstreute Antworten, wenn sie ihn ansprach. Er war enttäuscht, dass er Lisbeth Salander so völlig falsch eingeschätzt hatte. Dass sie psychische Probleme hatte, war ihm jahrelang bewusst gewesen. Er konnte sich auch durchaus vorstellen, dass sie gewalttätig werden und jemanden verletzen konnte, wenn man sie bedrohte. Dass sie ihren Betreuer umgebracht hatte, den sie zweifellos als einen Menschen betrachtet hatte, der sich in ihre ganz persönlichen Angelegenheiten mischte, war auf einer gewissen rationalen Ebene durchaus verständlich. Sie faßte jeden Versuch, in ihr Leben einzugreifen, als Provokation auf, möglicherweise sogar als feindlichen Angriff. In der Nacht auf Ostersonntag lag Amansky schlaflos im Bett und horchte auf Ritwas ruhige Atemzüge. Schließlich stand er auf, zog sich Pantoffeln und Bademantel an und ging ins Wohnzimmer. Es war kühl, also legte er ein paar Scheite Holz in den Kachelofen. Dann machte er sich eine Flasche Bier auf, setzte sich hin und starrte in die Dunkelheit. Das weiß ich. Dragan Amansky konnte mit Sicherheit behaupten, dass Lisbeth Salander verrückt und unberechenbar war. Daran bestand kein Zweifel. Er wusste, dass im Winter 2003 irgendetwas passiert sein musste, als sie plötzlich aufgehört hatte, für ihn zu arbeiten und für ihr einjähriges Sabbatjahr ins Ausland verschwunden war. Er war überzeugt, dass Michael Blomquist irgendetwas mit ihrer Abwesenheit zu tun haben musste. Aber Michael wusste auch nicht, was vorgefallen sein könnte. Sie war zurückgekommen und hatte ihm einen Besuch abgestattet. Und sie hatte behauptet, finanziell unabhängig zu sein, was Amansky so verstanden hatte, dass sie genug Geld hatte, um erst einmal eine Weile zurechtzukommen. Das ganze Frühjahr über hatte sie Holger Palmgren regelmäßig besucht. Mit Blomquist hatte sie keinen Kontakt aufgenommen. Sie hatte drei Menschen erschossen, von denen ihr zwei anscheinend völlig unbekannt waren. Das stimmt doch alles nicht. Das ist doch völlig unlogisch. Amansky nahm einen Schluck Bier direkt aus der Flasche und zündete sich einen Zigarillo an. Er hatte ein schlechtes Gewissen, was nur noch mehr zu seiner miesen Laune an diesem Wochenende beitrug. Die Polizei musste gute Gründe für ihren Verdacht haben. Vermutlich war Lisbeth Salander tatsächlich schuldig. Was die Polizei jedoch nicht berücksichtigte, war die Frage, ob Lisbeth Salander vielleicht einen Grund für ihre Tat gehabt haben könnte, ob es mildernde Umstände gab oder zumindest eine einleuchtende Erklärung für ihre Raserei. Lisbeth Salander machte niemals etwas, was sie nicht wollte, und sie analysierte vorher immer sämtliche Konsequenzen ihres Handelns. Außergewöhnlich, ja. Wahnsinnig, nein. Also musste es eine Erklärung geben, wie obskur und unwahrscheinlich sie für Außenstehende auch wirken mochte. Irgendwann ging zwei Uhr morgens, fasste er einen Entschluss. Ostersonntag, 27. März bis Dienstag, 29. März Michael hatte sich geirrt, was höchstwahrscheinlich daran lag, dass Osterferien waren und es im Präsidium relativ leer war. Erst am Morgen des Ostersonntags kamen die Massenmedien dahinter, dass er es war, der Dork und Mia gefunden hatte. Der erste war ein Reporter vom Aftonbladet, ein alter Bekannter. »Hallo Blumquist, hier ist Niklasson. Du hast also das Paar in Enschede gefunden?« Michael bestätigte es. »Ich habe eine Quelle, die behauptet, die beiden hätten für Millennium gearbeitet.« »Deine Quelle hat halb Recht, halb Unrecht. Doc Svensson hat eine freiberufliche Reportage für Millennium geschrieben. Mia Bergmann nicht.« »Das ist ja die totale Hammer-Story.« »Da hast du wohl Recht«, meinte Michael müde. »Warum habt ihr denn bei Millennium da gar nichts drüber gebracht?« Doc Svensson war ein guter Freund und Arbeitskollege. Wir fanden es unseriös, gleich vorzupreschen. »Woran hat Doc denn gearbeitet?« »An einer Story für Millennium.« »Ach, jetzt komm schon, Blümchen. Glaubst du wirklich, dass die Morde etwas mit der Story zu tun hatten, an der Doc Svensson arbeitete?« »Wenn du mich noch einmal Blümchen nennst, lege ich sofort auf und spreche ein Jahr lang kein Wort mehr mit dir.« »Entschuldige. Glaubst du, dass Doc Svensson wegen seiner journalistischen Arbeit ermordet wurde?« »Doc hat früher sehr viele Artikel über Datenkriminalität geschrieben.« »Ging seine Story für Millennium auch in diese Richtung?« »Der lässt einfach nicht locker«, dachte Michael. Er war drauf und dran, Niklas schon zu sagen, er solle sich zum Teufel scheren. Da hielt er plötzlich inne und setzte sich im Bett auf. Ihm kamen gerade zwei Gedanken gleichzeitig. Niklas Son sagte noch irgendetwas. »Entschuldige, was hattest du als letztes gesagt?« »Ich habe gefragt, ob Doc Svensson für euch auch etwas über Datenkriminalität schrieb.« »Wenn du ein offizielles Statement von mir willst, kannst du eins kriegen.« »Schieß los.« »Du musst mich aber ganz exakt zitieren.« »Wie sollte sagen?« »Was möchtest du sagen?« »Ich mail es dir in fünf Minuten.« »Was?« »Guck in fünf Minuten in deine Mailbox«, gab Michael zurück und legte auf. Dann ging er an seinen Schreibtisch, fuhr sein iBook hoch und öffnete Word. Er dachte zwei Minuten konzentriert nach, bevor er zu schreiben begann. Die Chefredakteurin von Millennium, Erika Berger, ist zutiefst erschüttert über den Mord an ihrem Mitarbeiter, dem freien Journalisten Doc Svensson. Sie hofft, dass die Morde bald aufgeklärt werden. Der verantwortliche Herausgeber der Zeitschrift, Michael Blomquist, hatte seinen Kollegen und dessen Freundin in der Nacht zum Gründonnerstag ermordet aufgefunden. Doc Svensson war ein fantastischer Journalist und ein Mensch, den ich sehr geschätzt habe. Er hatte mehrere Ideen für interessante Reportagen. Unter anderem arbeitete er an einer großen Reportage über Datenklau, erklärte Michael Blomquist gegenüber dem Aftonbladet. Weder Michael Blomquist noch Erika Berger wollen Spekulationen anstellen, wer der Schuldige ist und welches Motiv hinter der Tat stecken könnte. Niklasson rief innerhalb einer Minute zurück, nachdem er Michaels Mail bekommen hatte. »Das ist aber nicht gerade ein großartiges Statement?« »Das ist alles, was du kriegst, und das ist mehr, als alle anderen Zeitungen kriegen werden. Entweder du bringst das ganze Zitat genau so, wie ich es dir gemailt habe, oder du bringst gar nichts.« Sobald Michael seine Mail an Niklasson geschickt hatte, setzte er sich wieder vor sein I-Book. Er überlegte und schrieb dann einen kurzen Brief. »Liebe Lisbeth, ich schreibe diesen Brief und speichere ihn auf der Festplatte, weil ich sicher bin, dass du ihn dann früher oder später lesen wirst. Die Polizei behauptet, du hättest kaltblütig zwei Menschen ermordet, die ich sehr mochte. Allerdings glaube ich nicht, dass du sie erschossen hast. Zumindest hoffe ich es. Wenn du eine psychotische Mörderin bist, wie die Polizei behauptet, dann müsste das heißen, dass ich dich entweder total falsch eingeschätzt habe, oder dass du dich im Laufe des letzten Jahres ganz dramatisch verändert hast. Und wenn du nicht die Mörderin bist, dann jagt die Polizei die falsche Person. Wir von Millennium haben unsere eigene Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, warum Doc und Mia ermordet wurden. Ich stelle derzeit eine Liste der Personen zusammen, die gute Gründe gehabt hätten, Doc Svensson zum Schweigen zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich damit auf der richtigen Fährte bin, aber ich werde diese Liste Name für Name abarbeiten. Mein Problem ist, ich kapiere nicht ganz, was Nils Bührmann eigentlich mit der ganzen Geschichte zu tun hat. In Docs Material taucht er nirgendwo auf, und ich kann auch keinerlei Verbindung zwischen ihm und Doc und Mia entdecken. Hilf mir. Er überlegte kurz, dann nannte er das Dokument »An Sally«. Anschließend legte er einen Ordner an, den er Lisbeth Salander nannte, und legte ihn gut sichtbar auf den Desktop seines Computers. Am Dienstagmorgen berief Dragan Amansky eine Sitzung am runden Konferenztisch in seinem Büro ein. Er bestellte drei Personen zu sich. Johann Frecklund, 62 Jahre alt, ehemaliger Kriminalinspektor der Polizei von Zollner, leitete die operative Einheit von Milton Security. Frecklund hatte die übergreifende Verantwortung für Planung und Analyse. Amansky hatte ihn vor zehn Jahren aus dem Staatsdienst abgeworben und betrachtete Frecklund als einen der größten Aktivposten seiner Firma. Amansky hatte auch Sonny Bohmann, 48, und Niklas Eriksson, 29, zu sich rufen lassen. Bohmann war ebenfalls Polizist gewesen. Er hatte in den 80er Jahren seine Erfahrungen in der Eingreiftruppe von Normheim gesammelt und war dann ins Dezernat für Gewaltverbrechen gewechselt, wo er Dutzende von dramatischen Ermittlungen geleitet hatte. Niklas Eriksson galt als Senkrechtstarter. Er war an der Polizeihochschule gewesen und hatte erst im allerletzten Moment vor seinem Examen erfahren, dass er einen angeborenen Herzfehler hatte, der nicht nur eine größere Operation erforderlich machte, sondern auch seine angestrebte Polizeikarriere verhinderte. Frecklund, der ein Kollege von Erikssons Vater gewesen war, hatte Amansky vorgeschlagen, dem Jungen eine Chance zu geben. Da in der Analyseeinheit eine Stelle frei war, gab Amansky seine Zustimmung und musste es nicht bereuen. Eriksson arbeitete nun schon seit fünf Jahren für Milton. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mitarbeitern der operativen Abteilung hatte Eriksson zwar keine praktischen Erfahrungen, aber dafür war er ein scharfsinniger Denker. »Guten Morgen zusammen, setzen Sie sich, lesen Sie das bitte durch«, sagte Amansky. Er teilte drei Mappen aus, die jeweils um die fünfzig Seiten kopierte Zeitungsausschnitte von der Jagd auf Lisbeth Zalanda enthielten, sowie einen dreiseitigen Bericht über ihren Hintergrund. Amansky hatte den Ostermontag damit verbracht, die Personalakte zu durchforsten. Eriksson war als erster fertig und legte die Mappe auf den Tisch. Amansky wartete, bis auch Boman und Frecklund fertig waren. »Ich habe zum ersten Mal in meiner Karriere beschlossen, dass wir Miltons Ressourcen für eine interne Angelegenheit einsetzen«, verkündete er. »Das darf natürlich kein unverhältnismäßig großer Posten im Budget werden, aber ich möchte Sie beide, Boman und Eriksson, von ihren anderen Aufgaben entbinden. Ihre einzige Aufgabe soll sein«, ein wenig vage ausgedrückt, »die Wahrheit über Lisbeth Zalanda herauszufinden.« Boman und Eriksson sahen Amansky zweifelnd an. »Ich möchte, dass Sie, Frecklund, diese Untersuchung leiten. Ich will wissen, was passiert ist und was Lisbeth Zalanda möglicherweise dazu trieb, ihren rechtlichen Betreuer und das Paar in Enschede umzubringen. Es muss eine logische Erklärung geben.« »Entschuldigen Sie aber, das hört sich doch wohl eher nach einer rein polizeilichen Aufgabe an«, wandte Frecklund ein. »Zweifellos«, erwiderte Amansky sofort. »Aber wir sind der Polizei gegenüber leicht im Vorteil. Wir kannten Lisbeth Zalanda und haben einen gewissen Einblick gewonnen, wie sie tickt.« »Na ja«, meinte Boman, »ich glaube, niemand in der Firma kannte Zalanda wirklich oder hatte eine Ahnung, was in ihrem kleinen Kopf vorging.« »Das spielt keine Rolle«, gab Amansky zurück. »Zalanda hat für Milton Security gearbeitet. Ich finde, wir haben eine gewisse Verantwortung, die Wahrheit herauszufinden.« »Zalanda arbeitet schon seit...« »Wie lange ist das jetzt schon hier? seit fast zwei Jahren nicht mehr für uns«, gab Frecklund zu bedenken. »Ich finde nicht, dass wir eine besondere Verantwortung für das haben, was sie so aushäckt. Und ich glaube auch nicht, dass die Polizei es sonderlich schätzt, wenn wir uns in ihre Ermittlungen einmischen.« »Im Gegenteil«, klärte Amansky ihn auf. »Gestern hatte ich ein paar lange Gespräche mit dem Leiter der Voruntersuchung, Staatsanwalt Ekström, sowie mit Kriminalinspektor Bublansky, der die Ermittlungen leitet.« »Extröm steht, in der momentanen Situation sehr unter Druck. Das ist hier kein Allerwärtsverbrechen unter Gangstern gewesen, sondern ein Ereignis mit enormem Medienpotenzial. Da wir Lisbeth Salanda besser kennen als die Polizei, können wir etwas zu den Ermittlungen beitragen. Ekström und ich haben uns daher darauf verständigt, dass sie beide«, er zeigte auf Buhmann und Eriksson, »nach Kungsholmen gehen und sich Bublanskis Team anschließen. Sie sind Bublansky unterstellt, berichten aber auch an mich. Sie erhalten vollen Einblick in die Ermittlungen. Sämtliches Material, das wir haben und das Sie ab jetzt noch finden, geht auch an ihn. Für die Polizei heißt das nur, dass Bublanskis Team gratis Verstärkung bekommt.« Sonja Modig hastete durch den Flur und schlüpfte genau in dem Moment in den Konferenzraum, als das große Stühlescharren gerade aufgehört hatte. Sie setzte sich neben Bublansky, der das gesamte Fahndungsteam einschließlich Staatsanwalt zu dieser Sitzung gebeten hatte. Hans Faste warf ihr einen gereizten Blick zu und eröffnete dann die Versammlung. Faste hatte weiter nach diversen Kontakten des Sozialamts mit Lisbeth Zalander geforscht, die sogenannte Psychopathenspur, wie er sich ausdrückte, und er hatte umfassendes Material zusammentragen können. Er räusperte sich. »Das hier ist Dr. Peter Teleborian, Chefarzt der Psychiatrischen Klinik St. Stephans in Uppsala. Er war so freundlich, zu uns nach Stockholm zu kommen, um uns bei den Ermittlungen mit seinem Wissen über Lisbeth Zalander behilflich zu sein.« Sonja Modig sah Peter Teleborian an. Er war klein, hatte braunes, lockiges Haar, eine Brille mit Stahlgestell und einen dünnen Spitzbart. Er trug ein beigefarbenes Kortsakko, Jeans und ein helles, gestreiftes Hemd, dessen oberer Knopf offen stand. Sein Gesicht war scharf geschnitten, aber er wirkte irgendwie jungenhaft. Sonja hatte ihn schon mehrmals gesehen, doch nie mit ihm gesprochen. Damals hatte er in ihrem letzten Semester an der Polizeihochschule Vorlesungen über psychische Störungen gehalten und später im Zusammenhang mit einem anderen Fortbildungskurs über Psychopathen und psychopathisches Verhalten bei Jugendlichen gesprochen. Einmal hatte sie auch einen Prozess gegen einen Serienvergewaltiger mitverfolgt, bei dem er als Experte in den Zeugenstand gerufen worden war. Jahrelang hatte er sich an der öffentlichen Debatte zu seinem Spezialthema beteiligt, und nun war er einer der bekanntesten Psychiater des Landes. Besonders mit seiner harten Kritik an den Einschränkungen in der Betreuung psychisch kranker Menschen hatte er sich hervorgetan. Viele psychiatrische Krankenhäuser waren geschlossen worden, und Menschen, die eigentlich als psychische Notfälle gelten mussten, standen hilflos auf der Straße, prädestiniert dafür, als Obdachlose oder Sozialfälle zu enden. Nach dem Mord an der Außenministerin Anna Lind saß Teleborian in der staatlichen Kommission, die sich mit dem Verfall der psychiatrischen Pflegeeinrichtungen auseinandersetzte. Teleborian nickte den Versammelten zu und goss sich Mineralwasser in einen Plastikbecher. »Wir werden sehen, inwiefern ich Ihnen behilflich sein kann,« begann er vorsichtig. »Ich bin nicht besonders versessen darauf, dass sich meine Prophezeiungen in diesem Zusammenhang erfüllen.« »Prophezeiungen?« hakte Bublanski nach. »Ja, das ist schon fast absurd. An dem Abend, als die Morde in Enschede begangen wurden, habe ich an einer Talkshow im Fernsehen teilgenommen und über die Zeitbombe gesprochen, die beinahe überall in unserer Gesellschaft tickt. Es ist schrecklich. Ich hatte in dem Moment natürlich nicht Lisbeth Zalanda im Hinterkopf, aber ich habe einige Beispiele von Patienten genannt, anonym natürlich, die sich eigentlich in Pflegeeinrichtungen befinden müssten, statt frei herumzulaufen. Ich würde schätzen, dass Sie von der Polizei allein dieses Jahr mindestens in einem halben Dutzend Mord- oder Totschlagsfällen ermitteln müssen, bei denen der Täter genau dieser zahlenmäßig sehr begrenzten Gruppe zuzurechnen ist.« »Und Sie meinen, Lisbeth Zalanda ist eine von diesen Verrückten?« fragte Hans faste. »Die Wortwahl Verrückte ist nicht die richtige. Ansonsten, ja, sie gehört zu der Gruppe Menschen, die von der Gesellschaft im Stich gelassen wurden. Sie ist zweifellos eines dieser kaputten Individuen, die besser nicht auf die Gesellschaft losgelassen werden sollten.« »Sie meinen, sie hätte eingesperrt werden sollen, bevor sie ein Verbrechen beging?« fragte Sonja modig. »Das ist ja wohl nicht ganz mit den Grundsätzen eines Rechtsstaates zu vereinbaren.« Hans Faste runzelte die braun und bedachte sie abermals mit einem gereizten Blick. »Sie haben völlig recht,« stimmte Teleborian zu und unterstützte damit indirekt ihre Position. »Das lässt sich mit dem Rechtsstaat nicht vereinbaren, zumindest nicht mit dem Rechtsstaat in seiner derzeitigen Form.« »Es ist ein Balanceakt zwischen dem Respekt vor dem Individuum und dem Respekt vor den potenziellen Opfern, die ein psychisch kranker Mensch eventuell auf seinem Weg zurücklässt. Kein Fall gleicht dem anderen. Jeder Patient muss individuell behandelt werden. Selbstverständlich begehen auch wir in der Psychiatrie Fehler und lassen Personen frei, die eben nicht auf der Straße herumlaufen sollten. Lassen Sie mich nur anmerken, wie wichtig es ist, dass Sie Lisbeth Zalanda als einen kranken Menschen begreifen, der Hilfe benötigt. Sie hätte gesund werden können, wenn Sie zu dem Zeitpunkt, als sie noch behandelbar war, die Behandlung bekommen hätte, die sie brauchte.« »Sie waren also Ihr Arzt,« stellte Hans Faste fest. »Ich war einer von vielen, die mit Lisbeth Zalanda zu tun hatten. In ihrer frühen Teenagerzeit war sie meine Patientin, und ich war einer von den Ärzten, die sie untersuchten, bevor sie mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres unter rechtliche Betreuung gestellt werden konnte. Lisbeth Zalanda kam kurz vor ihrem 13. Geburtstag zu mir. Sie war psychotisch, hatte Zwangsvorstellungen und litt offensichtlich unter Verfolgungswahn. Zwei Jahre lang war sie meine Patientin, während sie in der Kinderpsychiatrie von St. Stephans bleiben musste. Der Grund für diese Zwangseinlieferung war der, dass sie in ihrer Pubertät immer wieder ein äußerst gewalttätiges Verhalten gegen ihre Schulkameraden, Lehrer und Bekannten an den Tag legte. Sie war wiederholt wegen Körperverletzung angezeigt worden. Aber die Gewalt richtete sich in allen bekannten Fällen gegen Personen aus ihrem Bekanntenkreis, also gegen jemand, der etwas gesagt oder getan hatte, was sie als Kränkung empfand. In keinem einzigen Fall hat sie einen völlig unbekannten Menschen angegriffen. Daher glaube ich, dass es sehr wohl eine Verbindung zwischen ihr und dem Paar in Änschede gibt. »Abgesehen von dem Angriff in der U-Bahn, als sie 17 war,« bemerkte Hans Faste. »In diesem Fall dürfte es als gesichert gelten, dass sie angegriffen wurde und sich nur gewehrt hat,« widersprach Teleborian. »Die betreffende Person war ein bekannter Sexualstraftäter. Aber das ist dennoch ein gutes Beispiel für ihr Reaktionsmuster. Sie hätte auch weggehen oder bei den anderen Passagieren im Wagen Schutz suchen können. Stattdessen entschied sie sich dafür, ihn schwer zu misshandeln. Wenn sie sich bedroht fühlt, reagiert sie mit Gewalt.« Dienstag, 29. März bis Mittwoch, 30. März Auf der Fahrt nach Kungsholmen saß Niklas Eriksson schweigend im Taxi. Der Auftrag hatte ihm ganz unerwartet die Möglichkeit eröffnet, einen Wunsch zu befriedigen, den weder Amansky noch Sonny Boman erahnen konnten. Ganz plötzlich war er in die Lage versetzt worden, es Lisbeth Salander heimzuzahlen. Er hoffte, dass er zu ihrer Festnahme beitragen konnte. Er hoffte, dass sie zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt werden würde. Dass Lisbeth Salander bei Milton Security nicht populär gewesen war, war bekannt. Die meisten Mitarbeiter, die irgendwann mit ihr zu tun gehabt hatten, hielten sie für einen Albtraum. Aber weder Boman noch Amansky ahnten, wie abgrundtief Niklas Eriksson Lisbeth Salander hasste. Das Leben hatte Niklas Eriksson ungerecht behandelt. Er sah gut aus. Er war ein Mann in den besten Jahren. Außerdem war er intelligent. Trotzdem war ihm für immer der Weg verschlossen, das zu werden, was er immer hatte werden wollen, nämlich Polizist. Sein Problem bestand in einem mikroskopisch kleinen Loch im Herzen, das Geräusche verursachte und eine der Herzkammern schwächte. Er war operiert worden, die Sache war behoben, aber mit einem Herzfehler war man ein für allemal aussortiert und zum Menschen zweiter Klasse gestempelt. Als er die Möglichkeit bekam, bei Milton Security anzufangen, hatte er angenommen, jedoch ohne den geringsten Enthusiasmus. Sein erster Auftrag hatte darin bestanden, der operativen Einheit bei Sicherheitsanalyse und Personenschutz einer international bekannten Sängerin zu helfen, die von einem Fan, der gerade aus der Psychiatrie ausgebrochen war, verfolgt wurde. Die Sängerin wohnte allein in einer Villa in Söderthörn, wo Milton eine Überwachungs- und Alarmanlage installiert hatte und zeitweise Leibwächter vor Ort einsetzte. Eines Nachmittags, kurz bevor der aufdringliche Fan geschnappt wurde, waren zwei Angestellte von Milton am kleinen Pool hinter dem Haus gewesen, während er im Haus herumging, um Fotos von den Fenstern und Türen zu machen, die eventuell verstärkt werden mussten. Als er so von Zimmer zu Zimmer lief, kam er auch in ihr Schlafzimmer und konnte plötzlich der Versuchung nicht widerstehen, eine Kommodenschublade aufzuziehen. Darin fand er ein Dutzend Fotoalben aus ihrer großen Zeit in den siebziger und achtziger Jahren, als sie mit ihrer Band durch die ganze Welt tourte. Außerdem stieß er noch auf eine Schachtel mit höchst privaten Aufnahmen der Sängerin. Die Bilder waren relativ unschuldig, konnten aber mit ein wenig Fantasie als erotische Studien durchgehen. Mein Gott, sie war ja so eine unglaublich dumme Kuh. Er entwendete fünf der gewagtesten Bilder, offensichtlich von irgendeinem Liebhaber gemacht, die sie aus privaten Gründen aufbewahrt hatte. Er machte Kopien von den Bildern und brachte die Originale wieder zurück. Danach wartete er ein paar Monate ab, bevor er sie an ein englisches Boulevardblatt weiterverkaufte. 9000 Pfund bekam er für die Fotos. Sie hatten ganz sensationelle Schlagzeilen gemacht. Bis heute verstand er nicht, wie Lisbeth Salander es angestellt hatte. Kurz nach Veröffentlichung der Bilder bekam er Besuch von ihr. Sie wusste, dass er die Fotos verkauft hatte. Sie drohte ihm, Dragan Amansky aufzuklären, sollte er sich noch einmal etwas in dieser Art erlauben. Sie hätte ihn wohl auffliegen lassen, hätte sie ihre Behauptungen beweisen können, was sie anscheinend aber nicht konnte. Doch von diesem Tag an fühlte er sich von ihr überwacht. Wann immer er sich umdrehte, sah er ihre Schweinsäuglein. Kriminalinspektor Bublansky sah Hans Faste mit Boman und Eriksson von Milton Security aus dem Aufzug steigen. Faste hatte die neuen Mitarbeiter im Sicherheitsbereich abholen müssen. Zwar war Bublansky nicht sonderlich begeistert von dem Gedanken, außenstehenden Zugang zu Mordermittlungen zu gewähren, aber diese Entscheidung war über seinen Kopf hinweg gefällt worden. Bublansky zeigte aufs Konferenzzimmer. Die Jagd auf Lisbeth Salander lief nun schon seit sechs Tagen und es wurde Zeit, Bilanz zu ziehen. Staatsanwalt Ekström nahm nicht an der Sitzung teil. Die Gruppe bestand aus den Kriminalinspektoren Sonja Modig, Hans Faste, Kurt Svensson und Jarka Holmberg. Hinzu kam die vierköpfige Verstärkung von der Fahndungseinheit der Reichspolizei. Bublansky hob die Hand. »Wir wollen der Reihe nach vorgehen und erst mal sehen, wo wir momentan stehen. Fangen wir mit Sonja an.« »Es ist frustrierend. Wir haben wenige Stunden nach dem Mord schon einen Durchbruch erzielt und konnten Salander identifizieren. Wir haben ihre Wohnung gefunden oder zumindest das, was wir für ihre Wohnung hielten. Doch dann reißt die Spur ab. Um die dreißig Mal wurde Alarm geschlagen, weil jemand glaubte, sie gesehen zu haben, aber bis jetzt jedes Mal Fehlanzeige. Es sieht so aus, als hätte sie sich in Luft aufgelöst.« »Das ist doch unbegreiflich«, meinte Kurt Svensson. »Bei ihrer auffälligen Erscheinung dürfte es doch nicht so schwer sein, sie zu finden.« »Die Polizei in Uppsala ist gestern einem Hinweis aus der Bevölkerung nachgegangen. Mit gezogener Waffe umzingelten sie einen vierzehnjährigen Jungen, der aussah wie Salander und erschreckten ihn zu Tode. Die Eltern haben sich ziemlich aufgeregt. Es ist nicht gerade von Vorteil für uns, dass wir hinter jemandem her sind, der aussieht wie ein vierzehnjähriger Teenager. Salander kann in Gruppen von Jugendlichen jederzeit wunderbar untertauchen.« »Bei der gewalten Medienaufmerksamkeit müsste doch irgendjemand was beobachtet haben,« gab Svensson zu bedenken. »Sie bringen sie demnächst bei »Gesucht wird«. Mal sehen, ob das was hilft.« »Das glaube ich kaum. Immerhin war sie ja schon auf der Titelseite jeder schwedischen Zeitung«, widersprach Hans faste. »Was vielleicht bedeutet, dass wir umdenken sollten«, meinte Bublanski. »Vielleicht hat sie sich ins Ausland absetzen können, aber wahrscheinlich hält sie sich einfach nur irgendwo versteckt.« »Jerka, wie sieht es mit der kriminaltechnischen Ermittlung aus?« »Ich hatte gestern Abend ein Gespräch mit dem Leiter der Voruntersuchung. Folgendes wissen wir also bis jetzt.« »Erstens. Wir können Salander mit beiden Tatorten in Verbindung bringen. Wir haben ihre Fingerabdrücke auf der Mordwaffe sowie auf den Scherben einer zerbrochenen Kaffeetasse in Enschede gefunden.« »Wir warten noch auf die Ergebnisse der entnommenen DNA-Proben, aber es steht außer Zweifel, dass sie in der Wohnung gewesen ist.« »Gut.« »Zweitens. »Wir haben ihre Fingerabdrücke auf der Schachtel gefunden, in der die Waffe in Björmans Wohnung aufbewahrt wurde.« »Gut.« »Drittens. Wir haben endlich einen Zeugen, der sie in Enschede gesehen hat. Ein Mann aus einem Tabakladen hat sich gemeldet und erzählt, dass Lisbeth Salander am Abend des Mordes bei ihm im Laden war und sich eine Schachtel Marlboro Light gekauft hat.« »Fasste die Wohnung in der Lundagattern?« »Wir haben ihre Fingerabdrücke sichergestellt, aber ich glaube nicht, dass sie dort wohnt. Wir haben alles genauestens überprüft. Die Wohnung scheint Miriam Wu zu gehören. Sie wurde erst im Februar dieses Jahres in den Vertrag mit eingetragen.« »Was wissen wir über sie?« »Sie ist nicht vorbestraft, stadtbekannte Lesbe, tritt regelmäßig in Shows und auf dem Gay Pride Festival auf, tut so, als würde sie Soziologie studieren und ist Teilhaberin eines Pornoladens in der Tegnergatan. Domino-Fashion.« »Pornoladen?«, echote Sonja modig mit hochgezogenen Augenbrauen. »Na ja, die verkaufen da Handschellen und Nuttenoutfits und all so was. Brauchst du vielleicht noch eine Peitsche?« »Das ist kein Pornoladen, sondern eine Modeboutique für Leute, die sexy Unterwäsche mögen.« »Ist doch auch scheißegal.« »Mach weiter«, sagte »Salander sie ja auch erschossen,« schlug Faste vor. »Vielleicht will sie mal so richtig aufräumen in ihrem Bekanntenkreis.« »Miriam Wu ist also lesbisch. Können wir daraus folgern, dass Salander und sie ein Paar sind?« »Ich glaube, wir können ganz sicher folgern, dass da eine sexuelle Beziehung bestand«, erklärte Kurt Swenson. »Diese Behauptung stütze ich auf mehrere Fakten. Zuerst einmal haben wir Salanders Fingerabdrücke im und rund ums Bett gefunden. Außerdem haben wir ihre Fingerabdrücke auf ein paar Handschellen sichergestellt, die offenbar als Sexspielzeug benutzt wurden.« »Dann gefallen dir vielleicht auch die Handschellen, die ich für sie habe«, bemerkte Hans Faste. Sonja modig stöhnte. »Weiter«, befall Bublanski. »Wir haben einen Hinweis bekommen, dass Miriam Wu mit einem Mädchen, auf das Salanders Beschreibung passt, in der Mühle stand und wild herumknutschte. Das war vor knapp zwei Wochen. Der Anrufer behauptete, Salander schon oft in der Mühle gesehen zu haben, obwohl sie letztes Jahr überhaupt nicht mehr dort aufgetaucht ist. Dieselbe Quelle, die Salander und Wu zusammen in der Mühle gesehen hat, behauptet, dass sie dort früher immer mit einer Gruppe von Mädchen war. Sie nannten sich die Evil Fingers.« »Evil Fingers? Was ist das denn?«, fragte Bublanski. »Irgendwas Okkultes. Sie trafen sich und machten Krach.« »Sag jetzt bitte nicht, dass Salander auch noch Satanistin ist«, bat Bublanski. »Die Medien drehen ja total durch.« »Eine lesbische Satanistin«, ergänzte Faste hilfsbereit. »Dein Frauenbild stammt aus dem Mittelalter«, schnappte Sonja modig. »Sogar ich habe schon von den Evil Fingers gehört. Das war eine Mädchenrockband, Ende der neunziger Jahre. Keine Superstars, aber eine Weile waren sie halbwegs bekannt.« »Also eine Hardrock spielende lesbische Satanistin«, korrigierte sich Hans Faste. »Schluss jetzt mit dem Quatsch«, unterbrach Bublanski. »Faste, Sie und Kurt, ihr findet raus, wer alles zu den Evil Fingers gehörte und redet mit ihnen. Hat Salander sonst noch Bekannte?« »Nicht viele, abgesehen von ihrem ehemaligen Betreuer Holger Palmgren. Aber er befindet sich nach einem Schlaganfall in der Langzeitpflege und ist anscheinend sehr krank.« »Was halten wir eigentlich von Michael Blomquist?« »Er kennt Salander. Er ist das Verbindungsglied zwischen ihr und dem Paar in Entschede. Außerdem haben wir seine Zeugenaussage, dass Salander eine Woche vor dem Mord von zwei Männern überfallen wurde.« »Abgesehen von Blomquist gibt es keinen anderen Zeugen für diesen Überfall. Wenn er denn überhaupt stattgefunden hat«, gab Faste zu bedenken. »Du glaubst, Blomquist fantasiert oder lügt?« »Ich weiß nicht, aber die Geschichte klingt wenig glaubhaft. Ein ausgewachsener Kerl, der nicht mit einem kleinen Mädchen von vierzig Kilo fertig wird.« »Warum sollte Blomquist denn lügen?« »Vielleicht, um die Aufmerksamkeit von Lisbeth Salander abzulenken?« »Blomquist selbst hat ja die Theorie aufgestellt, dass das Paar in Entschede wegen des Buches ermordet wurde, an dem Doc Svensson gerade schrieb.« »Blödsinn«, fuhr Faste dazwischen. »Es ist Salander. Warum sollte jemand ihren Betreuer umbringen, um Doc Svensson zum Schweigen zu bringen?« »Okay«, sagte Sonja Modig. »Warum hat sie Bührmann erschossen?« »Und was hat diese Tätowierung zu bedeuten?«, wollte Bublanski wissen und zeigte auf das Foto von Bührmanns Bauch. »Ich bin ein sadistisches Schwein, ein Widerling und ein Vergewaltiger.« »Schweigen in der Runde.« »Wir können wohl davon ausgehen, dass Bührmann sich diese Tätowierung nicht selbst zugelegt hat.« »Ich hab da noch was«, fuhr Sonja Modig fort. »Das könnte eventuell die Aussage dieser Tätowierung belegen, dass Bührmann nämlich ein sadistisches Schwein war.« Sie öffnete eine Mappe mit Ausdrucken von Fotos und ließ sie herumgehen. Faste stieß einen Pfiff aus und hielt ein Bild von einer Frau hoch, die in einer quälenden Stellung gefesselt war. »Die Tätowierung ist knapp zwei Jahre alt«, erklärte Bublanski. »Das wäre dann genau die Zeit, in der Bührmann krank wurde. Weder der Pathologe noch seine Krankenakte verzeichnen irgendeine ernste Krankheit, abgesehen von einem zu hohen Blutdruck. Wir können also durchaus annehmen, dass es einen Zusammenhang gab.« »Solanda veränderte sich in diesem Jahr«, fügte Bührmann noch hinzu. »Sie hörte plötzlich beim Mitten auf und verschwand im Ausland.« »Sollen wir davon ausgehen, dass es auch hier einen Zusammenhang gab? Wenn die Botschaft der Tätowierung der Wahrheit entspricht, dann hatte Bührmann also jemand vergewaltigt. Möglicherweise Lisbeth Salander, das wäre dann auch ein gutes Mordmotiv. Aber das würde nicht erklären, warum sie dann noch nach Enschede gefahren ist.« Die Konferenz dauerte noch eine Stunde. Auch das Fehlen von Doc Svensons Laptop wurde zur Sprache gebracht. Als sie eine Mittagspause machten, waren alle frustriert. In diesen Ermittlungen gab es mehr Fragezeichen als je zuvor. Sobald Erika Berger am Dienstagmorgen in die Redaktion kam, rief sie Magnus Borgschö an, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Svenska Morgenposten. »Ich bin interessiert«, sagte sie. »Das dachte ich mir schon. Ich wollte Ihnen meine Entscheidung direkt nach den Osterferien mitteilen, aber Sie verstehen sicher, dass hier in unserer Redaktion gerade das völlige Chaos ausgebrochen ist. Der Mord an Doc Svensson, mein Beileid an der schrecklichen Geschichte. Dann verstehen Sie sicher auch, dass ich in diesem Moment nicht unbedingt verkünden kann, dass ich abspringe.« Er schwieg einen Moment. »Wir haben da ein Problem«, meinte Borgschö schließlich. »Als wir uns das letzte Mal unterhielten, sprachen wir von ihrem Wechsel zu uns am 1. August. Aber nun ist unser Chefredakteur, Horkad Moranda, Ihr Vorgänger, also sehr krank geworden. Er hat Probleme mit dem Herzen und muss kürzer treten. Vor ein paar Tagen habe ich von erfahren, dass er schon zum 1. Juli aufhören will. So wie die Dinge momentan liegen, Erika, brauchen wir sie schon ab dem 1. Mai, allerspätestens am 15. Mai.« »Oh Gott, das sind ja nur noch ein paar Wochen.« »Sind Sie immer noch interessiert?« »Doch, aber das bedeutet ja, dass ich nur einen Monat hätte, um hier beim Millennium alles abzuschließen.« »Es tut mir auch leid, Erika, aber ein Monat sollte doch ausreichend sein, um die Angelegenheiten einer Zeitschrift mit einem halben Dutzend Angestellten zu regeln. Sie müssen so oder so gehen. Alles, was wir tun, ist, dass wir den Zeitpunkt ein paar Wochen vorverlegen.« »Ich habe ein paar Bedingungen.« »Wir werden da schon eine Lösung finden.« Sie einigten sich darauf, sich in der ersten Aprilwoche mit dem Führungsstab zu treffen, um Details zu besprechen. Michael kam gegen ein Uhr nachts nach Hause. Er war müde und drauf und dran, sich einfach schlafen zu legen, aber dann fuhr er stattdessen sein I-Book hoch und überprüfte seine Mailbox. Nichts Interessantes. Dann öffnete er den Ordner Lisbeth Salander und entdeckte ein ganz neues Dokument. Es trug den Namen an Mick Blom und lag neben dem Dokument namens an Sally. Es war fast ein Schock, dieses Dokument plötzlich im Computer zu entdecken. Sie ist da. Lisbeth Salander ist in meinem Computer. Vielleicht ist sie sogar im Moment eingeloggt. Er doppelklickte auf den Dateinamen. Michael war sich nicht sicher, was er eigentlich erwartet hatte. Einen Brief, eine Antwort, Beteuerungen ihrer Unschuld, eine Erklärung. Lisbeth Salanders Antwort an Mickael Blomquist war jedoch frustrierend kurz. Ihre Mitteilung bestand aus einem einzigen Wort. Vier Buchstaben. Sala. Michael starrte auf den Namen. Doc Svensson hatte bei ihrem letzten Telefongespräch von Sala gesprochen, zwei Stunden bevor er ermordet wurde. Was will sie damit sagen? Sollte Sala am Ende die Verbindung zwischen Björmann, Doc und Mia sein? Wie? Warum? Wer ist Sala? Und woher weiß Lisbeth Salander davon? Wie kommt sie ins Spiel? Er überlegte kurz und schrieb ein neues Word-Dokument, das er Sally zweitaufte und auf den Desktop legte. Er verfasste eine kurze, aussagekräftige Botschaft. Lisbeth, du verdammt anstrengender Mensch! Wer zum Teufel ist Sala? Ist er die Verbindung? Weißt du, wer Doc und Mia ermordet hat? Wenn ja, sag es mir, damit wir diesem Elend ein Ende machen können. Mickael. Die Antwort kam innerhalb einer Minute. Im Ordner auf seinem Desktop tauchte ein neues Dokument auf, diesmal mit dem Namen Kalle Blomquist. Du bist der Journalist. Finde es raus. Mittwoch, 30. März bis Freitag, 1. April Am Mittwoch ereignete sich weiter nichts Dramatisches. Mickael verbrachte den Tag damit, Doc Svensons Material genauestens daraufhin zu durchkämmen, ob es irgendwo einen Hinweis auf den Namen Sala gab. Genau wie Lisbeth Salander vor ihm stieß er in Doc Svensons Computer auf den Ordner Sala und las die drei enthaltenen Dokumente Irine P. Sandström und Sala. Und genau wie Lisbeth wurde auch Mickael klar, dass Doc Svensons eine Polizeiquelle namens Gulbransen gehabt hatte. Er konnte ihn bei der Kriminalpolizei in Söderterje ausfindig machen, aber als er anrief, erklärte man ihm, Gulbransen befinde sich gerade auf einer Dienstreise und komme erst am nächsten Montag zurück. Außerdem bemerkte er, dass Doc Svensons sehr viel Zeit auf den Fall Irine P. verwendet hatte. Als er das Obduktionsprotokoll las, stellte er fest, dass die Frau langsam und brutal ermordet worden war. Der Mord war Ende Februar geschehen. Da sie eine Prostituierte gewesen war, ging die Polizei davon aus, dass der Mörder unter ihren Kunden zu finden sei. Er wollte einfach nicht glauben, dass Lisbeth Salander die Morde auf dem Gewissen hatte. Er stand so tief in ihrer Schuld, dass er es nie wieder gut machen konnte. Andererseits musste er zugeben, dass er so gut wie gar nichts über sie wusste. Die psychiatrischen Gutachten, die Tatsache, dass man sie in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen und für nicht geschäftsfähig erklärt hatte, waren zusammengenommen doch gravierende Indizien dafür, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Dem Chefarzt Peter Teleburian von der Psychiatrischen Klinik St. Stefans in Uppsala hatte man in den Medien ein großes Forum geboten. Aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht hatte er nicht speziell über Lisbeth Salander gesprochen, aber den Zusammenbruch des Gesundheitswesens im Hinblick auf die Behandlung psychisch kranker Menschen diskutiert. Er war nicht nur eine angesehene Autorität in Schweden, sondern auch ein international anerkanter Experte für psychische Krankheiten. Teleburian hatte sehr überzeugend gesprochen, hatte sein Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien zum Ausdruck gebracht, aber zugleich deutlich gemacht, dass ihm Lisbeths Wohlergehen am Herzen lag. Michael überlegte, ob er mit Teleburian Kontakt aufnehmen sollte und ob dieser ihm vielleicht irgendwie helfen könnte. Doch dann ließ er es bleiben. Er nahm an, dass der Arzt Lisbeth noch früh genug helfen konnte, wenn sie gefasst worden war. Bublanski klopfte an dem Türrahmen von Sonja Modigs Dienstzimmer und setzte sich dann auf den Besucherstuhl vor ihrem Schreibtisch. »Dog Svensons Laptop«, sagte er. »Ich habe auch schon daran gedacht«, antwortete sie. »Ich habe ja den letzten Tag in Svensons und Bergmanns Leben rekonstruiert. Es gibt da immer noch ein paar Lücken, aber Doc Svensson war an diesem Tag auf keinen Fall in der Millennium-Redaktion. Aber er war in der Stadt unterwegs und traf gegen vier Uhr nachmittags einen alten Studienkollegen. Ein zufälliges Treffen in einem Café in der Trottninggarten. Der Studienfreund hat angegeben, dass Doc Svensson definitiv einen Laptop in seinem Tag hatte. Er hat ihn gesehen und sogar eine Bemerkung darüber gemacht. »Und gegen elf Uhr abends, nachdem Svensson erschossen worden ist, fehlt der Computer in seiner Wohnung.« »Korrekt.« »Was für Schlüsse können wir daraus ziehen?« »Er könnte noch woanders gewesen sein und seinen Laptop aus irgendeinem Grund dort gelassen oder vergessen haben.« »Wie wahrscheinlich ist das?« »Nicht besonders wahrscheinlich. Aber er könnte ihn zum Kundenservice oder zur Reparatur gebracht haben.« »Außerdem besteht die Möglichkeit, dass er noch einen anderen Arbeitsplatz hatte, von dem wir nichts wissen. Er hatte zum Beispiel früher ein Büro am St. Eriksplan gemietet.« »Okay.« »Dann wäre da natürlich noch die Möglichkeit, dass der Mörder den Laptop mitgenommen hat.« »Nach dem, was Armansky erzählt hat, konnte Lisbeth unglaublich gut mit dem Computer umgehen.« »Stimmt«, nickte Sonja modig. »Bloomquists Theorie ist ja, dass Doc Svensson und Mia Bergmann wegen Svensons Recherchen ermordet wurden. Die müssten demnach ja auf dem Laptop zu finden sein.« »Drei Mordopfer, das sind so viele lose Enden, dass wir sie nicht schnell genug zurückverfolgen können. Aber wir haben auch noch gar keine richtige Durchsuchung von Doc Svensons Arbeitsplatz beim Millennium durchgeführt.« »Ich habe gerade heute Morgen mit Erika Berger gesprochen. Ich habe mit ihr verabredet, dass ich morgen zum Millennium komme.« Am Donnerstag saß Mikael gerade hinter seinem Schreibtisch und besprach sich mit Mordyn Eriksson, als er ein Telefon in der Redaktion läuten hörte. Durch die offenstehende Tür sah er Henry Cortez und kümmerte sich nicht weiter um das Klingeln. Aber dann fiel irgendwo in seinem Hinterkopf der Groschen, dass es das Telefon von Doc Svensson war, das da klingelte. Er brach mitten im Satz ab und sprang auf. »Halt, fass das Telefon nicht an!« brüllte er. Henry Cortez hatte gerade die Hand auf den Hörer gelegt. Mikael lief durchs Zimmer. »Wie zum Teufel hieß nochmal? Indigo Marktforschung. Hier spricht Mikael. Wie kann ich Ihnen helfen?« »Hallo, mein Name ist Gunnar Björk. Ich habe einen Brief bekommen, dass ich ein Handy gewonnen habe.« »Gratuliere,« rief Mikael Blomquist. »Es ist das allerneueste Sony-Eriksson-Modell.« »Und es kostet mich gar nichts?« »Nein, Sie müssen sich nur für ein Interview zur Verfügung stellen. Wir betreiben Marktforschung und erstellen Tiefenanalysen für verschiedene Firmen.« »Das wird ungefähr eine Stunde in Anspruch nehmen. Wenn Sie sich dazu bereit erklären, rücken Sie eine Runde weiter und bekommen die Chance, einhunderttausend Kronen zu gewinnen.« »Verstehe. Können wir das telefonisch machen?« »Leider nein. Für unsere Untersuchung müssen Sie verschiedene Firmenlogos ansehen und identifizieren. Wir werden Sie außerdem fragen, was für Werbefotos Sie ansprechen, und müssen Ihnen dazu verschiedene Alternativen vorlegen. Wir müssen also einen unserer Mitarbeiter vorbeischicken.« »Aha, wie kommt es eigentlich, dass ich ausgewählt worden bin?« »Wir machen solche Untersuchungen ein paar Mal pro Jahr. Momentan konzentrieren wir uns auf etablierte Männer in ihrer Altersgruppe. Wir haben die Personenkennnummern nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.« Schließlich ließ sich Gunnar Björk darauf ein, einen Mitarbeiter von Indigo-Marktforschung zu empfangen. Er teilte mit, dass er derzeit krankgeschrieben sei und sich in einem Ferienhaus in Smodalareu aufhalte. Nachdem er den Weg beschrieben hatte, verabredeten sie ein Treffen für Freitagmorgen. »Yes«, rief Michael, sobald er aufgelegt hatte. Er streckte seine Faust in die Luft. Morlin Eriksson und Henry Cortez tauschten einen verwunderten Blick. Paolo Roberto landete am Donnerstagmorgen um halb zwölf in Arlanda. Den Großteil des Flugs aus New York hatte er verschlafen, und er spürte nicht den geringsten Jetlag. Er hatte einen Monat in den USA verbracht, übers Boxen geredet, Schaukämpfe angesehen und nach Anregungen für eine Produktion gesucht, die er an Strix Television verkaufen wollte. Wehmütig dachte er daran, dass er seine Profikarriere an den Nagel gehängt hatte, einerseits, weil seine Familie es ihm sanft nahe gelegt hatte, andererseits, weil er langsam einfach zu alt wurde. Er konnte nicht viel mehr tun, als sich in Form zu halten, was er durch mindestens eine intensive Trainingsrunde pro Woche tat. Doch sein Name war im Boxsport immer noch äußerst klangvoll, und er nahm an, dass er auch für den Rest seines Lebens auf die eine oder andere Art im Sportbereich arbeiten würde. Er ging hinaus in die Ankunftshalle und steuerte gerade den Flughafenexpress an. Da starrte er plötzlich in Lisbeth Salanders Gesicht auf den Schlagzeilenplakaten der Abendzeitungen. Zuerst kapierte er gar nicht, was er sah. Er überlegte kurz, ob er doch unter Jetlag litt. Dann las er die Überschriften. Jagd auf Lisbeth Salander. Er blickte auf das nächste Plakat. Psychopathin gesucht wegen dreifachen Mordes. Zögernd betrat er den Zeitschriftenladen, kaufte sich mehrere Zeitungen und ging dann in eine Cafeteria. Mit steigender Verwunderung las er die Artikel. Als Michael Blomquist am Donnerstagabend gegen elf in seine Wohnung, in der Bellmannsgarten kam, war er müde und deprimiert. Er hatte früh ins Bett gehen und einen wenig versäumten Schlaf nachholen wollen, aber er konnte nicht widerstehen, lockte sich mit seinem iBook ins Internet ein und checkte seine Mailbox. Er hatte nichts wirklich Interessantes bekommen, aber zur Sicherheit öffnete er noch schnell den Ordner Lisbeth Salander. Sein Puls ging sofort hoch, als er ein neues Dokument mit dem Titel MB2 entdeckte. Er doppelklickte darauf. Staatsanwalt E. gibt heimlich Informationen an die Medien weiter, frag ihn, warum er nicht auch den alten Ermittlungsbericht der Polizei weitergegeben hat. Michael dachte verblüfft über die kryptische Mitteilung nach. Was meinte sie? Was für eine alte Ermittlung? Er verstand nicht, worauf sie anspielte. Verdammt, warum musste sie immer in Rätseln sprechen? Nach einer Weile hatte er ein neues Dokument fertig, das er kryptisch nannte. »Harduseli, ich bin seit heute Morgen auf den Beinen und bin hundemüde. Ich habe keine Lust auf Ratespielchen. Vielleicht ist es dir ja egal, aber ich will wissen, wer meine Freunde umgebracht hat.« Er wartete vor seinem Bildschirm. Die Antwort kryptisch 2 kam eine Minute später. »Was machst du, wenn ich es war?« Er antwortete mit kryptisch 3. »Lisbeth, wenn du tatsächlich völlig verrückt geworden sein solltest, dann kann dir wahrscheinlich nur noch Peter Teleborian helfen. Aber ich glaube nicht, dass du, Dork und Mia ermordet hast. Ich hoffe und bete, dass ich mit dieser Annahme richtig liege. Ich weiß nicht, was zwischen uns beiden schiefgegangen ist, aber wir haben einmal über Freundschaft geredet. Ich sagte, dass Freundschaft auf zwei Dingen aufbaut, Respekt und Vertrauen. Auch wenn du mich nicht mehr magst, kannst du mir trotzdem noch vertrauen und dich auf mich verlassen. Ich habe deine Geheimnisse niemals verraten. Vertrau mir. Ich bin nicht dein Feind. M.« Die Antwort ließ so lange auf sich warten, dass Michael fast schon die Hoffnung aufgegeben hatte. Aber fast fünfzig Minuten später materialisierte sich plötzlich kryptisch 4 auf dem Bildschirm. »Ich werde drüber nachdenken.« Miriam Wu starrte auf das aufgebohrte Schloss und die Klebestreifen an der Tür. Da hörte sie plötzlich Schritte auf der Treppe. Als sie sich umdrehte, sah sie einen durchtrainierten, kräftig gebauten Mann mit intensivem, starrem Blick. Sie fasste ihn als feindselig auf, ließ ihre Tasche auf den Boden fallen und machte sich zu einer Thai-Boxing-Demonstration bereit. »Miriam Wu?«, erkundigte er sich. Zu ihrer Überraschung zeigte er ihr einen Polizeiausweis. »Wo sind Sie während der letzten Woche gewesen?« »Ich war weg. Was ist passiert? Ist jemand eingebrochen?« Faste starrte sie an. »Ich muss Sie bitten, mich nach Cungsholm zu begleiten,« sagte er, und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Michael Blomquist folgte der Wegbeschreibung zum Ferienhäuschen in Smodalareux, die Gunnar Björk 62 Jahre ihm gegeben hatte. Er stellte sein Auto ab und sah, dass das Sommerhäuschen ein modernes Einfamilienhaus mit ganz Jahresstandard und Seeblick war. Über einen Kiesweg ging er bis zur Haustür und klingelte. Gunnar Björk war dem Passbild, das Doc Svensson aufgetrieben hatte, nicht unähnlich. »Guten Tag,« grüßte Michael. »So, dann haben Sie mich also gefunden. Kommen Sie rein, wir setzen uns in die Küche.« Gunnar Björk schien ganz gesund zu sein, humpelte aber leicht. »Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und warte auf meinen Operationstermin. Möchten Sie Kaffee?« »Nein, danke,« antwortete Michael, setzte sich auf einen Küchenstuhl, machte seine Tasche auf und zog eine Mappe heraus. Björk nahm ihm gegenüber Platz. »Sie kommen mir so bekannt vor. Sind wir uns schon mal begegnet?« »Das kann ich mir nicht vorstellen,« erwiderte Michael. »Wie war noch mal Ihr Name?« »Michael Blomquist. Ich bin Journalist und arbeite für die Zeitschrift Millennium.« Gunnar Björk wirkte verwirrt. Dann fiel der Groschen. »Kalle Blomquist. Die Wennerström-Affäre. Aber die Implikationen waren ihm trotzdem noch nicht ganz klar.« »Millennium, ich wusste gar nicht, dass Sie auch Marktforschung betreiben.« »Das machen wir auch nur in Ausnahmefällen.« »Ich möchte, dass Sie sich drei Fotos ansehen und mir sagen, welches Modell Ihnen am besten gefällt.« Michael legte die ausgedruckten Bilder von drei Mädchen auf den Tisch. Eines der Bilder hatte er von einer Pornoseite aus dem Internet heruntergeladen. Die beiden anderen waren vergrößerte Passbilder in Farbe. Gunnar Björk wurde plötzlich leichenblass. »Ich verstehe nicht ganz.« »Nein?« »Das hier ist Lydia Komarowa, 16 Jahre aus Minsk in Weißrussland. Daneben Myang Su-Chin, besser bekannt als Yo-Yo aus Thailand. Sie ist 25.« »Und schließlich haben wir hier noch Jelena Barasova, 19 Jahre, aus Tallinn. Sie haben gegen Bezahlung Sex mit allen dreien gehabt, und ich frage Sie, welche Ihnen am besten gefallen hat. Betrachten Sie es als Marktforschungsstudie.« Bublansky sah Miriam Wu zweifelnd an. Sie erwiderte seinen Blick nicht viel freundlicher. »Wenn ich noch einmal zusammenfassen darf. Sie behaupten, Sie kennen Lisbeth Zalander seit knapp drei Jahren. Sie hat Ihnen dieses Frühjahr ohne Gegenleistung Ihre Wohnung überschrieben und ist woanders hingezogen. Sie haben ab und zu Sex mit ihr, wenn sie sich bei Ihnen meldet, aber Sie wissen nicht, wo sie wohnt, was sie sonst so macht oder wie sie Ihren Lebensunterhalt verdient. Und Sie wollen, dass ich Ihnen das abnehme.« »Es ist mir scheißegal, ob Sie mir das abnehmen. Ich habe kein Verbrechen begangen, und wie ich mein Leben leben möchte oder mit wem ich Sex habe, geht weder Sie noch irgendjemand anders was an.« Hans Faster hatte dem Verhör mit wachsender Gereiztheit zugehört. Er fand, dass Bublansky viel zu lax mit diesem chinesen Mädchen umging, ganz offensichtlich ein arrogantes Stück, das viele Worte machte, um die Antwort auf die einzig wichtige Frage zu vermeiden, nämlich wo zum Teufel sich die verdammte Nutte Lisbeth Salander versteckte. Doch Miriam Wu wusste nicht, wo Lisbeth Salander sich aufhielt. Sie wusste nicht, ob Salander arbeitete. Sie hatte noch nie von Milton Security gehört. Sie hatte auch noch nie von Doc Svensson und Mia Bergmann gehört und konnte daher keine einzige relevante Frage beantworten. Sie hatte keine Ahnung, dass Salander unter rechtlicher Betreuung stand, dass sie als Jugendliche in eine psychiatrische Anstalt zwangseingewiesen worden war und ausführliche psychiatrische Gutachten über sie vorlagen. Hingegen konnte sie bestätigen, dass Lisbeth Salander und sie zusammen in der Mühle gewesen waren, rumgeknutscht hatten, danach zusammen in die Lundergarten und früh am nächsten Morgen wieder getrennte Wege gegangen waren. Ein paar Tage später war Miriam Wu nach Paris gefahren und hatte die Schlagzeilen in den schwedischen Tageszeitungen völlig verpasst. Abgesehen von einem kurzen Besuch, bei dem Lisbeth ihre Autoschlüssel vorbeigebracht hatte, hatte sie sie seit dem Abend in der Mühle nicht mehr gesehen. Autoschlüssel? fragte Bublanski. Salander hat doch gar kein Auto. Miriam Wu erklärte ihm, dass Lisbeth einen weinroten Honda gekauft hatte, der vor der Wohnung parkte. Bublanski stand auf und sah Sonja modig an. Kannst du das Verhör übernehmen? bat er und verließ das Zimmer. Er musste Jerka Holmberg suchen und ihn auf die technische Untersuchung eines weinroten Honda ansetzen. Außerdem wollte er ein bisschen allein sein und nachdenken. Der krankgeschriebene Gunnar Björk, stellvertretender Chef der Auslandsabteilung der Sicherheitspolizei, saß wie ein graues Gespenst in seiner Küche. Michael betrachtete ihn gleichmütig. Er war mittlerweile überzeugt davon, dass Björk nicht das geringste mit den Morden in Enschede zu tun hatte. Björk konnte nur mit einem einzigen interessanten Detail aufwarten. Wie sich herausstellte, war er mit dem Rechtsanwalt Nils Bührmann persönlich bekannt. Sie hatten sich im Schützenverein der Polizei kennengelernt, in dem Björk 28 Jahre lang aktives Mitglied gewesen war. Björk hatte alle erwarteten Phasen durchlaufen. Zunächst hatte er alles geleugnet, dann, als Michael ihm einen Teil des Beweismaterials zeigte, Michael gedroht und zu bestechen versucht und schließlich angefleht. Michael hatte alles gleichermaßen ignoriert. »Ist Ihnen klar, dass Sie mein Leben zerstören, wenn Sie das hier veröffentlichen?« fragte Björk schließlich. »Ja«, gab Michael zurück. »Und Sie werden es trotzdem tun?« »Selbstverständlich.« »Warum? Können Sie keine Rücksicht nehmen? Ich bin krank.« »Interessant, dass ausgerechnet Sie mit Rücksicht argumentieren. Während Sie jammern, dass ich Ihr Leben zerstöre, haben Sie das Leben mehrere junge Mädchen zerstört. Wir können drei dieser Verbrechen dokumentieren. Der Herrgott weiß, wie viele es sonst noch waren. Wo war denn da Ihre Menschlichkeit?« Er stand auf, sammelte seine Unterlagen zusammen und steckte sie wieder in seine Laptoptasche. »Ich finde allein hinaus.« Er ging zur Tür, blieb aber noch einmal stehen und wandte sich an Björk. »Haben Sie schon einmal von einem Mann namens Sala gehört?« erkundigte er sich. Björk starrte ihn an. Er war immer noch so perplex, dass er Mikaels Worte kaum wahrnahm. Der Name Sala hatte keine besondere Bedeutung für ihn, doch plötzlich weiteten sich seine Augen. Michael bemerkte die Veränderung und trat wieder einen Schritt an den Küchentisch heran. »Warum fragen Sie nach Sala?« wollte Björk wissen. »Er sah fast aus, als stünde er unter Schock.« »Weil er mich interessiert,« antwortete Michael. »Totenstille in der Küche.« Michael konnte förmlich zusehen, wie Björk sich den Kopf zermaterte. Schließlich nahm Björk eine Schachtel Zigaretten vom Fensterbrett. Es war seine erste Zigarette, seit Michael das Haus betreten hatte. »Was genau, wollen Sie wissen?« Michael zögerte einen Moment. »Er ist einer der Namen auf meiner Liste, eine der Personen, zu denen Doc Svensson Nachforschung angestellt hat.« »Wenn ich Sie zu Sala führe, könnten Sie sich dann vorstellen, mich in Ihrer Reportage wegzulassen?« Sonja Modig war irrsinnig wütend auf Hans Faste, zeigte aber mit keiner Miene, was sie von ihm hielt. Seit Boblansky das Zimmer verlassen hatte, war das weitere Verhör mit Miriam Wu alles andere als stringent gewesen. Anscheinend fühlte sich Faste von einer schönen, intelligenten und dezidiert lesbischen Frau provoziert. Gleichzeitig war es genauso offensichtlich, dass Miriam Wu seine Gereiztheit bemerkte und sie rücksichtslos schürte. »Sie haben also den Dildo in meiner Kommode gefunden. Was für Fantasien kamen Ihnen denn da in den Kopf?« Miriam Wu lächelte neugierig. Faste sah so aus, als würde er gleich krepieren vor Wut. »Halten Sie den Mund und antworten Sie auf meine Fragen.« »Sie haben gefragt, ob ich Lisbeth damit gefickt habe, und ich habe geantwortet, dass sie das ein Scheißdreck angeht.« Sonja Modig hob die Hand. »Das Verhör mit Miriam Wu wird um elf Uhr zwölf für eine kurze Pause unterbrochen.« Sie schaltete das Aufnahmegerät aus. »Wären Sie so nett, her sitzen zu bleiben, Frau Wu? Hans, kann ich dich mal kurz sprechen?« Miriam Wu lächelte ihm zuckersüß zu, als er ihr einen wütenden Blick zu warf und Sonja Modig auf den Flur folgte. Seine Kollegin drehte sich zu ihm um und stellte sich so dicht vor ihn, dass ihre Nasen nur zwei Zentimeter voneinander entfernt waren. »Bublanski hat mich beauftragt, das Verhör fortzuführen. So kommen wir hier nicht weiter.« »Blödsinn! Diese dumme Fotze windet sich doch wie ein Aal.« »Ist die freudsche Symbolik in deiner Wortwahl beabsichtigt?« »Was?« »Vergiss es. Geh von mir aus in den Clubkeller und mach ein paar Schießübungen, aber halt dich aus diesem Verhör raus.« »Bist du so geil auf sie, dass du sie alleine verhören willst?« Bevor Sonja Modig es sich versah, schoss ihre Hand nach vorn und versetzte Hans Faste eine Ohrfeige. Sie bereute es in der nächsten Sekunde, aber da war es schon zu spät. Sie blickte rechts und links den Korridor hinunter und stellte fest, dass es Gott sei Dank keine Zeugen gegeben hatte. Hans Faste wirkte erst völlig verdattert. Dann grinste er sie nur an, warf sich seine Jacke über die Schulter und ging davon. Sie wollte ihm schon eine Entschuldigung nachrufen, entschied sich dann aber dagegen. Sie wartete noch eine Minute, um sich wieder zu beruhigen. Dann holte sie zwei Becher Kaffee aus dem Automaten und ging zurück zu Miriam Wu. Freitag, 1. April bis Sonntag, 3. April Bei der nachmittäglichen Sitzung gab es den ersten handfesten Streit unter den Ermittlern. Bublanski fasste die Lage zusammen und erklärte, dass er es für angezeigt hielt, die Fahndung etwas breiter anzulegen. »Vom ersten Tag an haben wir unsere gesamte Energie darauf konzentriert, Lisbeth Zalander zu finden. Sie war höchst verdächtig, und das aus sachlichen Gründen. Aber das Bild, das wir von ihr haben, wird von allen Personen, die sie heute kennen, als Fehleinschätzung betrachtet. Weder Amanski noch Blomquist oder Miriam Wu sehnen ihr eine psychotische Mörderin. Daher möchte ich, dass wir unsere Bemühungen ein wenig erweitern und anfangen, uns Gedanken über andere mögliche Täter zu machen. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Zalander einen Mittäter gehabt haben könnte oder einfach nur anwesend war, als die Schüsse fielen.« Bublanskis Darlegung zog eine heftige Debatte nach sich, in der ihm vor allem Hans Faste und Sonny Bromann von Milton Security Widerstand leisteten. Die einzige, die in dieser Diskussion auf Bublanskis Seite stand, war Sonja modig. Kurt Svensson und Jerka Hollenberg begnügten sich mit vereinzelten Kommentaren. Niklas Eriksson von Milton schwieg die ganze Zeit. Schließlich hob Staatsanwalt Ekström die Hand. »Bublanski, ich verstehe das so, dass Sie Zalander keinesfalls aus der Ermittlung streichen wollen.« »Nein, natürlich nicht. Wir haben schließlich Ihre Fingerabdrücke sichergestellt. Aber bis jetzt haben wir uns den Kopf über ein mögliches Motiv zerbrochen, ohne eines zu finden. Ich will, dass wir unsere Gedanken auch einmal in andere Bahnen lenken. Könnten noch mehr Personen in den Fall verwickelt sein. Könnte es trotz allem mit dem Buch über Mädchenhandel zu tun haben, an dem Doc Svensson gerade schrieb. Blomquist hat durchaus recht, wenn er sagt, dass mehrere Personen, die in diesem Buch vorkommen, ein Mordmotiv hätten.« »Wie wollen Sie vorgehen?« erkundigte sich Ekström. »Ich möchte, dass zwei Personen sich mit der Suche nach einem anderen möglichen Täter beschäftigen. Sonja und Niklas können dabei helfen.« »Ich?« fragte Niklas Eriksson verblüfft. »Bublanski hatte ihn ausgesucht, weil er der Jüngste im Raum war und wahrscheinlich am ehesten in der Lage, auch unorthodox zu denken. »Sie arbeiten mit Sonja Modig zusammen. Gehen Sie alles durch, was wir bis jetzt wissen, und versuchen Sie etwas zu finden, was uns entgangen ist. Faste, Svensson und Bumann arbeiten weiter in der Suche nach Salander. Das hat höchste Priorität.« »Und was soll ich machen?« fragte Jaka Hollenberg. »Konzentrier dich auf Bührmann. Nimm dir noch mal seine Wohnung vor. Prüf nach, ob wir was übersehen haben. Noch Fragen?« Keiner hatte Fragen. Niklas Eriksson war niedergeschlagen. Zalander war immer noch auf freiem Fuß. Und damit nicht genug, nun fing Bublanski an, alternative Täter in Betracht zu ziehen. Das war keine positive Entwicklung. Und jetzt war ihm auch noch Sonja Modig vor die Nase gesetzt worden. Sie war diejenige, die am meisten an Zalanders Schuld zweifelte und damit offenbar auch Bublanski angesteckt hatte. Niklas Eriksson überlegte. Am Morgen hatten Bumann und er bei Milton ein kurzes Treffen mit Amanski und Frecklund gehabt. Die Ermittlungsarbeit einer Woche war ohne Ergebnis geblieben, und Amanski war frustriert, weil niemand eine Erklärung für die Morde zu finden schien. Amanski hatte entschieden, dass Bumann und Eriksson noch eine Woche weitermachen sollten. Wenn dabei immer noch nichts herauskommen sollte, würden sie das Projekt abbrechen. Niklas Eriksson blieb mit anderen Worten noch eine einwöchige Frist, um diese Ermittlungen in seinem Sinne zu beeinflussen. Er wusste nicht recht, was er jetzt tun sollte. Nach einer Weile rief er Toni Scala an, einen freien Journalisten, der dummes Zeug für ein Männermagazin schrieb und den Niklas Eriksson schon ein paar Mal getroffen hatte. Eriksson erklärte ihm, er habe Informationen über die Morde in Enschede. Er setzte ihm auseinander, wie er plötzlich mitten in den heißesten Ermittlungen seit Jahren gelandet war. Wie zu erwarten war, bis Scala an. Sie verabredeten sich auf einen Kaffee im Avenie in der Kungsgatern. Toni Scalas hervorstechendste Eigenschaft war seine ungeheure Fettleibigkeit. »Wenn du Informationen haben willst, musst du aber zwei Sachen versprechen. Lass hören. Erstens darf Milton Security nicht genannt werden. Unsere Rolle ist nur eine beratende, und wenn Miltons Name fällt, könnte jemand darauf kommen, dass die Informationen von mir stammen. Zweitens muss es sich so anhören, als ob die Informationen von einer Frau kämen.« »Warum denn das?« »Um den Verdacht von mir abzulenken.« »Geht klar. Also, was kannst du mir erzählen?« »Salandas lesbische Freundin ist aufgetaucht.« »Hoppla! Dieses Mädchen, das in der Lundagartan gemeldet ist und die ganze Zeit verschwunden war?« »Miriam Wu.« »Ist das was?« »Ja, ja, durchaus. Wo ist sie denn gewesen?« »Im Ausland. Sie behauptet, dass sie nichts von den Morden gehört hat.« »Wird sie irgendwie verdächtigt?« »Nein, momentan nicht. Sie ist tagsüber verhört worden und wurde vor drei Stunden entlassen.« »Aha. Nimmst du ihr die Story ab?« »Ich glaube, die lügt wie gedruckt. Sie weiß irgendwas.« »Okay.« »Aber überprüfe ihren Hintergrund noch weiter. Diese Tussi hat Sadomaso-Sex mit Salanda. Wir haben Handschellen, Lederoutfits, Peitschen und noch mehr bei der Hausdurchsuchung gefunden.« Das mit den Peitschen war eine leichte Übertreibung, eigentlich sogar eine Lüge. Aber das Chinesenmädchen hatte sicher auch schon mit Peitschen gespielt. Nach dem Besuch in Smor-da-la-Rue hatte Michael Blomquist den Nachmittag über noch weitere Freier von Doc Svensons Liste aufgesucht. Damit hatte er in dieser Woche sechs der 37 Namen abgehakt. Der letzte war ein pensionierter Richter in Tumba, der mehrere Urteile in Prostitutionsprozessen gesprochen hatte. Erfrischenderweise hatte der verdammte Richter weder geleugnet noch gedroht oder um Gnade gebettelt. Im Gegenteil, er gab ohne Umschweife zu, Ostblockfotzen gefögelt zu haben. Nein, Reue verspüre er nicht. Prostitution sei ein ehrenwertes Gewerbe, und er meinte, er tue den Mädchen ein Gefallen, wenn er ihr Kunde war. Es war zehn Uhr abends und Michael gerade auf der Höhe von Liljeholm, als Morlin Eriksson anrief. »Hallo«, sagte sie, »hast du dir die Internetausgabe vom Morgendrachen angeguckt?« »Nein, was gibt's da? Lisbeth Salandas Freundin ist nach Hause gekommen.« »Was? Wer?« »Diese Lesbe namens Miriam Wu, die in der Wohnung in der Lundergarten wohnt.« »Wu«, dachte Michael. »Salanda Wu, das Namensschild an der Tür.« »Danke, bin schon auf dem Weg.« Bublanski rief Sonja Modig am Samstagmorgen um kurz nach zehn an. »Hast du heute schon die Zeitungen gelesen?« »Nein, ich bin erst vor einer Stunde aufgewacht und war mit meinen Kindern beschäftigt. Ist was passiert?« »Irgendjemand aus dem Team gibt Informationen an die Presse weiter.« »Das wussten wir doch schon die ganze Zeit. Vor ein paar Tagen hat irgendjemand Salandas rechtsmedizinischen Bericht rausgegeben.« »Das war Staatsanwalt Extrem selbst.« »Im Ernst?« »Ja, natürlich. Auch wenn er das niemals zugeben würde. Er versucht, das Interesse anzuheizen, weil ihm das zugute kommt. Doch hiermit hat er nichts zu tun. Ein Journalist namens Tony Scala hat mit jemandem von der Polizei gesprochen, der eine Menge Informationen über Miriam Wu weitergegeben hat. Unter anderem Details aus dem gestrigen Verhör. Extrem ist außer sich vor Wut.« »Verdammt!« »Der Journalist nennt keine Namen. Die Quelle wird als Person beschrieben, die bei den Ermittlungen eine zentrale Rolle spielt. An einer anderen Stelle in diesem Artikel wird die Quelle als »Sie« bezeichnet.« Sonja Mudig war die einzige Frau im Ermittlungsteam. »Ich habe kein einziges Wort an einen Journalisten weitergegeben. Ich habe mit niemandem außerhalb unserer Korridore über die Ermittlungen gesprochen, nicht einmal mit meinem Mann.« »Extröm verlangt, dass du von den Ermittlungen freigestellt wirst, während die Anschuldigungen gegen dich überprüft werden.« »Das ist doch verrückt! Wie sollte ich denn beweisen können?« »Du brauchst gar nichts zu beweisen. Derjenige, der die Anschuldigung überprüft, muss die Beweise erbringen.« »Ich weiß, aber...« »Verdammt noch mal, wie lange wird diese Überprüfung dauern?« »Sie hat schon stattgefunden.« »Was?« »Ich habe dich gefragt. Und du hast gesagt, dass du keine Informationen weitergegeben hast. Damit ist die Überprüfung abgeschlossen und ich brauche nur noch meinen Bericht zu schreiben. Wir sehen uns am Montag um neun in Extrems Zimmer und handeln das ab.« »Danke.« Gunnar Björk, stellvertretender Abteilungsleiter bei der Sicherheitspolizei, derzeit krankgeschrieben wegen eines Bandscheibenvorfalls, hatte einen grauenvollen Tag erlebt, seit Michael Blomquist über seine Schwelle getreten war. Er spürte einen kontinuierlichen dumpfen Schmerz im Rücken. Ruhelos ging er in dem Ferienhaus auf und ab, das ihm ein Bekannter für eine Weile überlassen hatte, und konnte weder abschalten noch irgendwie aktiv werden. So sehr er auch nachzudenken versuchte, er bekam das Puzzle einfach nicht zusammen. Er verstand beim besten Willen nicht, wie die ganze Geschichte zusammenhing. Als er die Nachricht vom Mord an Nils Björmann zum ersten Mal hörte, einen Tag, nachdem man den Anwalt tot aufgefunden hatte, war er sprachlos. Aber er war nicht überrascht, als man Lisbeth Salander wenig später zur Hauptverdächtigen erklärte und die Treibjagd auf sie eröffnet wurde. Aufmerksam hatte er jedem Wort gelauscht, das im Fernsehen gesagt wurde, hatte alle Tageszeitungen gekauft, die er bekommen konnte, und jedes Wort gelesen, das über den Fall geschrieben wurde. Dass Lisbeth Salander psychisch krank und zum Töten in der Lage war, bezweifelte er nicht eine Sekunde. Er hatte keinen Grund gehabt, ihre Schuld zu bezweifeln oder die Schlussfolgerungen der Polizei in Frage zu stellen. Im Gegenteil, alles, was er über sie wusste, deutete darauf hin, dass sie tatsächlich eine psychotische Irre war. Er war schon kurz davor, anzurufen und die Ermittlungen mit guten Ratschlägen zu unterstützen, oder zumindest zu überwachen, dass alles in den richtigen Bahnen verlief. Aber schließlich kam er doch zu dem Schluss, dass die Sache ihn wahrhaftig nichts mehr anging. Es war nicht mehr sein Schreibtisch, und es gab genügend kompetente Leute, die den Fall bearbeiten konnten. Außerdem konnte ein Anruf von ihm genau zu der Sorte unerwünschter Aufmerksamkeit führen, die er um jeden Preis vermeiden wollte. Stattdessen entspannte er sich und verfolgte die weitere Berichterstattung nur noch mit zerstreutem Interesse. Michael Blomquists Besuch hatte diese Ruhe völlig zerstört. Es wäre Björk nie in den Sinn gekommen, dass Salanders Mordorgie ihn persönlich betreffen könnte, dass eines ihrer Opfer ein journalistisches Schwein war, das kurz davor stand, seine Verbrechen in ganz Schweden bekannt zu machen. Noch viel weniger wäre ihm in den Sinn gekommen, dass der Name Salah in dieser Geschichte wieder auftauchen würde wie eine ungesicherte Handgranate. Und am allerwenigsten, dass ein Michael Blomquist diesen Namen kennen könnte. Das war so unwahrscheinlich, dass es jedem gesunden Menschenverstand zuwiderlief. Am Tag nach Michaels Besuch griff er zum Hörer und rief seinen ehemaligen Vorgesetzten an, 78 Jahre alt und wohnhaft in Lahollen. Er musste einfach versuchen, irgendwie an Informationen heranzukommen, ohne dabei erkennen zu lassen, dass er aus anderen Gründen als aus reiner Neugierde und professioneller Sorge anrief. Es wurde ein ziemlich kurzes Gespräch. Hier ist Björk. Ich nehme an, du hast die Zeitung gelesen? Ja, sie ist wieder aufgetaucht. Sie hat sich nicht nennenswert verändert. Aber das geht uns nichts mehr an. Glaubst du nicht, dass... Nein, das glaube ich nicht. Das ist doch alles vergessen und begraben. Es gibt keine Querverbindung. Aber ausgerechnet Bührmann! Ich nehme doch an, es war kein Zufall, dass er ihr rechtlicher Betreuer wurde. Ein paar Sekunden herrschte Schweigen in der Leitung. Nein, das war kein Zufall. Vor drei Jahren schien es eine ganz gute Idee zu sein. Wer hätte das denn alles vorhersehen können? Wie viel wußte Bührmann? Sein ehemaliger Chef polterte plötzlich los. Du weißt genau, wie Bührmann war. Der hellste ganz bestimmt nicht. Ich meine, wußte er von den Zusammenhängen? Könnte in seiner Hinterlassenschaft irgendetwas ans Tageslicht kommen, was Hinweise geben könnte auf... Nein, natürlich nicht. Ich verstehe sehr wohl, worauf du hinaus willst, aber mach dir keine Sorgen. Wir haben es so eingerichtet, dass Bührmann ihr Betreuer wurde, aber nur, damit wir die Kontrolle über sie behielten. Besser er als ein völlig Unbekannter. Wenn sie angefangen hätte zu plaudern, hätten wir es sofort erfahren. Aber jetzt löst sich ja alles zu unserer vollsten Zufriedenheit. Was meinst du damit? Tja, nach dieser Sache wird Zalander erst mal eine geraume Weile in der Psychiatrie sitzen. Verstehe, mach dir keine Sorgen und ruh dich gut aus, solange du krankgeschrieben bist. Aber genau dazu war Abteilungsleiter Gunnar Björk eben nicht in der Lage. Dafür hatte Michael Blomquist gesorgt. Michael Blomquist würde ihn öffentlich als freier brandmarken. Es bestand die unmittelbare Gefahr, dass Björks Karriere bei der Polizei ein jähes Ende finden würde, sobald er für ein Sexualverbrechen verurteilt wurde. Das Ernsteste war jedoch, dass Michael Blomquist hinter Salatschenko her war. Irgendwie war er in diese Geschichte verwickelt. Und diese Spur führte direkt zu Gunnar Björks Haustür. Sein ehemaliger Chef war sicher, dass in Björmans Hinterlassenschaft nichts auftauchen würde, was auf sie verweisen könnte. Aber es gab sehr wohl etwas. Den Ermittlungsbericht von 1991. Und den hatte Björmann von Gunnar Björk persönlich bekommen. Björk hatte einen tragischen Fehler begangen. Teil 4 Terminator-Modus Gründonnerstag, 24. März bis Montag, 4. April Lisbeth Zalander verbrachte die erste Woche, in der die Polizei hinter ihr her war, völlig undramatisch. Sie wohnte in aller Ruhe in ihrer Wohnung in der Fiskagartan in Moosebacke. Ihr Handy hatte sie ausgeschaltet und die SIM-Karte entfernt, denn sie hatte nicht vor, es noch einmal zu verwenden. Mit immer größeren Augen verfolgte sie die Schlagzeilen in den Internetausgaben der Zeitungen und die Nachrichtensendungen im Fernsehen. Trotz ihres langjährigen Strebens nach Anonymität war sie einer der bekanntesten und meistgesuchten Menschen des Landes geworden. Sie verfolgte die Kommentare und Erklärungen mit nachdenklich hochgezogenen Augenbrauen und war fasziniert, dass die geheimen Akten über ihre psychischen Probleme anscheinend jeder beliebigen Redaktion zugänglich waren. Eine Überschrift erweckte verschüttete Erinnerungen wieder zum Leben. Wegen Körperverletzung in Gamlastan festgenommen. Ein Gerichtsreporter der Nachrichtenagentur TT hatte all seine Konkurrenten ausgestochen, indem er eine Kopie der rechtsmedizinischen Untersuchung aufgespürt hatte, die damals durchgeführt worden war, nachdem Lisbeth einen Passagier in der U-Bahn-Station Gamlastan ins Gesicht getreten hatte und dafür festgenommen worden war. Lisbeth erinnerte sich sehr gut an diesen Vorfall. Sie war gerade am Odenplan gewesen und auf dem Rückweg zu ihren zwischenzeitlichen Pflegeeltern in Hägersten. In der Rottmannsgarten stieg ein unbekannter und scheinbar nüchterner Mann zu. Wie sie später erfuhr, hieß er Karl Evert Blomgren und war ein arbeitsloser, 52-jähriger ehemaliger Eishockeyspieler aus Gävle. Obwohl der Wagen halb leer war, setzte er sich neben sie und wurde sofort aufdringlich. Er legte ihr die Hand aufs Knie und machte ihr eindeutige Angebote. Als sie ihn ignorierte, wurde er streitsüchtig und nannte sie eine frigide Kuh. Die Tatsache, dass sie beharrlich schwieg und sich an der Station T-Zentralen auf einen anderen Platz setzte, schreckte ihn auch nicht ab. Kurz vor der Haltestelle Gamlastan schlang er von hinten seine Arme um sie und schob ihr die Hände unter den Pullover, während er ihr Nutte ins Ohr flüsterte. Lisbeth Zalander mochte es gar nicht, von wildfremden Menschen in der U-Bahn als Nutte bezeichnet zu werden. Als Antwort rammte sie ihm einen Ellbogen ins Auge, griff dann nach einer der waagrecht verlaufenden Haltestangen, zog sich hoch und trat ihm mit beiden Absätzen auf die Nasenwurzel, woraufhin ein bisschen Blut floss. Als der Zug stehen blieb, gelang es ihr zwar, aus dem Wagen zu schlüpfen, aber da sie nach der neuesten Punk-Mode gekleidet war und blaue Haare hatte, warf sich ein Freund von Recht und Ordnung auf sie und drückte sie zu Boden, bis die Polizei kam. Sie verfluchte ihr Geschlecht und ihren Körperbau. Wäre sie ein Kerl gewesen, hätte niemand gewagt, sich so auf sie zu werfen. Sie unternahm keinen einzigen Versuch zu erklären, warum sie Karl-Ewert Blomgren ins Gesicht getreten hatte. Sie hielt es für aussichtslos, den uniformierten Autoritätspersonen irgendetwas erklären zu wollen. Aus Prinzip weigerte sie sich auch zu reagieren, als Psychologen versuchten, ihren Geisteszustand festzustellen. Zum Glück hatten mehrere andere Passagiere den Tathergang beobachtet, darunter auch eine streitbare Dame aus Hernösand, die zufällig für die Zentrumspartei im Reichstag saß. Sie sagte als Zeugin aus, dass Blomgren Salander vor ihrem gewalttätigen Ausbruch begrabscht hätte. Als sich hinterher herausstellte, dass Blomgren schon zweimal wegen Sittlichkeitsverbrechen verurteilt worden war, beschloss der Staatsanwalt das Verfahren einzustellen. Das bedeutete jedoch nicht, dass auch das Sozialamt seine Untersuchung eingestellt hätte. Was zur Folge hatte, dass Lisbeth Salander wenig später für geschäftsunfähig erklärt worden war. Danach war erst Holger Palmgren, dann Nils Bührmann ihr rechtlicher Betreuer geworden. Nun standen all diese intimen und geheimen Details für jedermann zugänglich im Internet. Die Diagnose, die die Medien in Sachen Lisbeth Salander stellten, variierte je nach Zeitung und Auflage. Mal beschrieb man sie als psychotisch, dann wieder als schizophren mit ernsten Zügen von Verfolgungswahn. Alle Zeitungen bezeichneten sie einhellig als geistig minderbemittelt. Sie hatte ja nicht einmal einen Hauptschulabschluss. Dass sie labil und gewaltbereit war, daran bestand für die Öffentlichkeit gar kein Zweifel. Nur eine einzige Schlagzeile ging Lisbeth wirklich nahe. Wir hatten Angst vor ihr. Sie sprach Morddrohungen aus, sagen Lehrer und Klassenkameraden. In diesem Artikel kam eine ehemalige Lehrerin zu Wort, Birgitta Mios, nunmehr Textilkünstlerin, die berichtete, Lisbeth Salander habe ihre Klassenkameraden bedroht und sogar die Lehrer in Angst und Schrecken versetzt. Lisbeth kannte Mios tatsächlich. Es war jedoch keine übermäßig nette Bekanntschaft gewesen. Damals war sie elf gewesen. Sie hatte Mios als eine unangenehme Aushilfslehrerin für Mathematik in Erinnerung, die mehrmals versuchte, eine Antwort von ihr zu erzwingen, und zwar auf eine Frage, die Lisbeth bereits korrekt beantwortet hatte. Laut Lösungsschlüssel ihrer Lehrerin war die Antwort falsch. In Wirklichkeit war freilich der Lösungsschlüssel falsch, was in Lisbeths Augen doch jedem klar sein musste. Doch Mios drang immer heftiger in sie, und Lisbeths Unwille, die Sache zu diskutieren, wuchs zusehends. Zum Schluss war ihr Mund nur noch ein schmaler Strich, bis Mios sie entnervt in den Schultern packte und schüttelte, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, woraufhin Lisbeth ihr das Mathematikbuch in den Kopf warf und das Tohuwabu erst richtig losging. Sie spuckte und fauchte und trat um sich, als ihre Klassenkameraden versuchten, sie festzuhalten. Der Zeitungsartikel nahm eine Doppelseite ein und brachte auch die Aussage eines ehemaligen Klassenkameraden, der vor dem Eingang zu ihrer alten Schule posierte. Der betreffende Mitschüler hieß David Gustafsson und nannte sich mittlerweile kaufmännischer Assistent. Er behauptete, die Mitschüler hätten Angst vor Lisbeth Zalander gehabt, weil sie einmal gedroht hat, uns zu töten. Lisbeth erinnerte sich an David Gustafsson. Er war einer ihrer übelsten Peiniger in der Schule gewesen, eine muskulöse Bestie mit dem IQ eines Raubfischs, der sich kaum eine Gelegenheit entgehen ließ, in den Schulfluren Beleidigungen und Rempler auszuteilen. Einmal überfiel er sie hinter der Turnhalle, und sie schlug wie immer zurück. Rein körperlich hatte sie keine Chance, aber ihrer Meinung nach war der Tod einer Kapitulation vorzuziehen. Bei diesem Vorfall waren die Dinge aus dem Gleis geraten. Eine große Zahl von Klassenkameraden bildete einen Kreis um die beiden und sah zu, wie David Gustafsson sie immer wieder zu Boden schlug. Bis zu einem gewissen Punkt war das noch ganz amüsant, aber das dumme Mädchen wusste offenbar nicht, was gut für sie war. Sie wollte einfach nicht liegen bleiben, und außerdem fing sie auch nicht an zu heulen und um Gnade zu bitten. Nach einer Weile wurde es dann auch den anderen zu viel. David war so klar überlegen und Lisbeth so offensichtlich hilflos, dass er Minuspunkte sammelte. Er hatte da etwas angefangen, was er nicht zu Ende bringen konnte. Schließlich verpasste er Lisbeth zwei richtige Faustschläge, sodass ihre Lippe aufsprang und sie keine Luft mehr kriegte. Ihre Schulkameraden ließen das jämmerliche Häufchen hinter der Turnhalle liegen und verschwanden lachend um die Ecke. Lisbeth Zalander ging nach Hause und leckte ihre Wunden. Zwei Tage später war sie wieder aufgetaucht, mit einem Baseballschläger in der Hand. Mitten auf dem Schulhof versetzte sie David einen Hieb übers Ohr. Als er schockiert auf dem Boden lag, presste sie ihm den Schläger auf die Kehle, beugte sich zu ihm herab und flüsterte ihm ins Ohr, wenn er sie jemals wieder anfassen sollte, würde sie ihn umbringen. Als die Aufsicht entdeckte, was auf dem Pausenhof vor sich ging, wurde David zur Schulschwester verfrachtet, während man Lisbeth zum Rektor schleifte, der sie bestrafte, einen Vermerk in ihrer Akte machte und eine neuerliche Untersuchung veranlasste. Sie spitzte die Ohren, als Chefarzt Peter Teleborian im Fernsehen interviewt wurde. Er war acht Jahre älter als damals bei der Gerichtsverhandlung, in der man sie für nicht geschäftsfähig erklärt hatte. Er legte seine Stirn in tiefe Falten und kratzte sich seinen dünnen Bart, während er sich bekümmert an den Studiojournalisten wandte und erklärte, er unterliege der Schweigepflicht und könne sich daher nicht zu einzelnen Patienten äußern. Er könne nur sagen, dass Lisbeth Salander ein sehr komplizierter Fall sei, der eine qualifizierte Betreuung verlange. Das Gericht habe damals gegen seine Empfehlung gehandelt und beschlossen, Salander einen rechtlichen Betreuer an die Seite zu stellen, anstatt ihr die Behandlung in einer Anstalt zu gewähren, die sie dringend nötig habe. Ein Skandal, befand Teleborian. Er bedauerte sehr, dass für diese Fehleinschätzung nun drei Menschen mit dem Leben hatten bezahlen müssen. Bei dieser Gelegenheit prangerte er sogleich die Kürzungen im Psychiatriebereich an, die die Regierung in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt hatte. Lisbeth nahm zur Kenntnis, dass keine einzige Zeitung die häufigste Form dieser Behandlung beschrieb. In der geschlossenen Abteilung der Kinderpsychiatrie, die Dr. Teleborian unterstand, wurden unruhige und widerspenstige Patienten in ein Zimmer gesperrt, das man Stimulationsfrei nannte. Die Einrichtung bestand aus einer Pritsche mit einem Gurt. Die akademische Begründung lautete, dass unruhige Kinder hier keinen Stimuli ausgesetzt waren, welche Ausbrüche hervorrufen konnten. Als Lisbeth Peter Teleborians Gesicht im Fernsehen sah, verwandelte sich ihr Herz in einen Eisklumpen. Sie überlegte, ob er wohl immer noch dasselbe Rasierwasser benutzte. Dieser Mann war verantwortlich für all das gewesen, was theoretisch als ihre Behandlung definiert worden war. Sie hatte nie begriffen, was man eigentlich von ihr erwartete, außer dass sie behandelt werden musste und ihre Missetaten einsehen sollte. Stattdessen hatte Lisbeth bald etwas anderes eingesehen, dass nämlich ein unruhiger und widerspenstiger Patient jemand war, der Teleborians Wissen und Autorität infrage stellte. Sie fand heraus, dass die psychiatrischen Behandlungsmethoden, die im 16. Jahrhundert gang und gäbe gewesen waren, in St. Stephans noch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert praktiziert wurden. Die Hälfte ihrer Zeit in St. Stephans verbrachte sie gefesselt auf der Pritsche im stimulationsfreien Raum. Wohl eine Art Rekord. Teleborian hatte sie nie mit sexuellen Absichten berührt. Er hatte sie nicht einmal in den unschuldigsten Zusammenhängen berührt. Einmal hatte er ihr mahnend die Hand auf die Schulter gelegt, als sie mal wieder festgeschnallt in der Isolierzelle lag. Sie fragte sich, ob die Spuren ihrer Zähne auf seinen kleinen Finger wohl immer noch zu sehen waren. Das Ganze war zu einem Duell geworden, bei dem Teleborian jedoch die weitaus besseren Karten hatte. Ihr Gegenmittel bestand darin, sich total einzuigeln und ihn völlig zu ignorieren, wenn er mit ihr in einem Raum war. Im Alter von zwölf Jahren wurde sie von zwei Polizistinnen nach St. Stephans begleitet. Das war ein paar Wochen nachdem all das Böse geschehen war. Sie konnte sich an jede Einzelheit erinnern. Erst hatte sie noch geglaubt, die Dinge würden jetzt irgendwie in Ordnung kommen. Sie hatte versucht, der Polizei, den Sozialarbeitern, dem Krankenhauspersonal, den Schwestern, Ärzten, Psychologen und sogar einem Pfarrer, der mit ihr zusammen beten wollte, ihre Version der Geschichte zu erklären. Als sie auf dem Rücksitz des Polizeiautos sah, und sie Richtung Uppsala am Wenner Grenzcenter vorbeifuhren, wusste sie immer noch nicht, wohin die Reise ging. Niemand hatte sie informiert. Da begann ihr langsam zu dämmern, dass da gar nichts in Ordnung kommen würde. Sie hatte versucht, es Peter Teleborian zu erklären. Das Resultat ihrer Anstrengungen sah so aus, dass sie die Nacht zu ihrem 13. Geburtstag gefesselt auf der Pritsche verbrachte. Peter Teleborian war bei weitem der widerlichste und unangenehmste Sadist, der Lisbeth Zalanda in ihrem Leben begegnet war. Er schlug sogar Björmann noch um Längen. Ihr Betreuer war einfach nur ein brutaler Penner, den sie letztendlich doch in den Griff bekommen hatte. Aber Peter Teleborian war geschützt von einer Wand aus Papier, Gutachten, akademischen Lorbeeren und psychiatrischem Tineff. Was er tat, konnte nicht kritisiert, geschweige denn zur Anzeige gebracht werden. Er hatte den staatlichen Auftrag, ungehorsame kleine Mädchen mit Ledergurten zu fesseln. Jedes Mal, wenn Lisbeth wieder gefesselt auf dem Rücken lag, er den Riemen enger schnallte und ihr in die Augen sah, konnte sie seine Erregung sehen. Sie wusste es. Und er wusste, dass sie es wusste. In der Nacht zu ihrem 13. Geburtstag beschloss sie, nie wieder ein Wort mit Peter Teleborian oder irgendeinem anderen Psychiater zu wechseln. Sie wusste, dass ihr Verhalten Teleborian frustrierte und mehr als alles andere dazu beitrug, dass sie Nacht für Nacht mit den Lederriemen gefesselt wurde. Aber diesen Preis war sie bereit zu zahlen. Sie lernte alles über Selbstbeherrschung. Sie hatte keine Ausbrüche mehr und warf nicht mehr mit Gegenständen, wenn man sie mal aus ihrer Isolierzelle ließ. Aber sie sprach nicht mit Ärzten. Es gab eine Phase, in der Teleborian sich in den Kopf gesetzt hatte, Lisbeth eine bestimmte Art von Psychopharmaka zu geben, die ihr das Atmen und Denken erschwerten, was natürlich Ängste bei ihr auslöste. Sie begann sich zu weigern, ihre Medikamente einzunehmen, woraufhin man beschloss, ihr die Tabletten dreimal am Tag mit Gewalt zu verabreichen. Ihr Widerstand war so heftig, dass das Personal sie festhalten und ihr gewaltsam den Mund öffnen musste, um sie dann zum Schlucken zu zwingen. Beim ersten Mal steckte sich Lisbeth danach die Finger in den Hals und spuckte dem nächstbesten Helfer ihr Mittagessen in den Schoß. Daraufhin gab man ihr die Tabletten erst, nachdem man sie ans Bett gefesselt hatte. Prompt lernte Lisbeth, sich zu übergeben, ohne sich die Finger in den Hals stecken zu müssen. Ihre massive Weigerung und die Mehrarbeit, die sie dem Personal damit machte, führten dazu, dass der Versuch schließlich abgebrochen wurde. Mit einer gewissen Faszination las Lisbeth die Interpretationen ihres Lebens und bemerkte eine deutliche Lücke im Wissen der Öffentlichkeit. Obwohl man anscheinend unbegrenzten Zugang zu den geheimsten und intimsten Details ihres Lebens hatte, war den Medien all das Böse, das ihr kurz vor ihrem 13. Geburtstag widerfahren war, völlig entgangen. Es sah so aus, als würde jemand aus Polizeikreisen die Medien mit Informationen versorgen, dabei aber aus Gründen, die Lisbeth Zalander nicht kannte, den Lebensabschnitt mit all dem Bösen bewusst aussparen. Das verblüffte sie. Wenn die Polizei schon ihre brutalen Neigungen unterstreichen wollte, dann war die Akte dieser Ermittlungen der bei weitem belastendste Teil ihres Lebenslaufs. Das ging weit über alle Schulhof-Bagatellen hinaus. Dafür hatte man sie nach Uppsala verfrachtet und in St. Stephans eingewiesen. Am Ostersonntag begann Lisbeth, die polizeilichen Ermittlungen nachzuvollziehen. Aus den Angaben der Massenmedien konnte sie entnehmen, wer daran beteiligt war. Sie nahm zur Kenntnis, dass Staatsanwalt Richard Ekström die Voruntersuchung leitete und für gewöhnlich derjenige war, der auf den Pressekonferenzen das Wort führte. Die tatsächlichen Ermittlungen lagen in den Händen von Kriminalinspektor Jan Boblanski, einem leicht übergewichtigen Mann mit schlecht sitzendem Sakko, der bei ein paar Pressekonferenzen neben Ekström gesessen hatte. Nach ein paar Tagen hatte sie Sonja Modig als die einzige Polizistin des Teams identifiziert. Sie war es außerdem, die Björmann gefunden hatte. Sie bekam die Namen von Hans Faste und Kurt Svensson heraus. Doch Jerka Holmberg, der in keiner Reportage auftauchte, entging ihr völlig. Für jede Person legte sie in ihrem Computer eine Datei an und begann, sie mit Informationen zu füllen. Lisbeth wusste, dass es mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden war, sich ins Intranet der Polizei zu hacken, aber es war keinesfalls unmöglich. Das hatte sie auch schon früher hingekriegt. Im Zusammenhang mit einem Auftrag, den sie vor vier Jahren für Dragan Amanski übernommen hatte, hatte sie die Struktur des polizeilichen Intranets ausgekundschaftet und die Möglichkeiten ergründet, eigene Suchanfragen durchzuführen. Das interne Netzwerk der Polizei war nach allen Regeln der Kunst mit eigenen Leitungen aufgebaut, ohne jegliche Verbindung nach außen oder zum Internet. Man brauchte mit anderen Worten einen echten Polizisten mit Nutzungsbefugnis, um ins Netzwerk zu gelangen. Oder als zweitbeste Lösung, das Intranet musste glauben, dass sie selbst eine befugte Person war. In dieser Hinsicht hatten die Sicherheitsexperten der Polizei tatsächlich eine gigantische Lücke gelassen. Es gab jede Menge Polizeireviere im ganzen Land, die ans Netzwerk angeschlossen waren, und einige von ihnen waren so klein, dass sie nachts unbesetzt blieben und vor allem weder über Alarmanlage noch über Wachpersonal verfügten. Zu dieser Sorte gehörte zum Beispiel das Revier in Longwick bei Westeros. Es war auf ungefähr 130 Quadratmetern im selben Gebäude wie die Bibliothek und die Krankenkasse untergebracht und war tagsüber mit drei Polizisten besetzt. Lisbeth Zalander hatte sich für den Sommer als Putzfrau in der Bibliothek Longwick beworben. Während sie mit Wischmops und Putzeimern hantierte, erkundete sie nebenbei innerhalb von zehn Minuten die Lokalitäten. Sie hatte zwar die Schlüssel für das Hauptgebäude, nicht aber für das Polizeirevier selbst. Doch sie hatte entdeckt, dass sie ohne größere Schwierigkeiten durch ein Badezimmerfenster im zweiten Stock einsteigen konnte, das man wegen der Sommerhitze nachts gekippt ließ. Das Revier wurde nur von einer Securitas-Streife bewacht, die auf ihrer Runde jede Nacht ein paar Mal vorbeifuhr. Lächerlich. Sie brauchte ungefähr fünf Minuten, um auf der Schreibtischunterlage des Hauptkommissars Anwendernamen und Passwort zu finden. Schon bald erfasste sie die Struktur des Netzwerks, klärte, welchen Access sie hatte und bis zu welcher Sicherheitsstufe sich der freie Zugang des Kommissars erstreckte. Als Bonus bekam sie auch noch die Anwendernamen und Passwörter der beiden anderen Polizisten heraus. Darüber hinaus hinterließ Lisbeth Software in den Computern, die es ihr ermöglichte, die gespeicherten Informationen von außen anzuzapfen. Wenn sie sich als einer dieser Polizisten ausgab, konnte sie auch aufs Strafregister zugreifen. Allerdings musste sie immer noch extrem vorsichtig zu Werke gehen, damit diese Zugriffe nicht auffielen. Die Sicherheitsabteilung der Polizei verfügte zum Beispiel über einen automatischen Alarm, wenn sich ein Beamter außerhalb der Arbeitszeit einloggte oder wenn die Anzahl der Zugriffe allzu stark anstieg. Auch wenn sie nach Informationen über Ermittlungen suchte, mit denen die örtliche Polizei gar nicht befasst war, würde ein solcher Alarm ausgelöst werden. Im folgenden Jahr arbeitete sie mit ihrem Hacker-Kollegen Plague daran, die Kontrolle über das Datennetz der Polizei zu bekommen. Wie sich herausstellte, war das mit den allergrößten Schwierigkeiten verbunden, aber im Laufe ihrer Arbeit sammelten sie mehrere hundert virtuelle Identitäten, die sie sich je nach Bedarf zulegten. Lisbeth konnte also problemlos Details über die landesweite Fahndung lesen, inklusive Updates über die Nachforschung zu ihrer Person. Sie entdeckte, dass sie unter anderem in Uppsala, Norschöping, Göteborg, Malmö, Hesslerholm und Kalmar gesichtet und gesucht worden war. Interessiert verfolgte sie die Charakterisierungen der drei Mordopfer. Am Dienstag traten die Medien schon auf der Stelle und mangels dramatischer Neuigkeiten von der Jagd auf Lisbeth Zalander konzentrierte sich ihre Aufmerksamkeit nun auf die Opfer. Doc Svensson, Mia Bergmann und Nils Björmann wurden in einer Abendzeitung eingehen porträtiert. Der Leser musste zu der Überzeugung gelangen, dass hier drei ehrenwerte Mitbürger aus unerfindlichen Gründen regelrecht abgeschlachtet worden waren. Nils Björmann wurde als geachteter, sozial engagierter Rechtsanwalt dargestellt, intlusive Greenpeace-Mitgliedschaft und seinem steten Engagement für Jugendliche. Ein Beamter des Vormundschaftsgerichts beschrieb sein Verhältnis zu seinem Schützling Lisbeth Zalander ebenfalls als äußerst engagiert. Zum ersten Mal an diesem Tag fühlte sich Lisbeth zu einem schiefen Lächeln genötigt. Mit gelinder Verwunderung nahm sie zur Kenntnis, dass es bis Ostersonntag dauerte, ehe jemand herausfand, dass Doc Svensson an einer großen Reportage für die Zeitschrift Millennium gearbeitet hatte. Sie staunte noch mehr, dass nicht erwähnt wurde, welches Thema die Reportage hatte. Michael Blomquist Zitat in der Internetausgabe des Aftonbladet las sie gar nicht. Erst spät am Dienstagabend, als das Zitat in einer Nachrichtensendung im Fernsehen erwähnt wurde, entdeckte sie, dass er geradezu irreführende Angaben gemacht hatte. Er behauptete, Doc Svensson habe eine Reportage über Datensicherheit und Datenklau geschrieben. Lisbeth Zalander runzelte die Stirn. Sie wusste, dass diese Behauptung falsch war und fragte sich, was Millennium hier eigentlich für ein Spiel spielte. Dann aber verstand sie die Message und setzte zum zweiten Mal an diesem Tag ihr schiefes Lächeln auf. Sie lockte sich auf dem Server in Holland ein und doppelklickte auf das Icon namens Mick Blom-Laptop. Sie fand den Ordner Lisbeth Zalander und das Dokument an Sally mitten auf dem Desktop. Sie klickte es an und las. Danach saß sie lange still vor Mickaels Brief. Sie rang mit widersprüchlichen Gefühlen. Bis jetzt hatte es Lisbeth gegen den Rest von Schweden geheißen, was in ihrer Schlichtheit eine sehr saubere und übersichtliche Gleichung ergab. Aber jetzt hatte sie auf einmal einen Verbündeten, zumindest einen potenziellen Verbündeten, der behauptete, an ihre Unschuld zu glauben. Und das war natürlich der einzige Mann in Schweden, den sie unter gar keinen Umständen treffen wollte. Sie seufzte. Michael Blomquist war immer noch so ein verdammt gutmütiger Einfallspinsel. Wo sie schon einmal am Schnüffeln war, machte sie gleich weiter und ging als nächstes auf Dragan Amanskis Festplatte. Nachdenklich las sie den Bericht durch, den er am Ostermontag über sie geschrieben hatte. Es war nicht zu erkennen, für wen er diesen Bericht erstellt hatte, aber die einzige einleuchtende Erklärung war die, dass Amanski mit der Polizei zusammenarbeitete, damit sie gefasst werden konnte. Dienstag 29. März bis Sonntag 3. April Am Dienstagvormittag klingte sich Lisbeth Salander ins Register der Reichskriminalpolizei ein und suchte nach Alexander Salachenko. Er war darin nicht geführt, was nicht sonderlich überraschte, denn soweit sie wusste, war er in Schweden nie für ein Verbrechen verurteilt worden und nicht einmal polizeilich gemeldet. Sie bekam einen leichten Schock, als ihr Computer plötzlich Pling machte und in der Menüleiste ein Icon zu blinken begann, als Signal, dass jemand sie im Chatprogramm ICQ suchte. Sie zögerte kurz. Dieses Programm wurde hauptsächlich von jugendlichen und erfahrenen Computerbenutzern verwendet, wenn sie miteinander chatten wollten. Sie lockte sich ebenfalls bei ICQ ein und schrieb, Plague, was willst du? Wasp, du bist wirklich schwer zu finden. Guckst du gar nicht mehr in deine Mails? Wie hast du das angestellt? Ich habe einfach angenommen, dass du dir einen von den Namen mit den größten Befugnissen aussuchst. Was willst du? Er ist dieser Salachenko, den du im Register gesucht hast. Fuck you, Plague. Brauchst du Hilfe? Dies bezögerte einen Moment. Erst Blum quirst jetzt Plague, wie sie ja auf einmal alle zu Hilfe eilten. Das Problem mit Plague war nur, dass er ein 160 Kilo schwerer Einzelgänger war, der mit seiner Umwelt fast ausschließlich übers Internet kommunizierte und Lisbeth Salander wie ein Wunder an sozialer Kompetenz aussehen ließ. Als sie nicht antwortete, tippte Plague eine weitere Zeile. Willst du noch mehr Leute erschießen und muss ich dann auch Angst haben? Ich bin wohl der einzige Mensch, der dich überhaupt aufspüren kann. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, dann brauchst du auch keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst. Wenn du was brauchst, such mich einfach über Hotmail. Waffen, neuen Pass. Du bist ein Soziopath. Und was bist du dann? Lisbeth lockte sich aus, setzte sich aufs Sofa und dachte nach. Nach zehn Minuten machte sie ihren Computer wieder an und mailte an Plagues Hotmail-Adresse. Der Staatsanwalt Richard Ekström, der die Voruntersuchung leitet, wohnt in Tebi. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Breitbandanschluss in seinem Einfamilienhaus. Ich bräuchte Zugang zu seinem Laptop oder alternativ zu seinem Computer zu Hause. Ich muss in Echtzeit mitlesen können, was er so schreibt. Hostile Takeover mit gespiegelter Festplatte. Am Donnerstagmorgen bekam sie eine Mail von Plague, die nur eine FTP-Adresse enthielt. Lisbeth war verblüfft. Vor Ablauf von mindestens zwei Wochen hatte sie sich keine Ergebnisse erwartet. Selbst mit Hilfe von Plagues genialem Programm und seiner eigens dafür entworfenen Hardware war ein Hostile Takeover ein mühsames Unterfangen, das voraussetzte, dass Kilobyte für Kilobyte Informationen auf einen Computer geschmuggelt wurde, bis ein einfaches Programm aufgebaut war. Sie kontaktierte ihn über ICQ. Wie hast du das hingekriegt? Vier Mitglieder in Extrems Haushalt haben einen Computer. Kannst du dir sowas vorstellen? Die haben überhaupt keine Firewall. Sicherheit gleich null. Anschließen, runterladen, fertig. Ich hatte Unkosten in Höhe von 6000 Kronen. Geht das in Ordnung für dich? Yep. Plus einen Bonus für die schnelle Arbeit. Sie zögerte einen Moment, dann überwies sie per Internet 30.000 Kronen auf Plagues Konto. Sie wollte ihn auch nicht mit überzogenen Summen verhätscheln. Dann setzte sie sich auf ihren Ikea-Stuhl, modellwerksam, und öffnete den Laptop von Extrem. Zunächst entdeckte sie, dass Dragan Amansky zwei Mitarbeiter abgestellt hatte, damit sie sich kostenlos Bublanskys Ermittlungsteam anschlossen. Das bedeutete praktisch nichts anderes, als dass Milton Security die Arbeit der Polizei sponserte. Ihre Aufgabe war es, auf jede Weise dazu beizutragen, dass Lisbeth Zalander gefasst wurde. Schönen Dank, Amansky. Ich werde es mir merken. Ihre Laune wurde noch finsterer, als sie sah, wer diese beiden Mitarbeiter waren. Boman hatte sie als etwas kantig, aber durchaus korrekt erlebt. Niklas Eriksson hingegen war eine korrumpierte Null, der seine Position bei Milton Security ausgenutzt hatte, um eine Kundin des Unternehmens zu hintergehen. Lisbeth entdeckte rasch, dass die Person, die Informationen zu den Medien durchsickern ließ, niemand anders war als Extrem selbst. Das ging aus seinen E-Mails hervor, in denen er weiterführende Fragen zu Lisbeths gerichtsmedizinischer Untersuchung sowie zur Verbindung zwischen Miriam Wu und ihr beantwortete. Je mehr sie darüber nachdachte, umso verwirrter war sie. Staatsanwalt Extrem gab allen möglichen Mist über sie an die Medien weiter. Was er damit bezweckte, war ihr sonnenklar. Die Publicity kam ihm zugute und bereitete den Boden für den Tag, an dem er Anklage gegen sie erheben würde. Aber warum hatte er den Ermittlungsbericht von 1991 nicht auch herausgegeben? Darin war doch die unmittelbare Ursache für ihre Einweisung nach St. Stephans zu finden. Warum verschleierte er diese Geschichte? Sie ging in Extrems Computer und durchsuchte eine Stunde lang seine Dokumente. Als sie fertig war, zündete sie sich eine Zigarette an. Sie hatte keinen einzigen Querverweis zu den Ereignissen von 1991 gefunden. Das ließ nur einen sonderbaren Schluss zu. Er kannte den Ermittlungsbericht tatsächlich nicht. Eine Weile war sie unschlüssig. Dann warf sie einen Blick auf ihr Powerbook. Das war doch genau das Richtige für Kalle fucking Blomquist. Sie fuhr ihren Computer wieder hoch, ging auf seine Festplatte und hinterließ das Dokument MB2. Staatsanwalt E. gibt heimlich Informationen an die Medien weiter. Frag ihn, warum er nicht auch den alten Ermittlungsbericht der Polizei weitergegeben hat. Sie nahm ihre blonde Perücke aus dem Kleiderschrank und wappnete sich mit dem norwegischen Pass, der auf den Namen Irene Nessa ausgestellt war. Irene Nessa existierte tatsächlich. Sie war Lisbeth Salander äußerlich sehr ähnlich und hatte vor drei Jahren ihren Pass verloren. Durch Plague war er in Lisbeths Hände gekommen, die sich seit fast 18 Monaten immer mal wieder dieser zweiten Identität bediente. Sie stand kurz nach Mitternacht vor Björmans Adresse in der Uplandsgatan. Sie erwartete nicht, dass die Wohnung observiert wurde, aber sie bemerkte, dass ein Fenster beim Nachbarn auf derselben Etage noch erleuchtet war. Also machte sie noch einen Spaziergang zum Vanadisplan. Als sie eine Stunde später zurückkamen, war es dunkel in der Nachbarwohnung. Mit ihrem Besuch am Tatort bezweckte sie, die Antwort auf zwei Fragen zu finden. Erstens war ihr die Verbindung zwischen Björmann und Salander nicht klar. Dass es eine solche geben musste, stand für sie fest, aber in den Dateien auf Björmans Computer hatte sie nichts dazu finden können. Außerdem ging ihr noch eine zweite Frage im Kopf herum. Während ihres nächtlichen Besuchs vor zwei Wochen hatte sie festgestellt, dass Björmann einige Unterlagen aus dem Ordner entfernt hatte, in dem er alles Material über sie aufbewahrt hatte. Die fehlenden Seiten waren ein Teil seiner Auftragsbeschreibung vom Vormundschaftsgericht, in der Lisbeth Salanders psychischer Zustand äußerst knapp umrissen wurde. Björmann brauchte diese Seiten nicht mehr, und es war gut möglich, dass er sie einfach aussortiert und weggeworfen hatte. Dagegen sprach jedoch die Tatsache, dass Rechtsanwälte niemals Unterlagen eines noch nicht abgeschlossenen Falls wegwerfen. Wie sie feststellen konnte, hatte die Polizei alle Ordner mitgenommen, die Unterlagen zu ihrem Fall enthielten. Zwei Stunden durchsuchte sie die Wohnung Meter für Meter, um zu prüfen, ob die Polizei etwas übersehen hatte. Irgendwann kam mir die frustrierende Erkenntnis, dass dem nicht so war. In der Küche fand sie noch eine Schublade, die diverse Schlüssel enthielt. Sie fand Autoschlüssel und einen Ring mit zwei Schlüsseln, von denen einer wie ein Hausschlüssel, der andere wie ein Schlüssel für ein Vorhängeschloss aussah. Sie machte einen geräuschlosen Abstecher zum Dachboden, wo sie alle Vorhängeschlösser durchprobierte, bis sie Björmanns Speicherabteil fand. Dort standen alte Möbel, ein Kleiderschrank mit ausrangierten Kleidern, Schier, eine Autobatterie, Bücherkartons und anderes Gerümpel. Nachdem sie nichts Interessantes hatte aufstöbern können, ging sie die Treppe wieder hinunter und betrat mit Hilfe des Hausschlüssels die Garage. Sie fand seinen Mercedes und hatte sich schnell vergewissert, dass sich nichts Wertvolles darin befand. Auf einen Besuch in seiner Kanzlei hatte sie von vornherein verzichtet. Erst vor ein paar Wochen, im Zusammenhang mit ihrem nächtlichen Besuch in Björmanns Wohnung, war sie auch dort gewesen. Daher wusste sie, dass er das Büro seit zwei Jahren nicht mehr benutzt hatte. Lisbeth ging zurück in seine Wohnung, setzte sich auf das Sofa und dachte nach. Nach ein paar Minuten stand sie auf und sah noch einmal Stück für Stück die Schlüssel in der Küchenschublade durch. Eine ganze Reihe von Schlüsseln gehörte zu Patentschlössern und Sicherheitsschlössern. Schließlich fand sich noch ein ganz rostiger und altmodischer Schlüssel. Sie runzelte die Stirn. Als sie aufsah, fiel ihr Blick auf eine Küchenbank neben der Spüle, auf der Björmann um die zwanzig Tüten mit Pflanzensamen abgelegt hatte. Sie besah sie näher und stellte fest, dass es sich um Samen für Küchenkräuter handelte. Er hat irgendwo ein Sommerhäuschen oder einen Schrebergarten, das ist mir entgangen. Sie brauchte drei Minuten, um in Björmanns Buchführung die sechs Jahre alte Rechnung einer Baufirma zu finden, die die Arbeiten für seine Auffahrt erledigt hatte, und eine weitere Minute, bis sie auf die Versicherungspapiere für ein Haus in der Nähe von Stallerholmen bei Marie Fred stieß. Michael wachte am Sonntagmorgen um acht Uhr vom Telefonklingeln auf. Schläfrig streckte er die Hand nach dem Hörer aus. »Guten Morgen«, sagte Erika Berger. »Hm«, gab Michael zurück. »Bist du allein?« »Leider ja.« »Dann würde ich vorschlagen, dass du jetzt mal unter die Dusche gehst und Kaffee aufsetzt. In fünfzehn Minuten bekommst du Besuch von Paolo Roberto.« »Paolo Roberto? Der Boxer?« »Genau der. Er hat mich angerufen, und wir haben eine halbe Stunde geredet.« »Und warum?« »Warum er mich angerufen hat?« »Na ja, wir kennen uns zumindest so gut, dass wir Hallo sagen, wenn wir uns über den Weg laufen. Ich habe ihn mal getroffen und ein langes Interview gemacht. Dann sind wir uns über die Jahre immer wieder begegnet.« »Das wusste ich ja gar nicht. Aber ich frage mich, warum er mich besuchen will.« »Weil...« »Ach, ich glaube, das erklärt er dir am besten selbst.« Michael hatte gerade fertig geduscht und eine Hose angezogen, als Paolo Roberto auch schon an der Tür klingelte. Michael machte auf und bot dem Boxer einen Stuhl am Esstisch an, während er sich ein sauberes Hemd heraussuchte und einen doppelten Espresso machte, den er mit einem Teelöffel Milch servierte. »Sie wollten mit mir reden.« »Das war Erika Bergers Vorschlag.« »Okay, dann erzählen Sie mal.« »Ich kenne Lisbeth Zalander.« Michael zog die Augenbrauen hoch. »Vorgestern bin ich nach einem einmonatigen Aufenthalt in New York nach Hause gekommen und sah Lisbeths Gesicht auf jedem verdammten Schlagzeilenplakat. Die Zeitungen schreiben verdammt viel Scheiß über sie. Ich habe Erika angerufen, weil ich reden wollte und nicht recht wusste, mit wem. Auch wenn Lisbeth durchgedreht ist und all das getan hat, was die Polizei da behauptet, muss sie trotzdem eine faire Behandlung bekommen. Das ist hier immer noch ein Rechtsstaat, und hier darf kein Mensch verurteilt werden, bevor man ihn nicht angehört hat.« »Genau so denke ich auch,« stimmte Michael ihm zu. »Woher kennen Sie sie?« »Ich habe mit Zalander geboxt, seit sie siebzehn war.« Michael Blomquist schloss für zehn Sekunden die Augen, bevor er den Blick wieder hob und Paolo Roberto ansah. Lisbeth Zalander war immer wieder für eine Überraschung gut. Lisbeth hat mir einmal erzählt, dass sie als Sparringspartner in irgendeinem Club boxt. Vor zehn Jahren wurde ich Sondertrainer für die Junioren, die unten im Zinkens-Club mit dem Boxen anfangen wollten. Ich war schon ein bekannter Boxer, und der Juniortrainer des Clubs meinte, ich wäre ein gutes Zugpferd. Also kam ich an den Nachmittagen rein und machte Sparring mit den Jungs. Sie machten eine richtige Kampagne mit Plakaten und so und versuchten, Jugendliche zum Boxen zu bringen. Und in der Tat zog das ziemlich viele 15-, 16-jährige Jungs an, auch ein paar ältere. Tja, und eines Tages, mitten im Sommer, taucht dieses schmächtige Mädchen aus dem Nirgendwo auf. Sie kam in den Club und sagte, sie wollte Boxen lernen. Ich kann mir die Szene genau vorstellen. Das gab natürlich einen Riesengelächter von den anderen Jungs, die alle doppelt so schwer und viel größer waren. Ich war auch einer von denen, die sich über Zalander kaputt gelacht haben. Es war weiter nicht böse gemeint, aber wir zogen sie eben ein bisschen auf. Wir hatten auch eine Mädchenabteilung, und ich machte irgendeine blöde Bemerkung, dass kleine Mädchen immer am Donnerstag boxen oder sowas. Sie sah mich nur an mit ihren schwarzen Augen. Dann griff sie sich ein paar Boxhandschuhe, die jemand beiseite gelegt hatte. Sie waren nicht zugeschnürt und außerdem viel zu groß für sie. Und wir Männer lachten nur noch mehr, verstehen Sie? Da ich der Trainer war, trat ich vor und tat so, als wollte ich ein paar Boxhebe auf sie loslassen. Plötzlich verpasste sie mir einen Bomben-Schlag direkt aufs Maul. Sie landete zwei, drei Schläge, bevor ich überhaupt parieren konnte. Also sie hatte kein bisschen Muskelkraft, und wenn sie zuschlug, war es, als würde einen eine Feder treffen. Aber als ich anfing, ihre Schläge zu parieren, wechselte sie die Taktik. Sie boxte ganz instinktiv und landete noch mehr Treffer. Also begann ich ernsthaft abzuwehren und entdeckte, dass das Mädchen schneller war als ein verdammtes Reptil. Ich war dreimal so groß und schwer, und sie hatte überhaupt keine Chance, aber sie drosch auf mich ein, als ging es um ihr Leben. Das ging dann noch ein paar Minuten so weiter. Zum Schluss hielt ich sie fest und drückte sie auf den Boden, bis sie aufhörte zu zappeln. Verdammt, sie hatte echt Tränen in den Augen und sah mich mit einem solchen Hass an, dass ... Tja ... Sie haben also angefangen, mit ihr zu boxen. Als sie sich wieder beruhigt hatte, ließ ich sie aufstehen und fragte sie, ob es ihr ernst sei mit dem Boxenlernen. Sie warf die Handschuhe nach mir und ging zum Ausgang. Ich lief ihr hinterher und stellte mich vor sie. Ich entschuldigte mich bei ihr und sagte, wenn sie ernsthaft Boxen lernen wollte, dann sollte sie am nächsten Tag um 17 Uhr wiederkommen. Am nächsten Abend trainierte die Mädchengruppe, und sie tauchte tatsächlich auf. Ich stellte sie mit einem Mädchen namens Jenny Karlsson in den Ring, die 18 Jahre alt war und schon seit einem Jahr boxte. Das Problem war eben, dass wir niemand in Lisbeths Gewichtsklasse hatten, der älter als 12 gewesen wäre. Ich sagte Jenny, sie solle behutsam vorgehen und die Schläge nur andeuten, weil Lisbeth völlig grün hinter den Ohren war. Und wie verlief der Kampf? Ehrlich gesagt, Jenny hatte nach zehn Sekunden schon eine aufgeplatzte Lippe. Eine ganze Runde lang landete Lisbeth einen Treffer nach dem anderen und wich jedem von Jennys Versuchen aus. In der zweiten Runde war Jenny schon so sauer, dass sie ernsthaft zuschlug, aber sie konnte keinen einzigen Treffer anbringen. Ich war völlig sprachlos. Ich habe noch nie einen Boxer gesehen, der sich so schnell bewegt. Wenn ich nur halb so schnell wäre wie Zalanda, ich werde mich glücklich schätzen.« Michael nickte wieder. Zalandas Problem war bloß, dass ihre Schläge nicht viel Wirkung hatten. Ich fing an, mit ihr zu trainieren. Ein paar Wochen behielt ich sie in der Mädchenabteilung und sie verlor mehrere Kämpfe, weil früher oder später doch jemand einen Treffer landen konnte. Und dann mussten wir abbrechen und sie in die Umkleide tragen, weil sie vor Wut raste und trat und biss und um sich schlug. Klingt ganz nach, Lisbeth. Sie gab nie auf. Aber zum Schluss hatte sie so viele Mädchen gegen sich aufgebracht, dass der Trainer sie rauswarf. Es war einfach unmöglich, mit ihr zu boxen. Sie hatte nur eine Taktik, die wir Terminator-Methode nannten. Sie nietete den Gegner um und dabei spielte es gar keine Rolle, ob das nur eine Aufwärmrunde oder freundschaftliche Sparring war. Die Mädchen gingen ziemlich oft mit Schürfwunden nach Hause, wenn sie sie wieder getreten hatte. Ich habe sie ganz einfach zum Sparring mit viel größeren und schwereren Jungs in den Ring gestellt. Sie war meine Geheimwaffe. Das war ein super Training. Vorgabe war, dass Lisbeth fünf Treffer auf verschiedenen Körperteilen landen sollte. Kiefer, Stirn, Bauch und so weiter. Und die Jungs, mit denen sie boxte, mussten sich verteidigen und diese Punkte schützen. Es wurde geradezu eine Prestigesache, mit Lisbeth zu boxen. Es war, als würde man sich mit einer Hornisse schlagen. Wir nannten sie tatsächlich Wespe, und sie wurde eine Art Maskottchen für unseren Club. Ich glaube, das gefiel ihr, denn eines Tages kam sie an und hatte sich eine Wespe auf den Hals tätowieren lassen. Michael machte zwei frische Espresso. Er bat um Entschuldigung, als er sich eine Zigarette anzündete, aber Paolo Roberto zuckte nur mit den Schultern. Michael betrachtete ihn nachdenklich. Paolo Roberto hatte das Image, ein Großmaul zu sein, das immer laut sagte, was er dachte. Ziemlich bald kam Michael zu dem Schluss, dass er nicht nur ein Großmaul, sondern auch ein intelligenter und bescheidener Mensch war. Warum kommen sie mit ihrer Story zu mir? Zalanda sitzt ganz schön in der Tinte. Ich weiß nicht, was man tun soll, aber sie könnte schon einen Freund in ihrer Ringecke gebrauchen. Michael nickte. Wenn sie tatsächlich unschuldig ist, dann ist sie das Opfer eines der größten Justizskandale der Geschichte geworden. Sie ist von Medien und Polizei als Mörderin hingestellt worden, und dann dieser ganze Scheiß, der über sie geschrieben wurde. Ich weiß. Das können wir also unternehmen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Michael überlegte kurz. Ich weiß nicht, aber es gibt da wirklich etwas, was Sie tun könnten. Lisbeth hat eine Freundin, Miriam Wu, von der Sie sicher gelesen haben. Besser bekannt als die Bondage Sadomaso-Lesbe. Ja, ja, von der habe ich gelesen. Ich habe gelesen, dass sie Kickboxen trainiert hat. Ich dachte, wenn ein berühmter Boxer mit ihr Kontakt aufnimmt... Verstehe. Und sie hoffen, dass sie uns zu Zalanda führen kann. Als die Polizei mit ihr sprach, meinte sie, dass sie keine Ahnung hat, wo Lisbeth wohnt. Aber es wäre einen Versuch wert. Gunnar Björk hatte das Wochenende damit zugebracht, seine Situation zu analysieren. Seine Zukunft hing am seidenen Faden. Alles kam darauf an, dass er seine schlechten Karten gut ausspielte. Björk hatte Michael Blomquist klugerweise nichts erzählt. Er hatte sein Gesicht beobachtet und seine Reaktionen registriert. Der Mann wollte unbedingt Informationen, aber für die würde er bezahlen müssen. Und der Preis war sein Schweigen. Das war der einzige Ausweg. Salah freilich fügte den Mordermittlungen eine völlig neue Gleichung hinzu. Doc Svensson war hinter Salah hergewesen. Björk hatte Salah gesucht. Und Kommissar Gunnar Björk war der einzige, der von der Verbindung zwischen Salah und Björk wusste, was wiederum bedeutete, dass Salah ein Verbindungsglied zwischen Enschede und Odenplan darstellte. Das warf ein weiteres dramatisches Problem für Gunnar Björk auf. Er hatte Björkmann überhaupt erst die Informationen über Salatschenko gegeben, in aller Freundschaft und ohne darüber nachzudenken, dass sie immer noch der Geheimhaltung unterlagen. Es war nur eine Bagatelle, aber es bedeutete, dass er sich noch einer strafbaren Handlung schuldig gemacht hatte. Am Samstag stattet er seinem Arbeitsplatz bei der Sicherheitspolizei in Kungsholm einen eiligen Besuch ab. Er hatte alle alten Papiere zu Salatschenko herausgeholt und das Material durchgelesen. Er selbst hatte diese Berichte damals geschrieben, aber das war lange her. Das älteste Dokument war schon fast dreißig Jahre alt. Das neueste zehn Jahre. Salatschenko. Salah. Gunnar Björk dachte nach. Er verstand noch nicht, wie alle Puzzleteilchen zusammenhingen, aber er glaubte zu verstehen, warum Lisbeth Salander nach Enschede gefahren war. Außerdem konnte er sich leicht vorstellen, dass Salander sich von einem Wutausbruch hatte hinreißen lassen, Doc Svensson und Mia Bergmann zu erschießen, weil sie sich geweigert hatten, mit ihr zusammenzuarbeiten oder sie irgendwie provoziert hatten. Sie hatte ein Motiv, das vielleicht nur Gunnar Björk und zwei, drei andere Menschen in diesem Land verstehen konnten. Die ist doch total geisteskrank. Ich hoffe, dass die Polizei sie bei der Festnahme erschießt. Sie weiß alles. Sie kann alle hochgehen lassen, wenn sie auspackt. Aber wie angestrengt Björk auch nachdachte, der einzig mögliche Ausweg für ihn persönlich war und blieb Michael Blomquist. Er musste Blomquist einfach dazu bringen, ihn wie eine heimliche Quelle zu behandeln und schweigend zu bewahren über seine pikanten Fehltritte mit diesen verdammten Nutten. Verdammt noch mal, wenn Salander diesem Blomquist auch nur den Kopf wegblasen würde. Er blickte auf Salatschenkos Telefonnummer und wog die Vor- und Nachteile der Kontaktaufnahme ab. Er konnte sich nicht entschließen. Michael hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, das Ergebnis seiner Nachforschungen stets schriftlich zusammenzufassen. Als Paolo Roberto gegangen war, beschäftigte er sich eine Stunde damit. In einem Journal, das einem Tagebuch ähnelte, ließ er seinen gedankenfreien Lauf, während er gleichzeitig alle Gespräche, Treffen und Recherchen aufzeichnete. Dieses Dokument verschlüsselte er jeden Tag mit PGP und mailte Kopien an Erika Berger und Morlin Eriksson, sodass seine Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand waren. Michael schrieb 15 Minuten an einer Zusammenfassung seiner Nachforschungsergebnisse zu Björk, die nicht allzu umfassend waren. Gunnar Björk war 62 Jahre alt, unverheiratet, geboren in Falun. Er arbeitete seit seinem 21. Lebensjahr bei der Polizei. Angefangen hatte er als Streife, aber dann studierte er Jura und bekam schon mit 26 oder 27 eine Stelle bei der Geheimpolizei. Das war 1969 oder 1970. Björks Karriere zwischen 1970 und 1985 war im Großen und Ganzen ein weißes Blatt, was nicht überraschen konnte, da die Tätigkeiten der Sicherheitspolizei allesamt der Geheimhaltung unterlagen. Er konnte Bleistifte gespitzt haben, aber genauso gut Geheimagent in China gewesen sein. Letzteres war jedoch unwahrscheinlich. Im Oktober 1985 war Björk nach Washington gezogen, wo er zwei Jahre in der schwedischen Botschaft dienst tat. Ab 1988 war er wieder bei der Sicherheitspolizei in Stockholm. 1996 trat er insofern mehr ins Licht der Öffentlichkeit, als er zum Vizebürochef der Auslandsabteilung ernannt wurde. Was er genau machte, war Michael nicht näher bekannt. Nach 1996 hatte Björk bei mehreren Gelegenheiten mit den Massenmedien gesprochen, anlässlich der Ausweisung des einen oder anderen verdächtigen Arabes. 1998 wurde man auf ihn aufmerksam, weil er mehrere irakische Diplomaten des Landes verwiesen hatte. Was hat das alles mit Lisbeth Salander und den Morden an Dork und Mia zu tun? Wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber Gunnar Björk wusste etwas über Salah, also musste es auch einen Zusammenhang geben. Am Sonntagabend öffnete Lisbeth Salander wieder Asphyxia 1.3 und ging auf die gespiegelte Festplatte von Mick Blom-Laptop. Sie sah erst mal durch, was sich in den letzten zwei Tagen Neues ergeben hatte. Er konzentrierte sich jetzt auch auf Salah. Richtig gedacht, Kalle Blomquist. Sie fragte sich, ob er sich jemals für Salah interessiert hätte, wenn sie ihm nicht den Namen geschickt hätte. Dann stellte sie mit gelinder Verwunderung fest, dass auf einmal Paolo Roberto auf der Bildfläche erschienen war. Das war eine erfreuliche Neuigkeit. Plötzlich musste sie lächeln. Sie mochte den großmäuligen Mistkerl. Er war ein Macho bis in die Fingerspitzen. Er schlug ganz schön zu, wenn sie zusammen in den Ring stiegen. Soll heißen, die wenigen Male, die er traf, schlug er ganz schön zu. Als sie jedoch Michael Blomquists letzte Mail an Erika Berger entschlüsselte, setzte sie sich kerzengerade auf ihrem Stuhl auf. Gunnar Björk, Sicherheitspolizei, hat Informationen über Salah. Gunnar Björk kennt Björmann. Lisbeths Blick war in unbestimmte Weiten gerichtet, als sie im Kopf ein Dreieck zeichnete. Salah, Björmann, Björk. Yes, that makes sense. Aus dieser Perspektive hatte sie das Problem noch nicht betrachtet. Michael Blomquist war vielleicht doch nicht so blöd. Sie dachte ein Weilchen über Björmann nach und kam zu der Erkenntnis, dass seine Bekanntschaft mit Björk ihm mehr Wichtigkeit verlieh, als sie jemals geahnt hätte. Sie stellte fest, dass sie wahrscheinlich einen Besuch in Smodalerö machen musste. Dann ging sie auf Michaels Festplatte und legte ein neues Dokument im Ordner Lisbeth Salander an, das sie Ringecke nannte. Erstens, bleib weg von Teleborian, er ist böse. Zweitens, Miriam Wu hat absolut gar nichts mit dieser Sache zu tun. Drittens, du machst das Richtige, wenn du dich auf Salah konzentrierst. Er ist der Schlüssel. Aber du wirst ihn in keinem Register finden. Viertens, es gibt eine Verbindung zwischen Björmann und Salah. Ich weiß nicht, was für eine, aber ich arbeite dran. Björk? Fünftens, wichtig. Es existiert ein belastender polizeilicher Untersuchungsbericht über mich vom Februar 1991. Ich weiß das Aktenzeichen nicht und kann ihn nicht finden. Warum hat Extrem den nicht an die Medien weitergegeben? Schlussfolgerung? Er weiß nichts davon. Wie ist das möglich? Sie überlegte ein Weilchen und fügte dann noch einen Absatz hinzu. P.S. Michael, ich bin nicht unschuldig. Aber ich habe Dork und Mia nicht erschossen und habe auch nichts mit diesen Morden zu tun. Ich habe sie am Abend kurz vor den Morden getroffen, bin aber vorher gegangen. Danke, dass du an mich glaubst. Schöne Grüße an Paolo, so ein linker Haken ist zu schwach. Michael Blomquist fand Lisbeths Dokument knapp drei Stunden später. Zum ersten Mal hatte sie ein klares Statement abgegeben, das sie Dork und Mia nicht ermordet hatte. Der glaubte ihr und war kolossal erleichtert. Und endlich sprach sie wieder mit ihm, wenn auch kryptisch wie immer. Nachdem er eine Weile überlegt hatte, schrieb er Ringecke 2. Hallo Sally, danke, dass du endlich gesagt hast, dass du unschuldig bist. Ich habe an dich geglaubt, aber das ganze Getöse in den Medien hat mich auch nicht ganz unberührt gelassen und manchmal kam ich ins Zweifeln. Verzeih mir. Es war schön, es direkt aus deiner Tastatur zu hören. Dann muss jetzt nur noch der wirkliche Mörder enttarnt werden. Das haben wir ja schon mal geschafft. Ich nehme an, du liest mein Recherchetagebuch. Dann weißt du ja so ungefähr, was ich mache und wie ich argumentiere. Ich glaube, dass Björk etwas weiß und werde in den nächsten Tagen nochmal mit ihm sprechen. Bin ich auf der falschen Spur, wenn ich all die Freier abklappere? Das mit dem polizeilichen Ermittlungsbericht überrascht mich. Ich werde meine Mitarbeiterin Morlin darauf ansetzen. Wie alt warst du da? Zwölf? Dreizehn Jahre? Worum ging es bei den Ermittlungen? Deine Einstellung zu Teleborian ist hiermit zur Kenntnis genommen. M. Die Antwort kam knapp drei Minuten später. Die Freier kannst du getrost vergessen. Nur Salah ist interessant und ein blonder Riese. Aber der Ermittlungsbericht ist auch interessant, weil irgendjemand ihn anscheinend verheimlichen will. Das kann kein Zufall sein. Staatsanwalt Ekström war ziemlich mieser Laune, als er Boblanskis Team am Montag zur Morgenbesprechung zusammenrief. Seit über einer Woche fahndeten sie völlig ergebnislos nach einer namentlich bekannten Verdächtigen mit sehr ausgefallenem Äußeren. Ekströms Laune verbesserte sich auch nicht, als Kurt Svensson, der am Wochenende Bereitschaftsdienst gehabt hatte, ihn über die jüngsten Entwicklungen informierte. Unbefugt eingedrungen? Wiederholte Ekström verblüfft. Ein Einbruch? Es gibt Kriminelle, die sich auf Verstorbene... Kein Einbruch. Ich bin durch die Wohnung gegangen. Alle normalen Wertgegenstände, Video und all sowas war noch da. Jemand ist unbefugt eingedrungen und hat herumgeschnüffelt. Es muss zwischen Mittwoch und Sonntagabend passiert sein, als der Nachbar feststellte, dass die Versiegelung aufgebrochen war. Was schlagen Sie also vor? Ich weiß nicht. Irgendjemand durchsucht Bührmanns Wohnung. Da stellen sich zwei Fragen. Erstens, wer? Zweitens, warum? Was ist uns entgangen? Ein Moment herrschte Schweigen im Zimmer. Jaka, Holmberg seufzt so resigniert. Okay, ich fahr zu Bührmann und geh die Wohnung noch mal durch. Mit der Pinzette. Lisbeth Salander erwachte am Montagmorgen um elf. Sie blieb noch eine halbe Stunde liegen, bevor sie aufstand, Kaffee aufsetzte und duschen ging. Dann öffnete sie Doc Svensons Rechercheordner und las sorgfältig die Notizen seines Gesprächs mit dem Journalisten Per Orko Sandström, dem Freier, der für die Sexmafia den Laufburschen gespielt hatte und ebenfalls irgendetwas über Salah wusste. Dann setzte sie sich in den Fenstersturz und überlegte. Gegen vier hatte sie fertig überlegt. Sie brauchte Geld. Sie hatte drei Kreditkarten. Eine davon war auf den Namen Lisbeth Salander ausgestellt und damit praktisch nicht verwendbar. Eine andere lief auf Irene Nesser, aber Lisbeth vermied die Benutzung, weil sie sich dann mit Irene Nessers Pass ausweisen musste, und das stellte ein Risiko dar. Die letzte war auf Wasp Enterprises ausgestellt und gehörte zu einem Konto, das knapp zehn Millionen Kronen enthielt und per Überweisung aus dem Internet aufgefüllt werden konnte. Diese Karte konnte jeder benutzen, musste sich aber selbstverständlich ausweisen. Sie ging in die Küche, öffnete eine Keksdose und nahm einen Bündel Scheine heraus. Sie hatte neunhundertfünfzig Kronen in bar. Das war ziemlich wenig. Gott sei Dank besaß sie auch noch 1800 amerikanische Dollar, die seit ihrer Rückkehr nach Schweden hier herumgelegen hatten und in jeder Wechselstube anonym eingetauscht werden konnten. Das verbesserte die Lage schon mal. Sie setzte Irene Nessers Perücke auf, zog sich ordentlich an und packte Kleider zum Wechseln, sowie eine Make-up-Tasche mit Theaterschmink in einen Rucksack. Danach verließ sie Moosebacke. Sie ging bis zur Volkunger Gartan und weiter zur Erster Gartan, wo sie kurz vor Ladenschluss Watzki aufsuchte, ein Fachgeschäft für Segelzubehör. Dort kaufte sie Isolierband, einen Flaschenzug und eine Winde, sowie acht Meter Ankerleine aus Baumwolle. Schließlich ging sie zur Södra-Station, wo sie den Vorortzug Richtung Norden nahm. Am Montagabend war Michael zutiefst frustriert. Seit der letzten Woche hatte er insgesamt zehn Namen von Doc Svensons Liste abgearbeitet. Jedes Mal hatte er besorgte, aufgeregte und schockierte Männer angetroffen. Er stellte fest, dass das Durchschnittseinkommen dieser Herren bei ungefähr 400.000 Kronen pro Jahr lag. Er hatte jedoch kein einziges Mal erlebt, dass jemand im Zusammenhang mit den Morden an Doc Svensson und Mia Bergmann etwas zu verbergen gehabt hätte. Im Gegenteil, die meisten Männer, mit denen er gesprochen hatte, schienen einzusehen, dass es ihre Situation bei zu erwartender Medienhetze nur verschlimmern würde, wenn ihre Namen auch noch mit einem Mord in Verbindung gebracht würden. Michael machte sein I-Book auf und sah nach, ob etwas Neues von Lisbeth gekommen war. Nichts. In ihrer letzten Mail hatte sie behauptet, die Freier seien uninteressant, und er verschwende nur seine Zeit. Er verfluchte sie mit einer Tirade, die Erika Berger sexistisch, aber innovativ genannt hätte. Michael hatte Hunger, wollte sich jedoch nichts zu essen machen. Außerdem hatte er seit zwei Wochen nicht mehr eingekauft, abgesehen von ein paar Litern Milch. Also zog er seine Jacke über und ging in die griechische Taverne in der Hornsgatern. Sonja Modig hatte Doc Svensons Computer hochgefahren und den ganzen Abend über den Inhalt der Festplatte und der beigefügten Zip-Disks katalogisiert. Um elf Uhr abends war sie immer noch auf und las Doc Svensons Buch. Sie kam zu zwei Erkenntnissen. Zum Ersten, dass Doc Svensson ein hervorragender Schriftsteller gewesen war, der eindringlich die Mechanismen des Mädchenhandels beschrieb. Zum Zweiten verstand sie plötzlich, warum Michael Blomquist meinte, Docs Recherchen könnten ein Mordmotiv abgeben. Denn mit der Veröffentlichung wären nicht nur ein paar Freier an den Pranger gestellt worden. Einige der Akteure, die in Prozessen gegen Sexualverbrecher Recht gesprochen oder sich an der öffentlichen Debatte beteiligt hatten, wären völlig vernichtet gewesen. Michael Blomquist hatte Recht. Das Buch enthielt ein Mordmotiv. Doch wo war die Verbindung zu Nils Björmann? Der kam in Svensons Unterlagen überhaupt nicht vor, was Blomquists Argumentation nicht nur bedeutend schwächte, sondern eher das Bild von Lisbeth Zalander als einzig möglicher Verdächtigen untermauerte. Obwohl das Motiv für die Morde an Doc Svensson und Mia Bergmann unklar war, hatte man Lisbeth Zalander dennoch mit dem Tatort und der Mordwaffe in Verbindung bringen können. So klare Indizien ließen sich schwerlich anders interpretieren. Sie deuteten darauf hin, dass Zalander diejenige war, die die tödlichen Schüsse in der Wohnung in Enschede abgegeben hatte. Zudem stellte die Waffe einen direkten Zusammenhang mit dem Mord an Anwalt Björmann her. In diesem Fall konnte es gar keinen Zweifel geben, dass eine persönliche Verbindung und außerdem ein mögliches Motiv vorlag. Der künstlerischen Verzierung auf Björmanns Bauch nachzuurteilen, konnte es sich um irgendeinen sexuellen Übergriff oder eine Art sadomasochistische Beziehung der beiden handeln. Peter Teleborian hatte bekräftigt, dass sich Lisbeth Zalanders Gewalttätigkeit gegen Personen richtete, die sie aus verschiedensten Gründen als bedrohlich empfand oder die sie gekränkt hatten. Sonja Modig dachte eine Weile über die Dinge nach, die Teleborian über Lisbeth Zalander gesagt hatte. Er wirkte so, als wolle er seine ehemalige Patientin schützen – gleichzeitig bauten die Ermittlungen in hohem Maße auf seine Analyse auf – eine Soziopathin an der Grenze zur Psychose. Michael Blomquist's Theorie sagte ihr mehr zu. Sie biss sich leicht auf die Unterlippe, während sie versuchte, sich ein Szenario vorzustellen, in dem Lisbeth Zalander nicht die einzige Mörderin war. Schließlich machte sie Feierabend, indem sie resolut den Computer ausschaltete und die CDs in die Schreibtischschublade sperrte. Sie zog ihre Jacke an, knipste die Schreibtischlampe aus und wollte gerade die Tür schließen, als sie Geräusche im Flur hörte. Sie runzelte die Stirn. Eigentlich hatte sie gedacht, dass sie als einzige der Abteilung noch im Büro war. Sie ging durch den Flur zu Hans Fastes' Zimmer. Seine Tür stand halb offen. »Damit haben wir unbestreitbar den Zusammenhang gefunden«, hörte sie ihn sagen. Unentschlossen blieb sie noch einen Moment stehen, bevor sie tief durchatmete und an den Türrahmen klopfte. Hans Fastes sah sie irritiert an. »Modig ist auch noch im Haus«, sagte Fasten in den Hörer. Dann hörte er zu und nickte, ohne Sonja Modig dabei aus den Augen zu lassen. »Okay, ich werde sie informieren.« Er legte auf. »Das war Boblanski«, erklärte er. »Was willst du?« »Inwiefern haben wir einen Zusammenhang gefunden?«, wollte sie wissen. Er sah sie forschend an. »Ich habe Boblanski angerufen, um mir mitzuteilen, dass das kriminaltechnische Labor endlich etwas Brauchbares gefunden hat. Doc Svensson hatte ein Handy mit einer Prepaid-Karte von Comvick. Sie haben jetzt endlich eine Liste der Gespräche. Das Gespräch mit Michael Blomquist um 20.12 Uhr hat sich bestätigt. Blomquist war also wirklich bei seiner Schwester zum Abendessen.« »Gut. Ich glaube ohnehin nicht, dass Blomquist etwas mit den Morden zu tun hat.« »Ich auch nicht. Aber Doc Svensson hat an diesem Abend noch ein zweites Gespräch geführt.« »Um 21.34 Uhr. Das Gespräch dauerte drei Minuten.« »Und?« »Er hat Anwalt Nils Bührmann zu Hause angerufen.« »Mit anderen Worten, es gibt eine Verbindung zwischen den beiden Morden.« Sonja Modig ließ sich langsam auf Hans Fastes Besucherstuhl sinken. »Aber wie sieht die zeitliche Abfolge aus?« »Kurz nach acht ruft Doc Svensson Michael Blomquist an und verabredet mit ihm ein Treffen für später.« »Um halb zehn ruft Svensson bei Bührmann an.« »Kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr kauft Salanda Zigaretten in einem Tabakladen in Enschede.« »Kurz nach elf kommen Michael Blomquist und seine Schwester nach Enschede und um genau 23 Uhr elf ruft er die Notrufzentrale an.« »Scheint zu stimmen, Miss Marble.« »Aber das kann nicht sein. Nach Angaben des Pathologen wurde Bührmann zwischen 22 und 23 Uhr erschossen. Da war Salanda schon in Enschede. Wir sind immer davon ausgegangen, dass Salanda zuerst Bührmann erschoss und danach das Paar in Enschede.« »Das hat nichts zu sagen. Ich habe noch mal mit dem Pathologen gesprochen. Wir haben Bührmann ja erst einen Tag später gefunden, fast 24 Stunden nach dem Mord. Der Pathologe meinte, dass der Zeitpunkt seines Todes um bis zu einer Stunde abweichen könnte.« »Aber Bührmann muss das erste Opfer gewesen sein, denn die Tatwaffe haben wir in Enschede gefunden. Das würde bedeuten, dass sie Bührmann irgendwann nach 21.34 Uhr erschoss und danach sofort nach Enschede fuhr, um dort im Tabakleiden einzukaufen. Reicht die Zeit denn überhaupt, um vom Odenplan nach Enschede zu fahren?« »Ja, allerdings. Sie ist nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, wie wir früher angenommen haben. Sie hatte ja ein Auto. Sonny Buhmann und ich haben es getestet und sind die Strecke einmal abgefahren. Da bleibt genügend Zeit.« »Aber dann hätte sie noch eine ganze Stunde gewartet, bevor sie Doc Svensson und Mia Bergmann erschoss. Was hat sie in der Zwischenzeit gemacht?« »Sie hat Kaffee mit ihnen getrunken. Wir haben ihre Fingerabdrücke auf der Tasse.« Er sah sie triumphierend an. Sonja Modig seufzte und schwieg ein paar Minuten. Michael Blomquist war gerade nach Hause gekommen, als sein Handy klingelte. »Hallo, hier ist Morlin. Kannst du gerade sprechen?« »Klar. Mir ist da gestern was eingefallen.« »Erzähl.« »Ich habe die Zeitungsausschnitte über Salanda gelesen und bin dabei auf die Doppelseite mit ihrem Psychiatriehintergrund gestoßen. Ich frage mich, wie diese Lücke in ihrer Biografie zu erklären ist.« »Welche Lücke?« »Sie wurde doch kurz vor ihrem 13. Geburtstag in die Psychiatrie eingeliefert.« »Ja.« »Aber es steht nirgendwo auch nur ein Wort, warum sie eigentlich in die Psychiatrie eingeliefert wurde.« Michael schwieg ein Weilchen. »Du meinst das?« »Ich meine, dass irgendetwas geschehen sein dürfte, bevor eine Zwölfjährige in die Psychiatrie eingeliefert wird. Und in Lisbeths Fall müsste das ein verdammt heftiger Ausbruch gewesen sein, der doch irgendwo in ihrer Biografie auftauchen sollte. Aber es gibt keine Erklärung.« Michael runzelte die Stirn. »Morlin, ich weiß aus sicherer Quelle, dass es einen polizeilichen Ermittlungsbericht von 1991 gibt. Da war Lisbeth zwölf Jahre alt. Er ist nirgendwo in den Akten verzeichnet. Ich wollte dich heute bitten, danach zu suchen.« »Wenn es Ermittlungen gab, muss auch ein Aktenzeichen existieren. Alles andere wäre illegal. Hast du wirklich genau nachgesehen?« »Nein, aber meine Quelle sagt, dass er nicht in den Akten ist?« Michael schwieg. Morlin schwieg ebenfalls einen Moment. Schließlich gelangten sie und Michael gleichzeitig zu demselben Schluss. »Die Sicherheitspolizei«, sagte Morlin. »Björg«, sagte Michael. Dienstag, 5. April. Per Orke Sandström, freier Journalist, 47 Jahre alt, kam kurz nach Mitternacht zurück in seine Wohnung in Solna. Er war leicht beschwipst und fühlte die Panik wie einen schwellenden Klumpen im Magen. Den ganzen Tag über hatte er verzweifelt versucht, nichts zu tun. Per Orke Sandström hatte ganz einfach Angst. Es war fast zwei Wochen her, dass Doc Svensson in Entschede erschossen worden war. Sandström hatte an jenem Abend verblüfft die Fernsehnachrichten verfolgt und eine Welle der Erleichterung und Hoffnung verspürt. Svensson war tot, und vielleicht war damit ja das Buch über Mädchenhandel, in dem er als Sexualverbrecher gebrandmarkt werden sollte, aus der Welt. Eine einzige verdammte Nutte zu viel, und schon saß man in der Tinte. Am Tag des Mordes war er zu euphorisch gewesen, um überhaupt einen klaren Gedanken fassen zu können. Erst am Tag darauf begann er nachzudenken. Wenn Doc Svensson an einem Buch arbeitete, in dem er als Vergewaltiger mit pädophilen Neigungen dargestellt wurde, dann war es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich die Polizei seine kleinen Fehltritte ein wenig genauer ansah. Oh Gott, man konnte ihn sogar des Mordes verdächtigen. Seine Panik legte sich ein wenig, als auf jedem Schlagzeilenplakat des Landes Lisbeth Zalanders Gesicht zu sehen war. Er hatte noch nie von ihr gehört. Aber die Polizei schien sie stark im Verdacht zu haben, und einem Staatsanwalt zufolge stand man kurz vor der Aufklärung der Morde. Möglicherweise würde man sich gar nicht mehr für seine Person interessieren. Aber aus eigener Erfahrung wusste er nur zu gut, wie sorgfältig Journalisten ihre Belege und Aufzeichnungen speicherten. In der folgenden Woche schwankte er zwischen Panik und Rausch. Die Polizei hatte ihn nicht gesucht. Vielleicht, wenn er mehr Glück als Verstand hatte, würde er ja so davon kommen. Er steckte den Schlüssel in die Haustür und schloss auf. Als er die Tür öffnete, hörte er plötzlich ein Rascheln hinter sich und verspürte einen lähmenden Schmerz im Kreuz. Gunnar Björk war noch nicht schlafen gegangen, als das Telefon klingelte. Er trug Pyjama und Bademantel, saß im Dunkeln in der Küche und dachte über sein Dilemma nach. In seiner langjährigen Karriere war er niemals auch nur annähernd in eine so unangenehme Situation geraten. Zuerst wollte er gar nicht ans Telefon gehen. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr und stellte fest, dass es schon nach zwölf war. Aber es klingelte immer weiter und nach dem zehnten Leuten konnte er nicht mehr widerstehen. »Hier ist Michael Blomquist«, hörte er eine Stimme am anderen Ende. »Verdammt! Es ist nach Mitternacht, ich habe schon geschlafen. Ich habe vor morgen um zehn eine Pressekonferenz, anlässlich der Morde an Doc Svensson und Mia Bergmann abzuhalten.« Gunnar Björk schluckte. »Ich werde von Details aus dem Buch über Mädchenhandel berichten. Der einzige Freier, den ich namentlich nennen werde, sind Sie. Sie haben versprochen, mir Zeit zu geben.« »Es sind bereits mehrere Tage verstrichen. Sie haben mir versprochen, mich nach dem Wochenende anzurufen. Morgen ist Dienstag. Entweder reden Sie jetzt oder ich halte morgen eine Pressekonferenz ab.« »Wenn Sie diese Pressekonferenz abhalten, werden Sie niemals etwas über Sala erfahren.« »Schon möglich, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Dann können Sie sich stattdessen eben mit den offiziellen Ermittlern von der Polizei unterhalten und mit den restlichen Massenmedien des Landes.« »Es gab keinen Verhandlungsspielraum mehr.« Sandström wusste nicht, wie lange er K.O. gewesen war. Doch als er wieder zu sich kam, lag er auf dem Wohnzimmerboden. Sein ganzer Körper schmerzte, und er konnte sich nicht bewegen. Nach einer Weile begriff er, dass seine Hände mit Isolierband auf dem Rücken gefesselt waren. Seine Füße waren taub. Über seinem Mund klebte ebenfalls ein breites Stück Isolierband. Die Lampen im Zimmer brannten, die Jalousien waren heruntergezogen. Er war unfähig zu begreifen, was hier eigentlich passiert war. Aus heiterem Himmel legte sich eine Schlinge um seinen Hals und zog sich zu. In seiner Panik hatte er fast seinen Darm entleert. Er blickte auf und sah das Seil zu einer Winde laufen, die oben an dem Haken hing, an dem sonst die Wohnzimmerlampe befestigt war. Dann trat sein Feind in sein Blickfeld. Als erstes sah er ein paar kleine schwarze Stiefel. Er wusste nicht, was er erwartet hatte, aber der Schock hätte kaum größer sein können. Im ersten Moment erkannte er die irre Psychopathie nicht wieder, mit deren Passbild seit dem Osterwochenende jeder Zeitungskiosk tapeziert gewesen war. Sie war ganz in Schwarz gekleidet. Jeans, eine kurze, offene Baumwolljacke, T-Shirt und schwarze Handschuhe. Aber was ihn am meisten erschreckte, war ihr Gesicht. Sie war geschminkt. Zu ihrem schwarzen Lippenstift und Eyeliner trug sie einen vulgären und auffallend dramatischen grün-schwarzen Lidschatten. Den Rest des Gesichts hatte sie sich weiß geschminkt. Von der linken Stirnseite über die Nase bis zur rechten Seite ihres Kinns hatte sie sich einen breiten, roten Strich aufgemalt. Lisbeth Zalander griff nach dem Tau und zog. Er spürte, wie das Seil in seinen Hals schnitt. Für ein paar Sekunden bekam er keine Luft. Dann versuchte er panisch, seine Füße unter den Körper zu ziehen. Mithilfe der Winde und des Flaschenzugs musste sie sich kaum anstrengen, um ihn auf die Füße zu zerren. Als er aufrecht stand, hörte sie aufzuziehen und fixierte das Seil, indem sie es ein paar Mal um ein Heizungsrohr wickelte. Dann ließ sie ihn allein und verschwand aus seinem Blickfeld. Über fünfzehn Minuten blieb sie weg. Als sie wiederkam, zog sie sich einen Stuhl heran und setzte sich direkt vor ihn. Sie legte eine Pistole auf den Wohnzimmertisch. Seine Pistole. Sie hatte sie im Schuhkarton in der Garderobe gefunden. Ein Colt 1911 Government. Vor seinen Augen öffnete sie das Magazin und legte Patronen ein. »Ich verstehe einfach nicht, warum Männer ihre Perversion auch noch dokumentieren müssen,« bemerkte sie. Ihre Stimme war leise, aber eiskalt. Dabei hielt sie ein Bild hoch, das sie von seiner Festplatte ausgedruckt hatte. »Ich nehme an, dass ist das estnische Mädchen Ines Hemu Yervi, siebzehn Jahre, wohne auf den der Stadt Ripalu bei Narva? Hatten Sie ihren Spaß mit ihr?« Die Frage war rein rhetorisch. Per Orke Sandström konnte nicht antworten, denn sein Mund war immer noch zugeklebt und sein Hirn sowieso außerstande, eine Antwort zu formulieren. »Sie sind ein sadistisches Schwein, ein Widerling und ein Vergewaltiger.« Er rührte sich nicht. »Nicken Sie«, er nickte. Plötzlich standen ihm die Tränen in den Augen. »Nur damit wir uns über die Regeln im Klaren sind,« fuhr Lisbeth Salander fort, »meiner Meinung nach sollten Sie einfach so schnell wie möglich hingerichtet werden. Ob Sie diese Nacht überleben, ist mir völlig gleichgültig, verstehen Sie mich?« Er nickte. »Es wird Ihnen schwerlich entgangen sein, dass ich eine Irre bin, die gern Leute abmurkst, besonders Männer.« Sie wies auf die neuesten Abendzeitungen, die er auf dem Wohnzimmertisch liegen gelassen hatte. »Ich werde jetzt das Klebeband von Ihrem Mund entfernen. Wenn Sie schreien oder auch nur die Stimme heben, werde ich Ihnen hiermit einen elektrischen Schlag versetzen.« Sie hielt eine Elektroschockpistole in die Höhe. Als Sie nach Hause kamen, durften Sie das schon einmal erleben. Sie lächelte ihn an. »Das heißt, Ihre Beine werden Sie nicht mehr tragen und Sie werden stranguliert. Und nachdem ich Ihnen diesen Schlag versetzt habe, werde ich einfach aufstehen und die Wohnung verlassen.« Er nickte. »Oh Gott, sie ist wirklich eine verrückte Mörderin.« Plötzlich strömten ihm unkontrolliert die Tränen über die Wangen. Er schniefte. Sie stand auf und riss ihm das Klebeband vom Mund. Ihr groteskes Gesicht näherte sich seinem bis auf wenige Zentimeter. »Schweigen Sie«, sagte sie. »Kein Wort. Wenn Sie ohne Erlaubnis reden, verabreiche ich Ihnen einen elektrischen Schlag.« Sie wartete, bis er sich ausgeschnieft hatte und ihr in die Augen sah. »Sie haben eine einzige Chance, diese Nacht zu überleben«, erklärte sie. »Eine Chance, nicht zwei.« »Ich werde Ihnen einige Fragen stellen. Wenn Sie sie beantworten, lasse ich Sie am Leben. Nicken Sie, wenn Sie mich verstanden haben.« Er nickte. »Wenn Sie sich weigern, auf eine Frage zu antworten, werde ich Ihnen einen elektrischen Schlag versetzen. Verstehen Sie?« Er nickte. »Wenn Sie mich anlügen oder mir ausweichende Antworten geben, werde ich Ihnen einen elektrischen Schlag versetzen.« Er nickte. Lisbeth Zalander zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich entspannt auf ihrem Stuhl zurück. Sie schlug das rechte Bein über das linke und fixierte ihn. Per Orke Sandström hatte noch nie so einen intensiven Blick gesehen. Als sie anfing zu sprechen, war ihre Stimme immer noch ganz leise. Im Januar 2003 haben Sie Ines Hemoyerwi zum ersten Mal in ihrer Wohnung in Norseborg aufgesucht. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade sechzehn Jahre alt geworden. Warum sind Sie zu ihr gegangen? »Ich weiß nicht. Ich wollte sie haben. Sie war so schön.« »Schön?« »Ja, sie war schön.« »Und Sie waren der Meinung, Sie hätten ein Recht, sie ans Bett zu fesseln und zu ficken?« »Sie war einverstanden.« »Ich schwöre, sie war einverstanden.« »Sie haben sie bezahlt?« Per Orke Sandström biss sich auf die Zunge. »Nein.« »Warum denn nicht?« »Sie war eine Nutte. Nutten bezahlt man doch normalerweise.« »Sie war ein Geschenk.« »Ein Geschenk?« fragte Lisbeth Salander. Plötzlich hatte ihre Stimme einen gefährlichen Unterton angenommen. Ich bekam sie für einen Gefallen, den ich einer anderen Person getan hatte.« »Herr Orke«, unterbrach Lisbeth mit vernünftigem Ton. »Sie wollen doch nicht etwa meiner Frage ausweichen?« »Ich schwöre, ich antworte auf jede ihrer Fragen. Ich werde sie nicht anlügen.« »Ich hatte Annabole Steroide nach Schweden geschmuggelt. Eigentlich bin ich wegen einer Reportage nach Estland gereist. Ich bin mit ein paar Bekatten gefahren, und wir haben die Tabletten in meinem Auto rübergeschafft. Ich war mit einem Mann namens Harry Ranta unterwegs, obwohl er nicht in meinem Auto mitfuhr.« »Und Harry Ranta hat Ihnen Ines Hemoyerwi also als Geschenk angeboten?« »Ja, nein, Entschuldigung, das war erst später hier in Stockholm. Das war sein Bruder, Arthur Ranta.« »Sie wollen also damit sagen, Arthur Ranta klopfte einfach so an ihre Tür und fragte, ob Sie nicht mit nach Norseberg rauskommen und Ines vögeln wollen?« »Nein, ich war auf... wir hatten da eine Party in...« »Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo das war.« Plötzlich begann er unkontrolliert zu zittern. Er spürte, wie seine Knie nachgaben und stützte sich mit den Füßen ab. »Wo Sie zusammen gesoffen haben, ist egal. Wie kam es dazu, dass Arthur Ranta Ihnen Ines anbot?« »Wir haben darüber gesprochen, dass... wir... ich habe ihm erzählt, dass ich gerne...« Er begann zu weinen. »Sie haben ihm gesagt, Sie hätten gerne eine seiner Nutten.« Er nickte. »Ich war betrunken.« Er sagte, sie müsste... müsste... »Was müsste sie?« Arthur sagte, sie müsste bestraft werden. Sie machte Schwierigkeiten, sie machte nicht, was er wollte. »Und was sollte sie machen?« »Hin anschaffen.« Er bot mir an, dass ich... Ich war betrunken und wusste nicht, was ich tat. Ich wollte nicht. Verzeihen Sie mir.« »Mich müssen Sie nicht um Verzeihung bitten. Sie haben Arthur also angeboten, ihm bei der Bestrafung von Ines zu helfen und sind dann zu ihr gefahren.« »So war es nicht.« »Dann erzählen Sie mir, wie es war.« »Warum sind Sie mit Arthur zu Ines gefahren?« Sie balancierte die Elektroschockpistole auf dem Schoß. Er begann wieder zu zittern. »Ich bin zu Ines mitgefahren, weil ich sie haben wollte. Sie war da, und man konnte sie kaufen. Ines wohnte bei einer Freundin von Harry Ranta. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Arthur fesselte Ines ans Bett, und ich... Ich hatte Sex mit ihr. Arthur guckte zu. »Nein, Sie hatten keinen Sex mit ihr. Sie haben sie vergewaltigt.« Er antwortete nicht. »Oder?« Er nickte. »Was hat Ines gesagt?« »Sie sagte gar nichts.« »Hat sie protestiert?« »Sie war betrunken. Es war ihr egal.« Lisbeth Zalander stieß einen resignierten Seufzer aus. »Dann haben Sie Ines aber weiterhin besucht.« »Sie war so... Sie wollte mich...« »Sie reden scheiße.« »Wie oft haben Sie sie vergewaltigt?« »Ich weiß nicht. Ein paar Mal.« »Okay, wer ist der Chef dieser Bande?« »Die bringen mich um, wenn ich ausbacke.« »Das geht mich nichts an. Und im Moment bin ich für Sie ein weitaus größeres Problem, als die Gebrüder Ranta.« Sie hielt die Elektroschockpistole hoch. »Arthur, er ist der Älteste. Harry organisiert die Dinge.« »Wer gehört noch zur Bande?« »Ich kenne nur Harry und Arthur.« »Arthur's Freundin ist auch dabei, und ein Mann namens...« »Ich weiß nicht.« »Pelle irgendwas.« »Schwede.« »Ich weiß nicht, wer ist.« »Er ist so ein Speedfreak, der Ladyungen für Sie macht.« »Und Arthur's Freundin?« »Silvia, sie ist auch eine Nutte.« Lisbeth überlegte schweigend eine Weile. Dann hub sie den Blick. »Wer ist Salah?« Per Orkes Handström erbleichte. »Ich weiß nicht,« behauptete er. »Ich weiß nicht, wer er ist.« Lisbeth Salandas Gesicht verfinsterte sich. »Ich schwöre es Ihnen auf Ehre und Gewissen. Ich weiß nicht, wer er ist. Wenn ich es wüsste, würde ich es erzählen. Ich schwöre es. Das ist jemand, den Arthur kennt.« »Sie haben mit ihm gesprochen.« »Eine Minute am Telefon.« »Ich habe mit jemandem gesprochen, der behauptete, sein Name sei Salah. Oder besser gesagt, er hat mit mir gesprochen. Ich...« »Sie wollten, dass ich Ihnen wieder einen Gefallen tat.« »Sie wollten, dass ich wieder nach Tallinn fuhr und auf dem Rückweg ein präpariertes Auto nach Schweden brachte, mit Amphetaminen. Ich wollte aber nicht.« »Warum wollten Sie?« Sie nicht. »Es wurde zu viel. Das waren richtige Gangster. Ich wollte da raus. Ich hatte schließlich auch einen Job.« »Erzählen Sie weiter. Wie kam Salah ins Spiel?« Er verstummte, und plötzlich liefen die Tränen wieder. Er biss sich so fest auf die Lippe, dass sie aufsprang und zu bluten begann. »Weiter«, erinnerte ihn Lisbeth Salanda kühl. Harry warnte mich und sagte, dass Arthur langsam wütend auf mich wurde und dass er nicht wüsste, was passieren würde. Schließlich ließ ich mich auf ein Treffen mit Arthur ein. Das war letzten August. Ich fuhr mit Harry nach Norsborg. Arthur ist ein Wahnsinniger. Er ist brutal. Sie ahnen nicht, wie brutal er ist. Er meinte, es sei zu spät für mich, um noch aussteigen zu können. Und wenn ich nicht tat, was er sagte, würde ich es nicht überleben. Man wollte es mir demonstrieren. Wir fuhren nach Södertälje. Arthur befall mir, eine Kapuze aufzusetzen. Es war eine Tüte, die er mir über den Kopf stülpte. Ich hatte Todesangst.« »Und wie lange dauerte es, bis sie ankamen?« »Vielleicht knapp dreißig Minuten.« »Sie führten mich aus dem Auto. Es war so eine Art Lager.« »Was geschah dann?« »Harry und Arthur führten mich hinein. Drin war es hell. Das Erste, was ich sah, war so ein armer Kerl, der auf dem Zementboden lag. Er war gefesselt. Und man sah, dass er absolut grausam zusammengeschlagen worden war. Wer war das? Er hieß Kenneth Gustafsson. Aber das erfuhr ich erst hinterher. Sie haben mir nicht gesagt, wie er hieß. Was passierte dann? Da war ein Mann. Der größte Mann, den ich jemals gesehen habe. Er war enorm. Nichts als Muskeln. Wie sah er aus? Blond. Er sah einfach aus wie das personifizierte Böse. Name? Er hat seinen Namen nicht gesagt. Okay, ein blonder Riese. Wer war sonst noch da? Da war noch ein anderer Mann. Der sah ziemlich fertig aus. Blond. Er hatte so einen Pferdeschwanz. Margelundin. Sonst noch jemand? Nur ich und Harry und Arthur. Weiter. Der blonde Riese stellte einen Stuhl vor mich. Er sagte kein Wort. Arthur erklärte mir, der Typ am Boden sei ein Verräter. Er wollte, dass ich sehe. Ich muss mit Leuten passiert, die Schwierigkeiten machen.« Sandström weinte hemmungslos. »Ich warte«, sagte Lisbeth Zalander, mahnt. »Der Blonde hob den Mann vom Boden auf und setzte ihn auf einen Stuhl mir gegenüber. Wir saßen einen Meter auseinander. Ich sah ihm in die Augen. Der Riese stellte sich hinter ihn und legte ihm die Hände um den Hals. Er... er...« Er wirkte ihn? schlug Lisbeth vor. »Ja, nein.« Er zerdrückte ihn. »Ich glaube, er hatte mit bloßen Händen das Genick gebrochen.« Ich hörte, wie das Genick brach, und er starb vor meinen Augen.« Per Ockes Sandström schwankte an seinem Seil. Die Tränen flossen ihm unkontrolliert übers Gesicht. Lisbeth gab ihm eine Minute, um sich wieder zu sammeln. »Und dann?« Der andere Mann, der mit dem Pferdeschwanz, warf eine Motorsäge an und sägte ihm den Kopf und die Hände ab. Als er fertig war, kam der Riese zu mir und legte mir die Hände um den Hals. Ich versuchte, sie wegzuziehen, aber so sehr ich obzerrte, ich konnte sie nicht einen Millimeter vom Fleck bewegen. Aber er drückte nicht zu. Er ließ einfach nur eine Weile seine Hände dort liegen. Und in der Zwischenzeit holte Arthur sein Handy hervor und rief jemand an. Er sprach Russisch. Dann sagte er auf einmal, Sala wolle mit mir sprechen und hielt mir den Hörer ans Ohr. Was hat Sala gesagt? Er sagte, nur er erwarte von mir, dass ich ihm den Dienst erwies, um den Arthur mich gebeten hatte. Er fragte, ob ich immer noch aussteigen wolle. Ich versprach, nach Tallinn zu fahren und das Auto mit den Amphetaminen zu holen. Lisbeth schwieg eine geraume Weile. Nachdenklich musterte sie den schniefenden Journalisten am Seil. Sie schien nachzudenken. »Beschreiben Sie seine Stimme.« »Sie...« »Ich weiß nicht, sie klang ganz normal. Tiefe Stimme, hohe Stimme.« »Tief, alltäglich, rau.« »In welcher Sprache haben Sie sich unterhalten?« »Schwedisch.« »Akzent?« »Ja, vielleicht ein kleines bisschen. Aber er sprach gut Schwedisch. Arthur und er haben Russisch gesprochen.« »Verstehen Sie Russisch?« »Ein bisschen, nur ein bisschen.« »Was hat Arthur zu ihm gesagt?« »Er hat nur gesagt, die Demonstration sei vorbei, sonst nichts.« »Haben Sie das jemals irgendjemand erzählt?« »Nein.« »Dork Svensson?« »Nein, nein.« »Dork Svensson hat sie aufgesucht.« Sandström nickte. »Wonach hat er gefragt?« »Sala«, fragte doch Sala. Das war bei seinem zweiten Besuch.« »Seinem zweiten Besuch? Er hat zwei Wochen vor seinem Tod Kontakt mit mir aufgenommen. Das war der erste Besuch. Dann kam er zwei Tage, bevor sie...« »Bevor ich ihn erschossen habe?« »Genau.« »Und da hat er nach Sala gefragt?« »Ja.« »Was haben Sie ihm erzählt?« »Nichts? Ich konnte nichts erzählen. Ich gab zu, dass ich mal am Telefon mit ihm gesprochen hatte. Das war alles. Ich habe nichts von dem blonden Teufel erzählt, oder was Sie mit Gustavsson gemacht hatten.« »Okay.« »Was genau hat Doc Svensson gefragt?« »Ich... Er hat nur nach Sala gefragt. Das war alles.« »Und Sie haben ihm nichts erzählt?« »Nichts, was ihm wirklich etwas gebracht hätte. Ich weiß ja auch nichts.« Lisbeth Zalanda schwieg einen Moment. Irgendetwas verschweigt er mir. Sie biss sich nachdenklich auf die Unterlippe. »Natürlich.« »Wem haben Sie sonst noch von Doc Svensons Besuch erzählt?« »Sunström wurde blass.« »Ich habe Harry Ranta angerufen.« »Wann?« »Am Abend, nachdem Doc Svensson zum ersten Mal bei mir gewesen war.« Sie befragte ihn noch eine halbe Stunde, stellte aber fest, dass er sich langsam wiederholte und nur noch vereinzelte Details hinzufügen konnte. Schließlich stand sie auf und legte die Hände auf das Seil. »Sie sind wahrscheinlich der jämmerlichste Kotzbrocken, der mir jemals begegnet ist,« sagte Lisbeth Zalanda. »Für das, was Sie Ines angetan haben, würden Sie die Todesstrafe verdienen. Aber ich habe versprochen, dass Sie überleben, wenn Sie meine Fragen beantworten. Ich halte meine Versprechen immer.« Sie bückte sich und löste den Knoten. Per Orkessandström fiel auf den Boden, wo er wie ein Häufchen Elend liegen blieb. »Losmachen müssen Sie sich selbst.« Sie warf ihm ein Küchenmesser auf den Boden. Dann hörte er sie eine ganze Weile auf dem Flur rascheln. Es klang so, als würde sie sich umziehen. Schließlich hörte er, wie die Haustür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Sie verbrachte den ganzen Dienstag damit, sich Informationen über die Brüder Ato und Harry Ranta zu beschaffen. Ato Rantas düsterer Lebenslauf ließ sich dem Strafregister entnehmen. Er war finnischer Staatsbürger, stammte aber aus einer estnischen Familie und war 1971 nach Schweden gekommen. Von 1972 bis 1978 arbeitete er als Bautischler für eine Zementgießerei in Schorne. Nachdem man ihn auf einer Baustelle beim Stehlen ertappt hatte, wurde er hinausgeworfen und zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Zwischen 1980 und 1982 arbeitete er dann für ein wesentlich kleineres Bauunternehmen. Auch dort flog er hinaus, nachdem er mehrmals betrunken am Arbeitsplatz aufgetaucht war. Den Rest der 80er schlug er sich als Türsteher durch, als Techniker in einem Unternehmen, das Heizkessel herstellte, als Tellerwäscher und als Hausmeister in einer Schule. Er verlor all diese Anstellungen, weil er entweder schwer betrunken zur Arbeit erschienen war oder es anderweitige Scherereien gegeben hatte. Die Anstellung als Hausmeister verlor er schon nach ein paar Monaten, weil ihn eine Lehrerin wegen grober sexueller Belästigung angezeigt hatte. 1992 saß er drei Monate für die Misshandlung seiner Freundin sowie die Bedrohung ihrer Schwester ab. Danach riss er sich zusammen, wurde aber 1997 wegen Hehlerei und schwerer Körperverletzung verurteilt. Diesmal bekam er zehn Monate Gefängnis. Sein jüngerer Bruder Harry Ranta folgte ihm 1982 nach Schweden und war in den 80ern längere Zeit als Lagerarbeiter angestellt. Sein Auszug aus dem Strafregister zeigte, dass er dreimal verurteilt worden war. 1990 wegen Versicherungsbetrugs. 1992 wurde er wegen schwerer Körperverletzung, Hehlerei, Diebstahls und Vergewaltigung zu zwei Jahren verurteilt. Er wurde nach Finnland abgeschoben, war aber schon 1996 wieder in Schweden, wo man ihn wegen schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung erneut zu zehn Monaten Gefängnis verurteilte. Lisbeth suchte nach ihren aktuellen Adressen und fand heraus, dass Arthur Ranta in Norseborg und Harry Ranta in Albi wohnte. Paolo Roberto hatte schon mehrmals die Adresse in der Lundagartan aufgesucht, doch ihre Wohnungstür blieb geschlossen. Er hatte vollstes Verständnis dafür, dass Miriam Wu sich versteckt hielt, aber der schlimmste Ansturm der Medien hatte sich mittlerweile eigentlich wieder gelegt. Er beschloss, dass er, statt pausenlos hin und her zu flitzen, eigentlich auch vor ihrer Tür warten konnte. Er parkte knapp 30 Meter von ihrer Haustür entfernt und rutschte mit dem Sitz nach hinten, sodass er mehr Platz für seine Beine hatte. Während das Radio leise spielte, betrachtete er das Foto von Miriam Wu, das er aus seiner Zeitung ausgeschnitten und sich ins Auto geklebt hatte. Sie sah hübsch aus, stellte er fest. Geduldig beobachtete er die wenigen Passanten. Miriam Wu war nicht darunter. Er war so tief in seine Gedanken versunken, dass es einen Moment dauerte, bis ihm die Frau auffiel, die sich um elf Uhr abends von der Högerlitz-Kirche her näherte. Er sah sie im Rückspiegel. Erst als sie ungefähr siebzig Meter hinter ihm an einer Straßenlaterne vorbeiging, drehte er hastig den Kopf und erkannte sofort Miriam Wu. In diesem Augenblick sah er einen Lieferwagen die Straße entlangfahren und direkt neben Miriam Wu bremsen. Völlig verdattert beobachtete Paolo Roberto, wie ein Mann, ein blondes, höllisch großgewachsenes Vieh, aus der Schiebetür sprang und Miriam Wu packte. Sie wich zurück und versuchte, sich loszureißen, aber der blonde Riese hielt ihr Handgelenk eisernfest. Paolo Roberto blieb der Mund offen stehen, als er Miriam Wu's rechtes Bein in hohem Bogen nach oben sausen sah. Natürlich, sie ist ja Kickboxerin. Sie traf den Kopf des blonden Riesen, doch der Tritt schien ihn nicht im geringsten zu beeindrucken. Stattdessen hob er die Hand und verpasste Miriam Wu eine Uhrfeige, die Paolo Roberto aus sechzig Metern Entfernung noch hören konnte. Miriam Wu sackte zusammen wie vom Blitz getroffen. Der blonde Riese bückte sich, hob sie mit einer Hand vom Boden auf und schleuderte sie geradezu ins Auto. Erst in diesem Moment schloss Paolo Roberto den Mund wieder und kam zu sich. Er sprang aus seinem Wagen und rannte auf den Lieferwagen zu. Schon nach wenigen Schritten sah er ein, dass es zwecklos war. Das Auto, in das man Miriam Wu wie einen Sack Kartoffeln geworfen hatte, fuhr langsam an, wendete mitten auf der Straße und verschwand in Richtung Högerlitzkirche. Paolo Roberto machte auf dem Absatz kehrt, lief zu seinem Auto zurück, warf sich hinters Steuer und legte einen Kavalierstaat hin. Er wendete ebenfalls mitten auf der Straße. Als er die nächste Kreuzung erreichte, war der Lieferwagen schon verschwunden. Er bremste, schaute die Högerlitzkirchen hinunter und entschied sich dann, links Richtung Hornsgirchen abzubiegen. Als er die Hornsgirchen erreichte, stand die Ampel auf rot. Da kein Verkehr war, fuhr er auf die Kreuzung und hielt nach allen Seiten Ausschau. Die einzigen Rücklichter, die er erkennen konnte, verschwanden gerade nach links in Richtung Liljeholmsbronn. Er setzte alles auf eine Karte und trat das Gaspedal bis zum Boden durch. Mit knapp 150 Stundenkilometern zischte er am spärlich gesetzestreuen Verkehr vorbei und nahm an, dass der eine oder andere Fahrer sich sein Kennzeichen notierte. Als er auf der Höhe von Bredeng war, sah er das Auto wieder. Er fuhr bis auf 50 Meter heran, um sich zu vergewissern, dass es das richtige Fahrzeug war. Dann bremste er auf knapp 90 Stundenkilometer herunter und folgte dem Lieferwagen in einem Abstand von ungefähr 200 Metern. Erst jetzt fing er wieder an zu atmen. Michael Blomquist fuhr auf dem Heimweg von Tiresseu am Globen vorbei. Den ganzen Nachmittag und Abend hatte er damit verbracht, drei weitere Namen von der Liste der Freier abzuhaken. Dabei war jedoch überhaupt nichts herausgekommen. Als er an der Scans Thulbraun vorbeikam, rief er Erika Berger an. Sie ging nicht ans Telefon. Er versuchte, Morlin Eriksson zu erreichen, doch sie antwortete auch nicht. Dann überlegte er, ob Paolo Roberto wohl bei Miriam Wu Erfolg gehabt hatte und wählte seine Nummer. Nach dem fünften Klingeln meldete er sich. »Hallo, hier ist Blomquist. Ich wollte nur...« »Blomquist, ich bin hinter...« »Auto mit Miriam...« »Ich kann Sie nicht hören.« »Rauschen.« »Ich kann Sie nicht hören.« Die Verbindung wurde unterbrochen. Paolo Roberto fluchte, als die Batterie seines Handys ihren Geist aufgab. Er drückte auf den On-Knopf und das Telefon ging noch einmal an. Er wählte die Notrufzentrale, aber als jemand abnahm, ging das Handy prompt wieder aus. Verflucht. Michael Blomquist fuhr durch die Lundergatern, stellte aber fest, dass bei Miriam Wu alles dunkel war. Paolo Roberto war auf dem Handy nicht mehr zu erreichen. Er fuhr nach Hause und machte sich Kaffee und ein paar Brote. Um kurz nach elf rief Morlin Eriksson an. »Entschuldige, dass ich so spät noch anrufe. Ich habe mehrere Stunden versucht, dich auf dem Handy zu erreichen, aber du bist nie rangegangen.« »Tut mir leid, ich hatte es tagsüber ausgestellt, während ich bei den Freiern war.« »Ich habe da was gefunden, was von Interesse sein könnte,« verkündete Morlin. »Lass hören.« »Bührmann.« »Ja?« »Direkt nach seinem Examen. Von 1976 bis 1978 war er zwei Jahre bei der Reichspolizeibehörde.« »Aha.« »Ich habe mich mal kundig gemacht, was er da für Aufgaben hatte. War schwer rauszukriegen. Aber er war Sachbearbeiter für juristische Angelegenheiten bei der SIPO. Er arbeitete dort in der Auslandsabteilung.« »Sag das noch mal.« »Mit anderen Worten, er hat dort wahrscheinlich zur selben Zeit gearbeitet wie Björk.« »Dieser verdammte Björk. Er hat kein Wort davon gesagt, dass er mit Björk zusammengearbeitet hat.« Der Lieferwagen musste irgendwo ganz in der Nähe sein. Paolo Roberto hatte so großen Abstand gehalten, dass er ihn immer wieder aus den Augen verloren hatte, aber jedes Mal war er ein paar Minuten später wieder aufgetaucht. Er fuhr in den Straßenrand und drehte um. Langsam fuhr er wieder in Richtung Norden und hielt Ausschau nach Abzweigungen. Nach nur hundertfünfzig Metern sah er plötzlich einen Lichtkegel, der durch einen schmalen Spalt in einem dichten Waldstück schimmerte. Auf der anderen Seite des Waldes entdeckte er einen kleinen Weg. Er parkte sein Auto, machte sich aber nicht die Mühe, es abzuschließen. Dann lief er zurück, überquerte die Straße und sprang über einen Graben. Mühsam schlängelte er sich durch junge Baumtriebe, Büsche und Bäume. Das Waldstück bildete nur einen schmalen Streifen und plötzlich stand Paolo Roberto auf einem sandigen Kiesplatz. Er sah ein paar niedrige, dunkle Gebäude und ging auf sie zu, als plötzlich ein Scheinwerfer über dem Tor erstrahlte. Er duckte sich. Eine Sekunde später ging im Gebäude ebenfalls ein Licht an. Es sah aus wie ein knapp dreißig Meter langes Lagergebäude, dessen schmale Fenster sich in großer Höhe befanden. Auf dem Vorplatz standen jede Menge Container und rechts von ihm ein gelber Lastwagen. Daneben parkte ein weißer Volvo. Im Schein der Außenbeleuchtung entdeckte er plötzlich den Lieferwagen, der nur 25 Meter von ihm entfernt parkte. Da öffnete sich direkt vor ihm eine Tür. Ein Mann mit blonden Haaren und Bierbauch trat aus der Lagerhalle und steckte sich eine Zigarette an. Als er den Kopf drehte, konnte Paolo im Gegenlicht einen Pferdeschwanz ausmachen. Er hörte das Geräusch der aufgleitenden Schiebetür und sah, wie der blonde Riese Miriam Wu aus dem Wagen zerrte. Er klemmte sie sich unter den Arm und hielt sie ohne jede Anstrengung fest, während sie in seinem Griff zappelte. Es sah so aus, als würden die beiden Männer ein paar Worte wechseln, aber Paolo konnte nichts verstehen. Dann machte der Mann mit dem Pferdeschwanz die Fahrradtür auf, stieg ein und startete den Wagen. In einem engen Bogen wendete er auf dem Vorplatz, wobei der Lichtkegel seiner Scheinwerfer beinahe Paolo erfasst hätte. Dann verschwand der Lieferwagen über eine Auffahrt. Paolo hörte, wie sich das Motorengeräusch entfernte. Der blonde Riese trug Miriam Wu durch den Lasteneingang. Paolo konnte durch die hohen Fenster einen Schatten erkennen. Es sah so aus, als würde sich der Schatten im hinteren Bereich des Gebäudes bewegen. Vorsichtig stand er auf. Miriam Wu spürte die Tränen über ihre Wangen laufen. Sie weinte nicht so sehr wegen der Schmerzen, sondern weil sie sich so hilflos fühlte. Während der Fahrt hatte der Riese sie wie Luft behandelt. Als der Lieferwagen zum Stehen kam, hatte er ihr das Klebeband vom Mund gerissen. Ohne jede Anstrengung hatte er sie hochgehoben, hineingetragen und auf den Zementboden fallen lassen, ohne Rücksicht auf ihre Bitten oder Proteste. Als er sie ansah, waren seine Augen kalt wie Eis. Und plötzlich wußte Miriam Wu, dass sie in dieser Lagerhalle sterben würde. Da er ihre Beine nicht gefesselt hatte, konnte Miriam Wu aufstehen. Als er sich zu ihr umdrehte, grinste er. Er war näher an der Tür als sie. Sie hatte nicht die geringste Chance, an ihm vorbeizukommen. Da ihre Hände immer noch auf dem Rücken gefesselt waren, fühlte sie sich ungeschickt und hatte Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Aber als er auf sie zuging, drehte sie sich im Kreis und suchte eine Lücke in seiner Deckung. Blitzschnell führte sie einen Tritt gegen seine Rippen aus, wirbelte einmal um ihre eigene Achse und wollte ihn in den Schritt treten. Sie traf nur seine Hüfte, ging einen Meter zurück und wechselte das Bein für den nächsten Angriff. Durch ihre gefesselten Hände fehlte ihr das nötige Gleichgewicht, um ihn ins Gesicht zu treffen. Aber ihr gelang ein heftiger Tritt gegen sein Brustbein. Er streckte nur eine Hand aus, packte sie an der Schulter und drehte sie herum, als wäre sie eine Pappfigur. Dann schlug er ihr mit der Faust, gar nicht mal besonders hart, in die Nierengegend. Miriam Wu schrie auf wie eine Verrückte, als ihr der lähmende Schmerz durch den Bauch schoss und sank wieder auf die Knie. Nachdem er ihr noch eine Uhrfeige versetzt hatte, stürzte sie zu Boden. Dann hob er den Fuß und trat sie in die Seite. Mimi blieb die Luft weg und sie hörte, wie ein ihrer Rippen brach. Paolo Roberto bekam von all dem nichts mit, doch plötzlich hörte er einen gellenden Schrei, der sofort wieder verstummte. Er drehte den Kopf und biss die Zähne zusammen. Lautlos durchquerte er die Halle und blickte vorsichtig durch eine Türöffnung. Genau in diesem Moment drehte der blonde Riese, Miriam Wu auf den Rücken. Er verschwand für ein paar Sekunden aus seinem Blickfeld, um mit einer Motorsäge zurückzukommen, die er vor Miriam Wu auf den Boden stellte. Paolo Roberto zog die Augenbrauen hoch. »Ich möchte eine Antwort auf eine ganz einfache Frage.« Der Riese hatte eine seltsam helle Stimme, als hätte er keinen richtigen Stimmbruch gehabt. Paolo konnte einen ganz leichten Akzent ausmachen. »Wo ist Lisbeth Salander?« »Ich weiß es nicht«, murmelte Miriam Wu. »Falsche Antwort. Du bekommst noch eine Chance, bevor ich die hier anwerfe.« Er ging in die Hocke und streichelte die Motorsäge. »Wo versteckt sich Lisbeth Salander?« Miriam Wu schüttelte den Kopf. Paolo zögerte. Aber als der blonde Riese die Hand nach der Motorsäge ausstreckte, machte Paolo drei entschlossene Schritte nach vorn und versetzte ihm einen ordentlichen rechten Haken gegen die Nieren. Er war kein weltbekannter Boxer geworden, indem er im Ring zaghaft zu Werke ging. Im Laufe seiner Profikarriere hatte er dreiunddreißig Kämpfe bestritten und achtundzwanzig davon gewonnen. Als er jetzt zuschlug, erwartete er sich also eine Reaktion. Beispielsweise, dass das Objekt seines Angriffs mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden ging. Paolo für seinen Teil hatte das Gefühl, seine Hand mit voller Kraft in eine Betonwand gerammt zu haben. Ein derartiges Gefühl hatte er in all den Jahren im Boxring kein einziges Mal gehabt. Verdattert sah er den Koloss an, der davor ihm stand. Der blonde Riese drehte sich um und blickte ebenso verdattert auf den Boxer herab. »Wie wär's, wenn du dich mal mit jemandem aus deiner eigenen Gewichtsklasse schlagen würdest?« fragte Paolo Roberto. Er verpasste ihm eine schnelle Rechts-Links-Rechts-Kombination in den Bauch. Wieder fühlte es sich an, als würde er auf eine Wand einhämmern. Der Riese trat lächelnd einen halben Schritt zurück. »Sie sind Paolo Roberto«, stellte er fest. Paolo hielt verdutzt inne. Er hatte gerade vier Schläge gelandet, die den Riesen normalerweise hätten zu Boden werfen müssen, während er selbst sich in seine Ecke zurückzog, um dem Schiedsrichter beim Auszählen zuzusehen. Doch hier schien kein einziger Schlag auch nur die geringste Wirkung erzielt zu haben. Auf einmal ging Paolo Roberto auf, dass dies ein Kampf auf Leben und Tod war. All sein Training, all die Jahre, die er auf Sandsäcke eingedroschen hatte, alle Sparring und die Erfahrung aus all seinen Kämpfen ballten sich zu der Energie zusammen, die ihm jetzt durch die Adern schoss, als das Adrenalin in ihm aufbrandete wie noch nie zuvor in seinem Leben. Paolo legte seine ganze Kraft in die Schläge. Links, rechts, links, noch mal links und ein Schlag ins Gesicht mit der rechten, dem linken Haken ausweichen, einen Schritt zurück, Angriff mit der rechten. Jeder Schlag, den Paolo Roberto ausführte, traf. Als er einen astreinen rechten Haken auf dem Kiefer des Riesen landete, fühlte es sich an, als würde er sich selbst einen Knochen brechen. Eigentlich hätte sein Gegner in sich zusammensacken müssen. Paolo warf einen Blick auf seinen Knöchel und entdeckte, dass er blutete. Im Gesicht des blonden Riesen bemerkte er Rötungen und Schwellungen, doch dieser schien unbeeindruckt. Im nächsten Augenblick landete der Riese einen seitlichen linken Haken auf Paolos Brustkorb. Paolo merkte, wie ihm der Schmerz durch den Körper schoss, als seine Rippen brachen. Bei seinem Versuch, zurückzuweichen, stolperte er über irgendwelches Gerümpel und stürzte rücklinks zu Boden. Innerhalb einer Sekunde sah er den Riesen über sich aufragen, aber er konnte sich gerade noch zur Seite rollen und wieder aufrappeln. Während er nach hinten auswich, versuchte er, neue Kräfte zu sammeln. Nun ging der Riese wieder auf ihn los, und Paolo war in der Defensive. Er duckte sich, duckte sich noch einmal und wich aus. Jedes Mal, wenn er einen Schlag parierte, fühlte er den Schmerz. Dann kam der Augenblick, den jeder Boxer schon einmal mit Grauen erlebt hat. Dieses Gefühl, das einen mitten im Kampf überfallen kann. Das Gefühl der Aussichtslosigkeit. Die Einsicht, ich verliere, verdammt, ich verliere diesen Kampf. Der entscheidende Moment in jedem Boxkampf. Der Moment, in dem einen plötzlich die Kräfte verlassen und das Adrenalin so massiv durch die Adern strömt, dass es fast lähmend wirkt. Auf einmal steht die Kapitulation wie ein Gespenst neben dem Ring. In diesem Augenblick unterscheidet sich der Amateur vom Profi und der Gewinner vom Verlierer. Wenige Boxer, die plötzlich an diesem Abgrund stehen, haben genügend Energie, um das Ruder noch einmal herumzureißen und eine sichere Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Paolo Roberto fasste einen Entschluss. Er blieb stehen und ließ den blonden Riesen richtig an sich herankommen. Nachdem er mit der Linken angetäuscht hatte, legte er all seine Kraft in einen rechten Haken. Er gab alles und traf seinen Gegner blitzschnell auf Mund und Nase. Er schloss eine Links-Rechts-Links-Kombination an und landete mit allen drei Schlägen Treffer im Gesicht. Der blonde Riese boxte weiter in Zeitlupe und schlug mit der Rechten zurück. Paolo konnte den Schlag schon lange im Voraus ahnen und duckte sich unter der gewaltigen Faust weg. Er sah, wie der Riese das Körpergewicht verlagerte und wusste, dass er eine Linke nachlegen wollte. Statt abzuwehren, beugte Paolo sich einfach zurück und ließ den linken Haken vor seiner Nase vorbeizischen. Er antwortete mit einem mächtigen Hieb seitlich unter die Rippen. Als der Riese sich umdrehte, um den Angriff abzufangen, schoss Paolos Faust mit einem linken Haken hoch und traf ihn abermals genau auf die Nase. Plötzlich spürte er, dass alles, was er jetzt tat, genau das Richtige war. Allmählich gewann er die Kontrolle über den Kampf zurück. Sein Gegner war in der Defensive. Er blutete aus der Nase und lächelte nicht mehr. Dann trat der blonde Riese plötzlich zu. Sein Fuß schoss hoch und traf Paolo Roberto völlig überraschend. Rein gewohnheitsmäßig hatte er sich innerhalb des Boxreglements geglaubt und erwartete somit keine Tritte. Es fühlte sich an, als würde ihn oberhalb des Knies einen Vorschlaghammer auf den Schenkel treffen, und im selben Moment zuckte ihm ein stechender Schmerz durchs Bein. Nein! Er trat einen Schritt zurück und stolperte wieder über irgendwelches Gerümpel. Der Riese blickte auf ihn herab. Für eine Sekunde trafen sich ihre Blicke. Die Botschaft war unmissverständlich. Der Kampf ist vorbei. Doch dann weiteten sich die Augen des Riesen, als Miriam Wu ihn von hinten in den Schritt trat. Jeder Muskel in Miriam Wus Körper schmerzte, aber irgendwie hatte sie es geschafft, ihre gefesselten Hände unter ihrem Hintern nach vorne zu ziehen. In ihrem Zustand war das eine akrobatische Leistung erster Güte. Ihr war völlig egal, wie und warum Paolo Roberto hier aufgetaucht war. Er war einer von den Good Guys. Zum ersten Mal in ihrem Leben verspürte sie eine geradezu mörderische Lust, einen anderen Menschen zu verletzen. Sie machte ein paar schnelle Schritte und mobilisierte all ihre Energie und jeden Muskel, der an ihrem Körper noch intakt war. Dann trat sie ihm mit voller Wucht von hinten zwischen die Beine. Nicht unbedingt elegantes Thai-Boxen, aber der Tritt hatte den beabsichtigten Effekt. Sie nickte. Die Typen konnten so groß wie Häuser sein und aus Granit gemacht, aber ihre Eier saßen doch immer an derselben Stelle. Zum ersten Mal schien der blonde Riese verletzt. Er stöhnte gepresst, griff sich zwischen die Beine und stützte sich mit einem Knie auf den Boden. Plötzlich packte er ihren Fuß und zog sie zu sich heran. Verzweifelt wandte sie sich und versuchte, mit dem anderen Bein zuzutreten, während er bereits die Faust hob. Ihr Tritt traf ihn in derselben Sekunde, als sein Schlag seitlich auf ihrer Schläfe landete. Für Miriam Wu fühlte es sich an, als wäre sie aus voller Kraft gegen eine Wand gelaufen. Vor ihren Augen blitzte es auf, dann wurde es dunkel, dann wieder hell. Der blonde Riese rappelte sich auf. In diesem Moment schlug Paolo Roberto ihn mit dem Balken, über den er vorher gestolpert war, auf den Hinterkopf. Der blonde Riese stürzte vornüber und landete mit lautem Krachen auf dem Boden. Paolo konnte mit seinem verletzten Bein kaum auftreten und vermutete, dass ihm ein Muskel über dem Knie gerissen war. Er hinkte zu Miriam Wu und zog sie auf die Füße. Ihr Blick war immer noch leer und unkonzentriert. Wortlos legte er sie über seine Schulter und hinkte in Richtung Ausgang. Der Schmerz in seinem rechten Knie war so heftig, dass er zeitweise auf dem anderen Bein hüpfte. Es war ein befreiendes Gefühl, in die dunkle, kalte Nacht hinauszutreten. Aber er hatte keine Zeit, sich länger damit aufzuhalten. Er steuerte über den Kiesplatz auf den Wald zu, denselben Weg, den er gekommen war. Kaum war er zwischen den Bäumen angelangt, stolperte er über ein paar aus dem Boden ragende Wurzeln und stürzte. Miriam Wu stöhnte auf, und im selben Moment hörte man, wie die Tür der Lagerhalle krachend aufflog. Der blonde Riese war eine monumentale Silhouette im hellen Rechteck der gereffneten Tür. Paolo legte Miriam Wu eine Hand über den Mund, beugte sich zu ihr hinunter und befahl ihr, still zu sein und sich nicht zu rühren. Dann tastete er den Boden unter dem Wurzelwerk ab und fand einen Stein, der etwas größer als seine Faust war. Paolo bekreuzigte sich. Er war zum ersten Mal in seinem sündigen Leben bereit, einen Menschen zu töten, falls es notwendig werden sollte. Er umklammerte den Stein und fühlte, dass er eine ovale Form mit einer scharfen Kante hatte. Der blonde Riese ging bis an die Ecke des Gebäudes und beschrieb dann einen großen Bogen über den kiesbestreuten Vorplatz. Weniger als zehn Schritte von der Stelle entfernt, wo Paolo den Atem anhielt, blieb er stehen. Der Riese lauschte und spähte, aber er konnte nicht ahnen, in welche Richtung sie in die Nacht verschwunden waren. Nach ein paar Minuten erfolgloser Suche schien er die Aussichtslosigkeit seines Bemühens einzusehen. Entschlossen ging er in die Halle zurück und trat wenige Minuten später wieder nach draußen. Er machte das Licht aus und stieg mit einer Tasche in den weißen Volvo. Nach einem Kavalierstart verschwand er über die Auffahrt. Paolo lauschte schweigend, bis sich das Motorengeräusch in der Ferne verlor. Als er nach unten blickte, sah er Miriam Wu's Augen im Dunkeln glänzen. »Hallo, Miriam«, sagte er, »ich heiße Paolo, und du brauchst keine Angst vor mir zu haben.« »Ich weiß«. Ihre Stimme war schwach. Erschöpft lehnte er sich zurück und spürte, wie sein Adrenalinspiegel langsam wieder sein normales Niveau erreichte. »Ich weiß nicht, wie ich aufstehen soll«, erklärte er, »aber auf der anderen Seite der Straße habe ich mein Auto geparkt, ungefähr hundert Meter von hier.« Michael Blomquist hatte erst wenige Stunden geschlafen, als das Telefon schrillte. Er blinzelte zu seiner Uhr und stellte fest, dass es kurz nach vier war. Schlaftrunken reckte er sich nach dem Hörer. Es war Erika Berger. Zuerst kapierte er nicht, was sie ihm sagte. »Paolo Roberto ist bitte wo?« »Im Söderkrankenhaus mit Miriam Wu. Er hat versucht, dich anzurufen, aber du gehst ja nicht ans Handy, und deine Festnetznummer hatte er nicht.« »Ich habe mein Handy ausgeschaltet. Was macht er denn im Söderkrankenhaus?« Erika Bergers Stimme klang ebenso geduldig wie bestimmt. »Nimm dir ein Taxi, Michael, und finde es raus.« Er hörte sich total verwirrt an und faselte was von einer Motorsäge und einem Haus im Wald und einem Monster, das nicht boxen konnte. Michael blinzelte verständnislos. Dann schüttelte er den Kopf und langte nach seiner Hose. Paolo Roberto sah aus wie das heulende Elend, wie er da in seinen Boxershorts auf einer Bare lag. Michael hatte über eine Stunde gewartet, bis er entsprechen durfte. Seine Nase war unter einem Stützverband versteckt. Sein linkes Auge war zugeschwollen und die Augenbraue, die mit fünf Stichen genäht worden war, mit Leukoplast bedeckt. Er trug einen Verband um die Rippen und hatte Blutergüsse und Schürfwunden am ganzen Körper. Sein rechtes Knie war fest bandagiert. Michael Blomquist reichte ihm einen Kaffee im Pappbecher und musterte sein Gesicht. »Wie ist das passiert?« fragte er. Paolo Roberto schüttelte den Kopf und sah Michael in die Augen. »Ein verdammtes Monster«, antwortete er. Der Boxer schüttelte abermals den Kopf und musterte seine Fäuste. Die Knöchel waren so zerschunden, dass er nur mit Mühe seinen Kaffeebecher halten konnte. Auch an den Händen hatte er Verbände. »Ich bin Boxer«, begann er. »Ich meine, als ich noch aktiv war, habe ich es mit jedem Gegner aufgenommen. Ich konnte einstecken und austeilen. Und wenn ich austeilte, war mein Gegner in der Regel ziemlich beeindruckt.« »Aber bei diesem Typen war das nicht der Fall?« »Ich habe ihn mindestens dreißigmal getroffen. Vierzehn, fünfzehnmal am Kopf, viermal am Unterkiefer. Anfangs hielt ich mich noch zurück. Ich wollte ihn mir ja nur vom Leib halten. Aber am Schluss gab ich wirklich alles. Einer meiner Schläge hätte ihm eigentlich den Kiefer brechen müssen. Doch dieses verdammte Monster schüttelt sich nur kurz und geht wieder auf mich los. Er hatte keine Ahnung, wie man eigentlich boxt. Ich konnte ihn mit jeder Finte täuschen und seine Deckung durchbrechen. Er hatte keinen Schimmer, wie man sich bewegen muss, um möglichst keinen Treffer abzukriegen. Aber gleichzeitig versuchte er, sich wie ein Boxer zu bewegen. Er hielt die Arme richtig und nahm die ganze Zeit die richtige Ausgangsstellung ein, als ob er mal Boxtraining gehabt hätte, aber nie darauf hörte, was der Trainer gesagt hat. »Okay.« »Was mir und dem Mädchen das Leben gerettet hat, war die Tatsache, dass er sich zu langsam bewegte. Er kündigte seine Schläge quasi einen Monat im Voraus an, sodass ich ausweichen oder abwehren konnte. Zweimal hat er mich getroffen. Einmal im Gesicht, und Sie sehen ja, was er damit angerichtet hat, und dann auf dem Körper, wobei er mir eine Rippe gebrochen hat.« Plötzlich musste Paolo Roberto loslachen. Es sprudelte nur so aus ihm heraus. »Was ist?« »Ich habe gewonnen. Dieser Wahnsinnige hat versucht, mich umzubringen, aber ich habe gewonnen. Ich habe es geschafft, ihn auf die Bretter zu schicken. Aber ich musste tatsächlich einen verdammten Holzbalken benutzen, um ihn auszählen zu können.« Mittwoch, 6. April Kriminalinspektor Bublanski konnte nicht sogleich alle Details erfassen, doch begriff er, dass Miriam Wu entführt worden war und Paolo Roberto den Kidnapper verprügelt hatte. Nun ja, wenn man sich das Gesicht des ehemaligen Profiboxers genauer ansah, war es nicht ganz sicher, wer da wen verprügelt hatte. Für Bublanski hoben die Ereignisse dieser Nacht die Ermittlungen im Pfarr Lisbeth Salander auf eine ganz neue Ebene. »Ich bin ein guter Freund von Lisbeth Salander,« erklärte Paolo Roberto. Bublanski und Modig tauschten einen zweifelnden Blick. »Und woher kennen Sie sie? Salander ist meine Sparringspartnerin beim Training.« Bublanski fixierte einen Punkt an der Wand irgendwo hinter Paolo Roberto. Sonja Modig musste unpassenderweise plötzlich loskichern. »Und jetzt möchte ich gerne noch auf das eine oder andere hinweisen,« ergänzte Michael trocken. Sie sahen ihn an. »Erstens, die Beschreibung des Mannes, der den Lieferwagen fuhr, stimmt mit der Beschreibung überein, die ich von der Person gegeben habe, die Lisbeth Salander in der Lundergarten überfallen hatte. Ein großer, blonder Typ mit Pferdeschwanz und Bierbauch.« Bublanski nickte. »Zweitens, Ziel der Entführung war es, Miriam Wu zu zwingen, den Aufenthaltsort von Lisbeth Salander preiszugeben. Diese zwei Blonden waren also schon mindestens eine Woche vor den Morden hinter Salander her. Kapiert?« Modig nickte. »Drittens, wenn es in dieser Geschichte noch mehr Akteure gibt, dann ist Lisbeth Salander nicht mehr die geisteskranke Einzeltäterin, als diese geschildert wird.« Weder Bublanski noch Modig sagten ein Wort. »Man kann wohl schwerlich behaupten, dass der Typ mit dem Pferdeschwanz Mitglied einer lesbischen Satanisten-Band ist.« Modig verzog den Mund. »Und schließlich glaube ich, dass diese Geschichte etwas mit einem Mann zu tun hat, der sich Sala nennt.« »Doc Svensson hat sich in den letzten zwei Wochen ganz auf ihn konzentriert.« Alle relevanten Informationen dazu finden Sie in seinem Computer. Doc Svensson brachte ihn mit dem Mord an einer Prostituierten in Söder-Telje namens Irina Petrova in Verbindung. Die Obduktion erwies, dass man sie aufs Schwerste misshandelt hat. So schwer, dass mindestens drei ihrer Verletzungen für sich genommen schon tödlich gewesen wären.« Der Obduktionsbericht spricht sich nicht näher zu dem Gegenstand aus, mit dem sie erschlagen wurde, »aber die Verletzungen erinnern sehr an die Art von Misshandlung, der auch Miriam Wu und Paolo Roberto ausgesetzt waren. Die Tatwaffe könnten in diesem Fall also die Fäuste eines blonden Riesen gewesen sein.« »Und Biermann?« erinnerte ihn Bublanski. »Von mir aus kann also irgendjemand Grund gehabt haben, Doc Svensson zum Schweigen zu bringen. Aber wer könnte einen Grund gehabt haben, Lisbeth Salanders Betreuer zu töten?« »Das weiß ich nicht. Es sind ja auch noch nicht alle Puzzleteilchen an ihrem Platz. Aber irgendwo gibt es da eine Verbindung zwischen Biermann und Saler. Das ist die einzig logische Erklärung. Was halten Sie davon, mal in ganz neuen Bahnen zu denken?« Bublanski setzte die gesamte Maschinerie in Gang. Er rief bei der Polizei in Södertelje an, gab ihnen die Wegbeschreibung durch, die er von Paolo Roberto bekommen hatte, und bat sie nach einer verfallenen Lagerhalle südöstlich des Ingernsees zu suchen. Danach rief er Kriminalinspektor Jerka Holmberg an und beauftragte ihn, sich so schnell wie irgend möglich der Polizei von Södertelje anzuschließen, um ihnen bei der Untersuchung des Tatorts zu helfen. Wenige Stunden später rief Holmberg ihn zurück. Er war gerade am Tatort angekommen. Die Polizei von Södertelje hatte das Lager problemlos gefunden. Die Halle sowie zwei kleinere, angrenzende Lagergebäude waren abgebrannt, und die Feuerwehr hatte alle Hände voll mit den Löscharbeiten zu tun. Zwei leere, weggeworfene Benzinkanister bewiesen, dass es sich um Brandstiftung handelte. Bublanski war so frustriert, er hätte vor Wut toben können. Die wichtigste Aufgabe des Tages lautete, den großen blonden Mann sowie seinen Kompagnon mit dem Pferdeschwanz zu identifizieren, die Miriam Wu entführt und misshandelt hatten. Der großgewachsene Blonde sah so außergewöhnlich aus, dass es relativ einfach sein müsste, ihn zu finden. Nüchtern erinnerte ihn Kurt Svensson daran, dass auch Lisbeth Salander außergewöhnlich aussah und dennoch wie vom Erdboden verschluckt blieb. Die zweite Aufgabe bestand darin, ein neues Ermittlungsteam zusammenzustellen, das sich aktiv mit der sogenannten Freierliste beschäftigte, die in Doc Svensons Computer zu finden war. Sie besaßen zwar Doc Svensons Computer von Millennium und die Zip Discs, auf denen er Sicherungskopien von seinem verschwundenen Laptop gemacht hatte, aber darauf befanden sich sämtliche Recherchen einer jahrelangen Arbeit, also buchstäblich tausende von Seiten, und es würde eine geraume Zeit dauern, bis man sie katalogisiert und sich darin eingearbeitet hatte. Die Gruppe brauchte Verstärkung, und Bublanski übertrug Sonja Modig stehenden Fußes die Leitung dieser Arbeit. Die dritte Aufgabe hieß, sich auf einen unbekannten Namen Sala zu konzentrieren. Hierzu sollten sie Hilfe von der Sonderkommission für organisierte Kriminalität bekommen, die angeblich auch schon mehrmals über diesen Namen gestolpert war. Diese Aufgabe vergab er an Hans Faste. Kurt Svensons schließlich sollte die weitere Fahndung nach Lisbeth Salander koordinieren. Bublanskis Bericht dauerte nur sechs Minuten, löste jedoch eine stundenlange Diskussion aus. Faste war der Meinung, die Ermittlungen sollten sich ungeachtet aller neuen Informationen weiterhin auf Lisbeth Salander konzentrieren. Er hielt die Indizienkette gegen sie für stark genug und meinte, es wäre in der derzeitigen Lage völlig verfrüht, mit der Suche nach anderen Tätern zu beginnen. Also das ist doch Schwachsinn. Wir haben ja eine gewaltbereite Psychopathin. Halten Sie all die Gutachten der Psychiatrie und der Rechtsmedizin etwa für einen Witz? Sie kann eindeutig mit dem Tatort in Verbindung gebracht werden. Wir haben Indizien, dass sie anschaffen geht, und auf ihrem Konto liegt eine große Summe Geldes, für die es keine Erklärung gibt. Das ist mir alles klar. Sie ist Anhängerin irgendeines lesbischen Sexkults, und ich könnte wetten, dass... Bublanski hob die Stimme. Schluss damit, Faste! Sie sind ja total besessen von dieser Lesben-Geschichte. Das ist doch unprofessionell. Er bereute sofort, dass er sich vor versammelter Mannschaft so geäußert hatte, statt Faste in einem Einzelgespräch zur Rede zu stellen. Staatsanwalt Ekström unterbrach die aufgeregten Stimmen. Er schien unentschlossen, welcher Meinung er folgen sollte. Schließlich schloss er sich Bublanskis Linie an. Alles andere hätte ja auch bedeutet, seine Autorität als Ermittlungsleiter zu untergraben. Sonja Modigs Nachforschungen wurden bereits eine Dreiviertelstunde später unterbrochen. Sie wurde plötzlich zu Staatsanwalt Ekström bestellt, der sie mit Bublanski in seinem Zimmer erwartete. Beide Männer hatten einen hochroten Kopf. Der freie Journalist Toni Scala hatte gerade die Bombe platzen lassen, dass Paolo Roberto die Bondage-Sadomaso-Lesbe Miriam Wu aus den Fängen eines Kidnappers gerettet hatte. Der Artikel enthielt mehrere Details, die eigentlich nur der Fahndungsgruppe bekannt waren. Ekström beschuldigte Sonja Modig, die Geschichte nach außen weitergegeben zu haben. Sie wies die Anschuldigung sofort zurück, aber vergeblich. Ekström wollte, dass sie aus dem Team entfernt wurde. Bublanski schäumte vor Wut und stellte sich entschieden auf Modigs Seite. Ekström hingegen sprach Sonja Modig offen sein Misstrauen aus. Sein Beschluss war unumstößlich. »Ich kann Ihnen nicht nachweisen, dass Sie die Informationen an die Presse weitergegeben haben, Frau Modig, aber ich vertraue Ihnen in diesem Fall nicht mehr. Sie werden mit sofortiger Wirkung von dieser Arbeit freigestellt. Nehmen Sie sich den Rest der Woche frei. Am Montag bekommen sie dann neue Aufgaben zugewiesen. Sonja Modig hatte keine Wahl. Sie nickte und ging zur Tür. Bublanski hielt sie zurück. »Hör zu, Sonja. Ich glaube kein bisschen an diese Anschuldigung. Du genießt mein volles Vertrauen. Aber in diesem Fall habe ich nichts zu sagen. Komm noch mal in mein Büro, bevor du nach Hause gehst.« Sie nickte. Ekström schien vor Wut zu kochen. Sonja Modig ging zurück in ihr Zimmer, wo Niklas Eriksson und sie an Doc Svensons Computer arbeiteten. Sie war wütend und den Tränen nahe. Eriksson sah sie an und merkte, dass irgendwas nicht stimmte, sagte jedoch nichts. Sie setzte sich hinter ihren Schreibtisch und starrte vor sich hin. Schließlich hängte sie sich ihre Tasche über die Schulter und ging zu Bublanski. Er wies auf seinen Besucherstuhl. »Sonja, ich werde in dieser Angelegenheit nicht nachgeben, bevor er nicht auch mich von den Ermittlungen freistellt. Bis auf weiteres arbeitest du auf meiner Anordnung hin an diesen Ermittlungen weiter. Kapiert?« Sie nickte. »Und du gehst jetzt auch nicht nach Hause und nimmst dir den Rest der Woche frei, wie Ekström gesagt hat. Ich befehle dir hiermit, zur Millennium-Redaktion zu fahren und dich noch einmal mit Michael Blomquist zu unterhalten. Dann bittest du ihn einfach, dir Doc Svensons Festplatte zu zeigen. Es gibt eine Kopie davon bei Millennium. Wir können eine Menge Zeit sparen, wenn wir jemand haben, der sich schon in das Material eingearbeitet hat und die unwichtigen Sachen aussortieren kann.« Irene Nesser war sich der dramatischen Ereignisse der letzten Nacht nicht bewusst, als sie den Vorortzug von Södra Station nach Södertälje nahm. Sie trug eine halblange schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und einen adretten roten Strickpullover. Ihre Brille schob sie sich auf die Stirn. In Södertälje kaufte sie sich eine Fahrkarte nach Stallerholmen. Um kurz nach elf stieg sie ein gutes Stück südlich von Stallerholmen aus. Sie stand an einer Haltestelle, in deren Umgebung weit und breit kein Haus zu sehen war, und rief sich die Karte ins Gedächtnis. Der Melarensee lag ein paar Kilometer Richtung Nordosten, und die Gegend war voller Wochenendhäuschen und winterfester Ferienhäuser. Nils Bührmanns Grundstück lag in einer Ferienhaussiedlung knapp drei Kilometer von der Bushaltestelle entfernt. Lisbeth nahm einen Schluck Wasser aus einer Plastikflasche und setzte sich in Bewegung. Eine knappe Dreiviertelstunde später war sie dort. Bührmanns Sommerhäuschen war ein älteres, ziemlich kleines Gebäude, mit einer Schlafkammer und einer Kochnische mit Wasseranschluss. Als erstes schraubte sie einen Fensterladen an der Rückseite des Hauses ab, was ihr einen Rückzug ermöglichte, falls es Unannehmlichkeiten geben sollte. Die Unannehmlichkeit, die sie dabei vor Augen hatte, war ein Polizist, dem es eventuell einfallen könnte, bei Bührmanns Hütte aufzutauchen. Schließlich untersuchte sie das Humus-Klosett und einen Holzschuppen. Dort war nichts von wert zu finden, auch keinerlei Unterlagen. Als sie nach hinten ging, blieb sie auf der Veranda stehen und betrachtete eine meterlange Aluminiumleiter. Sie ging noch einmal ins Wohnzimmer und musterte die mit Holzbrettern verkleidete Decke. Die Klappe, die zum Dachboden führte, war so gut zwischen zwei Holzbalken versteckt, dass sie fast unsichtbar war. Sie holte die Leiter, machte die Klappe auf und stieß sofort auf fünf DIN A4-Ordner. Der blonde Riese war bekümmert. Die Dinge waren völlig aus dem Ruder gelaufen und die Katastrophen Schlag auf Schlag hereingebrochen. Sandström hatte sich bei den Gebrüdern Ranta gemeldet. Er war völlig außer sich und berichtete, dass Doc Svensson eine Enthüllungsreportage über seine Nuttengeschichten und die Ranta-Brüder plante. Bis dahin war es noch kein echtes Problem. Dass die Medien Sandström bloßstellen wollten, ging den blonden Riesen nichts an. Die Rantas hatten sofort die Baltic Star bestiegen und die Ostsee für einen ausgedehnten Aufenthalt überquert. Aber Lisbeth Zalander war es gelungen, Magge Lundin zu entkommen. Das war schier unbegreiflich, denn Zalander war doch eine kleine Puppe verglichen mit Lundin. Dann hatte Sandström noch einmal Besuch bekommen und jetzt war Svensson hinter Sala her. Das warf schlagartig ein ganz anderes Licht auf die Dinge. Zwischen Björmans Panik und Doc Svensons Schnüffeleien war eine potenziell gefährliche Situation entstanden. Der blonde Riese hatte Sala davon abgeraten, sich mit Björmann abzugeben, aber der Name Lisbeth Zalander war für Sala unwiderstehlich gewesen. Er hasste sie. Es war völlig irrational, als würde man bei ihm auf ein Knöpfchen drücken. Reiner Zufall, dass der blonde Riese an dem Abend, als Doc Svensson anrief, gerade bei Björmann war. Der Riese war hingefahren, um den Rechtsanwalt nach der missglückten Entführung je nach Bedarf zu beruhigen oder zu bedrohen. Svensons Anruf hatte bei Björmann kopflose Panik ausgelöst. Er war komplett durchgedreht und wollte auf einmal aussteigen. Obendrein hatte er seine Cowboy-Pistole hervorgeholt und ihn damit bedroht. Verblüfft hatte der blonde Riese ihn angesehen und ihm die Waffe aus der Hand genommen. Handschuhe trug er bereits, also gab es kein Problem mit Fingerabdrücken. Im Grunde hatte er gar keine Wahl gehabt. Natürlich kannte Björmann Sala, also war er eine Belastung. Der blonde Riese konnte nicht recht erklären, warum er Björmann gezwungen hatte, sich auszuziehen. Vielleicht hatte er ihn erniedrigen wollen. Er zuckte jedoch zusammen, als er die Tätowierung auf Björmanns Bauch entdeckte. »Ich bin ein sadistisches Schwein, ein Widerling und ein Vergewaltiger.« Ein Moment lang hatte Björmann ihm fast leidgetan. Er war so ein Vollidiot. Aber in dieser Branche durfte man sich von solchen Gedanken nicht stören lassen. Also führte er ihn ins Schlafzimmer, zwang ihn sich hin zu knien und benutzte ein Kissen als Schalldämpfer. Doc Svensson war das nächste Problem. Wenn Björmann tot aufgefunden wurde, würde Doc Svensson sich natürlich an die Polizei wenden. Er konnte ihnen erzählen, dass Björmann erschossen worden war, wenige Minuten nachdem er ihn angerufen und nach Sala gefragt hatte. Es erforderte nicht allzu viel Fantasie, um sich auszumalen, dass Sala damit Gegenstand weitläufiger Spekulationen werden würde. Er war direkt von Björmann nach Entschede gefahren und hatte den weißen Volvo zwei Blocks weiter geparkt. Glücklicherweise stand die Haustür offen. Er ging also nach oben und klingelte an der Tür mit dem Namensschild »Svensson Bergmann«. Um die Wohnung zu durchsuchen und Papiere mitzunehmen, fehlte ihm die Zeit. Er hatte zwei Schüsse abgegeben. Es war nämlich auch noch eine Frau in der Wohnung gewesen. Dann hatte er Svensons Computer mitgenommen, der auf dem Wohnzimmertisch stand, hatte auf dem Absatzkehrt gemacht, war die Treppen hinuntergelaufen, zu seinem Auto gegangen und hatte Entschede verlassen. Der einzige Schnitzer, der ihm unterlief, war, dass er die Waffe auf der Treppe fallen ließ, als er versuchte, mit der einen Hand den Computer zu balancieren und mit der anderen nach dem Autoschlüssel zu tasten. Eine Zehntelsekunde lang zögerte er, aber der Revolver rutschte die Kellertreppe hinunter und er schätzte, dass er zu viel Zeit verlieren würde, wenn er ihn holte. Ihm war bewusst, dass die Leute sich sein Aussehen nur allzu gut merken konnten. Daher war es wichtig, dass er den Tatort verließ, bevor er gesehen wurde. Der verlorene Revolver hatte Salah Anlass zur Kritik gegeben, bis die Implikationen ans Licht kamen. Sie waren völlig überrascht, als die Polizei zur Treibjagd auf Lisbeth Salander blies. Und prompt war die verlorene Waffe zu einem unglaublichen Glücksfall geworden. Doch leider warf das auch neue Probleme auf. Salander war das einzige schwache Glied, das jetzt noch übrig war. Sie kannte Björmann und sie kannte Salah. Und sie konnte zwei und zwei zusammenzählen. Als er und Salah die Sache durchsprachen, waren sie sich einig. Sie mussten Salander aufspüren und unschädlich machen. Am besten wäre es, wenn man sie niemals wiederfinden würde. Irgendwann würden die Mordermittlungen eingestellt und zu den Akten gelegt werden. Von Nykwarn war er zu Magelundins Haus in Swafelschö gefahren, nur ein paar hundert Meter vom Hauptquartier des Swafelschö MC entfernt. Nicht gerade das ideale Versteck, aber er hatte nicht so viele Alternativen. Außerdem brauchte er einen Ort, an dem er sich versteckt halten konnte, bis die Blutergüsse in seinem Gesicht wieder verschwunden waren und er die Stockholmer Gegend diskret verlassen konnte. Es war ein kluger Schachzug gewesen, zurückzufahren und den ganzen Mist abzufackeln. Man musste hinter sich aufräumen. Dann wurde ihm plötzlich eiskalt. Björmann. Er hatte den Anwalt nur einmal kurz getroffen, Anfang Februar in Björmanns Ferienhäuschen bei Stallerholmen, als Salah den Auftrag angenommen hatte, sich um Salander zu kümmern. Björmann hatte in einem Ordner über Salander geblättert. Wie zum Teufel hatte er das vergessen können? Das konnte eine Spur zu Salah sein. Er ging in die Küche und erklärte Magelundin, warum sie so schnell wie möglich nach Stallerholmen fahren und ein weiteres Feuer legen mussten. Kriminalinspektor Bublanski versuchte während der Mittagspause Ordnung in die Ermittlungen zu bringen, die völlig zu scheitern drohten. Er versuchte, ein diplomatisches Gespräch mit Hans Faste zu führen, aber der war nicht im Präsidium und ging auch nicht an sein Handy. Nach der stürmischen Vormittagsbesprechung war Faste verschwunden wie eine Gewitterwolke. Danach versuchte Bublanski, gemeinsam mit Ekström eine Lösung für das Problem Sonja Modig zu finden. Eindringlich versuchte er, Ekström von seinem Entschluss abzubringen, Sonja Modig von den Ermittlungen auszuschließen. Doch Ekström blieb stur. Um kurz nach drei Uhr nachmittags trat er auf den Flur und sah Niklas Eriksson aus Sonja Modigs Zimmer kommen, wo er immer noch den Inhalt von Dork Svensons Festplatte sichtete. Was nach Bublanskis Ansicht nun eine ziemlich sinnlose Beschäftigung war, da dem jungen Mann dabei kein Polizist über die Schulter guckte und kontrollierte, ob er etwas übersah. Er beschloss, Niklas Eriksson für den Rest der Woche ebenfalls kurz Svensson zuzuteilen. Bevor er etwas sagen konnte, verschwand Eriksson jedoch in der Toilette am Ende des Korridors. Bublanski zupfte sich am Ohr und ging zu Modigs Zimmer, um dort zu warten, bis Eriksson zurückkam. Er blieb in der Tür stehen und betrachtete den leeren Stuhl seiner Kollegin. Dann fiel sein Blick auf Niklas Erikssons Handy, das auf dem Regal neben seinem Stuhl lag. Bublanski zögerte eine Sekunde und schielte noch einmal zur immer noch geschlossenen Toilettentür. Dann folgte er seinem Impuls, steckte Erikssons Handy ein, ging rasch in sein Dienstzimmer und schloss die Tür. Er rief die Liste der Anrufe auf. Um neun Uhr siebenundfünfzig, fünf Minuten nach Abschluss der stürmischen Morgenbesprechung, hatte Niklas Eriksson eine 070-Nummer angerufen. Bublanski griff zum Hörer und wählte die Nummer. Wer das Gespräch annahm, war niemand anders als der Journalist Tony Scala. Der Inspektor legte auf und starrte Erikssons Handy an. Dann stand er mit finsterem Blick auf. Als er gerade zwei Schritte in Richtung Tür gegangen war, klingelte sein Telefon. Er ging zurück und bellte seinen Namen in den Hörer. »Hier ist Jerka, ich bin mit dem Lager bei Nykwan fertig. Das Feuer ist gelöscht. Die letzten zwei Stunden haben wir den Tatort untersucht. Die Polizei von Södertelje hat einen Leichensuchhund mitgebracht, der das Gelände abschnüffeln sollte, für den Fall, dass jemand in den Ruinen liegt.« »Und?« Er ging spazieren und ließ den Hund in einiger Entfernung von der Leine. Prom zeigte ihm der Köter eine Stelle, die ungefähr siebzig Meter hinter der Lagerhalle im Wald lag. »Wir haben dort gegraben und vor zehn Minuten ein menschliches Bein mit Fuß und Schuh rausgeholt. Sieht nach einem Männerschuh aus. Die sterblichen Überreste lagen ziemlich nah an der Oberfläche.« »Oh, verdammt!« »Jerka, du musst...« »Das ist noch nicht alles.« Vor fünf Minuten hat der Köter, achtzig Meter von der ersten Fundstelle entfernt, einen weiteren Leichenfund angezeigt.« Lisbeth Zalander hatte Kaffee auf Björmanns Herd gekocht, noch einen Apfel gegessen und zwei Stunden damit verbracht, Seite für Seite Björmanns Unterlagen über sie durchzulesen. Sie war beeindruckt. Er hatte unglaubliche Anstrengungen in diese Aufgabe investiert und die Informationen geordnet, als wäre es ein leidenschaftliches Hobby. Einiges von dem Material, das er gefunden hatte, war nicht einmal ihr selbst bekannt. Holger Palmgrens Aufzeichnungen in den zwei großen, schwarz eingebundenen Notizbüchern las sie mit gemischten Gefühlen. In seinem Tagebuch kommentierte Palmgren systematisch jedes Treffen mit Lisbeth. Manchmal benötigte er drei Zeilen, manchmal füllte er mehrere Seiten mit seinen Überlegungen. Stellenweise war sie wirklich verblüfft. Palmgren hatte mehr kapiert, als sie jemals geahnt hatte. Dann schlug sie den polizeilichen Ermittlungsbericht von 1991 auf. Und mit einem Schlag fielen alle Puzzleteilchen an ihren Platz. Ihr war, als würde der Boden unter ihren Füßen beben. Sie las den rechtsmedizinischen Bericht eines Dr. Jesper H. Lödermann, der sich hauptsächlich auf die Angaben von Dr. Peter Teleborian berief. Lödermann war die Trumpfkarte des Staatsanwalts, der sie bei der Verhandlung zu ihrem 18. Geburtstag gern in die Psychiatrie eingewiesen hätte. Dann fand sie ein Kuvert mit Korrespondenz zwischen Peter Teleborian und Gunnar Björk. Der Brief war 1991 geschrieben worden, kurz nachdem all das Böse geschehen war. Es dauerte ein paar Minuten, bevor sie die Implikationen ganz erfasste. Gunnar Björk schien auf ein Gespräch anzuspielen. Obwohl er sich untadelig ausdrückte, gab er zwischen den Zeilen deutlich zu verstehen, dass es ihm sehr gut zu Pass käme, wenn sie Lisbeth Salander für den Rest ihres Lebens im Irrenhaus einsperrten. Es ist wichtig, dass das Kind Distanz zu seiner momentanen Lage bekommt. Zwar kann ich ihren psychischen Zustand nicht beurteilen und weiß nicht, welche Art von Behandlung sie benötigt, aber je länger sie in einer geschlossenen Anstalt verbleibt, um so geringer ist das Risiko, dass sie unabsichtlich Probleme in der vorliegenden Angelegenheit schafft. In der vorliegenden Angelegenheit? Lisbeth Salander ließ sich den Ausdruck auf der Zunge zergehen. Teleborian war für ihre Behandlung in St. Stephans verantwortlich gewesen. Das war kein Zufall. Schon dem persönlichen Ton der Korrespondenz konnte sie entnehmen, dass diese Briefe nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen waren. Teleborian hatte Björk gekannt. Eine geraume Weile blieb sie sitzen und starrte vor sich hin. Es gibt keine Unschuldigen. Es gibt nur verschiedene Abstufungen von Verantwortung. Und irgendjemand trug die Verantwortung für Lisbeth Salander. Da war definitiv ein Besuch in Smodola Rue fällig. Sie nahm an, dass staatlicherseits niemand anders Lust haben würde, das Thema mit ihr zu diskutieren, und in Ermangelung anderer Gesprächspartner musste nun eben Gunnar Björk herhalten. Auf dieses Gespräch freute sie sich schon. Sie steckte die Tagebücher von Holger Palmgren ein, Björks Ermittlungen von 1991, das rechtsmedizinische Gutachten von 1996, mit dem sie für geschäftsunfähig erklärt worden war, sowie die Korrespondenz zwischen Peter Teleborian und Gunnar Björk. Damit war der Rucksack voll. Sie zog die Tür zu, kam aber nicht mehr dazu, sie abzuschließen, denn im selben Moment hörte sie das Geräusch von Motorrädern hinter sich. Sie drehte sich um. Es war bereits zu spät, sich noch zu verstecken, und sie wusste, dass sie nicht die geringste Chance hatte, zwei Bikern auf Harley Davidsons davonzulaufen. Abwartend ging sie die Vortreppe hinunter und stand den beiden Männern auf dem Vorplatz gegenüber. Bublanski marschierte schäumend zu Staatsanwalt Ekströms Dienstzimmer. Ohne anzuklopfen riss er die Tür auf und unterbrach Ekström mitten in einem Telefongespräch. »Kommen Sie mit.« »Was gibt's?«, fragte Ekström. »Legen Sie auf und kommen Sie.« Bublanskis Gesichtsausdruck war so überzeugend, dass Ekström tat, was er von ihm verlangte. In einem Moment wie diesen war leicht nachzuvollziehen, warum die Kollegen ihn Bubla nannten. Sein Gesicht sah aus wie ein knallroter Ballon. Die beiden gingen in Svensons Zimmer, wo gerade eine gemütliche Kaffeepause abgehalten wurde. Bublanski trat zu Eriksson, packte ihn am Schopf und drehte ihn zu Ekström. »Bublanski!« rief Ekström erschrocken aus. Svensson und Boman stand der Mund offen. »Ist das Ihres?«, fragte Bublanski und hielt Erikssons Handy hoch. »Lassen Sie mich los!« »Ist das hier Ihr Handy?« »Ja, verdammt noch mal, lassen Sie mich los!« »Nein, Sie sind soeben verhaftet worden.« »Was? Sie sind verhaftet wegen Verstoß gegen die Schweigepflicht und Behinderung polizeilicher Ermittlungen.« Oder können Sie uns eine einleuchtende Erklärung dafür liefern, warum Sie heute Morgen um 9.57 Uhr einen Journalisten namens Tony Scala angerufen haben, und zwar unmittelbar nach unserer morgendlichen Besprechung und kurz bevor Scala die Informationen raustrompetete, deren Geheimhaltung wir kurz zuvor beschlossen hatten?« Magelundin traute seinen Augen nicht, als er Lisbeth Zalander vor Björmanns Sommerhäuschen stehen sah. Er hatte sich die Karte angeschaut und eine ausführliche Wegbeschreibung vom blonden Riesen bekommen. Nachdem er die Anweisung erhalten hatte, nach Stallerholmen zu fahren und ein Feuer zu legen, war er ins Clubhaus in der stillgelegten Druckerei am Ortsrand von Zwafelschö gegangen und hatte Sonny Niemin mitgenommen. Die Luft war warm, das perfekte Wetter, um zum ersten Mal nach der Winterpause die Maschinen rauszuholen. Sie hatten ihre Lederkluft angezogen und dann in gemütlichem Tempo die Strecke von Zwafelschö nach Stallerholmen zurückgelegt. Und nun stand da plötzlich Lisbeth Zalander und wartete auf sie. Sie fuhren rechts und links neben sie und stellten in zwei Metern Entfernung ihre Motorräder ab. Nachdem die Motoren ausgeschaltet waren, herrschte völlige Ruhe im Wald. Magelundin wusste nicht recht, was er sagen sollte. Schließlich fand er seine Sprache wieder. »Sieh mal einer an. Wir suchen die schon eine ganze Weile, Zalander.« Plötzlich lächelte er. Lisbeth Zalander musterte ihn mit ausdrucksloser Miene. Sie bemerkte die rote, frisch verheilte Wunde am Kiefer, dort, wo sie ihm mit ihrem Schlüsselbund die Haut aufgeschlitzt hatte. Sie hob den Blick und betrachtete die Baumwipfel hinter ihm. Dann senkte sie ihn wieder. Ihre Augen hatten eine beunruhigend pechschwarze Farbe. »Ich hatte eine echte Scheißwache und bin verdammt schlecht drauf. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, steht mir so ein verdammter Haufen Scheiße mit Hängebauch im Weg und macht Ärger. Ich will jetzt weg, geh mir aus dem Weg.« Magelundin blieb die Spucke weg. Er warf Sonny Niemann einen Blick zu. »Ich glaub, die Lesbe hier muss mal richtig durchgefickt werden,« sagte er, klappte die Stützen aus und stieg von seiner Harley. Dann machte er zwei langsame Schritte auf Lisbeth zu und blickte auf sie herab. Sie rührte sich nicht von der Stelle. Magelundin schüttelte den Kopf und seufzte düster. Dann holte er zu einem Schlag mit dem Handrücken aus, einem mit derselben beachtlichen Kraft, die schon Michael Blomquist bei dem Vorfall in der Lundagartan hatte erleben dürfen. Doch er schlug in die Luft. Ehe seine Hand ihr Gesicht traf, trat sie einen Schritt zurück und blieb unmittelbar außerhalb seiner Reichweite widerstehen. Sonny Niemann beobachtete seinen Clubkameraden amüsiert. Lundin lief rot an und trat noch zwei schnelle Schritte vor. Sie wich abermals aus. Lundin legte an Tempo zu, aber da blieb Lisbeth Zalanda plötzlich stehen und sprühte den halben Inhalt ihrer Tränengaspatrone in sein Gesicht. Seine Augen begannen zu brennen wie Feuer. Die Spitze ihres Stiefels schoss mit voller Kraft nach vorn und entlud ihre kinetische Energie in seinen Schritt. Magelundin schnappte nach Luft und ging in die Knie, wodurch sein Kopf eine ideale Höhe für Lisbeth Zalanda hatte. Sie nahm einen kurzen Anlauf und trat ihn ins Gesicht, als würde sie einen Eckball schießen. Man hörte ein furchtbares Knirschen, bevor Magelundin lautlos in sich zusammensank wie ein Kartoffelsack. Es dauerte ein paar Sekunden, ehe Sonny Niemann kapierte, dass sich vor seinen Augen gerade etwas Unglaubliches abgespielt hatte. Dann ging er jedoch gleich auf Nummer sicher und tastete in der Innentasche seiner Jacke nach seiner Pistole. Er versuchte, sie zu entsichern, doch als er aufsah, entdeckte er, dass Lisbeth Zalanda direkt vor ihm stand. Der Haß, der in ihrem Blick lag, verblüffte ihn nicht nur, sondern jagte ihm zum ersten Mal richtig Angst ein. »Gute Nacht!« Sie presste ihm ihre Elektroschockpistole in den Schritt, gab 75.000 Volt ab und hielt die Elektroden mindestens 20 Sekunden an seinen Körper. Sonny Niemann verwandelte sich in ein schlaffes Bündel. Lisbeth hörte ein Geräusch hinter sich, drehte sich um und betrachtete Magelundin. Er hatte sich mühsam auf die Knie hochgerappelt und versuchte nun aufzustehen. Konzentriert beobachtete sie seine Anstrengungen. Blind tappte er durch den brennenden Tränengasnebel. Lisbeth Zalanda bückte sich, hob Sonny Niemanns Pistole auf. Dann stieg sie über Sonny Niemann hinweg, ging auf Magelundin zu, zielte beidhändig und schoss ihn in den Fuß. Er heulte auf und ging wieder zu Boden. Sie sicherte die Waffe, steckte sie in ihre Jackentasche und hob ihren Rucksack auf. Sie war zehn Meter die Straße hinuntergegangen, da blieb sie stehen und drehte sich um. Langsam ging sie zurück und studierte Magelundins Motorrad. »Eine Harley-Davidson«, sagte sie, »wie hübsch!« Mittwoch, sechster April. Gunnar Björk empfing ihn vor dem Haus. Er sah kecker und selbstsicherer aus als vor zwei Tagen. Was führte er im Schilde? Michael gab ihm nicht die Hand. »Ich kann Ihnen Informationen über Salah geben«, kündigte Gunnar Björk an, »aber ich stelle gewisse Bedingungen. Und zwar, dass ich in der Millennium-Reportage nicht namentlich genannt werde.« »In Ordnung.« Björk wirkte überrascht. »Ich meine es ernst«, sagte er misstrauisch. »Ich will das schriftlich von Ihnen haben.« »Sie können es auch schriftlich bekommen, aber so ein Papier bedeutet überhaupt nichts. Entweder verlassen Sie sich auf meine Worte oder Sie tun es nicht.« Björk überlegte. »Ich habe auch Bedingungen«, fuhr Michael fort. »Der Preis für mein Schweigen ist, dass Sie mir wirklich alles erzählen. Wenn ich entdecke, dass Sie mir irgendetwas verheimlichen, sind all unsere Abmachungen nichtig. Dann werde ich Sie auf jedes Schlagzeilenplakat in Schweden bringen, genauso wie ich es damals mit Wennerström gemacht habe.« »Sie versprechen mir, dass mein Name nicht genannt wird, und ich werde Ihnen erzählen, wer Salah ist. Ich möchte, dass Sie mich in dieser Angelegenheit als geheime Quelle behandeln.« Er streckte ihm die Hand hin und Michael ergriff sie. Er hatte gerade versprochen, bei der Vertuschung eines Verbrechens zu helfen, was ihn jedoch nicht im Geringsten störte. Er hatte ja nur versprochen, dass er und die Zeitschrift »Millennium« nichts über Björk bringen würden. Doch Doc Svensson hatte die ganze Geschichte mit Björk bereits in sein Buch aufgenommen, und Doc Svensons Buch würde erscheinen. Michael war fest entschlossen, dafür zu sorgen. Der Anruf erreichte die Polizei von Strängnäs um 15.18 Uhr. Ein Mann namens Oeberg, der östlich von Stallerholm ein Ferienhäuschen besaß, gab an, er habe einen Schuss gehört und die Sache näher untersuchen wollen. Da habe er vor einem Haus zwei verletzte Männer gefunden. Naja, einer sei vielleicht nicht besonders schwer verletzt, aber er leide doch beträchtliche Qualen. Und das Sommerhäuschen gehöre Nils Bührmann, also dem verstorbenen Rechtsanwalt Nils Bührmann, von dem sie in letzter Zeit so viel in der Zeitung geschrieben hatten. Der wachhabende Beamte hatte die morgendlichen Geschehnisse in Nykwan mitverfolgt und aufgeschnappt, dass sie wahrscheinlich mit der Fahndung nach Lisbeth Salander zusammenhingen. Da auch Nils Bührmann Teil dieser Ermittlungen war, zählte er zwei und zwei zusammen und ergriff drei Maßnahmen. Er schickte den einzigen Einsatzbus, der an diesem anstrengenden Tag in Strängnäs verfügbar war, schleunigst nach Stallerholm. Dann rief er seine Kollegen in Söder-Telje an und bat um Hilfe. Schließlich griff der Beamte in Strängnäs noch zum Telefon, um sich mit Kriminalinspektor Jan Bublanski in Stockholm in Verbindung zu setzen. Er erreichte ihn auf dem Handy. Bublanski war gerade bei Milton Security, wo er eine ernste Unterredung mit dem Geschäftsführer Dragan Amanski und den beiden Mitarbeitern Bohmann und Frecklund führte. Der Mitarbeiter Niklas Eriksson hingegen glänzte durch Abwesenheit. Bublanski reagierte, indem er sofort Kurt Svensson zu Bührmanns Sommerhäuschen schickte. Er sollte Hans Faste mitnehmen, für den Fall, dass der sich irgendwo auftreiben ließ. Nach kurzem Nachdenken rief er auch noch Jerka Holmberg an. Jerka Holmberg traf mit der Polizei aus Söder-Telje ein, als der Krankenwagen gerade den Tatort verließ. Die Polizei aus Strängnäs setzte ihn ins Bild. Weder Lundin noch Nimin waren bereit zu erklären, warum sie hier waren. Lundin konnte überhaupt nicht sprechen. Also zwei Biker in Lederkluft, eine Harley Davidson, eine Schussverletzung und keine Waffe. Habe ich das so richtig verstanden? Wollte Holmberg wissen. Der Leiter der Einsatztruppe, Polizeiinspektor Nils Henrik Johansson, nickte. Holmberg überlegte kurz. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass keiner von den beiden Kerlen auf dem Soziussitz hierher gekommen ist. Ich würde mal annehmen, das würde man in ihren Kreisen als unmännlich betrachten, stimmte Johansson zu. Wenn das so ist, dann fehlt hier ein Motorrad. Da die Waffe auch fehlt, können wir folgen, dass sich ein Dritter bereits vom Tatort entfernt hat. Das klingt einleuchtend. Holmberg öffnete die unverschlossene Tür des Sommerhäuschens. Auf dem Küchentisch fand er sofort die zurückgelassenen Ordner mit Bührmanns Recherchen zu Lisbeth Salander. Er setzte sich hin und begann, verblüfft darin zu blättern. Sein Name ist Alexander Salatschenko, erklärte Gunnar Björk. Aber eigentlich gibt es ihn gar nicht. Sie finden ihn auch nicht beim Einwohnermeldeamt. Alexander Salatschenko wurde 1940 in der Ukraine geboren, in der damaligen Sowjetunion. Salatschenkos Eltern starben beide im Krieg. Zumindest glaubt er das. Er weiß selbst nicht, was im Krieg passiert ist. Seine frühesten Kindheitserinnerungen sind die von einem Kinderheim im Ural. Als er fünf Jahre alt war, wurde er in eine Militärschule gesteckt. Wie sich herausstellte, war er sehr begabt. Mit 15 begann er auf einer Militärschule in Nowosibirsk, wo er zusammen mit 2000 anderen Schülern drei Jahre lang einem Training unterzogen wurde, das sonst nur den russischen Elitestreitkräften vorbehalten war. 1958, als er 18 war, wurde er nach Minsk geschickt und durchlief eine Spezialausbildung bei der GRU. Das ist der militärische Nachrichtendienst, der direkt dem höchsten Militärkommando der Armee unterstellt ist. In den James-Bond-Filmen sind die ausländischen Spionier meistens vom KGB. In Wirklichkeit war der KGB jedoch hauptsächlich der innenpolitische Sicherheitsdienst des Regimes, der Gefangenenlager in Sibirien betrieb und Oppositionelle im Keller des Lubyanka-Gefängnisses mit Genickschuss hinrichtete. Für Spionage und Operationen im Ausland war meistens der GRU zuständig. 1965 wurde er zum Leutnant befördert und wurde zum ersten Mal nach Europa geschickt, nach Rom, wo er zwölf Monate Dienst tat. Das war sein erster Auftrag undercover. Das heißt, er trat dort als Zivilperson auf, mit falschem Pass und ohne jeden Kontakt zur Botschaft. 1967 wurde er nach London versetzt. Dort organisierte er die Liquidierung eines ausgestiegenen KGB-Agenten. In den nächsten zehn Jahren wurde er einer der Top-Agenten des GRU. Er gehörte zur echten Elite der loyalen politischen Soldaten. Er war von Kindesbeinen an dafür trainiert worden. Er sprach mindestens sechs Sprachen fließend, nahm die verschiedensten Rollen an, wurde zum Überlebenskünstler. Er befähigte selbst Agenten und organisierte eigene Operationen. Mehrere davon waren Mordaufträge, ziemlich viele davon in der dritten Welt. 1969 wurde er Hauptmann, 1972 Major und 1975 Oberstleutnant. Wie ist er in Schweden gelandet? Im Laufe der Jahre wurde er korrupt und schaffte hier und da ein bisschen Geld beiseite. Er trank zu viel und hatte zu viele Frauengeschichten. All das entging seinen Vorgesetzten natürlich nicht, aber er war immer noch einer ihrer Günstlinge, und sie waren nachsichtig, solange es sich um Bagatellen handelte. 1976 wurde er für einen Auftrag nach Spanien geschickt. Wir müssen nicht näher auf die Details eingehen, aber er ließ sich volllaufen und machte einen dummen Fehler. Damit war der Auftrag verpatzt. Er fiel in Ungenade und wurde nach Russland zurückbeordert. Er entschied sich, den Befehl zu ignorieren und brachte sich damit natürlich in eine noch schlimmere Situation. Der GRU beauftragte ein Militärattaché der Botschaft in Madrid, ihn zu suchen und zur Vernunft zu bringen. Bei diesem Gespräch ging irgendwas gründlich schief, und Salatschenko tötete den Mann. Plötzlich hatte er keine Wahl mehr. Er hatte alle Brücken hinter sich abgerissen und entschied sich überstürzt für einen Ausstieg. Er tauchte unter und legte eine Spur, die nach Portugal und zu einem Bootsunglück führte. Er legte auch eine Spur in die USA. Gleichzeitig beschloss er, sich ins unwahrscheinlichste Land in ganz Europa abzusetzen. In Schweden nahm er Kontakt mit der Sicherheitspolizei auf und bat um Asyl. Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger Jahre war er das Kronjuwel unter den Überläufern, auch im internationalen Vergleich. Nie zuvor war einer der operativen Chefs des GRU übergelaufen. Er konnte also Informationen verkaufen. Richtig. Er spielte seine Karten gut aus und dosierte die Informationen so, wie sie ihm am meisten nutzten. Genug Informationen, um einen Agenten im NATO-Hauptquartier in Brüssel zu identifizieren. Einen illegalen Agenten in Rom, einen Kontaktmann in einen Spionagering in Berlin, die Namen von Auftragsmördern, die er in Ankara oder Athen angeheuert hatte. Er wusste nicht besonders viel über Schweden, aber dafür besaß er Informationen über Operationen im Ausland, die wir stückweise herausgeben konnten, um entsprechende Gegenleistungen einzufordern. Er war eine Goldgrube. Mit anderen Worten, sie haben angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir verschafften ihm eine neue Identität. Wir mussten ihm nur einen Pass und ein bisschen Geld stellen. Um den Rest kümmerte er sich selbst, genau wie er es gelernt hatte. Michael schwieg und verdaute die Informationen. Dann hob er den Blick und sah Björk an. »Letztes Mal, als ich hier war, haben sie mich angelogen. Sie haben behauptet, sie hätten Björmann zum ersten Mal in den 80er Jahren im Schützenverein der Polizei getroffen. Dabei haben sie ihn schon viel früher kennengelernt.« Björk nickte nachdenklich. »Das Ganze ist geheim, und ich hatte keinen Grund, genauer zu erklären, wie Björmann und ich uns kennengelernt haben. Erst als Sie nach Salah gefragt haben, wurde mir die Verbindung klar.« »Erzählen Sie, was passiert ist.« »Ich war 33 Jahre alt und arbeitete schon seit drei Jahren für die Sicherheitspolizei. Björmann war 26 und hatte gerade sein Examen gemacht. Er hatte bei der Sicherheitspolizei eine Stelle als Sachbearbeiter für gewisse juristische Angelegenheiten bekommen. Björmann kam aus Karlskrona. Sein Vater hatte beim Militärischen Nachrichtendienst gearbeitet. Björmann und ich waren eigentlich beide nicht qualifiziert genug, um die Salachenko-Sache zu betreuen, aber er nahm genau am Wahltag 1976 Kontakt mit uns auf. Es war kaum ein Mensch im Hause, entweder sie hatten sich freigenommen oder sie waren im Dienst, irgendein Überwachungsauftrag oder so. Und genau in dem Moment marschiert Salachenko in die Polizeiwache Normalm und erklärt, er beantrage politisches Asyl und wollte mit jemandem von der Sicherheitspolizei sprechen. Er gab keinen Namen an. Ich hatte gerade Dienst und dachte, es wäre eine ganz normale Flüchtlingssache, also nahm ich Björmann mit. Björk rieb sich die Augen. Vor allem Björmann hätte in diese Angelegenheit nie mit hineingezogen werden dürfen. Aber da er das Geheimnis nun schon mal kannte, war es besser, es dabei zu belassen, als noch jemand anders einzuweihen. Und ich nehme an, dieselben Überlegungen galten auch für einen unerfahrenen Mitarbeiter wie mich. Aber was geschah, nachdem Salachenko nach Schweden gekommen war? Björk schwieg eine geraume Weile, so dass Michael schon unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschte. Wenn ich ehrlich sein soll, Salachenko war ein voller Erfolg, und wir, die wir daran beteiligt waren, bauten darauf unsere Karrieren auf. Missverstehen Sie mich bitte nicht, das war durchaus ein Fulltime-Job. Ich wurde zu Salachenkos Mentor in Schweden auserkoren, und in den ersten zehn Jahren trafen wir uns zwar nicht täglich, aber doch mehrmals in der Woche. Das war während der wichtigen Jahre, als er noch voll frischer Informationen steckte. Doch gleichzeitig mussten wir auch ein wachsames Auge auf ihn haben. Was meinen Sie damit? Salachenko hatte den Teufel im Leib. Er konnte unglaublich charmant sein, aber auch völlig paranoid und verrückt. Phasenweise trank er, und dann wurde er gewalttätig. Mehr als einmal musste ich nachts ausrücken, um irgendwelche unguten Geschichten ins Reine zu bringen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ging er in die Kneipe und geriet mit jemandem in Streit, und dann verprügelte er zwei Türsteher, die versucht hatten, ihn zu beruhigen. Er war ein ziemlich kleiner und hagerer Kerl, aber er hatte eine unglaublich gute Nahkampfausbildung, die er leider bei mehreren unpassenden Gelegenheiten demonstrierte. Einmal musste ich ihn auch von der Polizei abholen. Damit riskierte er doch, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das hört sich nicht gerade besonders professionell an. Aber so war er eben. Er hatte in Schweden keine Verbrechen begangen und wurde nie festgenommen. Wir statteten ihn mit einem schwedischen Pass und einem Personalausweis und einem schwedischen Namen aus. Er hatte eine Wohnung in einem Vorort von Stockholm, die von der Sicherheitspolizei bezahlt wurde. Außerdem bekam er ein Gehalt, damit er uns immer zur Verfügung stand. Doch wir konnten ihm ja schlecht verbieten, in die Kneipe zu gehen oder sich in irgendwelche Frauengeschichten zu verstricken. Wir konnten nur hinter ihm aufräumen. Das war bis 1985 meine Aufgabe. Dann trat ich einen neuen Dienst an, und mein Nachfolger übernahm Salatschenkos Betreuung. Und Bührmanns Rolle? Ehrlich gesagt, er war nur eine Belastung. Bloß zu Anfang war er noch ganz dabei, später nur noch gelegentlich, wenn wir gewisse juristische Formalitäten zu erledigen hatten. Mein Chef löste schließlich das Problem mit Bührmann. Er bekam einen Job außerhalb der Polizei in einer Anwaltskanzlei. Im Laufe der Jahre hat er immer wieder Aufträge, kleinere Berichte und Ähnliches von der Sicherheitspolizei bekommen. In gewisser Weise hat also auch er seine Karriere auf Salatschenko aufgebaut. Und wo hält sich Salah heute auf? Björk zögerte kurz. Ich weiß es nicht. Mein Kontakt zu ihm wurde ab 1985 immer weniger, und seit fast zwölf Jahren habe ich ihn jetzt überhaupt nicht mehr gesehen. Das Letzte, was mir zu Ohren kam, ist, dass er Schweden 1992 verlassen hat. Wie es aussieht, ist er wieder da. Es gibt einen Zusammenhang mit Rauschgift, Waffen und Mädchenhandel.« »Das sollte mich eigentlich nicht wundern,« seufzte Björk. »Aber sind Sie sicher, dass es derselbe Salah ist?« »Die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Geschichte zwei Salahs auftauchen, dürfte mikroskopisch klein sein. Wie war noch sein schwedischer Name?« »Ich habe nicht vor, Ihnen das zu verraten.« »Sie sollten besser nicht versuchen, sich rauszuwinden.« »Sie wollten wissen, wer Salah war.« »Ich habe es Ihnen erzählt. Aber ich habe nicht vor, Ihnen das letzte Puzzleteilchen zu geben, bevor ich weiß, dass Sie Ihren Teil der Abmachung einhalten.« »Salah hat wahrscheinlich drei Morde begangen, und die Polizei jagt die falsche Person. Wenn Sie glauben, ich gebe mich ohne Salahs Namen zufrieden, dann sind Sie im Irrtum.« »Salah hat niemanden erschossen.« »Woher wissen Sie das?« »Weil Salah heute 65 Jahre alt und schwerbehindert ist. Er hat einen amputierten Fuß und kann kaum gehen. Wenn der jemanden umbringen will, dann muss er sich erst den Fahrdienst für Schwerbehinderte bestellen.« Die Geschehnisse bei Björmans Sommerhaus lösten am Nachmittag eine fieberhafte Aktivität aus. Die Polizei im ganzen Bezirk wurde verständigt, dass Lisbeth Salander endlich wieder aufgetaucht war. Sie fahre höchstwahrscheinlich eine Harley-Davidson, die Marge Lundin gehöre. Außerdem erging eine Warnung, dass sie bewaffnet sei und bei einem Ferienhäuschen in der Nähe von Stallerholm eine Person angeschossen habe. Die Polizei errichtete also Straßensperren an den Auffahrten nach Strängnäs und Marifred und an sämtlichen Auffahrten nach Södertälje. Mehrere Stunden lang wurde jeder Lokalzug zwischen Södertälje und Stockholm durchsucht. Ein schmächtiges Mädchen mit oder ohne Harley-Davidson konnte jedoch nicht gefunden werden. Erst gegen sieben Uhr abends bemerkte ein Streifenwagen eine verlassene Harley in Elfschö, was die Aufmerksamkeit der Fahnder von Södertälje nach Stockholm verlagerte. Bublanski ging in das große Arbeitszimmer und besah sich die Karte von Stockholm und Umgebung. Sein Blick schweifte der Reihe nach von Stallerholmen und Nykwarn nach Swafetschö und Elfschö, zu den vier Orten also, die aus unterschiedlichsten Gründen brandaktuell geworden waren. Er blickte auf Enschede und seufzte. Ein unangenehmes Gefühl sagte ihm, dass die Polizei vom Zentrum der Geschehnisse entfernt war. Michael Blomquist verließ Maudela Reu um drei Uhr nachmittags. An einer Tankstelle hielt er an und trank einen Kaffee, während er versuchte, sich über die ganze Geschichte klar zu werden. Er war zutiefst frustriert. Mit großer Verblüffung hätte er sich die vielen Details angehört, aber Björk hatte sich hartnäckig geweigert, ihm das letzte Geheimnis zu verraten, nämlich Salas schwedische Identität. Schließlich einigten sie sich, noch einen Tag darüber nachzudenken, bevor sie das Gespräch weiterführten. Während Michael also an der Tankstelle seinen Kaffee trank, fiel ihm plötzlich ein, dass es noch eine andere Person gab, die ein neues Licht auf diese Geschichte werfen konnte. Zudem war die Reha-Klinik Erster Wiken ganz in der Nähe. Er sah auf die Uhr, stand schnell auf und fuhr Holger Palmgren besuchen. Gunnar Björk war beunruhigt. Das Treffen mit Michael Blomquist hatte ihn völlig erschöpft. In seinem Kopf kreisten immer wieder dieselben Gedanken. Konnte er sich auf Michael Blomquist verlassen? Er hatte seine Karten ausgespielt und war dem Journalisten nun auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Aber die wichtigste Information hatte er noch zurückgehalten. Salas Identität und seine tatsächliche Rolle. Eine entscheidende Karte, die er da noch im Ärmel hatte. Nachdem er ein paar Stunden nachgedacht hatte, ging er in sein Arbeitszimmer und suchte den Zettel mit der Telefonnummer, den er diese Woche bei einem Besuch seines Arbeitsplatzes herausgesucht hatte. Er wusste genau, wo Salaschenko sich aufhielt. Aber er hatte seit zwölf Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Und er hatte auch gar keine Lust, jemals wieder mit ihm zu sprechen. Aber Salaschenko war ein eilglatter Halunke. Er würde das Problem verstehen und konnte von der Bildfläche verschwinden, ins Ausland fahren und in Rente gehen. Wenn man ihn tatsächlich fasste, dann wäre die Katastrophe da. Dann würde alles zusammenbrechen. Er zögerte lange, bis er endlich den Hörer nahm und die Nummer wählte. »Hallo, hier ist Sven Jansson«, meldete er sich. Ein Deckname, den er schon lange nicht mehr benutzt hatte. Salaschenko erinnerte sich ganz genau an ihn. Mittwoch, 6. April bis Donnerstag, 7. April Um 8 Uhr abends traf sich Bublanski mit Sonja Modig zu einer Tasse Kaffee und einem belegten Brot im Waynes, in der Wasagartan. Sie hatte ihren Chef noch nie so finster gesehen. Er setzte sie über die Geschehnisse des Tages ins Bild, woraufhin sie eine geraume Weile schwieg. Schließlich streckte sie ihre Hand aus und legte sie auf seine. Es war das erste Mal, dass sie ihn berührte, aus rein freundschaftlichen Gefühlen. Er lächelte traurig und tätschelte ihre Hand ebenso freundschaftlich. »Ich habe extrem alles erzählt, was heute passiert ist, und sein einziger Kommentar war, tun sie, was sie für das Beste halten. Du bist natürlich offiziell wieder im Ermittlungsteam. Ich befürchte allerdings, dass er sich nicht entschuldigen wird.« Sie zuckte mit den Schultern. »Im Moment scheint es so, als würden die Ermittlungen ausschließlich von uns beiden geführt«, sagte Bublanski. »Faste ist heute Vormittag stinkwütend aus dem Konferenzzimmer gestürmt und hat sein Handy den ganzen Tag lang ausgeschaltet gelassen. Wenn er morgen nicht auftaucht, muss ich ihn wohl suchen lassen.« »Faste kann sich auch gerne aus diesen Ermittlungen raushalten. Was geschieht jetzt mit Niklas Eriksson?« »Nichts. Ich wollte ihn festnehmen und anklagen, aber Extrem traut sich nicht. Also haben wir ihn rausgeworfen, und ich bin zu Dragan Amanski rübergefahren und habe ein ernstes Wort mit ihm geredet. Wir haben die Zusammenarbeit mit Milton eingestellt, was leider bedeutet, dass wir Sonny Buhmann auch verlieren. Schade, er war ein tüchtiger Polizist.« »Wie hat es Amanski aufgenommen?« Er war sehr irritiert. Er erzählte, dass Lisbeth Zalanda Eriksson nie leiden konnte. Er erinnerte sich, dass sie einmal zu ihm gesagt hat, Eriksson hätte vor ein paar Jahren gefeuert werden müssen. Sie meinte, er sei ein Scheißkerl, wollte aber nicht genauer erläutern, warum. Amanski folgte ihrer Empfehlung natürlich nicht. »Svensson ist immer noch unten ins Södertelier. Sie machen in den nächsten Stunden eine Hausdurchsuchung bei Karl Magnus Lundin. Jerka ist vollauf damit beschäftigt, bei Nyquarn die sterblichen Überreste des alten Knastbruders Kenneth Gustafsson auszugraben. Sie haben noch eine zweite Leiche entdeckt. Den Kleidernach zu urteilen wohl eine Frau. Sieht so aus, als hätte sie schon länger dort gelegen.« »Das ist ja der reinste Waldfriedhof. Die Geschichte scheint noch viel übler zu sein, als wir zu Anfang dachten. Ich schätze, wir verdächtigen Lisbeth nicht mehr der Morde in Nyquarn.« Zum ersten Mal seit mehreren Stunden lächelte Boblanski. Der blonde Riese ging unruhig in Magelundins Eigenheim in Zwafelschö auf und ab. Am Küchenfenster blieb er stehen und spähte die Straße hinunter. Sie hätten schon längst wieder zurück sein müssen. Die Sorgen nagten in seinem Bauch. Irgendwas stimmte hier nicht. Es war ein unbekanntes Haus. In sein Zimmer im Obergeschoss zog es kalt herein, und die ganze Zeit knackte es so unheimlich. Er versuchte, sein Unbehagen abzuschütteln. Er wusste ja, dass das Dummheiten waren, aber er war noch nie gern allein gewesen. Vor Menschen aus Fleisch und Blut fürchtete er sich nicht im Geringsten, aber leere Häuser auf dem Land fand er einfach unheimlich. Die vielen Geräusche befeuerten seine Fantasie. Er wurde das Gefühl nicht los, dass ihn ständig etwas Dunkles, Böses durch einen Türschlitz beobachtete. Manchmal glaubte er, Atemgeräusche zu hören. Er hasste Dunkelheit und Einsamkeit. Er hasste die Wesen, die diese Dunkelheit und Einsamkeit bevölkerten. Er wünschte, Lundin würde endlich nach Hause kommen. Lundins Gegenwart würde das Gleichgewicht wiederherstellen, auch wenn sie nicht miteinander redeten oder sich im selben Zimmer aufhielten. Schließlich hielt er es nicht länger im Haus aus. Er machte einen kurzen Spaziergang im Garten, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Dabei achtete er darauf, dass er vom Nachbarhaus aus nicht gesehen werden konnte. Wenn er ganz still dastand, konnte er in der Ferne leise Musik hören. Um sieben Uhr schaltete er die Nachrichten auf TV4 ein. Verblüfft hörte er die Neuigkeiten und danach eine Beschreibung des Feuergefechts vor dem Ferienhäuschen in Stallerholmen. Es war die Nachricht des Tages. Im nächsten Moment rannte er die Treppe ins Obergeschoss hinauf und stopfte seine Habseligkeiten in eine Tasche. Zwei Minuten später verließ er das Haus und fuhr mit quietschenden Reifen in seinem Volvo davon. In letzter Sekunde. Nur wenige Kilometer hinter Swafelschö kamen ihm zwei Polizeiautos mit Blaulicht entgegen, die auf dem Weg in die Ortschaft waren. Es kostete Michael Blomquist große Mühe, Holger Palmgren an einem Mittwoch um sechs Uhr abends zu besuchen. Die Mühe bestand darin, das Personal zu überreden, ihn vorzulassen. Er bat sie jedoch so beharrlich, dass eine Krankenschwester einen Dr. A. Sivanandan anrief, der offensichtlich in der Nähe wohnte. Er erklärte, er sei ein Freund der gesuchten Lisbeth Zalander, zweifle an ihrer Schuld und suche verzweifelt Informationen, die Licht auf gewisse Vorkommnisse in ihrer Vergangenheit werfen konnten. Dr. Sivanandan gab sich zugeknöpft. Michael musste ihm seine Rolle in dem ganzen Drama auseinandersetzen. Erst nach einer halben Stunde gab der Arzt nach und bat Michael auf ihn zu warten, während er zu Holger Palmgren ging und ihn fragte, ob er den Besuch empfangen wolle. Nach zehn Minuten war Sivanandan wieder da. Er hat zugestimmt. Wenn er sie nicht mag, schmeißt er sie allerdings hochkant wieder hinaus. Sie dürfen ihn nicht interviewen oder in irgendeiner Form über diesen Besuch berichten. Ich versichere Ihnen, ich werde keine Zeile darüber schreiben. In Holger Palmgrens kleinen Zimmer standen nur ein Bett, eine Kommode, ein Tisch und ein paar Stühle. Er war eine magere, weißhaarige Vogelscheuche mit offensichtlichen Gleichgewichtsproblemen, aber er stand dennoch auf, als Michael in den Raum geführt wurde. Er reichte ihm nicht die Hand, zeigte jedoch auf einen der Stühle an dem kleinen Tisch. Michael nahm Platz. Dr. Sivanandan blieb noch im Zimmer. Michael konnte Holger Palmgrens Worte anfangs nur schwer verstehen. »Sie behaupten, Sie seien ein Freund von Lisbeth Zalander. Wer sind Sie und was wollen Sie?« Michael lehnte sich zurück und dachte kurz nach. »Ich bin Lisbeth Zalander vor ungefähr zwei Jahren zum ersten Mal begegnet. Ich habe Sie für eine Recherche angeheuert, in einer Angelegenheit, über die ich hier nicht sprechen kann. Sie kam an den Ort, an dem ich vorübergehend wohnte, und wir haben mehrere Wochen lang zusammengearbeitet.« Er überlegte, wie viel er Palmgren sagen sollte. Dann beschloss er, so nah wie möglich in der Wahrheit zu bleiben. Während unserer Arbeit geschahen zwei Dinge. Erstens hat mir Lisbeth Zalander das Leben gerettet. Zweitens waren wir für eine Weile sehr enge Freunde. Ich lernte sie kennen und mochte sie sehr gern. Ohne weiter auf die Details einzugehen, schilderte Michael sein Verhältnis zu ihr, das vor einem Jahr, kurz nach den Weihnachtsfeiertagen, ein jähes Ende gefunden hatte, als Lisbeth auf einmal ins Ausland verschwand. Danach erzählte er von seiner Arbeit bei Millennium und wie Doc Svensson und Mia Bergmann ermordet worden waren und er plötzlich in die Jagd nach dem Mörder mit hineingezogen wurde. Mir ist klar, dass sie in letzter Zeit von Journalisten belästigt wurden und die Zeitungen eine Dummheit nach der anderen geschrieben haben. Ich kann Ihnen nur versichern, dass ich nicht hier bin, um Material für den nächsten Artikel zu sammeln. Ich bin wegen Lisbeth hier, als ihr Freund. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Personen in diesem Land, die in diesem Moment ohne Zweifel und Hintergedanken auf ihrer Seite stehen. Ich glaube, dass sie unschuldig ist. Ich glaube, dass ein Mann namens Salatschenko hinter den Morden steckt. Michael machte eine Pause. Als er den Namen Salatschenko fallen ließ, hatte es in Holger Palmgrens Augen kurz aufgeleuchtet. Holger Palmgren lehnte sich vor. »Beschreiben Sie mir das Sofa in Ihrem Wohnzimmer.« Als ich sie besuchte, hatte sie ein zerschlissenes und schauerlich hässliches Teil mit einem gewissen Kuriositätenwert. Ich würde es auf frühe Fünfzigerjahre schätzen. Es hat zwei unfamige Polster mit braunem Bezug und einem undefinierbaren gelben Muster. An mehreren Stellen ist der Bezug durchgescheuert und die Füllung quillt raus. Plötzlich lachte Holger Palmgren auf. Es klang allerdings eher wie ein Reuspern. Er sah Dr. Sivanandern an. »Wäre es möglich, Herr Doktor, eine Tasse Kaffee zu bekommen, damit ich meinen Gast bewirten kann?« »Selbstverständlich.« Dr. Sivanandern stand auf und verließ das Zimmer. An der Tür blieb er noch einmal stehen und nickte Michael zu. »Alexander Salatschenko«, sagte Holger Palmgren, so wie die Tür zugegangen war. Michael riss die Augen auf. »Sagt Ihnen dieser Name etwas?« Holger Palmgren nickte. »Lisbeth hat mir erzählt, wie er hieß. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich diese Geschichte mal loswerde, für den Fall, dass ich plötzlich sterben sollte, was ja nicht auszuschließen ist.« »Lisbeth? Woher wusste sie denn überhaupt von seiner Existenz?« »Er ist Lisbeth Salanders Vater.« »Was zum Teufel sagen Sie da?« »Salatschenko ist in den siebziger Jahren hierher gekommen.« »Er war so eine Art politischer Flüchtling.« »Salatschenko ist Lisbeth.« »In all den Jahren, die ich sie kannte, hat sie mir nur ein einziges Mal erzählt, was damals passierte.« »Das war ungefähr ein Monat vor meinem Schlaganfall.« »Salatschenko kam Mitte der Siebziger nach Schweden.« »1977 lernte er Lisbeths Mutter kennen. Sie wurden ein Paar, und das Resultat waren zwei Kinder.« »Zwei?« »Lisbeth und ihre Schwester, Camilla, sie sind Willinge.« »Du lieber Gott, wollen Sie damit sagen, es gibt zwei von der Sorte?« »Sie sind sehr verschieden.« »Aber das ist eine andere Geschichte.« »Lisbeths Mutter hieß eigentlich Agneta Sophia Schölander.« »Sie war siebzehn Jahre alt, als sie Alexander Salatschenko kennenlernte. Sie war beeindruckt von ihm und wahrscheinlich verliebt bis über beide Ohren.« »Verstehe.« »Wie sich herausstellte, war Salatschenko aber alles andere als sympathisch. Er war wesentlich älter als sie.« Ich nehme an, er wollte einfach eine willige Frau, nicht mehr. Sie fantasierte sich natürlich eine sichere Zukunft mit ihm zusammen, aber eine Heirat interessierte ihn nicht im Geringsten. Sie heirateten nie, doch 1979 änderte sie ihren Namen von Schölander in Salander. Das war wahrscheinlich ihre Art, zu zeigen, dass sie zusammengehörten. Wie meinen Sie das? »Sala. Salander.« »Du lieber Gott«, sagte Mikael nur. Aber dann stellte sich nach und nach heraus, dass Salatschenko ein Psychopath allererster Güte war. Er soff und misshandelte Agneta brutal. Wenn ich das richtig verstanden habe, fanden diese Misshandlungen über all die Jahre hinweg statt, in denen die Kinder aufwuchsen. Solange sich Lisbeth erinnern kann, ist Salatschenko immer wieder in regelmäßigen Abständen zu ihnen nach Hause gekommen. Manchmal war er längere Zeit weg. Dann tauchte er plötzlich wieder in der Lundergarten auf. Und jedes Mal war es wieder dasselbe. Salatschenko kam, um Sex zu haben und Schnaps zu trinken, und am Ende quälte er Agneta. »Hat er die Kinder auch geschlagen?« »Nein.« »Offensichtlich interessierte er sich gar nicht für seine Töchter. Er grüßte sie kaum.« Wenn Salatschenko kam, schickte ihre Mutter sie immer ins kleine Zimmer, das sie ohne Erlaubnis nicht wieder verlassen durften. Die Gewalt richtete sich ausschließlich gegen die Mutter. Agneta Salander musste Dutzende von Malen ins Krankenhaus. Ich habe ihre Krankenakte gelesen. Es war nicht zu übersehen, dass sie schwer misshandelt wurde. Da hätte schon längst das Sozialamt eingreifen müssen. Aber nichts geschah. Ich kann das nur so deuten, dass das soziale Netz hier ein Loch hatte und Agneta viel zu ängstlich war, um irgendetwas anderes zu tun, als von Neuem auf ihren Pfeiniger zu warten. Doch dann geschah etwas. Lisbeth bezeichnet es als all das Böse. Was ist passiert? Salatschenko hatte sich mehrere Monate nicht mehr blicken lassen. Lisbeth war gerade zwölf geworden. Sie begann schon zu glauben, er wäre für immer verschwunden. Aber das war er natürlich nicht. Eines Tages war er wieder da, und Agneta sperrte Lisbeth und ihre Schwester wie üblich ins kleine Zimmer. Dann hatte sie Sex mit Salatschenko. Und dann fing er wieder an, sie zu misshandeln. Aber diesmal hatte er keine Kleinkinder eingesperrt. Die Mädchen reagierten ganz unterschiedlich. Kamilla hatte fanische Angst. Jemand könnte erfahren, was für ihn zu Hause passierte. Sie verdrängte alles und tat so, als würde ihre Mutter gar nicht geschlagen. Aber Lisbeth war ein anderes Kaliver. Sie ging in die Küche, holte ein Messer und stach Salatschenko in die Schulter. Fünfmal stach sie zu, bevor es ihm gelang, ihr das Messer abzunehmen und ihr einen Faustschlag zu versetzen. Die Wunden waren nicht tief, aber er blutete wie ein abgestorrenes Schwein und verschwand aus der Bohnung. Salatschenko war so schwer verletzt, dass er ein Krankenhaus aufsuchen musste. Im Grunde hätte es polizeiliche Ermittlungen geben müssen. Aber soweit ich herausfinden konnte, geschah nichts dergleichen. Lisbeth verhauptet, es sei ein Mann vorbeigekommen, der mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie weiß nicht, was da geredet wurde oder wer er war. Und dann erzählte ihre Mutter, dass Salatschenko Lisbeth alles verziehen habe. Verziehen? So drückte sie sich aus. Auf einmal Begriff, Michael. Björk. Oder einer von Björks Kollegen. Sie mussten hinter Salatschenko aufräumen. Verdammte Schweine. Er schloss die Augen. »Was ist?« »Was ist?« fragte Palmgren. »Ich glaube, ich weiß, was da passiert ist. Und dafür wird jemand büßen. Aber erzählen Sie erst weiter.« Salatschenko erschien mehrere Monate nicht mehr auf der Wildfläche. Lisbeth wartete auf ihn und bereitete sich vor. Sie schwänzte jeden zweiten Tag die Schule, um ihre Mutter zu bewachen. Sie hatte Todesangst, dass Salatschenko ihr etwas antun würde. Sie war zwölf Jahre alt und fühlte sich verantwortlich für ihre Mutter, die sich nicht traute, zur Polizei zu gehen und auch nicht mit Salatschenko brechen konnte. Oder vielleicht einfach nicht verstand, wie ernst die Situation war. Aber genau an dem Tag, an dem Salatschenko auftachte, war Lisbeth in der Schule. Sie kamen nach Hause, als er die Wohnung gerade verließ. Er sagte nichts, sondern lachte ihr nur ins Gesicht. Lisbeth ging hinein und fand ihre Mutter bewusstlos auf dem Küchenboden. Aber Salatschenko rührte Lisbeth nicht an? Nein. Sie holte ihn ein, als er gerade in sein Auto stieg. Er kurbelte das Fenster herunter. Vermutlich wollte er etwas sagen. Lisbeth war jedoch vorbereitet. Sie warf eine Milchtüte ins Auto, die sie mit Benzin gefüllt hatte. Und dann schmiss sie ein brennendes Streichholz hinterher. Du lieber Himmel! Sie versuchte zweimal, ihren Vater zu töten, und dieses Mal hatte es Folgen. Man konnte ja schlecht verheimlichen, dass da ein Mann in der Lundergatte an seinem Auto saß und lichterlob brannte. Er hat es jedenfalls überlebt. Salatschenko war übel zugerichtet und trug schwere Brandverletzungen davon. Sie mussten ihm einen Fuß amputieren. Er erlitt schwere Verbrennungen im Gesicht und auf dem restlichen Körper. Und Lisbeth landete in der Kinderpsychiatrie von Sankt Stephans. Obwohl sie bereits jedes Wort auswendig kannte, las Lisbeth Salander noch einmal aufmerksam das Material aus Björmanns Sommerhäuschen durch. Danach setzte sie sich ins Fenster und öffnete das Zigarettenetui, das sie von Miriam Wu bekommen hatte. Sie zündete sich eine Zigarette an und blickte zum Jürgorden hinüber. Sven Jansson. Sie erinnerte sich an jede Nuance seines Gesichts, an jedes Wort, das er gesagt hatte, an jede Geste, die er bei ihren insgesamt drei Begegnungen gemacht hatte. Es war das völlige Chaos gewesen. Salatschenko hatte in seinem Auto gebrannt wie eine Fackel. Er hatte die Tür aufgerissen und sich hinausgeworfen, war aber mitten in diesem Flammenmeer mit einem Fuß im Sicherheitsgurt hängen geblieben. Menschen kamen herbeigerannt, um das Feuer zu bekämpfen. Die Feuerwehr löschte schließlich das brennende Auto, und dann kam auch schon der Krankenwagen. Sie hatte versucht, die Notärzte davon zu überzeugen, dass sie Salatschenko liegen lassen und sich stattdessen um ihre Mutter kümmern sollten. Doch sie hatten sie nur beiseite gestoßen. Dann kam die Polizei, und die Zeugen zeigten auf Lisbeth. Sie versuchte erneut zu erklären, was passiert war, doch niemand wollte ihr zuhören. Plötzlich saß sie auf dem Rücksitz eines Polizeiautos, und es dauerte Minuten, 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 fast eine Stunde, bis die Polizei endlich in die Wohnung ging. und ihre Mutter fand. Agneta Sofia Salander war immer noch bewusstlos. Sie hatte Verletzungen am Gehirn erlitten und würde nie wieder richtig gesund werden. Lisbeth verstand auf einmal, warum niemand diesen Ermittlungsbericht gelesen hatte. Alexander Salatschenko hatte für die Sicherheitspolizei gearbeitet. Es gab keine Ermittlungen. Alles wurde vertuscht. Salatschenko war wichtiger als Agneta Salander. Er konnte nicht identifiziert und vor Gericht gestellt werden. Salatschenko existierte gar nicht. Nicht Salatschenko war das Problem, sondern Lisbeth Salander, das verrückte Kind, das eines der wichtigsten Staatsgeheimnisse zu enthüllen drohte. Gunabjörg, St. Stefans, Peter Teleborian. Die Erklärungen machten sie rasend. Trotzdem verstand sie immer noch nicht alle Zusammenhänge. Salatschenko war nach all den Jahren plötzlich wieder aufgetaucht. Er lief Gefahr, von Doc Svensson an den Pranger gestellt zu werden. Zwei Schüsse, Doc Svensson und Mia Bergmann. Eine Waffe mit ihrem Finger abdrücken. Salatschenko oder die Person, die er mit der Ausführung der Hinrichtung beauftragt hatte, konnte natürlich nicht wissen, dass sie den Revolver in Björmanns Schreibtischschublade gefunden und in die Hand genommen hatte. Das war reiner Zufall gewesen, aber für sie hatte von Anfang an festgestanden, dass es zwischen Björmann und Sala eine Verbindung geben musste. Doch die Geschichte ging immer noch nicht richtig auf. Der blonde Riese. Sie musste ihn finden und zwingen, ihr Salatschenkos Aufenthaltsort zu verraten. Um halb acht schaltete sie den Fernseher ein, um die neuesten Entwicklungen der Jagd nach Lisbeth Salander zu erfahren. Sie erlitt den Schock ihres Lebens. Ruhig beobachtete Holger Palmgren, wie Michael Blomquist vor dem Fenster in seinem kleinen Krankenzimmer auf- und abging. Sie hatten fast eine Stunde lange ununterbrochen geredet. Schließlich klopfte Palmgren auf den Tisch, um Michaels Aufmerksamkeit zu bekommen. »Setzen Sie sich doch hin, bevor Sie sich noch Ihre Sohlen durchlaufen«, bat er. Michael setzte sich. »Ich verstehe nicht so ganz«, sagte er, »warum Sie in all den Jahren nicht schon früher gehandelt haben.« Holger Palmgren saufzte wieder. Ihm war beklommen zumute. »Ich habe versagt«, gestand er. »Als ich ihr Betreuer wurde, war sie nur eine unter vielen schwierigen Jugendlichen. Solche hatte ich zu Dutzenden. Ich bekam diesen Auftrag von Stefan Wodenschö, dem Chef des Sozialamts. Da saß sie aber schon in St. Stefans, und ich habe sie während des ersten Jahres nicht einmal kennengelernt. Ein paar Mal habe ich mit Zelle Wobian geredet. Er erklärte mir, sie sei psychotisch, aber war ihnen in den denkbar besten Händen. Natürlich habe ich ihm das geglaubt. Doch ich habe auch mit Jonas Beringer gesprochen, der damals der Klinikchef war. Ich glaube, der hatte mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun. Er stellte auf meinen Antrag hin ein Gutachten, und wir einigten uns darauf, dass ich versuchen sollte, sie über eine Pflegefamilie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Und dann haben sie sie in all den Jahren weiter unterstützt. Nicht genug. Nach dem Vorfall in der U-Bahn habe ich für sie gekämpft. Da kannte ich sie schon und mochte sie sehr gern. Sie hatte Rückgrat. Ich konnte verhindern, dass man sie wieder in eine Anstalt einwies. Der Kompromiss sah so aus, dass man sie für geschäftsunfähig erklärte, und ich ihr rechtlicher Betreuer wurde. Er konnte sich ja nicht für ein bestimmtes Urteil stark machen. Das hätte Aufmerksamkeit erregt. Er wollte sie einsperren und setzte auf extrem negative psychiatrische Gutachten, unter anderem von Peter Teleborian. Die Richter haben sich dann aber eher auf ihre Seite geschlagen. Ich fand nie, dass sie einen Betreuer brauchte. Doch andererseits habe ich mich auch nicht gerade überschlagen, um den Beschluss wieder aufheben zu lassen. Ich hätte massiver und früher dagegen vorgehen müssen, aber ich war so begeistert von Lisbeth und habe es immer wieder aufgeschoben. Warum? Ich hatte so viel zu tun. Und dann wurde ich krank. Michael nickte. Ich finde nicht, dass Sie sich Vorwürfe machen müssen. Sie waren eine der wenigen Personen, die Sie in all den Jahren wirklich unterstützt haben. Das Problem war nur, dass mir die ganze Zeit nicht klar war, dass ich handeln müsste. Lisbeth war meine Mandantin, aber sie hat kein Wort von Salatschenko gesagt. Als sie aus St. Stephans kamen, dauerte es mehrere Jahre, bis sie überhaupt Vertrauen zu mir fasste. Erst nach der Gerichtsverhandlung merkte ich, dass sie langsam mehr mit mir kommunizierte, als es die Formalitäten erforderten. Als sie ihren Schlaganfall bekamen, wurde Björmann die Betreuer. Das kann kein Zufall gewesen sein. Nein, ich weiß nicht, ob wir das jemals beweisen können, aber ich habe den Verdacht, wenn wir tief genug graben, dann finden wir irgendjemanden, der an Björks Stelle nachgerückt ist und die Salatschenko-Affäre weiter vertuscht. Michael nickte wieder. »Fragt sich, was wir jetzt unternehmen,« meinte Holger Palmgren. »Wir suchen Salatschenko,« erwiderte Michael. Im selben Augenblick klopfte Dr. Sivanan dann an die Tür. »Ich hoffe, ich störe nicht, aber wenn Sie sich für Lisbeth Salander interessieren, sollten Sie vielleicht den Fernseher anmachen und sich Rapport ansehen.« Mittwoch, 6. April bis Donnerstag, 7. April Lisbeth Salander bebte vor Zorn. Morgens hatte sie in aller Ruhe Björmanns Sommerhäuschen verlassen. Ihren Computer hatte sie weder am Vorabend noch tagsüber angeschaltet, weil sie zu sehr damit beschäftigt war, die Nachrichten zu hören. Dass der Tumult in Stallerholmen gewisse Schlagzeilen machen würde, hatte sie erwartet, aber sie war völlig unvorbereitet auf den Sturm, der ihr entgegenschlug, als sie die Fernsehnachrichten sah. Miriam Wu lag im Krankenhaus, zusammengeschlagen von einem blonden Riesen, der sie vor ihrer Wohnung in der Lundergarten gekidnappt hatte. Ihr Zustand wurde als ernst bezeichnet. Paolo Roberto hatte sie gerettet. Wie er sich in das Lagergebäude in Nyquan verirrt hatte, war ihr ein Rätsel. Man versuchte ihn zu interviewen, als er aus dem Krankenhaus kam, er wollte jedoch keinen Kommentar abgeben. Sein Gesicht sah allerdings so aus, als hätte er mit gefesselten Händen einen Boxkampf über zehn Runden bestritten. In einem Waldstück nahe des Lagergebäudes in Nyquan hatte man die sterblichen Überreste zweier Menschen ausgegraben. Am Abend wurde berichtet, die Polizei vermute noch weitere Gräber. Das Netz um Lisbeth Salander zog sich angeblich immer mehr zusammen. Die Polizei hatte sie in einer Ferienhaussiedlung in der Nähe von Stallerholm eingekreist. Sie war bewaffnet und gefährlich. Sie hatte ein Mitglied der Hells Angels angeschossen, vielleicht sogar zwei. Das Feuergefecht hatte vor Nils Björmanns Sommerhäuschen stattgefunden. Am Abend gab die Polizei an, dass sie ihnen vermutlich durchs Netz geschlüpft sei und die Gegend verlassen habe. Im Internet las sie zuerst die Berichterstattung der Zeitungen. Danach gingen sie der Reihe nach die Festplatten von Staatsanwalt Ekström, Dragan Amansky und Mikael Blomquist durch. Ekströms Mails enthielten einige interessante Informationen, nicht zuletzt eine kurze Mitteilung von Kriminalinspektor Bublansky, in der er vernichtende Kritik an Ekströms Art übte, diese Untersuchung zu leiten. Die Mail endete mit einer Art Ultimatum. Er hatte sie in Stichpunkte gegliedert und verlangte A, dass Kriminalinspektorin Sonja Modig wieder in das Ermittlungsteam eingesetzt wurde, B, dass sich die Ermittlungen in den Enschede-Morden auf einen anderen Täter konzentrierten, sowie C, dass offizielle Ermittlungen zu der unbekannten Person namens Salah eingeleitet wurden. Noch mehr erstaunliche Informationen fand Lisbeth auf Amanskys Festplatte. In einem kurzen Mail-Wechsel mit dem Lohnbüro von Milton wurde bestimmt, dass Niklas Eriksson das Unternehmen mit sofortiger Wirkung zu verlassen habe. Aber am interessantesten war ein kurzer Mail-Austausch zwischen Dragan Amansky und dem Anwalt von Milton Security, Frank Alinius. Dragan stellte die Frage, wie Lisbeth im Falle einer Festnahme am besten vor Gericht vertreten werden könne. Alinius antwortete zunächst, es gäbe für Milton keinen Grund, sich für eine ehemalige Angestellte zu engagieren, die einen Mord begangen hätte. Es würde eher ein schlechtes Licht auf die Firma werfen, wenn ihr Name in einem solchen Zusammenhang auftauchte. Amansky schrieb wütend zurück, die Frage, ob Lisbeth Salander einen Mord begangen habe, sei noch nicht geklärt, und es gehe in diesem Fall vielmehr darum, eine ehemalige Angestellte zu unterstützen, die er persönlich für unschuldig halte. Dann besuchte Lisbeth Michael Blomquist's Festplatte und stellte fest, dass er seit gestern weder etwas geschrieben noch überhaupt seinen Computer angeschaltet hatte. Also keine Neuigkeiten. Lisbeth Salander verlebte einen der übelsten Abende ihres Lebens. Mimi lag zusammengeschlagen im Krankenhaus. Sie hatte überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ihr einziges Verbrechen bestand darin, Lisbeth Salander zu kennen. Lisbeth plagten Schuldgefühle. Ihre eigene Adresse hatte sie sorgfältig geheim gehalten. Doch dann hatte sie Mimi dazu gebracht, in die Wohnung zu ziehen, die alle kannten. Wie hatte sie nur so unüberlegt handeln können? Sie zog sich etwas an und schlich in die Nacht hinaus. Sie ging durch lauter kleine Nebenstraßen, bis sie schließlich auf den Ringwägen gelangte und an der Auffahrt zum Söder Krankenhaus stand. Am liebsten wäre sie zu Mimis Zimmer gegangen, hätte sie geweckt und ihr erklärt, dass alles gut werden würde. Doch dann sah sie das Blaulicht eines Polizeiautos und schlug sich in eine Seitenstraße, bevor man sie entdecken konnte. Kurz nach Mitternacht war sie zurück in Moosebacke. Sie war ausgekühlt, zog sich aus und krabbelte in ihr Ikea-Bett. Doch sie konnte nicht einschlafen. Um ein Uhr stand sie wieder auf und lief nackt durch die dunkle Wohnung. Sie ging ins Gästezimmer, das sie zwar eingerichtet, aber noch nie benutzt hatte. Nun setzte sie sich auf den Boden, lehnte sich an die Wand und starrte ins Dunkel. Lisbeth Zalanda mit einem Gästezimmer. Was für ein Witz! Um zwei Uhr morgens war ihr so kalt, dass sie zitterte. Dann fing sie an zu weinen. Soweit sie sich erinnern konnte, war ihr das noch nie passiert. Um halb drei Uhr morgens hatte Lisbeth Zalanda geduscht und sich angezogen. Sie setzte Kaffee auf, schmierte sich ein paar Brote und fuhr den Computer hoch. Dann sah sie sich Michael Blomquist's Festplatte an. Im Recherchetagebuch gab es noch immer keine neuen Einträge, also machte sie stattdessen den Ordner Lisbeth Zalanda auf. Sofort sah sie ein neues Dokument mit dem Namen Lisbeth Wichtig. Sie doppelklickte darauf und las die Mitteilung. »Lisbeth, nimm sofort Kontakt mit mir auf. Ich weiß, wer Salatschenko ist, und ich glaube, ich weiß auch, was passiert ist. Ich habe mit Holger Palmgren gesprochen. Ich verstehe jetzt, was für eine Rolle Teleborian gespielt hat und warum sie dich in die Kinderpsychiatrie gesperrt haben. Ich glaube, ich weiß, wer Dork und Mia ermordet hat. Ich glaube, ich weiß, warum, aber mir fehlen noch ein paar entscheidende Informationen. Michael.« Kalle Blomquist war fleißig gewesen, verdammter Streber. Der glaubte tatsächlich, man könnte irgendetwas aufklären. Er kapierte nicht, dass ihr Leben unwiderruflich zu Ende war, egal, was geschehen würde. Es war zu Ende gegangen, noch bevor sie 13 geworden war. Es gab nur eine Lösung. Sie machte ein neues Dokument auf und versuchte, eine Antwort an Michael zu schreiben, aber die Gedanken schwirrten ihr im Kopf herum und es gab so viele Dinge, die sie ihm sagen wollte. Lisbeth Zalander verliebt, was für ein beschissener Witz. Er durfte es nie erfahren. Diese Genugtuung durfte sie ihm niemals geben. Sie verwarf das Dokument und starrte den leeren Bildschirm an. Aber völliges Schweigen hatte er nun auch wieder nicht verdient. Wie ein standhafter Zinnsoldat hatte er die ganze Zeit treu in ihrer Ecke des Rings gestanden. Also machte sie ein neues Dokument auf und schrieb eine einzige Zeile. »Danke, dass du mein Freund warst.« Zunächst musste sie ein paar logische Entscheidungen treffen. Sie brauchte ein Transportmittel. Den weinroten Honda in der Lundagart dann zu benutzen, war zwar verlockend, aber ausgeschlossen. Sie schaltete ihren Computer ein und lockte sich ins Netzwerk von Milton Security ein. Sie klickte sich bis zum Fuhrpark, der von einer Sekretärin an der Rezeption verwaltet wurde. Milton Security verfügte über 95 Autos, der Großteil davon gekennzeichnete Fahrzeuge für das Wachpersonal. Die meisten standen in verschiedenen Garagen der Stadt. Darüber hinaus gab es noch ein paar ganz gewöhnliche Zivilfahrzeuge, die je nach Bedarf für Dienstreisen benutzt wurden. Diese standen in der Garage am Slussen, beim Firmenhauptgebäude, praktisch um die Ecke. Sie ging die Personalakten durch und pickte sich den Mitarbeiter Markus Kolanda heraus, der gerade für zwei Wochen in Urlaub gegangen war. Er hatte die Telefonnummer eines Hotels auf den Kanarischen Inseln angegeben. Lisbeth änderte den Namen des Hotels und verdrehte die Ziffern der Telefonnummer, unter der man ihn hätte erreichen können. Dann schrieb sie ein Vermerk, dass Kolanda als letzte Amtshandlung eines der Fahrzeuge in die Werkstatt gebracht hatte, mit der Begründung, dass es mit der Kupplung haperte. Sie suchte sich einen Toyota Corolla mit Automatik aus, den sie früher schon einmal benutzt hatte, und vermerkte, dass er eine Woche später zurückgebracht werden würde. Schließlich programmierte sie noch eine der Überwachungskameras um, an der sie vorbeifahren musste. Für den Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr würde sie einfach die vorangegangene halbe Stunde noch einmal abspielen, nur mit verändertem Zeitcode. Kurz vor 4 Uhr morgens hatte sie ihren Rucksack fertig gepackt. Zwei Garnitur und Kleidung zum Wechseln, zwei Tränengaspatronen und eine geladene Elektroschockpistole. Sie betrachtete ihre zwei Waffen, verwarf Sandströms Colt 1911 Government und steckte Sonny Niemens polnische P83 ein, in deren Magazin schon eine Patrone fehlte. Lisbeth sah sich im Arbeitszimmer um. Sie hatte das Gefühl, nie wieder in die Wohnung in Moosebacke zurückzukehren, und dachte kurz daran, dass sie hier Geheimnisse zurückließ, die sie vielleicht lieber zerstören sollte. Aber dann warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr und sah ein, dass die Zeit bereits drängte. Ein letztes Mal sah sie sich noch um, dann schaltete sie die Schreibtischlampe aus. Danke, dass du mein Freund warst. Michael lief es kalt den Rücken hinunter. Das war nicht die Antwort, die er sich erhofft hatte. Das klang vielmehr nach Abschiedsworten. Lisbeth Zalander allein gegen den Rest der Welt. Er schaltete die Kaffeemaschine ein und ging ins Bad. Dann zog er eine zerrissene Jeans an und stellte fest, dass er die letzten Wochen nicht mehr zum Waschen gekommen war, denn er hatte kein einziges sauberes Hemd mehr. Also zog er einen weinroten College-Bullover unter der Jacke an. Als er sich in der Küche ein paar Brote machte, sah er plötzlich etwas Metallisches zwischen Mikrowelle und Wand aufblitzen. Er runzelte die Stirn und zog mit Hilfe einer Gabel einen Schlüsselbund hervor. Lisbeths Schlüssel, die er nach dem Überfall in der Lundergarten gefunden hatte. Er hatte sie zusammen mit ihrer Tasche auf der Mikrowelle abgelegt, und dabei mussten sie heruntergerutscht sein. Michael starrte den Schlüsselbund an. Drei große und drei kleine Schlüssel. Die drei großen waren für Haustür, Wohnung, Sicherheitsschloss. Ihre Wohnung. In der Lundergarten hatten sie nicht gepasst. Wo zum Teufel wohnte sie? Er betrachtete die drei kleinen Schlüsseln her. Ein Schlüssel passte zu ihrer Kawasaki. Einer war ein typischer Schlüssel für einen verschließbaren Schrank. Er hielt den dritten Schlüssel hoch, der die Nummer 24914 trug. Die Erkenntnis traf ihn mit voller Wucht. Ein Postfach. Lisbeth Zalander hat ein Postfach. Im Telefonbuch schlug er die Postämter in Södermalm nach. Sie hatte in der Lundergarten gewohnt. Der Ring war zu weit entfernt. Vielleicht Hornsgarten oder Rosenlundsgarten. Er pfiff aufs Frühstück und fuhr mit Erikas BMW zur Rosenlundsgarten. Der Schlüssel passte nicht. Er fuhr weiter zum Postamt in der Hornsgarten. Der Schlüssel passte perfekt zum Postfach 24914. Als er es öffnete, fand er 22 Briefe, die er ins Außenfach seiner Laptoptasche steckte. Dann fuhr er die Hornsgarten hinunter, parkte am Kino und frühstückte erst einmal im Copacabana. Während er auf seinen Kaffee Latte wartete, sah er die Briefe durch. Sie waren samt und sonders an Wasp Enterprises gerichtet. Die 21 ersten Briefe enthielten Kontoauszüge und Übersichten über diverse Konten und Fonds. Michael Blomquist stellte fest, dass Lisbeth Salander stinkreich war. Der 22. Brief war dicker. Die Adresse war mit der Hand geschrieben. Ein aufgedrucktes Logo auf dem Umschlag gab an, dass der Brief von Buchanan House am Queensway Key in Gibraltar kam. Der beigefügte Briefbogen hatte einen Briefkopf, dem zu entnehmen war, dass das Schreiben von Jeremy S. McMillen, Solicitor, stammte. Der Brief war vom 24. Januar datiert. Anscheinend lehrte Lisbeth ihr Postfach nicht besonders oft. Michael besah sich die beigefügten Unterlagen. Es waren Kaufverträge für eine Wohnung in der Fiskagarta 9 in Moosebacke. Dann blieb ihm fast der Kaffee im Halse stecken. Die Kaufsumme belief sich auf 25 Millionen Kronen und der Kauf war durch zwei Einzahlungen im Abstand von zwölf Monaten getätigt worden. Lisbeth Zalander beobachtete, wie ein kräftig gebauter, dunkelhaariger Mann den Seiteneingang von Autoexpert in Eschils Thuner aufsperrte. Es war zehn Minuten vor sieben und ein handgeschriebenes Schild am Haupteingang verkündete, dass das Geschäft erst um sieben Uhr dreißig öffnete. Lisbeth überquerte die Straße und betrat durch den Seiteneingang die Geschäftsräume. Der Mann hörte sie und drehte sich um. »Briefig, Alba?«, fragte sie. »Ja, wer sind Sie? Ich habe noch nicht geöffnet.« Sie zückte Sonny Niemel ins P83, nahm sie in beide Hände und richtete die Mündung auf sein Gesicht. »Ich will das Verzeichnis Ihrer vermieteten Fahrzeuge sehen, und zwar jetzt. Sie haben zehn Sekunden.« Rifik Alba war 42 Jahre alt. Er war Kurde, geboren in Diyarbakir und hatte wahrhaftig schon mehr als eine Waffe gesehen. Er blieb wie angewurzelt stehen. Dann begriff er, dass es nicht viel zu diskutieren gab, wenn eine verrückte Frau mit einer Pistole in der Hand in sein Büro kam. »Im Computer«, sagte er. »Schalten Sie ihn ein.« Er gehorchte. »Was befindet sich hinter dieser Tür hier?«, wollte sie wissen, während der Rechner schwerfällig hochfuhr und der Schirm zu flimmern begann. »Nur ein Umkleideraum.« »Machen Sie die Tür auf.« In der Garderobe hingen fast nur Overalls. »Okay. Gehen Sie ganz ruhig in die Umkleide, dann muss ich Ihnen auch nichts tun.« Er gehorchte ohne Einwände. »Holen Sie Ihr Handy raus, legen Sie es auf den Boden und kicken Sie es zu mir her.« Er machte, was sie ihm gesagt hatte. »Gut, und jetzt machen Sie die Tür zu.« Es dauerte eine halbe Ewigkeit, die Excel-Tabelle mit dem Verzeichnis der vermieteten Autos zu öffnen. Sie stellte fest, dass der weiße Volvo, den der blonde Riese gefahren hatte, zweimal vermietet worden war. Zunächst zwei Wochen im Januar und dann noch einmal ab dem 1. März. Er war noch nicht wieder zurückgegeben worden, und die Gebühr für die Langzeitleihe wurde immer wochenweise bezahlt. Sein Name war Ronald Niedermann. Lisbeth musterte die Ordner im Regal über dem Computer. Einer war fein säuberlich mit Legitimation beschriftet. Sie zog ihn heraus und blätterte zu Ronald Niedermann. Als er das Auto im Januar abgeholt hatte, hatte er sich mit seinem Pass ausgewiesen, und Refik Alba hatte einfach eine Kopie davon gemacht. Sie erkannte den blonden Riesen sofort wieder. Laut seinem Pass war er Deutscher, 35 Jahre alt und in Hamburg geboren. Die Tatsache, dass Refik Alba eine Kopie des Passes gemacht hatte, ließ darauf schließen, dass Ronald Niedermann ein ganz normaler Kunde war und kein Bekannter, der sich das Auto für rübergehend ausgeliehen hatte. Am unteren Rand des Blattes hatte Refik Alba eine Handynummer und eine Postfachadresse in Göteborg notiert. Lisbeth stellte den Ordner zurück und schaltete den Computer aus. Dann sah sie sich um und entdeckte einen Gummikeil am Boden neben der Eingangstür. Sie holte ihn, ging zum Umkleideraum und klopfte mit der Pistolenmündung an die Tür. »Hören Sie mich da drin?« »Ja.« »Ich werde Ihnen nichts tun. Ich bin hier gleich fertig. Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereitet habe.« »Äh, schon in Ordnung.« Sie verließ das Geschäft und ging um die Ecke zu ihrem Toyota Corolla, wo sie sich schnell in Irene Nessa verwandelte. Sie war ein bisschen verstimmt, weil sie nur die Postfachanschrift des Blonden Riesen herausgefunden hatte, aber es war der einzige Anhaltspunkt, den sie hatte. Also auf nach Göteborg. Donnerstag, 7. April. Lisbeth Zalanders Handy begann zu piepsen, als sie gerade auf der E20 bei Glanzhammer kurz vor Örebro war. Sie bremste sofort und steuerte eine Parkbucht am Straßenrand an. Dort zückte sie ihren Palm und schloss ihn ans Handy an. Vor 15 Sekunden hatte irgendjemand die Tür zu ihrer Wohnung geöffnet. Der Alarm wurde an keine Wachgesellschaft weitergeleitet, sondern sollte nur sie warnen, wenn jemand bei ihr einbrach. Nach 30 Sekunden würde der Alarm losgehen und der ungebetene Besucher eine unangenehme Überraschung erleben. Eine Farbbombe, die als Steckdose getarnt neben der Tür montiert war. Sie lächelte erwartungsvoll und zählte die Sekunden mit. Frustriert starrte Michael das Alarm-Display neben der Tür an. Aus irgendeinem Grunde hatte er überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die Wohnung alarmgesichert sein könnte. Er sah auf einer Digitalanzeige die Sekunden rückwärts laufen. Bei Millennium wurde der Alarm ausgelöst, wenn nicht innerhalb von 30 Sekunden der richtige vierstellige Code eingegeben wurde. Und in diesem Fall erschienen wenig später ein paar muskelbepackte Mitarbeiter von der Sicherheitsfirma. Vier Ziffern. Es war ein Ding der Unmöglichkeit, zufällig den richtigen Code zu treffen. Verdammt, der Pippi Langstrumpf! Welchen Code würdest du aussuchen? Er spürte, wie die Panik in ihm wuchs. Dann hob er die Hand und gab verzweifelt die einzige Kombination ein, die ihm einfiel. 9277. Die Ziffern, die auf der Tastatur den Buchstaben W-A-S-P, WASP, entsprachen. Zu Michaels großem Erstaunen blieb der Countdown bei sechs stehen. Dann piepste der Alarm noch ein letztes Mal, bevor das Display wieder auf Null zurücksprang und eine grüne Lampe anging. Lisbeth Zalander riss die Augen auf. Sie konnte nicht glauben, was sie sah, und schüttelte allen Ernstes ihren Palm, was, wie sie selbst wusste, völlig irrational war. Der Countdown war sechs Sekunden vor der Aktivierung der Farbbombe zum Stehen gekommen. Lisbeth wählte eine Nummer und wartete, bis die Verbindung zur Überwachungskamera hergestellt war und Bilder mit niedriger Auflösung auf ihr Handy geschickt wurden. Die Kamera war in einer Rauchmelderattrappe versteckt und nahm jede Sekunde ein Bild auf. Sie spielte die Sequenz von Anfang an ab, ab dem Moment, wo die Tür geöffnet und die Anlage aktiviert worden war. Dann breitete sich langsam ein schiefes Lächeln auf ihrem Gesicht aus, als sie Mikael Blomquist erblickte, der eine knappe halbe Minute lang eine ruckartige Pantomime aufführte, bis er schließlich den richtigen Code eingab und sich danach mit einem Gesichtsausdruck gegen den Türpfosten lehnte, als wäre er gerade einem Herzinfarkt entgangen. Kalle fucking Blomquist hatte sie gefunden. Als Morlin Eriksson um halb neun zur Arbeit kam, stieß sie im Treppenhaus vor der Millennium-Redaktion mit Paolo Roberto zusammen. Sie erkannte ihn sofort, stellte sich vor und ließ ihn ins Büro. Er hinkte bedenklich. Der Kaffeeduft verriet ihr, dass Erika Berger schon an ihrem Arbeitsplatz war. »Hallo, Erika, danke, dass du mich so kurzfristig empfängst«, sagte Paolo. »Wo ist denn Blomquist?« »Der fährt irgendwo in der Gegend rum und spielt Detektiv.« »Möchtest du einen Kaffee?« »Du hast gesagt, du hättest mir was zu erzählen.« »Morlin, komm, setz dich dazu.« Sie setzten sich in die bequemen Sessel in Erikas Büro. »Es geht um diesen großen, blonden Scheißtypen, mit dem ich mich geprügelt habe. Ich habe Michael erzählt, dass sein Boxstil ein Witz ist. Andererseits hat er die ganze Zeit die Fäuste in Verteidigungsstellung gehalten und langsame Kreise beschrieben, als wäre er ein erfahrener Boxer. Es wirkte, als hätte er doch irgendwann eine Art Training genossen. Ich habe mich gestern Nachmittag an den Computer gesetzt und E-Mails an viele Boxclubs in Europa geschickt. Ich gab ihnen eine möglichst detaillierte Beschreibung von diesem Typen.« »Und?« »Ich glaube, ich habe ihn.« Er legte ein Fax mit einem Bild auf den Tisch vor Erika und Morlin. Das Foto schien beim Training in einer Boxhalle aufgenommen worden zu sein. »Das Bild ist 17 Jahre alt. Der Typ im Hintergrund heißt Ronald Niedermann. Er war 18, als das Foto gemacht wurde, müsste heute also knapp 35 sein. Das kommt hin bei dem Riesen, der Miriam Wu entführt hat. Ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass er es ist, aber ich kann zumindest sagen, dass er ihm verdammt ähnlich sieht.« »Woher hast du das Bild?« Die Antwort kam von Dynamik in Hamburg, von einem alten Trainer namens Hans Münster. Ronald Niedermann hat Ende der 80er Jahre ein Jahr lang für diesen Club geboxt. »Besser gesagt, er hat es versucht.« »Ich habe die Mail heute Morgen bekommen und Münster gleich angerufen, bevor ich hierherkam.« Ronald Niedermann kommt aus Hamburg und gehörte in den 80er Jahren einer Skinhead-Klicke an. Niedermann war furchtbar stark und hatte einen fast schon einzigartigen Körperbau. Münster gab zu, er hätte noch nie zuvor jemanden gesehen, der so hart zuschlug, nicht mal unter den besten Boxern. »Klingt doch so, als hätte er eine Karriere als Boxer machen können«, meinte Erika. Paolo Roberto schüttelte den Kopf. Laut Münster war er im Ring völlig unbeholfen. Er blieb einfach stocksteif stehen und holte bei seinen Schlägen viel zu weit aus. Das passt alles genau auf den Typen, mit dem ich in Nikwan gefightet habe. Aber was noch viel schlimmer war, er kapierte nicht, wie stark er war. Ab und zu landete er Treffer, die verheerende Verletzungen bei seinen Sparringspartnern hinterließen. Gebrochene Nasenbeine und Kieferknochen und so weiter. Dieser Typ schien geradezu unverletzlich. Es war ganz egal, wie viel Prügel er bezog, er schüttelte sich nur kurz und boxte weiter. Wie sich herausstellte, leidet er an einer sehr ungewöhnlichen Krankheit, einer angeborenen Analgesie. Angeborene, was bitte? Analgesie, ich habe es nachgeschlagen. Ein genetischer Fehler, bei dem die Transmitter, also die für die Reizübertragung zuständigen Substanzen im Nervensystem, nicht so funktionieren, wie sie sollten. Er kann keinen Schmerz empfinden. Das muss für einen Boxer doch Gold wert sein. Paolo Roberto schüttelte den Kopf. Im Gegenteil, das ist eine fast schon lebensgefährliche Krankheit. Die meisten, die an angeborener Analgesie leiden, sterben relativ jung, mit 20, 25 Jahren. Schmerz ist das Alarmsystem unseres Körpers, wenn irgendetwas nicht stimmt. Wenn wir die Hand auf eine glühend heiße Herdplatte legen, tut es weh, und wir ziehen sie schleunigst zurück. Wer diese Krankheit hat, merkt nichts, bevor es anfängt, nach verbranntem Fleisch zu stinken. Ronald Niedermann ist nur deswegen so lange zurechtgekommen, weil in seinem Fall ein anderer genetischer Umstand kompensierend wirkt. Sein Körperbau ist extrem kräftig, das macht ihn so gut wie unverletzlich. Seine Muskelkraft ist nahezu einzigartig. Darüber hinaus muss er eine extrem gute Wundheilung haben. Das Einzige, was ihn überhaupt beeindruckte, war Miriam Wu's Tritt in den Schritt. Da ging er tatsächlich für ein paar Sekunden in die Knie, wahrscheinlich in einer Art Reflex, denn Schmerzen kann er ja nicht gefühlt haben. Und glaub mir eins, wenn sie mich so getroffen hätte, ich wäre gestorben. Ich rufe gleich mal Michael an, schlug Morlin vor. Michael hörte sein Handy klingeln, war aber noch so benommen, dass er sich erst beim fünften Klingeln meldete. Hier ist Morlin. Paolo Roberto glaubt, dass er den Blonden Riesen identifiziert hat. Gut, sagte Michael geistesabwesend. Wo bist du? Schwer zu erklären. Du hörst dich komisch an. Entschuldigung, was hast du gesagt? Morlin fasste Paolos Bericht zusammen. Okay, sagte Michael, sieh zu, dass du ihn in irgendeinem Melderegister findest. Ich glaube, es eilt sehr. Ruf mich dann auf dem Handy an. Zu Morlins Verblüffung beendete Michael das Gespräch, ohne sich zu verabschieden. Er hatte einen Rundgang durch Lisbeths Wohnung gemacht. Das Gästezimmer war anscheinend nie benutzt worden. Die Matratze war noch eingeschweißt und nirgendwo war Bettwäsche zu sehen. In der ganzen Wohnung fand sich keine einzige Pflanze. Es hingen keine Bilder oder Poster an den Wänden. In der ganzen Wohnung war kein einziges dekoratives Schälchen, kein Kerzenleuchter, keinerlei Krimskrams, nichts, was Gemütlichkeit ausgestrahlt hätte. Michael fühlte sich, als würde eine Hand sein Herz zusammenpressen. Am liebsten hätte er Lisbeth Salander sofort in den Arm genommen. Verfluchter Salatschenko. Dann setzte er sich an ihren Schreibtisch und stug Björks Ermittlungsbericht von 1991 auf. Er las nicht das komplette Material, sondern versuchte sich durch Überfliegen einen Gesamteindruck zu verschaffen. Er machte ihr Powerbook auf. Es war leer. Sie hatte alles gelöscht. Das verhieß nichts Gutes. Dann fand er eine CD, die mit Björmann beschriftet war. Er steckte sie in sein iBook und verfolgte mit Grauen den Inhalt. Reglos saß er vor dem Bildschirm, während er zusah, wie Lisbeth Salander misshandelt, vergewaltigt und beinahe ermordet wurde. Offensichtlich war dieser Film mit einer versteckten Kamera aufgenommen worden. Er sah sich nicht den ganzen Film an, sondern sprang von Abschnitt zu Abschnitt, einer schlimmer als der andere. Björmann. Ihr Betreuer hatte sie vergewaltigt, und sie hatte die Ereignisse bis ins kleinste Detail dokumentiert. Laut der digitalen Datumsanzeige war der Film vor zwei Jahren aufgenommen worden. Das war gewesen, bevor sie sich kennengelernt hatten. Nun wurde ihm einiges klar. Björk, Björmann und Salatschenko in den Siebzigern. Salatschenko, Lisbeth Salander und ein Molotow-Cocktail in einer Milchtüte Anfang der Neunziger. Dann wieder Björmann, nun mehr als ihr Betreuer, der den erkrankten Holger Palmgren ersetzte. Der Kreis hatte sich geschlossen. Björmann hatte sich an seiner Schutzbefohlenen vergriffen, im Glauben, sie seien psychisch krankes und wehrloses Mädchen. Doch Lisbeth Salander war nicht wehrlos. Im Alter von zwölf Jahren hatte sie den Kampf mit einem ehemaligen Auftragskiller des GAU aufgenommen und ihn für den Rest seines Lebens zum Behinderten gemacht. Lisbeth Salander war eine Frau, die Männer hasst, die Frauen hassen. Und auf einmal war Mikael klar, was in Enschede geschehen sein musste. In diesem Augenblick entdeckte Mikael ein Zettel auf dem Boden vorm Fenster. Lisbeth hatte eine Seite ausgedruckt, sie zusammengeknüllt und weggeworfen. Mikael hob sie auf und glättete sie. Es war ein Ausdruck von der Internetausgabe des Aftonbladet über die Entführung von Miriam Wu. Mikael wusste nicht, was für eine Rolle Miriam in diesem Drama spielte, wenn sie denn überhaupt eine gespielt hatte, aber sie war eine von Lisbeths wenigen Freundinnen gewesen, vielleicht ihre einzige. Lisbeth hatte ihr ihre alte Wohnung geschenkt und nun lag sie zusammengeschlagen im Krankenhaus. Niedermann und Salatschenko. Erst ihre Mutter, dann Miriam Wu. Lisbeth musste ja schier wahnsinnig sein vor Hass. Sie war extrem provoziert worden. Und jetzt war sie zur Jagd aufgebrochen. Da piepste plötzlich sein Handy. Hier ist Morlin, ich glaube, ich habe was gefunden. Und zwar? In den schwedischen Einwohnermelderegistern gibt es keinen Ronald Niedermann. Er steht nicht im Telefonbuch, nicht im Steuerregister. Es ist kein Auto auf ihn zugelassen, gar nichts. Aber hör dir das mal hier an. 1998 wurde eine Aktiengesellschaft registriert. Sie nennt sich KAB Import AG. Und als Anschrift ist eine Postfachadresse in Göteborg angegeben. Die Firma beschäftigt sich mit Elektronikimporten. Der Aufsichtsratsvorsitzende heißt Karl Axel Bodin, also KAB, geboren 1941. Da klingelt nichts bei mir. Im Großen und Ganzen ist diese Firma seit ihrer Gründung nie tätig gewesen. Das dritte Mitglied im Aufsichtsrat ist eine Person namens R. Niedermann. Sein Geburtsjahr ist angegeben, aber die Endziffern seiner Personenkennnummer fehlen. Er hat nämlich gar keine schwedische Personenkennnummer. Geboren ist er am 18.01.1970. Und hier wird er als Repräsentant des Unternehmens auf dem deutschen Markt geführt. Gut, Morlin, sehr gut. Haben wir noch eine andere Adresse als das Postfach? Nein, aber ich habe einen Karl Axel Budin gefunden. Er ist polizeilich gemeldet in Westschweden. Seine Adresse lautet Postfach 612 in Gosseberger. Ich habe nachgesehen, das scheint ein landwirtschaftliches Gebäude in der Nähe von Nossebro zu sein, nordöstlich von Göteborg. Was wissen wir über ihn? Er hat vor zwei Jahren Einkünfte in Höhe von 260.000 Kronen versteuert. Im Strafregister der Polizei taucht er angeblich nicht auf. Er besitzt eine Waffendizenz für einen Elchstutzen und eine Schrotflinte. Dann hat er noch zwei Autos, einen Ford und einen Saab, beides ältere Modelle. Keine Einträge beim Gerichtsvollzieher. Er ist unverheiratet und bezeichnet sich als Landwirt. Michael überlegte ein paar Sekunden. Er musste sich entscheiden. Lisbeth Zalander war hinter Niedermann und Salatschenko hier. Michael wusste nicht, wie weit sie schon gekommen war. Aber wenn er und Morlin das Postfach 612 in Gosseberger finden konnten, dann konnte Lisbeth das auch. Also war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich schon auf dem Weg dorthin befand. Wenn Michael die Polizei anrief und erzählte, wo Niedermann sich versteckte, müsste er zwangsweise auch sagen, dass Lisbeth Zalander vermutlich schon auf dem Weg zu ihm war. Sie war wegen dreifachen Mordes und dem Feuergefecht in Stallerholmen zur Fahndung ausgeschrieben, was bedeutete, dass die Polizei ein Sonderkommando aufbieten würde, um sie zu fassen. Und Lisbeth Zalander würde mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit Widerstand leisten. Michael griff zu Papier und Kuli und listete die Dinge auf, die er der Polizei nicht sagen konnte oder wollte. Zuerst schrieb er Adresse. Er wollte sie nicht verraten. Dann schrieb er Björmann und machte ein Fragezeichen dahinter. Er warf einen Blick auf die CD, die vor ihm auf dem Tisch lag. Björmann hatte Lisbeth vergewaltigt. Er hatte sie beinahe umgebracht und seine Stellung als ihr Betreuer skrupellos missbraucht. Doch Lisbeth hatte den Anwalt nicht angezeigt. Wenn er es jetzt tat und die intimen Details an die Presse durchsickerten, sie würde es ihm niemals verzeihen. Dann schrieb er Björks Ermittlungsbericht. Der Bericht von 1991 war als streng geheim gekennzeichnet worden. Allerdings warf er ein Licht auf alles, was bisher geschehen war. Darin wurde Salatschenko genannt und Björks Rolle erklärt. Und zusammen mit der Liste der Freier aus Doc Svensons Computer war das genügend Stoff, um Bublanski so einige schweißtreibende Stunden zu bereiten. Dank der verräterischen Korrespondenz saß auch Peter Teleborian hübsch in der Tinte. Der Ordner würde die Polizei nach Gosseberger führen. Aber er hatte zumindest ein paar Stunden Vorsprung. Michael schaute in der Millennium-Redaktion vorbei, marschierte geradewegs in Erika Bergers Büro und zog die Tür hinter sich zu. »Er heißt Salatschenko«, begann er ohne jedes Grußwort, »und ist ein ehemaliger sowjetischer Auftragskiller des Nachrichtendienstes. 1976 ist er ausgestiegen, bekam eine Aufenthaltsgenehmigung für Schweden und ein Gehalt von der Sicherheitspolizei. Nach dem Sturz des Sowjetsystems wurde er wie so viele andere zum Vollzeitgangster und beschäftigt sich jetzt mit Mädchenhandel, Waffen und Rauschgift. Erika Berger legte ihren Stift aus der Hand. »Glaubst du, dass er, Doc und Mia ermordet hat?« »Nicht eigenhändig. Er hat jemanden geschickt, Ronald Niedermann, dessen Identität Morlin herausgefunden hat.« »Und das kannst du beweisen?« »Weitgehend. Björmann wurde umgebracht, weil er Salatschenko gebeten hatte, ihm gegen Lisbeth zu helfen. Michael erklärte, was er auf dem Film aus Lisbeths Schreibtischschublade gesehen hatte. Salatschenko ist ihr Vater. Björmann arbeitete Mitte der Siebziger offiziell bei der Sicherheitspolizei und war unter denen, die als erstes mit Salatschenko zu tun hatten, als er ausstieg. Ich glaube, da gibt es ein paar alte Herren, die sich ab und zu in der Sauna treffen, um die Welt zu regieren, und dafür zu sorgen, dass das Geheimnis von Salatschenko gewahrt wird. Ich schätze, ein Großteil der Sicherheitspolizei hat noch nie von diesem Typen gehört. Durch Lisbeth drohte das Geheimnis zu platzen, also sperrten sie sie in die Kinderpsychiatrie.« »Das ist nicht wahr.« »Oh doch«, widersprach Michael. Er gab ihr eine kurze Zusammenfassung der Geschichte. »Das muss ich erst mal verdauen«, meinte Erika. »Und Dork und Mia wurden umgebracht, weil Dork die Verbindung zwischen Björmann und Salatschenko entdeckt hatte.« »Und was passiert jetzt?« »Das müssen wir doch wohl alles der Polizei erzählen.« »Teilweise, aber nicht alles. Ich habe alle wesentlichen Informationen auf dieser CD zusammengestellt, als Backup für den Fall der Fälle. Lisbeth ist hinter Salatschenko her, und ich werde jetzt versuchen, sie zu finden. Was auf dieser CD ist, darf auf keinen Fall nach draußen dringen.« Erika Berger schien ihre Zweifel zu haben. »Ich habe nicht vor, Lisbeths Geheimnisse zu verraten. Die muss Boblansky selbst herauskriegen. Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust.« »Dieser Ordner enthält Björks Ermittlungsbericht von 1991 und einen Teil der Korrespondenz zwischen Björk und Teleborian. Bitte mach eine Kopie davon und gib sie an Boblansky oder Modig weiter. Ich selbst mach mich in zwanzig Minuten auf den Weg nach Göteborg.« »Michael, ich weiß, ich weiß, aber in diesem Kampf werde ich bis zum letzten Moment auf Lisbeths Seite stehen.« Erika Berger presste die Lippen zusammen. Dann nickte sie. Michael ging zur Tür. »Sei vorsichtig«, bat sie ihn, »aber da war er auch schon verschwunden.« Irene Nesser benutzte ein diskreteres Make-up als Lisbeth Zalander. Sie trug ein paar alberne Halsketten und las Schuld und Sühne, das sie in einer nahegelegenen Buchhandlung gekauft hatte. Sie ließ sich Zeit und blätterte in regelmäßigen Abständen um. Gegen Mittag hatte sie mit der Überwachung begonnen, doch wusste sie nicht, wie oft das Postfach gelehrt wurde, ob täglich oder am Ende nur alle zwei Wochen, ob es für heute schon gelehrt worden war oder ob noch jemand kommen würde. Aber da es ihre einzige Spur war, trank sie weiter Kaffee-Latte und wartete. Als ihr schon fast die Augen zufielen, sah sie plötzlich, wie das Postfach geöffnet wurde. Sie warf einen Blick auf die Uhr. Viertel vor zwei, mehr Glück als Verstand. Lisbeth beobachtete, wie ein Mann in schwarzer Lederjacke den Raum mit den Postfächern verließ. Eine Straße weiter hatte sie ihn eingeholt. Es war ein dünner, junger Mann, um die zwanzig. Er ging zu einem Renault und schloss die Tür auf. Lisbeth Salander prägte sich das Kennzeichen ein und rannte zurück zu ihrem Corolla, den sie hundert Meter weiter unten auf derselben Straße geparkt hatte. Als sie auf die Linné-Gartan einbog, hatte sie ihn bereits wieder eingeholt und folgte ihm in Richtung Nordstan. Michael warf einen Blick auf seine Laptop-Tasche. Er hatte den Colt mitgenommen, den er in Lisbeths Schreibtischschublade gefunden hatte. Warum er das tat, wusste er selbst nicht so recht, aber er spürte instinktiv, dass er ihn nicht in ihrer Wohnung hätte lassen dürfen. Als der Zug über die Orstarbrücke rollte, klappte er sein Handy auf und rief Bublanski an. »Was wollen Sie?«, bellte Bublanski gereizt. »Wollen Sie wissen, wer die drei Morde auf dem Gewissen hat?« »Wenn Sie Informationen haben, würde ich gerne daran teilhaben.« »Der Mörder heißt Ronald Niedermann. Das ist dieser blonde Riese, mit dem Paolo Roberto sich geprügelt hat.« »Er ist deutscher Staatsbürger, 35 Jahre alt und arbeitet für einen Kotzbrocken namens Alexander Salatschenko, auch unter dem Namen Sala bekannt. In den nächsten Minuten kommt Erika Berger mit einem Ermittlungsbericht von 1991 zu Ihnen. In ihm finden Sie alle denkbaren Informationen über Salatschenko und Lisbeth Salander.« »Wie meinen Sie das?« »Salatschenko ist Lisbeths Vater. Er ist ein ehemaliger russischer Auftragskiller aus der Zeit des Kalten Krieges.« »Russischer Auftragskiller?«, echote Bublanski mit zweifender Stimme. »Ein paar Männer von der Sicherheitspolizei haben ihn jahrelang gedeckt. Mikael hörte, wie Bublanski sich einen Stuhl heranzog und sich hinsetzte. »Ich glaube, es wäre das Beste, wenn Sie zu uns kommen und eine offizielle Zeugenaussage machen.« »Sorry, ich hab jetzt keine Zeit. Ich bin im Moment nicht in Stockholm, aber ich melde mich, sobald ich Salatschenko gefunden habe.« Er wusste, es war kindisch, aber er beendete das Gespräch, ohne sich zu verabschieden. Lisbeth nahm sich einen Apfel aus ihrem Rucksack, ohne den Blick vom Vorhof zu wenden. Gosseberger lag ungefähr 400 Meter von der Landstraße entfernt und bestand aus genau zwei Gebäuden. Das Hauptgebäude lag gut 100 Meter vor ihr, ein ganz gewöhnliches weißes Holzhaus mit zwei Etagen, einem Schuppen- und einem Kuhstall, der circa 70 Meter vom Wohngebäude entfernt war. Durch eine Tür im Kuhstall konnte sie den Kühler eines weißen Autos ausmachen. Sie glaubte, den weißen Volvo zu erkennen, aber er war zu weit weg, als dass sie sich wirklich hätte sicher sein können. Ihre Straßenkarte gab keine genauere Auskunft über die Gegend, aber sie war dem schwarzen Renault auf der E20 aus Göteborg hinaus gefolgt und in Orlingshors westlich in Richtung Sollebrunn abgebogen. Nach knapp 40 Minuten war das Auto plötzlich auf einen Waldweg eingeschwenkt, an dem ein Wegweiser nach Gosseberger stand. Sie parkte nördlich von dieser Abzweigung hinter einer Scheune in einem Wäldchen und ging den Weg zu Fuß zurück. Sie hatte noch nie von Gosseberger gehört, aber wenn sie es richtig verstand, bezeichnete der Name nur das Wohngebäude und den Kuhstall vor ihr. Auf dem Weg war sie am Briefkasten vorbeigekommen. Er trug die Beschriftung PL192, K.A.Bodin. Der Name sagte ihr nichts. Nachdem sie einen vorsichtigen Halbkreis um das Gebäude beschrieben hatte, fand sie schließlich einen guten Beobachtungsposten, an dem sie die Abendsonne im Rücken hatte. Geduldig wartete sie ab und beobachtete das Gebäude durch einen kleinen Minolta-Feldstecher mit achtfacher Vergrößerung. Gegen sechs Uhr hatte jemand in einem Zimmer im Erdgeschoss eine Lampe angeschaltet. Wenig später ging auch die Außenbeleuchtung über der Haustür an. Lisbeth machte einen Schatten rechts von der Eingangstür aus, vermutlich in der Küche, aber sie konnte kein Gesicht erkennen. Auf einmal öffnete sich die Haustür, und der blonde Riese namens Ronald Niedermann trat heraus. Er trug eine dunkle Hose und ein eng anliegendes Pullo-Shirt, das seine Muskeln betonte. Lisbeth nickte vor sich hin. Endlich hatte sie die Bestätigung, dass sie an den richtigen Ort gekommen war. Niedermann ging ums Haus herum und verschwand ein paar Minuten bei seinem Auto hinterm Kuhstall. Dann kam er mit einer kleinen Tasche zurück und ging wieder ins Haus. Nur wenige Minuten später kam er wieder heraus, diesmal in Begleitung eines kleinen, schmächtigen älteren Mannes, der hinkte und sich auf eine Krücke stützte. Es war zu dunkel, als dass Lisbeth seine Gesichtszüge hätte erkennen können, aber sie spürte, wie es ihr eiskalt den Rücken hinunterlief. »Daddy, I'm here!« Sie beobachtete, wie Salatschenko und Niedermann den Zufahrtsweg hinuntergingen. Am Schuppen blieben sie stehen. Niedermann holte ein wenig Feuerholz. Dann gingen sie zurück ins Haus und schlossen die Tür. In einem großen Bogen rückte Lisbeth Salander zu dem Gebäude vor. Sie hatte sich ihm bis auf 150 Meter genähert, da erstarrte sie plötzlich mitten in der Bewegung. An den Rand seines Exemplars der Arithmetika hatte Pierre de Fermat die Worte gekritzelt, »Ich habe einen wahrhaft wunderbaren Beweis für diese Behauptung, aber der Rand ist allzu schmal, um ihn zu fassen.« Das Quadrat war in eine dritte Potenz verwandelt worden, a hoch drei plus b hoch drei gleich c hoch drei, und die Mathematiker hatten jahrhundertelang versucht, die Lösung zu Fermats Rätsel zu finden. Bis Andrew Wylds in den 90ern schließlich auf die Lösung kam, hatte er zehn Jahre lang mit dem höchstentwickelten Computerprogramm der Welt gearbeitet. Und mit einem Mal begriff sie alles. Die Antwort war so entwaffnet einfach. Ein Spiel mit Ziffern, die sich aneinanderreiten und sich plötzlich zu einer einfachen Formel gruppierten, die vor allem ein Rätsel sein sollte. Fermat hatte keinen Computer besessen, und Andrew Wylds Lösung baute auf einer Mathematik auf, die noch nicht einmal erfunden war, als Fermat sein Theorem formuliert hatte. Fermat hätte niemals den Beweis erbringen können, den Andrew Wylds schließlich vorlegte. Fermats Lösung musste natürlich ganz anders aussehen. Ihre Verblüffung war so groß, dass sie sich erst mal auf einen Baumstumpf setzen musste. So hat er das also gemeint. Kein Wunder, dass sich die Mathematiker die Haare gerauft haben. Dann kicherte sie. Ein Philosoph hätte größere Chancen gehabt, dieses Rätsel zu lösen. Sie hätte Fermat zu gern kennengelernt. So ein Angeber. Lisbeth Zalander betrat den Kuhstall durch einen Seiteneingang zu einer alten Abwasserrinne. Es waren keine Tiere im Stall. Sie sah sich um und stellte rasch fest, dass hier nichts stand außer drei Autos. Der weiße Volvo von Autoexpert, ein älterer Ford und ein etwas modernerer Saab. Sie blieb im Dunkeln des Stalls stehen und betrachtete von dort das Wohnhaus. Draußen war es finster, und in allen Zimmern des Obergeschosses brannte Licht. Sie konnte keine Bewegung ausmachen, glaubte aber, den flimmernden Schein eines Fernsehers zu erkennen. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. 19.30 Uhr. Nach langem Zögern glitt sie im Dämmerlicht aus dem Stall, eilte leichtfüßig über den Hof bis zum Wohnhaus, wo sie stehen blieb, den Rücken an die Wand gedrückt. Plötzlich hörte sie leise Musik. Lautlos schlich sie ums Haus und versuchte, einen Blick durch die Fenster zu werfen, aber sie waren zu hoch. Lisbeth biss sich auf die Unterlippe. Sie musste ins Haus eindringen, auch wenn das die schlechteste aller Alternativen war. Natürlich konnte sie an die Tür klopfen, die Waffe sofort abfeuern, sobald er jemand aufmachte, und dann ins Haus gehen, um sich den anderen Schweinehund zu schnappen. Aber das würde wiederum bedeuten, dass der zweite vorgewarnt und somit bewaffnet war. Plötzlich erhaschte sie einen Blick auf Niedermanns Profil, als er nur wenige Meter von ihr entfernt an einem Fenster vorbeiging. Er blickte über die Schulter nach hinten und redete mit jemandem im Zimmer. Beide befinden sich im Zimmer links von der Eingangstür. Lisbeth fasste einen Entschluss. Sie zog die Pistole aus der Jackentasche, entsicherte sie und ging lautlos die Stufen zur Haustür hinauf. Ihre Waffe hielt sie in der linken Hand, während sie mit der anderen unendlich langsam die Klinke nach unten drückte. Es war nicht abgeschlossen. Sie runzelte die Stirn und zögerte. Dabei war an der Tür doch ein doppeltes Sicherheitsschloss montiert. Hier stimmte was nicht, das spürte sie. Der Flur war stockfinster. Rechts konnte sie eine Treppe erkennen, die ins Obergeschoss führte. Durch einen Spalt über der Tür drang ein schmaler Lichtstrahl. Lisbeth blieb stehen und horchte. Dann hörte sie eine Stimme und das scharrende Geräusch eines Stuhls aus dem Raum zu ihrer Linken. Mit zwei schnellen Schritten war sie bei der Tür, riss sie auf und richtete die Waffe in ein leeres Zimmer. Plötzlich hörte sie das Rascheln von Kleidern hinter sich und fuhr herum wie ein Reptil. In derselben Sekunde, als sie versuchte, ihre Pistole hochzureißen, schloss sich Ronald Niedermanns riesige Hand wie ein Eisenband um ihren Hals, während er mit der anderen Lisbeths Waffenhand festhielt. Am Genick hob er sie in die Luft, als wäre sie eine Puppe. Eine Sekunde lang zappelte sie mit den Füßen in der Luft, doch dann holte sie aus und trat Niedermann in den Schritt. Sie verfehlte ihr Ziel und traf ihn nur von außen an der Hüfte, was sich anfühlte, als hätte sie gegen einen Baumstamm getreten. Ihr wurde schwarz vor Augen, als er ihr den Hals zudrückte und sie merkte, wie ihr die Waffe aus der Hand glitt. Verflucht. Dann schleuderte Niedermann sie ins Zimmer. Krachend landete sie auf einem Sofa und glitt auf den Boden. Sie spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg und rappelte sich benommen auf. Da entdeckte sie auf dem Tisch einen schweren, dreieckigen Aschenbecher aus massivem Glas, packte ihn und holte aus. Niedermann hielt ihren Arm jedoch mitten in der Bewegung fest. Da steckte sie ihre freie Hand in die linke Hosentasche, zog die Elektroschockpistole und drückte sie Niedermann zwischen die Beine. Sie selbst spürte einen kräftigen elektrischen Schlag, der sich durch Niedermanns Arm auf sie fortpflanzte. Eigentlich hatte sie erwartet, dass er vor Schmerzen zusammenbrechen würde. Stattdessen sah er sie nur verdattert an. Lisbeth riss schockiert die Augen auf. Offensichtlich war ihm der Stromstoß irgendwie unangenehm, doch er schien keine Schmerzen zu fühlen. Niedermann bückte sich, nahm ihr die Elektroschockpistole weg und musterte sie verwundert. Dann versetzte er Lisbeth eine Ohrfeige mit der offenen Hand. Genauso gut hätte er sie mit einer Keule treffen können. Sie sackte vor dem Sofa zu Boden. Als sie den Blick hob, sah sie Ronald Niedermann in die Augen. Er betrachtete sie neugierig, als würde er sich fragen, was sie sich wohl als nächstes einfallen ließ, wie eine Katze, die mit ihrer Beute spielt. Dann nahm sie schemenhaft eine Bewegung in der Tür wahr. Sie wandte den Kopf. Langsam trat er ins Licht. Er stützte sich auf einen Stock mit Handgriff. Sie sah die Prothese, die aus einem Hosenbein herausschaute. Seine linke Hand war ein unförmiger Klumpen, an dem ein paar Finger fehlten. Sie hob den Blick und Simons Gesicht. Die linke Hälfte war durch die Narbenbildung auf der verbrannten Haut ein einziger Flickenteppich. Sein Ohr war ein kleiner Stummel, und er hatte keine Augenbrauen mehr. Sein Kopf war kahl. Sie hatte ihn als athletischen Mann mit weilenden schwarzen Haaren in Erinnerung. Er war 1,65 Meter groß und ausgemergelt. Hallo, Papa, sagte sie tonlos. Alexander Salatschenko betrachtete seine Tochter ebenso ausdruckslos. Ronald Niedermann schaltete die Deckenlampe an. Er untersuchte sie auf weitere Waffen, indem er sie abtastete. Dann sicherte er ihre P83 und nahm das Magazin heraus. Salatschenko schlurfte an Lisbeth vorbei zu einem Sessel und hob eine Fernbedienung. Lisbeths Blick fiel auf den Bildschirm hinter ihm. Salatschenko schaltete das Gerät ein und auf einmal sah sie ein grünflimmerndes Bild des Geländes hinter dem Kuhstall und ein Stück des Zufahrtswegs zum Haus. Eine Kamera mit Nachtsichtgerät. Sie hatten die ganze Zeit gewusst, dass sie auf dem Weg zu ihnen war. Hast du wirklich gedacht, Salatschenko würde völlig ungeschützt in einem kleinen Haus auf dem Land sitzen? Lisbeth massierte sich das Genick und machte Anstalten aufzustehen. Bleib auf dem Boden sitzen, befahl Salatschenko scharf. Niedermann hörte auf, an ihrer Waffe herumzuspielen und betrachtete sie ruhig. Dabei zog er eine Braue hoch und grinste sie an. Lisbeth fiel ein, wie lädiert Paolo Robertos Gesicht im Fernsehen ausgesehen hatte und beschloss, sich nicht zu widersetzen. Sie atmete aus und lehnte sich mit dem Rücken gegen das Sofa. Salatschenko streckte seine gesunde rechte Hand aus. Niedermann zog eine Waffe aus dem Hosenbund, lud nach und reichte sie ihm. Lisbeth bemerkte, dass es eine SIG Sauer war, die Standardwaffe der Polizei. Salatschenko nickte. Ohne weiteren Kommentar drehte Niedermann sich um und zog sich eine Jacke an. Dann verließ er das Zimmer und Lisbeth hörte, wie er aus dem Haus ging. »Du siehst einfach grauenhaft aus«, bemerkte Salatschenko und zeigte auf ihr Augenbrauenpiercing »wie ein verdammtes Flittchen«. Lisbeth fixierte ihn. »Aber du hast meine Augen«, fuhr er fort. Sie antwortete nicht und er lachte plötzlich auf. »Ich habe in all den Jahren immer wieder an dich gedacht, ungefähr jedes Mal, wenn ich ihn in den Spiegel gesehen habe.« »Du hättest meine Mutter in Ruhe lassen sollen.« Salatschenko lachte. »Deine Mutter war eine Hure.« Lisbeths Augen wurden pechschwarz. Sie war keine Hure. Sie arbeitete in einem Lebensmittelgeschäft an der Kasse und versuchte, irgendwie mit dem Geld klarzukommen. »Du kannst ja über sie zusammendichten, was du willst. Aber ich weiß, dass sie eine Hure war. Sie sorgte dafür, dass sie so schnell wie möglich schwanger wurde und versuchte, mich zu einer Hochzeit zu überreden, als ob ich eine Hure heiraten würde.« Lisbeth schwieg. Sie sah in die Mündung seiner Pistole und hoffte, dass seine Konzentration nur für den Bruchteil einer Sekunde nachlassen würde. »Die Brandbombe war hinterhältig. Ich habe dich gehasst. Aber dann wurde das alles unwichtig. Du warst die Energie nicht wert. Hättest du die Dinge einfach gelassen, wie sie waren, hätte ich mich nicht mehr darum gekümmert. Blödsinn! Björmann hat dich gebeten, mich umzulegen. Das war etwas völlig anderes. Das war eine geschäftliche Rabmachung. Er braucht einen Film, den du hast, und ich betreibe nur mal ein kleines Geschäft. Hat Björmann dich wirklich vergewaltigt? Sie antwortete nicht. »Verdammt! Der muss ja echt einen miesen Geschmack gehabt haben. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du so eine Scheißlesbe bist. Wundert mich nicht. Ich kann schon verstehen, dass dich kein Mann haben will.« Er lachte wieder. »Hat Niedermann Björmann erschossen?« »Natürlich. Ronald Niedermann ist ein perfekter Soldat. Er befolgt nicht nur seine Befehle, sondern er greift auch selbst die Initiative, wenn es nötig ist.« »Wo hast du den eigentlich aufgegabelt?« Salatschenko betrachtete seine Tochter mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. »Willst du mir etwa sagen, dass du das noch nicht herausgefunden hast? Wir haben uns in den Neunzigern in Spanien kennengelernt, als ich mich immer noch von deinem kleinen Molotov-Cocktail erholte. Er war zweiundzwanzig und ersetzte mir Arme und Beine. Er ist kein Angestellter, er ist mein Partner. Wir betreiben ein blühendes Geschäft.« »Mädchenhandel«, er zuckte mit den Achseln. »Man könnte sagen, wir sind auf verschiedensten Gebieten tätig. Da gibt es diverse Wahlen und Dienstleistungen. Die Geschäftsidee besteht darin, im Hintergrund zu bleiben und nie sichtbar zu agieren. Aber jetzt sag doch mal, hast du wirklich nicht kapiert, wer Ronald Niedermann ist?« Lisbeth schwieg. Zuerst verstand sie nicht, worauf er hinaus wollte. »Er ist dein Bruder«, erklärte Salatschenko. »Nein.« Salatschenko lachte abermals. »Aber die Mündung seiner Pistole war immer noch bedrohlich auf sie gerichtet.« »Er ist zumindest dein Halbbruder.« »Das Ergebnis einer kleinen Zerstreuung bei einem Auftrag in Deutschland, 1970.« »Du hast deinen Sohn zum Mörder gemacht?« »Oh nein, oh nein! Ich habe ihm nur geholfen, sein Potenzial auszuschöpfen.« »Weiß er, dass wir Halbgeschwister sind?« »Natürlich. Aber glaub bloß nicht, du könntest an seinen Familiensinn appellieren. Ich bin seine Familie. Du bist nur ein entferntes Rauschen am Rande. Außerdem kannst du gerne wissen, dass du noch mehr Geschwister hast. Du hast noch mindestens vier Brüder und drei Schwestern in verschiedenen Ländern. Aber Ronald ist das einzige meiner Kinder, dass Salatschenkos denen wirklich gerecht wird. Ich schätze, für meine Schwestern gab es keinen Platz im Familienunternehmen. Salatschenko wirkte verblüfft. Salatschenko, du bist einfach nur ein ganz gewöhnlicher Schweinehund der Frauen hast. Warum habt ihr Björmann umgelegt? Björmann war ein Vollidiot. Er traute seinen Augen nicht, als er entdeckte, dass du meine Tochter bist. Er war hier einer der wenigen in diesem Land, der über meinen Hintergrund Bescheid wusste. Ich muss zugeben, ich wurde nervös, als er auf einmal Kontakt mit mir aufnahm, aber dann löste sich ja alles in Wohlgefallen auf. Er starb, und du bekamst die Schuld in die Schuhe geschoben. Aber warum habt ihr ihn erschossen? beharrte Lisbeth. Dieser Journalist in Enschede war irgendwie auf den Zusammenhang zwischen ihm und mir gekommen und rief ihn an, als Ronald gerade bei ihm in der Wohnung war. Björnmann brach in Panik aus und geriet völlig außer sich. Ronald musste spontan eine Entscheidung treffen, und er traf die einzig richtige. Lisbeth schnürte es die Kehle zusammen, als ihr Vater bestätigte, was sie schon vermutet hatte. Sie hatte über eine Stunde mit Doc und mir geredet. Im Großen und Ganzen war der Besuch reine Zeitverschwendung gewesen. Sie konnten sie nicht zu Salatschenko führen. Doc Svensson hatte seinen Namen gefunden und mit Nachforschungen begonnen, aber er hatte ihn nicht identifizieren können. Bei ihrem Besuch hatte sie jedoch einen fatalen Fehler gemacht. Sie wusste, dass es eine Verbindung zwischen Björnmann und Salatschenko geben musste. Also hatte sie nach Björnmann gefragt, um herauszukriegen, ob Doc Svensson auch schon über seinen Namen gestolpert war. Dem war zwar nicht so, aber er hatte sofort etwas gewittert. Wenn sie Doc und mir nicht besucht hätte, wären sie immer noch am Leben. Es dauerte fast fünfzig Minuten, bis Ronald Niedermann wiederkam. Er hatte Stiefel an. Lisbeth Salander warf dem Mann, der angebliche Halbbruder war, einen Blick zu. Sie konnte nicht die geringste Ähnlichkeit entdecken. Er war in allem ihr genaues Gegenteil. Sie hatte jedoch den Eindruck, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmte. Sein Körperbau, das weiche Gesicht, die Stimme, die nie richtig in den Stimmbruch gekommen war, das alles sah nach einer Art genetischem Fehler aus. Die Elektroschockpistole hatte ihm überhaupt nichts ausgemacht, und seine Hände waren riesengroß. Nichts an Ronald Niedermann wirkte normal. Fertig? fragte Salatschenko. Niedermann nickte. Er fasste nach seiner Sig Sauer. Ich komme mit, erklärte Salatschenko. Niedermann zögerte. Es ist aber ein Stückchen zu gehen. Ich komme mit, runne meine Jacke. Niedermann zuckte mit den Schultern und tat, worum er gebeten wurde. Dann hantierte er mit seiner Waffe, schob Lisbeth durch die Haustür und hinaus auf den Hof. Dabei hielt er sie am Genick fest. Seine Finger schlossen sich problemlos um ihren Hals. Er steuerte sie zum Wald, der nördlich vom Kuhstall begann. Sie kamen nur langsam voran, und Niedermann blieb in regelmäßigen Abständen stehen, um auf Salatschenko zu warten. Sie hatten starke Taschenlampen dabei. Ungefähr 400 Meter folgten sie einem unwegsamen Pfad. Lisbeth stolperte zweimal, wurde aber jedes Mal wieder auf die Füße gezogen. Hier rechts, befahl Niedermann. Nach zehn Metern erreichten sie eine Waldlichtung. Lisbeth sah die Grube im Erdboden. Im Schein von Niedermanns Lampe sah sie wie einen Spaten neben einem Erdhaufen. Plötzlich verstand sie, was für eine Kleinigkeit Niedermann vorhin hatte erledigen müssen. Er gab ihr einen Schubs, sodass sie auf die Grube zutaumelte. Sie stolperte und landete auf allen Vieren, wobei sie mit den Händen tief in dem aufgeworfenen Erdhügel versank. Sie stand wieder auf und sah ihn ausdruckslos an. Salatschenko ließ sich Zeit, und Niedermann wartete geduldig auf ihn, ohne dabei die Pistolenmündung von Lisbeth zu nehmen. Salatschenko war völlig außer Atem. Es dauerte über eine Minute, bis er widersprechen konnte. »Ich sollte wohl irgendwas sagen, aber ich glaube, ich habe dir nichts zu sagen, sagte er. Schon okay, gab Lisbeth zurück. Ich hab dir auch nicht viel zu sagen. Sie grinste ihn schief an. Dann bringen wir es am besten doch hinter uns, schlug Salatschenko vor. Ich bin jedenfalls zufrieden, dass meine letzte Tat darin bestand, dich hinter Gitter zu bringen, erwiderte Lisbeth. Die Polizei wird noch heute Nacht bei dir anklopfen. Sie steckte langsam die Hand in ihre linke Tasche und zog einen viereckigen Gegenstand heraus. Ronald Niedermann überwachte jede ihrer Bewegung. Jedes Wort, das du in der letzten Stunde gesagt hast, ist per Internetradio übertragen worden. Sie hielt ihren tungsten Palm T3 in die Höhe. An der Stelle, wo seine Augenbrauen hätten sein müssen, kräuselte sich Salatschenkos Stirn. Zeig her, sagte er und streckte seine gesunde Hand aus. Lisbeth warf ihm den Palm zu und er fing ihn in der Luft auf. Unsinn, meinte Salatschenko, das ist ein ganz gewöhnlicher Palm. Als Ronald Niedermann sich vorbeugte, um einen Blick auf ihren Minicomputer zu werfen, pfefferte ihm Lisbeth eine Handvoll Sand in die Augen. Obwohl ihm die Sicht genommen war, gab er Lissbeth war bereits zwei Schritte beiseite gesprungen und so durchlöcherte die Kugel nur die Luft. In der nächsten Sekunde packte sie den Spaten und hieb mit der scharfen Kante auf die Hand, die die Pistole hielt. Sie traf ihn mit voller Wucht am Knöchel und sah, wie seine Sicksauer in hohem Bogen durch die Luft segelte und im Gebüsch landete. Lissbeth bemerkte, dass aus einer tiefen Wunde unterhalb seines Zeigefingers das Blut schoss. Er müsste doch vor Schmerzen schreien. Niedermann tastete mit der verletzten Hand in der Luft herum, während er sich mit der anderen verzweifelt die Augen rieb. Ihre einzige Möglichkeit, den Kampf zu gewinnen, bestand darin, ihm sofort eine massive Verletzung zuzufügen. Wenn es erst einmal zu einer direkten Auseinandersetzung kam, war sie hoffnungslos verloren. Sie brauchte eine Frist von fünf Sekunden, um in den Wald fliehen zu können. Also nahm sie Anlauf und holte dabei mit dem Spaten weit über ihre Schulter aus. Sie versuchte den Griff so zu drehen, dass sie wieder zuerst mit der Kante traf, aber sie stand ungünstig und traf ihn daher nur mit der Breitseite ins Gesicht. Jedermann grunzte auf, als zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sein Nasenbein brach. Er war noch immer geblendet vom Sand, schlug aber mit dem rechten Arm wild um sich und schubste Lisbeth weg. Sie trat auf eine Wurzel und stolperte. Doch im Handumdrehen kam sie wieder auf die Füße. Sie sprang zwei Schritte auf das Reisig gestripp zu und sah aus dem Augenwinkel heraus Salatschenko den Arm heben. Im selben Moment, als der Schuss abgegeben wurde, drehte sie sich weg. Die Kugel traf sie an der Hüfte. Sie wurde so schnell herumgerissen, dass sie das Gleichgewicht verlor. Die andere Kugel traf sie in den Rücken und blieb an ihrem linken Schulterblatt stecken. Ein scharfer, lähmender Schmerz schoss ihr durch den Körper. Lisbeth ging in die Knie. Für ein paar Sekunden war sie außerstande, sich überhaupt zu bewegen. Sie wusste, dass Salatschenko ungefähr sechs Meter hinter ihr war. Mit letzter Kraft rappelte sie sich auf und machte ein paar schwankende Schritte auf das schützende Gebüsch zu. Salatschenko hatte Zeit zum Zielen. Die dritte Kugel traf sie ungefähr zwei Zentimeter über ihrem linken Ohr. Sie durchschlug den Schädelknochen und verursachte ein Spinnennetz aus Rissen, das vom Einschussloch sternförmig über den gesamten Knochen verlief. Die Bleikugel drang in ihren Kopf ein, wo sie in der grauen Hirnmasse ungefähr vier Zentimeter unter der Großhirnrinde stecken blieb. Für Lisbeth Salander wäre diese genaue Lokalisierung nur von theoretischem Interesse gewesen. Praktisch bedeutete es, dass die Kugel sofort ein massives Trauma verursachte. Als letztes nahm sie einen rotglühenden Schock wahr, der in ein weißes Licht überging. Dann nur noch Finsternis. Donnerstag, 7. April Michael Blomquist kam um kurz nach neun am Hauptbahnhof von Göteborg an. Die letzte Stunde hatte er damit verbracht, alle möglichen Mietwagenfirmen anzurufen. Da im Handschuhfach seines Mietautos keine Landkarte lag, fuhr er zu einer Tankstelle und kaufte sich eine. Es war halb elf, als der Göteborg endlich in nördliche Richtung verließ und an Partille vorbeifuhr. Er nahm die Straße nach Orlingshaus. Gregor Backmann schaute zu seiner Frau hinüber. Erika Berger stand am Wohnzimmer Fenster und blickte aufs Wasser hinaus. Sie hatte das Handy in der Hand und er wusste, dass sie auf einen Anruf von Michael Blomquist wartete. Erika sah so unglücklich aus, dass Gregor zu ihr ging und den Arm um sie legte. Blomquist ist ein großer Junge, sagte er, aber wenn du dir wirklich solche Sorgen machst, dann solltest du besser diesen Polizisten anrufen. Erika seufzte. Das hätte ich schon vor ein paar Stunden tun sollen, aber das ist gar nicht der Grund, warum ich so ich hab dir davon nichts erzählt und Michael auch nicht und allen anderen in der Redaktion auch nicht. Was nicht erzählt? Sie drehte sich zu ihrem Mann um und erklärte ihm, dass sie einen Job als Chefredakteurin bei der Svenska Morgenposten bekommen hatte. Gregor zog die Augenbrauen hoch. Aber ich verstehe nicht, warum du nichts davon erzählt hast, meinte er. Das ist doch eine Bombensache für dich. Ich komme mir wie eine Verräterin vor. Michael wird es verstehen. Alle Menschen müssen sich verändern, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und jetzt ist es für dich so weit. Ich weiß. Hast du dich denn wirklich schon entschieden? Ja, ich habe mich entschieden, aber ich hatte nicht den Mut, es irgendjemandem zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, die anderen mitten im allergrößten Chaos im Stich zu lassen. Er nahm seine Frau in den Arm. Lisbeth Salander bekam keine Luft. Sie hatte kein Zeitgefühl mehr, konnte sich jedoch erinnern, dass sie angeschossen worden war und wusste, mehr instinktiv als in Form eines rationalen Gedankens, dass man sie begraben hatte. Ihr linker Arm war nicht benutzbar. Sie konnte keinen Muskel bewegen, ohne das Schmerzwellen durch ihre Schulter schossen. Sie war wie in Trance. Ich muss Luft kriegen. Ihr Kopf zersprang fast vor pulsierendem Schmerz, wie sie ihn nie zuvor erlebt hatte. Ihre rechte Hand lag unter ihrem Gesicht und sie begann instinktiv die Erde vor Nase und Mund weg zu kratzen. Die Erde war sandig und relativ trocken. Auf diese Art konnte sie ein faustgroßes Loch vor dem Gesicht schaffen. Wie lange sie Situation lebensgefährlich war. Sie konnte nicht atmen. Sie konnte sich nicht bewegen. Eine Tonne Erde lastete auf ihr. Sie versuchte ein Bein zu bewegen, konnte aber kaum die Muskeln anspannen. Sobald sie mit dem Kopf nach oben drückte, schoss ihr der Schmerz wie ein elektrischer Schlag durch die Schläfen. Ich darf mich jetzt nicht übergeben. Sie sank in einen wirren Bewusstseins Zustand zurück. Als sie wieder denken konnte, fühlte sie vorsichtig nach, welche Körperteile sie gebrauchen konnte. Der einzige Körperteil, den sie ein paar Zentimeter bewegen konnte, war die rechte Hand vor ihrem Gesicht. Ich muss Luft kriegen. Die Luft war über ihr, über ihrem Grab. Lisbeth Salander begann zu scharren. Sie presste ihren Ellbogen in die Erde und schuf sich damit ein wenig mehr Platz zu manövrieren. Mit dem Handrücken vergrößerte sie das Loch vor ihrem Gesicht, indem sie die Erde zur Seite drückte. Ich muss graben. Schließlich begriff sie, dass sich unter ihr und zwischen ihren Beinen ein Hohlraum befand. Von dort kam ein Großteil der verbrauchten Luft, die sie immer noch am Leben hielt. Sie begann verzweifelt ihren Oberkörper hin und her zu bewegen. Der Druck auf ihrem Brustkorb verringerte sich ein wenig, und plötzlich konnte sie auch ihren Arm ein paar Zentimeter bewegen. Minute für Minute arbeitete sie in halbbewusstlosem Zustand weiter. Sie kratzte die sandige Erde vor ihrem Gesicht weg und drückte eine Handvoll nach der anderen in den Hohlraum unter ihrem Körper. Langsam bekam sie den Arm so weit frei, dass sie die Erde über ihrem einmal ein kleines Stück Baumwurzel oder einen Zweig in der Hand. Sie scharrte weiter. Die Erde war noch immer locker und nicht sehr kompakt. Um kurz nach neun kam ein Fuchs an Lisbeths Grab vorbei. Er hatte eine Wühlmaus verspeist und war ganz zufrieden mit seinem Dasein, als er auf einmal ein zweites Wesen wahrnahm. Er erstarrte und spitzte die Ohren. Seine Schnurrhaare und seine Nase vibrierten. Plötzlich schoben sich Lisbeth Zalanders Finger durch den Boden, als würde ein Untoter aus der Erde steigen wollen. Hätte ein Mensch dies gesehen, er hätte wahrscheinlich genauso reagiert wie der Fuchs. Der suchte das Weite. Lisbeth spürte die kalte Luft in ihrem Arm. Sie atmete wieder. Sie fand es irgendwie seltsam, dass sie ihre linke Hand nicht benutzen konnte, brauchte einen harten Gegenstand zum Graben, doch es dauerte eine Weile, bis sie etwas fand. Es gelang ihr, in ihre Brusttasche zu fassen und das Zigarettenetui herauszuziehen, das sie von Mimi bekommen hatte. Sie klappte es auf und benutzte es wie eine Schaufel. Gramm für Gramm schaufelte sie die Erde weg und warf sie mit einem Ruck des Handgelenks beiseite. Plötzlich konnte sie ihre rechte Schulter bewegen und sie durch die Erdschicht nach oben drücken. Dann entfernte sie so viel Sand und Erde, dass sie den Kopf heben konnte. Somit waren ihr rechter Arm und ihr Kopf oberhalb der Erdoberfläche. Als sie ihren Oberkörper zum Teil freigelegt hatte, konnte sie sich Zentimeter für Zentimeter nach oben hinaus winden, bis die Erde plötzlich ihr Bein freigab. Mit geschlossenen Augen kroch sie aus ihrem Grab heraus und hielt erst an, als sie mit der Schulter gegen einen Baumstamm stieß. Langsam drehte sie sich um, sodass sie sich rücklinks gegen den Baum lehnen konnte, und wischte sich mit dem Handrücken den Dreck von den Augen, bevor sie sie aufschlug. Um sie herum war es stockfinster, die Luft war eiskalt. Sie schwitzte. Obwohl sie einen dumpfen Schmerz in Kopf, linker Schulter und Hüfte verspürte, verschwendete sie keine Energie darauf, über ihre Verletzungen nachzudenken. Sie blieb einfach zehn Minuten still sitzen und atmete. Dann wurde ihr klar, dass sie hier nicht bleiben konnte. Sie kämpfte sich hoch, während die Welt um sie herum gefährlich schwankte. Im nächsten Moment wurde ihr Spei übel, sie beugte sich vor und übergab sich. Dann begann sie zu gehen. Sie hatte keine Ahnung, in welche Richtung sie ging. Sie hatte Probleme mit dem linken Bein und fiel regelmäßig auf die Knie. Dabei schoss ihr jedes Mal ein heftiger Schmerz durch den Kopf. Sie wusste nicht, wie lange sie schon unterwegs war, als sie plötzlich im Augenwinkel ein Licht wahrnahm. Sie änderte die Richtung und stolperte weiter voran. Erst als sie vor dem Schuppen auf dem Hof stand, ging ihr auf, dass sie gerade Wegs zu Salatschenkos Haus zurückmarschiert war. Sie blieb stehen und schwankte hin und her wie eine Betrunkene. Die Bewegungsmelde am Zufahrtsweg und auf der Lichtung. Ich komme aus der anderen Richtung. Diesmal haben sie mich nicht entdeckt. Die Erkenntnis stürzte sie in Verwirrung. Ihr war klar, dass sie nicht in der Form war, um Niedermann und Salatschenko zu einem zweiten Kampf heraus zu fordern. Nachdenklich betrachtete sie das weiße Wohngebäude. Sie fantasierte von einem Benzinkanister und einem Streichholz. Mühsam steuerte sie auf den Schuppen zu und taumelte zu einer Tür, die mit einem Querbalken verschlossen war. Es gelang ihr, den Balken zu heben, indem sie die rechte Schulter darunter stemmte. Sie hörte das Poltern, als der Balken zu Boden fiel und dabei gegen die Tür knallte. Sie trat ins Dunkel des Schuppens und sah sich um. Hier gab es nur Brennholz, kein Benzin. Am Küchentisch hob Alexander Salatschenko den Blick, als er das Geräusch vom Schuppen hörte. Er schob die Küchengardine beiseite und blickte hinaus in die schwarze Nacht. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Der Wind wurde immer heftiger da draußen. Wie es aussah, würde der angekündigte Sturm nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da sah er, dass die Tür des Holz Schuppens einen Spalt offen stand. Gemeinsam mit Niedermann hatte er am Nachmittag Brennholz geholt. Ein unnötiger Ausflug, mit dem sie hauptsächlich Lisbeth zeigen wollten, dass sie an den richtigen Ort gekommen Wohnzimmer, wo Niedermann auf dem Sofa eingeschlafen war. Einen Moment lang überlegte er, ihn zu wecken, aber dann dachte er sich, dass er ihn genauso gut schlafen lassen konnte. Er stand von seinem Küchenstuhl auf. Um Benzin zu finden, musste Lisbeth in den Kuhstall gehen, wo die Autos standen. Sie stützte sich auf einem Hauklotz ab und atmete schwer. Sie musste sich ausruhen. Nachdem sie ein Schritte von Salatschenkos Prothese vor dem Schuppen. Eine Sekunde bevor Alexander Salatschenko den Schuppen betrat, griff sich Lisbeth Salander mit der rechten Hand die Axt vom Hauklotz. Sie hatte nicht genug Kraft, um sie über den Kopf zu heben, sondern schwang sie mit einer Hand von unten nach oben, während sie ihr Gewicht ganz auf die unverletzte Hüfte verlagerte. Als Salatschenko auf den Lichtschalter drückte, spaltete die Axt die rechte Seite seines Gesichts, zerschmetterte seinen Wangenknochen und drang ein paar Millimeter weit in seine Stirn ein. Es ging so schnell, dass er gar nicht begreifen konnte, was mit ihm geschah, doch in der nächsten Sekunde registrierte sein Gehirn einen höllischen Schmerz und er brüllte los wie ein besessener. Ronald Niedermann erwachte mit einem Ruck und setzte sich verwirrt auf. Er hörte ein Heulen, das ihm im ersten Moment gar nicht menschlich vorkam. Es kam von draußen. Dann begriff er, dass es Salatschenko war, der da brüllte. Hastig sprang er auf. Lisbeth Salander nahm Anlauf und schwang die Axt ein zweites Mal, doch ihr Körper gehorchte ihr nicht mehr. Sie hatte die Axt heben und den Kopf ihres Vaters spalten wollen, aber ihre Kräfte waren am Ende, und so traf sie ihn unterhalb der Kniescheibe. Das Gewicht trieb die Klinge jedoch so weit hinein, dass die Axt stecken blieb und ihr aus den Händen gerissen wurde, als Salatschenko vornüber zu Boden stürzte. Er schrie ununterbrochen. Mit ausgestreckter Hand tastete sie nach seiner Jackentasche, in der immer noch die Pistole steckte. Sie zog sie heraus. Eine Browning Kaliber 22. Eine verdammte Pfadfinderpistole. Darum lebte sie auch noch. Hätte sie eine Kugel aus Niedermanns Sigsauer oder aus einer anderen Waffe mit größerer Munition getroffen, dann hätte sie ein riesengroßes Loch im Schädel gehabt. Im selben Augenblick, als sie diesen Gedanken fasste, hörte sie die Schritte eines verschlafenen Niedermanns, der in der Türöffnung des Holzschuppens auftauchte. Er starrte mit verständnislosen und weit aufgerissenen Augen auf die Szene, die sich ihm bot. Salatschenko brüllte wie ein Wahnsinniger. Sein Gesicht war eine einzige blutige Maske. In seinem Knie steckte eine Axt. Eine blutige und verdrägte Lisbeth Salander hockte neben ihm auf dem Boden. Sie sah aus wie ein Zombie aus einem der Horror Filme, von denen Niedermann eindeutig zu viele gesehen hatte. Ronald Niedermann, schmerzunempfindlich und gebaut wie ein Panzerschrank, hatte die Dunkelheit immer gehasst. Solange er sich erinnern konnte, hatte er sie mit Bedrohung assoziiert. Er hatte mit eigenen Augen die Schemen gesehen, und er verspürte immer ein unbeschreibliches Grauen, wenn er im Finstern stand. Und nun hatte sich dieses Grauen materialisiert. Das Mädchen auf dem Boden war tot, daran konnte es keinen Zweifel geben. Er selbst hatte sie begraben. Also war dieses Wesen auf dem Boden kein Mädchen, sondern ein Geschöpf, das von der anderen Seite des Grabes wiedergekehrt war und nicht mit menschlicher Kraft bekämpft werden konnte. Da hob sie die Pistole und schoss. Die Kugel flog so nah an Niedermanns Ohr vorbei, dass er den Luftzug spürte. Für ihn sah es aus, als würde eine Flamme aus ihrem Mund schlagen. Sein Denken setzte aus. Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte um sein Leben. Sie gab noch einen Schuss ab, der ihn weit verfehlte, ihm aber Flügel zu verleihen schien. Mit einem Riesensatz sprang er über den Zaun und wurde auf seinem Weg Richtung Landstraße von der Dunkelheit verschluckt. Fassungslos sah Lisbeth ihm hinterher, als er aus ihrem Blickfeld verschwand. Sie hinkte zur Tür und spähte ins Dunkel, aber sie konnte ihn nirgends mehr sehen. Nach einer Weile hörte Salatschenko auf zu schreien und wimmerte nur noch leise vor sich hin. Lisbeth stellte fest, dass sie noch eine Patrone im Magazin hatte. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie Salatschenko in den Kopf schießen sollte. Aber dann fiel er ein, dass Niedermann immer noch irgendwo da draußen in der Dunkelheit herumlief und sie sich die Kugel besser aufsparen sollte. An der Landstraße zwischen Sollebrunn und Nossebro blieb Ronald Niedermann unschlüssig stehen. Er war allein, es war dunkel, er konnte wieder vernünftig denken und schämte sich seiner Flucht. Ohne recht zu begreifen, wie das möglich war, kam er zu der logischen Schlussfolgerung, dass sie überlebt hatte. Irgendwie muss sie sich aus dem Loch befreit haben. Salatschenko brauchte ihn, also musste er jetzt zurück zum Haus und ihr den Hals umdrehen. Gleichzeitig hatte Ronald Niedermann aber das Gefühl, dass alles vorbei war. Dieses Gefühl hatte er schon seit geraumer Zeit. Seit Björmann mit ihnen Kontakt aufgenommen hatte, waren die Dinge immer mehr aus dem Ruder gelaufen. Salatschenko war wie verwandelt, als er den Namen Lisbeth Salander gehört hatte. All die Regeln der Vorsicht und der Besonnenheit, die er ihm selbst jahrelang gepredigt hatte, existierten plötzlich nicht mehr. Jahrelang war er der Geschäftspartner seines Vaters gewesen. Es waren erfolgreiche Jahre gewesen. Er hatte Geld beiseite gelegt und wusste außerdem, hatte die Mittel und die Kompetenz, die er brauchte, um das Geschäft weiterzuführen. Das Vernünftigste war also, nicht zurückzublicken. Wenn es etwas gab, das Salatschenko ihm eingeschafft hatte, dann war es die Fähigkeit, sich ohne Sentimentalität aus einer Situation zu befreien, die nicht mehr kontrollierbar war. Das war die Grundregel des Überlebens. Mach keinen Finger krumm für eine verlorene Sache. Er stand immer noch zögernd auf der Straße, als er sah, wie sich von der anderen Seite das Licht von Autoscheinwerfern näherte. Er drehte den Kopf. Vielleicht konnte er sich anderweitig ein Fahrzeug beschaffen. Alles, was er brauchte, war ein Auto, mit dem er nach Göteborg fahren konnte. Michael Blomquist sah Ronald Niedermann schon von Weitem im Licht der Scheinwerfer und erkannte ihn sofort wieder. Niedermann wedelte mit den Armen. Michael blendete ab und bremste. Mit der rechten griff er ins Außenfach seiner Laptoptasche und holte den Colt 1911 Government heraus, den er auf Lisbeths Schreibtisch gefunden hatte. Knapp fünf Meter von Niedermann entfernt blieb er stehen und stellte den Motor ab, bevor er die Autotür öffnete. Danke, dass Sie anhalten, keuchte Niedermann atemlos. Er war gerannt. Ich hatte einen Autounfall. Können Sie mich mit in die Stadt nehmen? Seine Stimme war eigenartig hell. Natürlich kann ich dafür sorgen, dass Sie in die Stadt kommen, sagte Mikael Blomquist. Er richtete die Waffe auf Niedermann. Legen Sie sich auf den Boden. Niedermann hatte nicht die geringste Angst vor der Pistole oder der Gestalt, die sie in der Hand hielt. Doch er hatte Respekt vor der Waffe. Sein ganzes Leben hatte er mit Waffen und Gewalt zu tun gehabt. Wenn jemand mit einer Pistole auf ihn zielte, dann ging er davon aus, dass diese Person verzweifelt war und sie auch benutzen würde. Er blinzelte und versuchte den Mann hinter der Pistole einzuschätzen, doch mit den Scheinwerfern im Rücken war er nur ein dunkler Schatten. Legen Sie sich hin, brüllte Mikael. Ronald Niedermann ging auf die Knie, geblendet von den Scheinwerfern. Wer sind sie? fragte er. Mikael holte die Taschenlampe heraus, die er an der Tankstelle gekauft hatte. Dann richtete er den Lichtkegel auf Niedermanns Gesicht. Hände auf den Rücken, kommandierte er, und die Beine speisen. Er wartete, bis Niedermann widerwillig seinen Befehlen gehorchte. Ich weiß, wer Sie sind. Wenn Sie Dummheiten machen, schieße ich ohne Vorwarnung. Ich ziele unter Ihr Schulterblatt auf die Lunge. Sie können mich kriegen, wenn Sie wollen, aber dafür werden Sie den Preis bezahlen. Er legte die Taschenlampe auf den Boden, zog seinen Gürtel aus der Hose und machte eine Schlinge. Er stellte sich zwischen die Beine des blonden Riesen, zog ihm die Schlinge über die Arme und schnürte sie über den Ellbogen fest zusammen. Damit war der riesige Wo ist Lisbeth Salander, wiederholte Michael. Niedermann bedachte ihn mit einem seltsamen Blick. Er begriff nicht, was in dieser bizarren Nacht eigentlich geschah, aber alles schien schief zu laufen. Michael zuckte mit den Schultern. Er ging zurück zum Auto, öffnete den Kofferraum und nahm ein Abschleppsaal heraus. Schließlich konnte er Niedermann nicht einfach gefesselt mitten auf der Straße liegen lassen. Er dreißig Metern Entfernung leuchtete ein Straßenschild im Scheinwerferlicht. Vorsicht Elche! Stehen Sie auf. Er drückte Niedermann die Pistolenmündung ins Genick und führte ihn bis zu dem Schild, wo er sich in den Straßengraben setzen musste. Michael befahl ihm, sich mit dem Rücken gegen den Pfosten zu lehnen. Niedermann setzte sich. Michael legte ihm das Abschleppseil um den Hals und fixierte damit seinen Kopf. Dann benutzte er das 18 Meter lange Seil, um den Oberkörper des Riesen festzubinden. Ein Stückchen sparte er sich auf, um die Unterarme an den Pfosten zu fesseln. Das Ganze sicherte er mit ein paar ordentlichen Seemannsknoten. Erst als er wieder zu seinem Auto kam, spürte er das Adrenalin durch seinen Körper fluten und begriff, was er gerade getan hatte. Das Bild von Mia Bergmanns Gesicht flimmerte vor seinen Augen. Dann setzte er sich hinters Steuer, warf noch einen Blick auf die Straßenkarte und stellte fest, dass es noch zwei Kilometer bis zur Abzweigung zu Karl Axel Bodins Hof waren. Er ließ den Motor an und fuhr an Niedermann vorbei. Es war schon fast Mitternacht, als er die Lichter Mikael horchte, aber er konnte nichts anderes hören, als die gewöhnlichen Geräusche des nächtlichen Waldes. Statt den direkten Weg zum Bauernhof einzuschlagen, ging er am Rand der Wiese entlang und näherte sich dem Haus vom Kuhstall her. Dreißig Meter vor dem Haus blieb er auf dem Hof stehen. Jede Faser in seinem Körper war gespannt. Niedermanns Eile auf der Straße legte den Schluss nahe, dass hier etwas passiert sein musste. Als Mikael den Hof schon halb überquert hatte, hörte er ein Geräusch. Er fuhr herum und ließ sich mit erhobener Waffe auf ein Knie nieder. Erst nach ein paar Sekunden hatte er ausgemacht, dass das Geräusch von einem der Nebengebäude kam. Es klang, als würde jemand vor sich hin wimmern. Rasch lief er übers Gras und blieb vor dem Holzschuppen stehen. Als er um die Ecke spähte, konnte er sehen, dass in der Hütte Licht brannte. Er horchte. Irgendjemand bewegte sich dort drinnen. Mikael hob den Querbalken hoch, drückte die Tür auf und begegnete einem erschrockenen Augenpaar in einem blutigen Gesicht. Dann fiel sein Blick auf die Axt am Boden. Um Gottes Willen, murmelte er. Dann entdeckte er die Prothese. Salatschenko. Er konnte sich nur schwer vorstellen, was passiert war. Schnell machte er die Tür wieder zu und schob den Riegel vor. Salatschenko lag hilflos im Holzschuppen und Niedermann saß gefesselt an der Straße nach Sollebrunn. Mikael überquerte mit raschen Schritten den Hof zum Wohngebäude. Möglicherweise hielt sich noch ein unbekannter Dritter hier auf, der ihm gefährlich werden konnte, aber das Haus schien verlassen, fast unbewohnt. Er richtete seine Waffe auf den Boden und öffnete vorsichtig die Haustür. Als er den dunklen Flur betrat, sah er ein schwaches Licht aus der Küche dringen. Nur das Ticken einer Wanduhr war zu hören. In dem Moment, als er die Küchentür betrat, entdeckte er sofort Lisbeth Salander auf der Küchenbank. Einen Augenblick klang, blieb er wie versteinert stehen und betrachtete den geschundenen Körper. Die Pistole in ihrer Hand hing schlaff herunter. Langsam ging er auf sie zu und kniete sich neben sie. Ihm fiel wieder ein, wie er Dork und Mia gefunden hatte, und eine Sekunde lang dachte er, dass auch sie tot war. Doch dann nahm er die leichte Bewegung ihres Brustkorbs wahr und hörte einen schwachen, rasselnden Atemzug. Vorsichtig wollte er ihr die Waffe aus der Hand nehmen, doch plötzlich umklammerte sie den Kolben, schlug die Augen zu zwei kleinen Schlitzen auf und starrte ihn langer an. Dann hörte er, wie sie ganz leise, so dass er die Worte kaum verstand, zu murmeln begann. Kalle fucking Blomquist. Sie schloss die Augen und ließ die Pistole los. Michael legte die Waffe auf den Boden, zog sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer der Notrufzentrale.